Fire in You – Wait for You Serie Band 7 von Jalen Ich würde Avery Hamilton umbringen. Mit schweißnassen Händen umklammerte ich das Lenkrad und ermahnte mich selbst aus dem Auto auszusteigen. Es war in der Zeit. Aber ich wusste auch, dass ich lieber barfuß über glühende Glasscherben gelaufen wäre, als in dieses Restaurant zu gehen. Was selbst in meinen Ohren übertrieben klang. Ich wünschte mir nichts mehr, als nach Hause zu fahren, ein paar Leggings anzuziehen, die wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit geeignet waren, mich mit einer Schale Chips auf der Couch zusammenzurollen und zu lesen. Ich machte gerade eine seltsame Phase durch, in der ich historische Schundromane aus den 80er Jahren verschlang. Vor kurzem hatte ich mit einem Wikingerroman von Johanna Lindsay angefangen. Eine Menge aufgerissener Kleider und Alphamännchen auf Steroiden spielten darin eine Rolle. Und ich liebte es. Aber Avery würde mich umbringen, wenn ich heute Abend kniff. Naja, okay. Sie würde mich schon nicht umbringen, denn wer würde dann in Zukunft Ava und den kleinen Alex babysitten, wenn sie und Cam ausgehen wollten? Der heutige Abend war eine Ausnahme. Cams Eltern waren in der Stadt. Also passten sie auf die Kinder auf. Und ich war hier, saß in meinem Auto und starrte einen dieser japanischen Ahornbäume neben dem Parkplatz an, der aussah, als könnte er jeden Moment umfallen. Ach, stöhnte ich und ließ meinen Kopf nach hinten gegen die Stütze fallen. Wäre heute ein anderer Tag, wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Aber heute war mein letzter Tag bei Richards & Decker gewesen. So viele Leute hatten mein winziges Büro besucht. Es hatte Balance gegeben und eine Eistorte, von der ich zwei, na gut, drei Stücke gegessen hatte. Ich hatte genug von Menschen. Es war ein merkwürdiges Gefühl, den Job zu kündigen, in dem ich fünf Jahre lang gearbeitet hatte. Ich hatte mir so lange eingeredet, dass ich die Arbeit dort liebte. Ich ging jeden Morgen ins Büro, schloss die Tür hinter mir und war überwiegend allein, um Versicherungsansprüche zu prüfen. Es war ein ruhiger, klar strukturierter Job, in dem man sich eingraben konnte und bei dem absolut keine Gefahr bestand, dass man ihn am Ende des Tages mit nach Hause nahm. Er sorgte dafür, dass ich mir eine Drei-Zimmer-Wohnung und den Kredit für den Honda leisten konnte. Es war ein ruhiger, langweiliger Job, der zu meinem ruhigen, langweiligen Leben ganz hervorragend gepasst hatte. Dann aber hatte mir mein Vater im wahrsten Sinne des Wortes ein Angebot gemacht, das ich nicht hatte ablehnen können. Und dieses Angebot hatte etwas in mir zum Leben erweckt, von dem ich seit langer Zeit geglaubt hatte, es wäre tot. Das Verlangen, wieder richtig zu leben. Sicher, allein der Gedanke klang kitschig, aber es war die Wahrheit. In den letzten sechs Jahren hatte ich nur von einem Tag zum nächsten gelebt, hatte keine Vorfreude auf irgendwas verspürt, hatte nichts von den Dingen getan, von denen ich einmal geträumt hatte. Das Angebot meines Vaters anzunehmen, war der erste und wichtigste Schritt, mein Leben endlich wieder in die Hand zu nehmen. Doch ich konnte trotzdem noch nicht ganz glauben, dass ich es wirklich tat. Meine Eltern hassten. Ja, sie hassten, wie sich die Dinge für mich entwickelt hatten. Sie hatten so viele Träume und Hoffnungen für mich gehabt. Und ich hatte einmal dieselben. Das Klopfen am Fenster erschreckte mich so sehr, dass ich zusammenzuckte. Meine Knie knallten gegen das Lenkrad, als ich mich nach links umdrehte. Avery stand neben dem Auto. Ihre Haare leuchteten in der verblassenden Abendsonne strahlend rot. Sie winkte mir zu. Peinlich berührt hob ich die Hand und drückte einen Knopf. Das Fenster glitt nach unten. Hey. Avery beugte sich vor, legte ihre Unterarme auf den Fensterrahmen und streckte ihren Kopf in den Innenraum. So sprach sie direkt in mein linkes Ohr. Avery war ein paar Jahre älter als ich und hatte zwei Kinder, eines davon kaum ein Jahr alt. Aber mit ihren Sommersprossen und den warmen, braunen Augen wirkte sie trotzdem erst wie knapp über 20. Und was treibst du so? Ich sah von ihr zur Windschutzscheibe und dann wieder zurück. Ähm, ich habe nachgedacht. Oho, Avery lächelte milde. Glaubst du, dass du damit bald fertig bist? Ich weiß nicht, murmelte ich, wobei ich gleichzeitig fühlte, wie meine Wangen heiß wurden. Die Kellnerin hat gerade unsere Getränkebestellung aufgenommen. Ich habe dir eine Cola bestellt, erklärte sie. Normal, nicht leid. Ich hoffe, dass du dich uns noch vor den Vorspeisen anschließen wirst, weil Cam über Fußball redet. Du weißt, wie es um meine Aufmerksamkeit bestellt ist, wenn er sich darüber auslässt. Mein linker Mundwinkel hob sich ein wenig. Cam war mehrere Jahre lang Profispieler gewesen. Inzwischen arbeitete er am Shepard als Trainer, was bedeutete, dass er um einiges öfter zu Hause war als früher. Tut mir leid, dass ich euch hängen gelassen habe. Ich hatte nicht vor, zu kneifen. Das habe ich auch nicht geglaubt. Aber ich dachte, ein wenig gutes Zureden könnte nicht schaden. Erneut guckte ich zu ihr hoch. Das halbe Lächeln in meinem Gesicht verblasste. Mich von Avery hierzu überreden zu lassen, gehörte auch zu dem ganzen »Rausgehen und wieder anfangen zu leben« Thema. Aber es war trotzdem nicht einfach. Weiß, weiß er von ... Ich wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht herum. Averys Miene wurde sanft. Dann täthelte sie mir durch das Fenster den Arm. Inzwischen umklammerte ich das Lenkrad wieder wie ein totaler Freak. Sie nickte. Cam ist natürlich nicht ins Detail gegangen, weil es deine Geschichte ist. Aber Grady weiß genug. Was bedeutete, dass er kein ... Verdammt noch mal ... Gesichtsausdruck zur Schau tragen würde, wenn er mich sah? Zugegeben, irgendwann würde er wahrscheinlich trotzdem starren. Aus der Ferne betrachtet war nichts an mir falsch. Erst aus der Nähe konnte man erkennen, dass mein Gesicht seltsam schief wirkte. Und genau davor fürchtete ich mich heute Abend. So wie ich mich immer fürchtete, wenn ich jemandem zum ersten Mal begegnete. Manche Leute platzten einfach mit ihren Fragen heraus, ohne sich darum zu kümmern, ob sie mich damit in Verlegenheit brachten. Oder mich an diese eine Nacht denken ließen, die ich aus einer Menge von Gründen am liebsten vergessen würde. Doch selbst wenn sie nicht fragten, was mit meinem Gesicht geschehen war, dachten sie darüber nach. Das wusste ich, weil es mir genauso ging. Es war nur menschlich. Man glotzte mich an, um herauszufinden, wieso meine rechte Kieferhälfte irgendwie anders aussah als die linke. Die Menschen versuchten, ihre Blicke zu verbergen. Doch sahen immer wieder auf meine linke Wange und fragten sich, was eine so tiefe Kerbe unter meinem Jochbein hinterlassen haben konnte. Und dann fragten sie sich, ob meine Taubheit auf dem rechten Ohr irgendetwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte. Niemand musste die Fragen aussprechen, aber ich wusste, dass sie ihn durch den Kopf geisterten. Grady ist ein echt toller Kerl, fuhr Avery fort und drückte mir sanft den Arm. Er ist super nett und wirklich süß. Ich habe dir schon erzählt, wie süß er ist, oder? Ich zog den Kopf ein und lächelte. Lächelte, so gut ich es eben konnte. Es sah immer ein wenig aufgesetzt aus oder schief. Ich konnte meinen rechten Mundwinkel einfach nicht richtig kontrollieren. Ja, das hast du schon ein paar Mal erwähnt. Ich seufzte und löste mühsam die Finger vom Lenkrad. Es tut mir leid. Ich bin startklar. Avery trat zurück, damit ich das Fenster schließen konnte. Dann zog ich den Schlüssel aus dem Schloss und schnappte mir die orangebraune Handtasche. Ich hatte eine Schwäche für Handtaschen. Sie waren so ungefähr das Einzige, was ich mir ständig kaufte. Ich konnte absurd viel Geld für eine Tasche ausgeben. Aber diese herbstbraune Henkeltasche von Coach war definitiv die teuerste, die ich mir bisher geleistet hatte. Ich trat in die kühle Septemberluft und wünschte mir, ich hätte etwas Wärmeres angezogen als den schwarzen, dünnen Rollkragenpulli. Doch der Pulli passte wunderbar zu meinen kniehohen schwarzen Stiefeln. Ich hatte mir heute Abend tatsächlich Mühe gegeben. Ihr wisst schon. Mühe mit meinem Aussehen. Was bedeutete, dass ich mir vielleicht auch beim Date ein wenig Mühe geben würde? Du musst aufhören, dich ständig zu entschuldigen. Avery hängte sich an meinem linken Arm ein. Vertrau mir. Lass dir das von jemandem sagen, dessen Entschuldigungsorgien früher mitunter epische Ausmaße hatten. Du musst dich nicht entschuldigen. Denn du hast nichts falsch gemacht. Ich zog die Augenbrauen hoch. Ich wusste, dass Avery eine ziemlich bewegte Vergangenheit hatte. Lange Zeit über hatte ich keine Ahnung gehabt, was ihr zugestoßen war. Doch vor ungefähr fünf Jahren hatte sie sich mir anvertraut. Zu hören, was sie durchgemacht hatte, obwohl es sich vollkommen von dem Unterschied, was mir geschehen war, hatte mir geholfen. Zu sehen, wie sie ein solch traumatisches Erlebnis hinter sich gelassen hatte, um glücklich und zufrieden zu leben. Und sogar die Liebe zu finden. Avery war der lebende Beweis dafür, dass Narben, seien sie nun körperlich oder emotional, nicht nur eine Geschichte des Überlebens erzählten, sondern immer auch Hoffnung signalisierten. Ja, klar, aber ihr habt auf mich gewartet, sagte ich. Dann hob ich die Hand und bündelte meine Haare zu einem losen Zopf, den ich über meine linke Schulter nach vorn schob, sodass ein dichter Vorhang mein Gesicht zur Hälfte verbarg. Ich bin fast siebenundzwanzig Jahre alt. Du solltest nicht kommen müssen, um mich aus dem Auto zu holen. Avery lachte. Manchmal muss mich Cam aus einem Schrank ziehen, in dem ich zitternd eine Weinflasche umklammere. Also ist das hier gar nichts. Ich lachte über das Bild, das vor meinem inneren Auge erschienen war. Es freut mich auf jeden Fall, dass du heute Abend dabei bist. Avery löste sich von mir und öffnete die Tür des Restaurants. Ich bin mir sicher, du wirst Grady mögen. Ich hoffte es. Doch ich hatte keine allzu hohen Erwartungen. Hauptsächlich, weil ich, naja, bisher kein besonderes Glück in Bezug auf das andere Geschlecht gehabt hatte. An meinen ersten Freund, an ihn wollte ich nicht denken, weil dort ein Abgrund der Verzweiflung wartete, in den ich auf keinen Fall wieder stürzen wollte. Und dann war da noch der Kerl, mit dem ich vor drei Jahren ausgegangen war. Ben Campbell hatte mich behandelt, als könnte er Verabredungen mit mir als wohltätige Spende von der Steuer absetzen. Davon abgesehen, hatte ich keine Dates. Ich war mir ziemlich sicher, dass meine Mom befürchtete, ich könnte unverheiratet, kinderlos und vereinsamt enden und mir meine Wohnung irgendwann mit einem Dutzend exotischer Vögel teilen. Bist du bereit? fragte Avery und riss mich damit aus den Gedanken. Ich nickte, obwohl ich das hier eigentlich nicht tun wollte. Ich log, weil zu Lügen manchmal dem Überleben ähnelte. Man tat es, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ich bin bereit. Nervös folgte ich Avery in den hinteren Teil des Restaurants, mein Blick auf ihren hübschen grünen Pulli gerichtet, um mich nicht ablenken zu lassen. Menschenmengen vermittelten mir inzwischen ein seltsames Gefühl, weil mich die allgegenwärtigen Gespräche aus dem Gleichgewicht brachten. Dank der Taubheit meines einen Ohrs bekam ich nur die Hälfte von dem, mit was um mich herum vorging. In großen Gruppen oder in einer Umgebung mit viel Hintergrundlärm Gesprächen zu folgen, war oft ungefähr so aussichtsreich, wie ein Nagel mit der Stirn in die Wand schlagen zu wollen. Avery verlangsamte ihre Schritte, als wir uns ihrem Tisch nährten, und Cam blickte uns aus diesen unglaublich hellen blauen Augen entgegen. Als ich Cam zum ersten Mal getroffen hatte, hatte ich keinen Ton herausgebracht. So atemberaubend war er. Und gleichzeitig war er so sehr an seine Frau verliebt, dass ich manchmal einen Stich von Eifersucht empfand. Niemals in meinem Leben war ich die glückliche Empfängerin solcher Liebe und Akzeptanz gewesen. Ehrlich, ich ging nicht davon aus, dass jeder auf der Welt diese Liebe fand. Sie war so selten und wunderschön wie ein Albino-Tiger. Du hast sie gefunden! Cam lehnte sich in seinem Stuhl zurück und grinste Avery an. Gut gemacht, Frau! Sie grinste, als sie auf den Stuhl neben ihm glitt. Tut mir leid, sagte ich und ließ mir die Tasche von der Schulter gleiten, wobei ich den Blick ignorierte, mit dem ich Avery aufgrund meiner Entschuldigung bedachte. Ich bin zu spät. Der Mann, der mit den Rücken zuwandte und von dem ich wusste, dass es Grady sein musste, stand auf und drehte sich um. Erleichtert stellte ich fest, dass er links von mir sitzen würde. Als ich aufschaute, bemerkte ich, dass er ein paar Zentimeter größer war als ich und genauso süß wie Avery angekündigt hatte. Sein sandbraunes Haar und die hellblauen Augen ließen mich an einen Beachboy denken. Er lächelte und es war ein warmes, freundliches Lächeln. Kein Problem, sagte Grady. Schön, dich kennenzulernen. Ebenfalls, antwortete ich und errötete, als er den Stuhl für mich herauszog und darauf wartete, dass ich mich setzte. Ich tat genau das, wobei ich den Riemen meiner Tasche ordentlich über die Stuhllehne hängte. Auf keinen Fall würde meine Coachtasche einfach auf dem Boden stehen. Ich sah mich am Tisch um. Also, ähm, habt ihr schon etwas zu essen bestellt? Ich habe einen Spinat-Attischockendip geordert. Cam legte seinen Arm auf die Lehne von Averys Stuhl. Und Käse fritten mit extra viel Speck und Käse. Das klingt, als wärst du jemand, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, auf einem Spielfeld auf- und abzurennen, meinte Grady und sah grinsend in meine Richtung. Anders als der Rest von uns. Cam lachte leise. Nur kein Neid. Ich griff nach meiner Cola und nahm einen Schluck, um meine trockene Kehle zu befeuchten und mich zu beruhigen. Also, Avery hat gesagt, du arbeitest am Shepherd? Grady nickte. Während er sprach, wandte er sich mir zu, weil er sich meiner partiellen Taubheit offensichtlich bewusst war. Ja, aber mein Job ist bei weitem nicht so unterhaltsam wie Cam's. Ich unterrichte Chemie. Er ist nur bescheiden, sagte Cam und wartete, bis ich mich in seine Richtung gedreht hatte, bevor er weitersprach. Er ist der jüngste Professor in Naturwissenschaften am College. Wow, das ist beeindruckend, sagte ich, während ich mich gleichzeitig fragte, ob Grady wohl wusste, dass ich das College geschmissen hatte, und was er darüber dachte. Man musste ziemlich klug sein, um Chemie zu unterrichten. Wie lang arbeitest du schon dort? Als er meine Frage beantwortete, bemerkte ich, wie sein Blick von meinen Augen nach unten wanderte und über meine Wange glitt. Doch seine Miene veränderte sich nicht. Ich war mir nicht sicher, was das bedeutete. Cam meinte, du seist auch auf dem Shepard gewesen, sagte er in diesem Moment. Nach einem kurzen Blick zu Avery nickte ich. Ja. Ich klappte den Mund zu, weil ich mir nicht sicher war, was ich noch sagen sollte. Schweigen breitete sich aus. Und ich griff erneut nach meinem Glas. Cam rettete mich, indem er die Fußballbesessenheit seiner siebenjährigen Tochter Ava zum Thema machte. Sie wird definitiv mal Spielerin werden. In der Major League. Sie wird Tänzerin, stellte Avery richtig. Sie könnte wahrscheinlich beides machen, warf Grady ein. Oder? Es dauerte eine Sekunde, bis ich begriff, dass er mit mir sprach. Bei der Energie, die sie hat. Sie könnte tanzen, Fußball spielen und die Olympische Medaille im Bodenturnen holen. Avery lachte. Ava ist... Nun, sie ist ein ziemlicher Wirbelwind. Es ist seltsam, dass Alex so ruhig ist, grübelte Cam. Ich hätte damit gerechnet, dass er überall herumrennt. Gib ihm Zeit, antwortete Avery trocken. Er ist erst elf Monate alt. Er wird jedenfalls auch Fußballspieler. Cam lehnte sich vor und drückte seiner Frau einen Kuss auf die Wange, bevor sie antworten konnte. Und du wirst beide in einem Minivan zum Training kutschieren. Gott bewahre! Avery lachte. In diesem Moment erschien die Kellnerin an unserem Tisch. Sie hielt abrupt an, als ihr Blick erst über Grady glitt und dann auf mir landete. Eilig starrte ich auf die Karte und entschied mich für das Brathähnchen mit Kartoffeln. Ich sah sie nicht an, als ich bestellte, weil ich nicht wissen wollte, ob sie mich anstarrte oder nicht. Sobald sie verschwunden war, kam das Gespräch wieder in Gang. Ich liebte es, Cam und Avery dabei zuzuhören, wie sie sich gegenseitig aufzogen. Sie zauberten immer ein Lächeln auf mein Gesicht, selbst wenn ich mich gerade nicht wohlfühlte oder über mein Aussehen nachdachte. Als die Vorspeisen kamen, blieb ich still und murmelte nur ein Dankeschön, als Grady anbot, mir einen Teller zu füllen. Cam hat erzählt, dass du am Montag mit einem neuen Job anfängst, fragte er, wobei in seinen Augen echtes Interesse stand. Ich habe ihm verraten, wer dein Vater ist. Cam's Grinsen wirkte verlegen. Ich dagegen war nicht überrascht. Cam war ein totaler Leimer-Fan. Tut mir leid. Ist schon okay. Und das war es wirklich. Obwohl ich mich vom Beruf meines Vaters eine Zeit lang distanziert hatte, war ich doch sehr stolz auf das, was er und seine Brüder erreicht hatten. Mein Nachname verrät mich sowieso. Ich hätte es vermutlich nicht kapiert, gab Grady zu. Seine Wangen wurden leicht rosa, als ich ihn überrascht ansah. Ich meine, ich habe keine Ahnung von diesem Mixed Martial Arts Ding. Dieses Mixed Martial Arts Ding war lange Zeit über Teil meines Lebens gewesen. Dad war jahrelang hinter mir her gewesen. Besonders nachdem er sein neues, hypermodernes Mixed Martial Arts und sonstiges Trainingszentrum in Martinsburg eröffnet hatte, weniger als eine Viertelstunde von der Shepard University entfernt, auf die ich gegangen war. Gott, ich war so sauer gewesen, als ich herausgefunden hatte, dass mir meine Familie quasi aufs College gefolgt war. Dad war in der Niederlassung in Philadelphia geblieben, aber einer meiner 5000 Onkel war immer in Reichweite gewesen. Dad hatte immer gewollt, dass ich nach Hause kam und in der Zentrale in Philly arbeitete. Aber vor ungefähr zwei Jahren hatte er endlich kapiert, dass das nie passieren würde. Zu Hause. Zu Hause warteten zu viele Erinnerungen auf mich. Zu vielen Philadelphia ließ mich an ihn denken und daran, wie ich einmal gewesen war. Dann aber, vor sechs Monaten, hatte Dad einen neuen Versuch gestartet. Genau wie meine Mutter. Und Onkel Julio und Dan und Andrew und... Oh mein Gott, mit den Leimers war es wie mit Maiskörnern, die man in einen Topf mit heißem Fett warf. Es ploppten immer mehr auf, je länger man wartete. Und irgendwann war der Topf bis oben hin voll. Immerhin. Diesmal war Dad anders an die Sache herangegangen. Andrew, der momentan als Geschäftsführer in der Lima Academy in Martinsburg arbeitete, wollte Anfang Oktober zurück nach Philly ziehen. Ich ging davon aus, dass ihm West Virginia einfach nicht cool genug war. Dad hatte mir nicht die Position als Geschäftsführerin angeboten, sondern die der Assistenten der Geschäftsleitung. Eine Stelle, die in der Academy in Martinsburg in dieser Form bisher nicht existiert hatte. Es sollte meine Aufgabe sein, die täglichen Abläufe der Academy zu überwachen und gleichzeitig mitzuhelfen, unser Angebot zu erweitern. Dad wünschte sich jemanden, dem er vertrauen konnte und der das Geschäft kannte, bis er einen neuen Geschäftsführer gefunden hatte. Sein Angebot war, nun ja, ziemlich verlockend gewesen, aber ich hatte es trotzdem abgelehnt. Dann war Dad in meiner Wohnung aufgetaucht und hatte mir ein Stück Papier in die Hand gedrückt, auf dem mein zukünftiges Gehalt gestanden hatte, zusammen mit einer Liste Vergünstigungen. Ich hätte mich als die dämlichste und sturste Person der Welt geoutet, wenn ich abgelehnt hätte. Doch auch wenn das Angebot unglaublich gut war, war es nicht der einzige Grund gewesen, warum ich es schließlich akzeptiert hatte. Dad war einfach im richtigen Moment gekommen, als ich mein fensterloses Büro genauso leid gewesen war wie die Tatsache, dass mir mein Job vollkommen egal war. Das Angebot hatte direkt an die Jillian appelliert, die ich einmal gewesen war. Ich wusste, dass Dad genau das hatte erreichen wollen, indem er mit einem verrückten Stellenangebot nach dem anderen bei mir aufgelaufen war. Ich habe Ahnung von diesem Mixed Martial Arts Ding, verkündete Cam und riss mich aus den Gedanken. Das wissen wir, Avery seufzte. Das wissen wir. Also hast du wirklich keinen Schimmer, was mein Nachname bedeutet? fragte ich. Ich fand es irgendwie befreiend, dass es einen heißen Mann gab, der sich nicht heimlich wünschte, ins Oktagen, so nannte man den Ring im Martial Arts, zu klettern und heil wieder herauszukommen. Eigentlich nicht. Ist das schlimm? Nein. Ich schob das Kinn vor, als ich lächelte, dann sah ich wieder zu ihm auf. Es ist sogar... gut. Er erwiderte meinen Blick. Schön, das zu hören. Wieder wurde mein Gesicht heiß, also konzentrierte ich mich aufs Essen. Ich schob die Käsefritten auf meinem Teller herum, während mein Magen grummelte. Wäre ich zu Hause gewesen, hätte ich bereits die halbe Portion gefuttert. Doch in der Öffentlichkeit zwang ich mich dazu, nicht zu schlingen, als hätte ich seit einer Woche nichts zwischen die Zähne bekommen. Das Abendessen lief erstaunlich gut. Cam und Avery hielten das Gespräch am Laufen und warfen sich in die Bresche, wann immer ein unangenehmes Schweigen entstand. Doch das geschah nicht oft. Es war leicht, sich mit Grady zu unterhalten. Nur ein paar Mal sagten Cam oder Avery etwas zu mir, ohne dass ich sie hörte, sodass Grady mich auf ihre Ansprache aufmerksam machen musste. Es schien ihnen nichts auszumachen. Was es für mich einfacher machte, mich nicht wie ein Trottel zu fühlen. Der Hauptgang wurde gebracht, als Grady mir gerade von einer neuen Kunstausstellung in Shepherdstown erzählte. Als ich sah, wie seine Augen leuchteten, während er über die Ausstellung sprach, wurde mir klar, dass das sein Ding war. Und es war irgendwie süß. Klingt sehr spannend, sagte ich, als ich nach meiner Gabel griff. Ich war in letzter Zeit nicht oft in Kunstausstellungen. Oder jemals. Ehrlich, ich schaute mir nie Kunst an. Nicht, dass daran etwas falsch gewesen wäre. Es war einfach nichts, was ich in meiner Freizeit tat. Allerdings tat ich insgesamt nicht viel. Wir könnten gemeinsam hingehen, bot Grady grinsend an. Das wäre toll. Das unerwartete Angebot sorgte dafür, dass sich meine Lippen erstaunt öffneten. Wir kamen gut klar, also verstand ich nicht ganz, wieso mich dieser Vorschlag so unvorbereitet traf. Aber so war es. Ich wollte antworten, doch dann begriff ich, dass ich nicht wusste, was ich sagen sollte, weil ich einfach keine Ahnung hatte, ob ich aufgeregt oder mir die ganze Sache vollkommen gleichgültig war. Ein viel zu vertrautes Gefühl stieg in mir auf. Eines, das mich gewöhnlich mitten in der Nacht heimsuchte und stundenlang wach hielt. So hatte ich mich gefühlt, als ich mit Ben ausgegangen war. Dieses Gefühl hatte dafür gesorgt, dass ich bei ihm geblieben war, auch weil ich nichts Besseres in meiner Zukunft gesehen hatte. Nicht, weil ich nichts Besseres verdient hätte, sondern ich hatte mein Herz einst so vollkommen, so absolut jemand anderem geschenkt, dass ich, nachdem es gebrochen worden war, einfach nicht mehr glaubte, dass die Scherben noch mir gehörten. Mein Herz war seit damals unvollständig. Für manche mochte das albern und dramatisch klingen, aber das war mir egal. Es war die Wahrheit. Ich war mir bis heute einfach nicht sicher, ob ich jemals für einen anderen Menschen wieder so empfinden könnte, wie ich es für ihn getan hatte. Also hatte ich mich mit Ben zufrieden gegeben. Würde ich dasselbe wieder mit Grady tun, wenn es soweit kam? Mich zufrieden geben? Oh Gott, Moment mal! Saß ich hier wirklich herum und dachte darüber nach, mich mit ihm zufrieden zu geben, obwohl ich den Kerl erst vor einer Stunde kennengelernt hatte? Ich musste mich zusammenreißen. Jillian? fragte Grady. Wahrscheinlich nahm er einfach an, dass ich ihn nicht gehört hatte. Das wäre nett, presste ich hervor. Er musterte mich einen Augenblick zu lang, bevor ich mich fragte, ob er meine Nervosität spüren konnte. Ich bin gleich wieder da. Ich legte meine Serviette auf den Tisch, stand auf und trat um meinen Stuhl herum. Ich konnte Averys besorgten Blick auf mir spüren. Ich wollte keine große Sache daraus machen, trotzdem sagte ich ihr, dass es mir gut gehe. Ich brauchte nur eine Minute für mich. Oder drei. Ich schlängelte mich auf dem Weg zur Toilette durch die schmalen Gänge zwischen den Tischen. Erst als ich die Tür aufgeschoben und vor dem mit Wassertropfen übersäten Spiegel angehalten hatte, wurde mir klar, dass ich meine Tasche am Tisch vergessen hatte. Also würde es keinen frischen Lippenstift geben. Ich drückte mir Seife in die Hände und wedelte unter dem Wasserhahn herum. Das Wasser floss heraus und wusch den Schaum ab. Ich betrachtete mich im Spiegel. Wenn ich mich normalerweise ansah, konzentrierte ich mich nicht länger auf mein Gesicht, als eben nötig war, um Make-up aufzulegen, ohne danach auszusehen wie ein vermurkstes Übungsvideo. Doch als ich jetzt hier stand, sah ich mich wirklich an. Früher hatte ich mein Haar ständig zum Zopf gebunden, doch das tat ich heute nicht mehr oft. Außerdem hatte ich früher ein Pony getragen. Glücklicherweise gehörten diese Tage der Vergangenheit an. Und ich hatte endlich gelernt, wie man Eyeliner auftrug. Ein weiteres Wunder. Die leichte Röte auf meinen Wangen betonte meine von Natur aus etwas dunklerer Haut. Meine Lippen waren voll, meine Nase gerade. Mein Haar war so gescheitelt, dass es links über mein Gesicht fiel und meine Wange verdeckte. Obwohl meine Wange gar nicht so schlimm aussah, besonders wenn man bedachte, wie sie am Anfang ausgesehen hatte, nach den Tagen im Krankenhaus. Verflucht, mein gesamtes Gesicht war eine einzige Katastrophe gewesen. Ich musterte die tiefe Kuhle auf meiner linken Wange, die aussah, als hätte mir jemand einen Eispickel in die Haut gerammt. Als ich die rechte Seite meines Kiefers betrachtete, staunte ich wieder, was rekonstruktive Chirurgie alles hinbekam. Große Teile meines Gesichts waren im wahrsten Sinne des Wortes neu aufgebaut worden. Aus einem Stück Beckenknochen, einer Stahlplatte und massenweise zahnmedizinischer Extras, um mir wieder ein funktionierendes Gebiss zu verschaffen. Schönheitschirurgen konnten vielleicht keine Wunder vollbringen, aber sie waren Zauberer. Wenn man nicht genau hinsah, war kaum zu merken, dass mein linker tiefer Knochen weniger gebogen war als mein rechter. Man sah mir nicht an, was in dieser Nacht geschehen war. Jetzt starrte ich mich selbst an, wie ich es am Abend vor sechs Jahren getan hatte, in einer Toilette, nur Minuten, bevor mein gesamtes Leben zusammengebrochen war. Es war nicht so, als würde ich hassen, wie ich heute aussah. Die Tatsache, dass ich noch am Leben war, bedeutete, dass ich eine dieser seltenen Gewinnerinnen der Statistik war. Doch selbst das Wissen darum, wie viel Glück ich gehabt hatte, änderte nichts daran, dass ich mich deformiert fühlte. Es war ein hartes Wort. Ich benutzte es nicht oft. Es jetzt zu tun, bei etwas, was bisher ein ziemlich gutes Date war, schien keine allzu gute Idee zu sein. Ich atmete tief durch und schüttelte den Kopf. Es war unsinnig, meine Gedanken heute Abend in diese Richtung schweifen zu lassen. Grady war nett und süß. Ich konnte mir sogar vorstellen, noch einmal mit ihm auszugehen. Zu dieser Ausstellung und vielleicht hinterher noch auf einen Kaffee. Und genau das machte mich verrückt. Aber ich würde nicht zulassen, dass mich das Leben verrückt machte. Auf keinen Fall. Ich wandte mich vom Waschbecken ab und trocknete mir die Hände ab. Dann drapierte ich meine Haare so, dass sie über die linke Schulter nach vorne und über meine Wange fielen. Ich verließ die Toilette und trat in den schmalen Gang davor, den Blick auf den Boden gerichtet. Ich hatte schon zwei Schritte gemacht, bevor mir auffiel, dass jemand direkt vor der Tür an der Wand lehnte. Gerade rechtzeitig, um diese Person nicht anzurempeln. Keuchen trat ich einen Schritt zurück. Ich sah eine schicke schwarze Stoffhose, kombiniert mit mit alten schwarz-weißen Chucks. Eine seltsame Kombination. Diese Schuhe erinnerten mich an... Ich schüttelte leicht den Kopf und trat zur Seite. Tut mir leid, entschuldigen Sie. Jillian. Ich hielt an. Die Zeit blieb stehen. Alles blieb stehen. Bis auf mein Herz, das plötzlich viel zu schnell und viel zu heftig schlug. Diese tiefe, raue Stimme. Ich erkannte sie sofort. Langsam hob ich den Kopf. Ich wusste bereits, was ich sehen würde, doch ich weigerte mich, einfach es zu glauben. Vor mir stand Brock Mitchell. Der Schreck fuhr mir wortwörtlich in die Glieder, als ich zu Brock hinaufstarrte. Ich war sprachlos, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich sah. Er konnte unmöglich hier sein. Soweit ich wusste, kam er nie nach Martinsburg. Niemals. Ihm stand die ganze Welt offen. Mir nur West Virginia. So lauteten die Regeln. Vielleicht war ich hingefallen und hatte mir den Kopf angeschlagen. Klang unwahrscheinlich. Denn das hier war Brock. Und er war mir so nahe, dass ich den vertrauten Duft seines Aftershaves riechen konnte. Diese frische Mischung aus brennenden Blättern und Winterwind. Wie in aller Welt hatte er sich in diesem Restaurant aufhalten können, ohne dass ich ihn bislang gesehen hatte. Allerdings war ich noch nie eine gute Beobachterin gewesen und inzwischen schon dreimal nicht. Aber das erklärte nicht, wieso Cam, der von Brock vollkommen besessen war, seine Gegenwart nicht sofort bemerkt hatte. Er würde sich in den Arsch beißen. Verdammt! stieß Brock hervor. Ich öffnete den Mund, doch mir fehlten die Worte. Brock sah genauso aus wie vor ein paar Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Aber gleichzeitig wirkte er auch kultivierter, mehr, na ja, erwachsen. Er war immer noch gute dreißig Zentimeter größer als ich, aber viel breiter in den Schultern. Das geknöpfte, graue Hemd spannte über seiner Brust. Er hatte die Ärmel hochgerollt, sodass seine kräftigen, tätowierten Unterarme frei lagen. Ich erkannte dort neue Bilder, neue Farben. Seine Hüfte war schmal und die maßgeschneiderte Hose betonte seine starken, muskulösen Schenkel perfekt. Ich zwang mich, ihm wieder ins Gesicht zu blicken. Verschwunden waren die stacheligen Haare des Mannes Mitte zwanzig. Jetzt trug er eine Frisur in einem weniger auffälligen Schnitt, noch dazu in seiner Naturhaarfarbe dunkelbraun. Auf seinen Wangen erkannte ich einen leichten Zwei-Tage-Bart. Brock war älter geworden, Ach, er musste jetzt zweiunddreißig sein. Kleine Fältchen gruben sich in die sandfarbene Haut um seine Augen. Sein Gesicht bestand immer noch nur aus scharfen Ecken und Kanten, hohe Wangenknochen und ein voller sinnlicher Mund. Die Narbe an seiner Unterlippe war nach all den Jahren kaum noch zu erkennen. Diejenige unter seinem linken Auge, die sein Vater ihm in der Nacht verpasst hatte, als er weggelaufen und damit auf Kollisionskurs mit meinem Leben gegangen war, fiel immer noch auf. Seine Augen, die mich immer an warme Schokolade denken ließen, sahen genauso aus wie in meiner Erinnerung, mit langen Wimpern und wachsamem Blick. Im Moment taten sie genau das, was ich auch tat. Rock checkte mich ab. Er hatte mit seiner Musterung bei meinen Stiefeln begonnen, um seinen Blick dann über meine dunklen Jeans und den dünnen Rollkragenpulli nach oben gleiten zu lassen. Über die Jahre hatte mein Körper ein paar Kurven verloren. Niemand würde mich jemals als dünn bezeichnen. Mein Körper war ziemlich durchschnittlich und ich besaß weder den Wunsch noch die Willenskraft, zwei Stunden am Tag damit zu verbringen, ihn zu etwas zu formen, das Frauen in Hochglanzmagazinen ähnelte. Ich mochte fettiges Essen und genoss es, in meiner Freizeit faul herumzuliegen und zu lesen. Doch ich erinnerte mich schmerzhaft genau an die Art von Frauen, zu denen Brock sich hingezogen gefühlt hatte, als wir noch jünger gewesen waren. Frauen mit flachen Bäuchen und durchtrainierten Beinen. Die Art von Mädchen, deren Taille man mit zwei Händen umfassen konnte. Frauen, die Stunden neben ihm im Fitnessstudio trainierten und selbst verschwitzt und mit rot angelaufenem Kopf noch fantastisch aussahen. Auf solche Frauen hatte er gestanden. Er stand wahrscheinlich immer noch auf sie, wenn man bedachte, mit wem er zusammen war. In diesem Moment hörte ich auf, darüber nachzudenken, wie ich im Vergleich zu irgendwelchen x-beliebigen Tussen aussah, mit denen er früher etwas angefangen hatte. und dachte stattdessen an seine Verlobte. Denn ja, so viel wusste ich über ihn. Aber nichts davon spielte im Moment eine Rolle, weil er mir ins Gesicht starrte. Mir wurde klar, dass er mich seit sechs Jahren nicht mehr gesehen hatte. Meine Familie hatte ihm sicher einiges erzählt, doch da ich kein großer Fan von Fotos war, sah er mich jetzt zum ersten Mal wieder. Ich hatte noch nie gern vor einer Kamera posiert, doch seit sechs Jahren tat ich es erst recht. Wenn mich Brock überhaupt im Verlauf der letzten Jahre gesehen hatte, dann nur zufällig und aus der Ferne. Seine Augen weiteten sich, als sein Blick von der linken Seite meines Gesichts zur rechten glitt. Der Ausdruck in seinen Augen, eine Mischung aus Überraschung und einem Gefühl, das ich nicht sehen wollte und welches das Blut in meinen Adern gefrieren ließ, riss mich aus meiner Erstarrung. »Was tust du hier?« fragte ich. Brock sah mich überrascht an. »Was genau jetzt?« »Na ja, eigentlich habe ich hier auf dich gewartet.« »Vor der Damentoilette?« »Ja, das ist seltsam«, murmelte ich mit einem Blick zum Ende des Flurs. Avery und die anderen mussten sich langsam fragen, wo ich blieb. »Aber eigentlich meinte ich, was du in Martinsburg tust.« »Ich esse zu Abend«, antwortete er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Er sah mich mit einer Intensität an, die ich mehr als nur ein wenig Nerven aufreiben fand. »Du siehst toll aus, Jillian.« Mein Atem stockte wegen der Aufrichtigkeit, die ich in seiner Stimme zu hören glaubte. Doch dann wurde mir klar, dass ich im Vergleich zu dem, was er das letzte Mal gesehen hatte, wirklich fantastisch aussah. Ich war nicht mehr als ein geschwollenes und mit Verbänden eingewickeltes Gesicht gewesen. »Also ist du rein zufällig in Martinsburg im selben Restaurant zu Abend, in dem ich gerade mit Freunden bin?« Brock blinzelte, offensichtlich überrascht von meinem bissigen Tonfall. Das konnte ich ihm kaum verdenken. Früher hatte ich meistens zu allem, was er sagte, genickt und gelächelt, auf eine Art, nach der mein zweiter Vorname damals hätte lauten können, Brocks persönlicher Fußabtreter. Als mir dieser Gedanke kam, wurde ich plötzlich zurückkatapultiert zu diesem Abend in der Bar, als ich in einem Kleid vor ihm gestanden hatte, in dem ich mich so erwachsen gefühlt hatte. So hoffnungsvoll, so verliebt in ihn und so unglaublich dumm. Einer seiner Mundwinkel hob sich. Es war dieses schiefe Grinsen, das dafür sorgte, dass Brock so ziemlich alles bekam, was er wollte. Unterstellst du mir, dass ich irgendwie von deinem Essen erfahren habe und absichtlich hier erschienen bin, um dich zu sehen? Er hielt inne. Seine Augen glänzten im Licht des Flurs. Als wäre ich eine Art Stalker? Naja, das klang vielleicht lächerlich, war aber nicht ganz ausgeschlossen. Mom wusste von dem Date heute Abend. Ich hatte ihr erzählt, wo wir hingehen wollten. Allerdings bezweifelte ich, dass sie es an Brock weitergetratscht hätte. Oder vielleicht denkst du nicht, dass ich ein Stalker bin, sondern jemand, der verzweifelt darauf aus ist, eine Person wiederzusehen, die ihm seit Jahren aus dem Weg geht, schlug er vor. Diesen Dezember werden es sechs Jahre. Ich blinzelte einmal, dann noch einmal. Was? Sein halbes Grinsen wurde breiter, als er mich beäugte. Oder du ziehst in Betracht, dass ich jemand bin, der zufällig mit einem Freund zu Abend ist, der ebenfalls in der Gegend lebt. Meine Wangen wurden heiß. Wenn ich dich stalken würde, dann würde ich mich wirklich schlecht machen, weil ich darauf gewartet habe, dass du aus der Toilette kommst, fuhr er fort, offensichtlich amüsiert von meiner Unterstellung. Soweit ich Stalker kenne und vertrau mir, ein paar haben mich bereits zum Ziel auserkoren, neigen sie dazu, ein wenig unauffälliger vorzugehen. Wut kochte in mir hoch. Das amüsierte ihn, ja? Ich amüsierte ihn. Natürlich tat ich das. Ich hatte Brock schon immer amüsiert. Ich bin mir ziemlich sicher, die meisten Stalker, die dich in der Vergangenheit verfolgt haben, wären direkt ins Klo gestiefelt, statt davor auf dich zu warten und du hättest damit überhaupt keine Probleme gehabt. Ach, Jillian! Brock warf den Kopf in den Nacken und lachte. Mir blieb die Luft weg. Gott, ich hatte ganz vergessen, wie sein Lachen klang. Tief und ansteckend. Er lachte vollkommen hemmungslos. Er schenkte dieses Lachen allen und jedem, während ich immer gedacht hatte, es wäre nur für mich. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Das ist nicht die Jilly Bean, an die ich mich erinnere. Dass Brock seinen Kosenamen für mich verwendete, stellte seltsame Dinge mit mir an, katapultierte mich zurück in die Vergangenheit, in eine Zeit, die ewig her war, als wir zusammen auf der alten Hollywood-Schaukel auf der Veranda meiner Eltern gesessen hatten. Der Name erinnerte mich daran, wie Brock mir dabei zugehört hatte, als ich mich ewig darüber ausließ, welche Orte der Welt ich einmal bereisen wollte. Er erinnerte mich daran, wie es einmal gewesen war und niemals wieder sein würde. Nein, sagte ich und schob das Kinn vor, ich bin nicht mehr Jilly Bean. Er senkte den Kopf und beugte sich vor, sodass er mir plötzlich viel zu nahe war und sein Mund über meinem schwebte. Das weiß ich. Ich stieß ein überraschtes Keuchen aus. Ich glaube, ich mag diese neue Jillian, sagte er, als verriete er mir damit ein gut gehütetes Geheimnis. Ich starrte ihn nur an, unfähig zu verstehen, was er damit sagen wollte. Brock legte den Kopf schräg. Wer ist der Kerl, mit dem du am Tisch sitzt? Ich zuckte so heftig zurück, dass ich fast nach hinten umfiel. Ich kann nicht glauben, dass du diese Frage stellst. Seine Brauen zogen sich zusammen. Warum? Das ist eine berechtigte Frage. Ich riss die Augen auf. Das ist keine berechtigte Frage. Er lehnte sich an die Wand, als hätten wir alle Zeit der Welt und stünden nicht vor den Toiletten. Ist er dein Freund? Erneut konnte ich Brock nur sprachlos anstarren, während sich eine Hälfte von mir danach verzehrte, ihm mitzuteilen, dass es ihm verdammt noch mal nichts anging. Und die andere ihn zur Rede stellen wollte, wieso er das überhaupt wissen wollte. Ich tat nichts davon. Entschuldige mich, sagte ich, und trat um ihn herum. Ich muss zurück an meinen Tisch. Ernsthaft? Er stieß sich von der Wand ab und schloss eine große Hand um meinen Arm, um mich aufzuhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen und jetzt willst du einfach gehen? Keine Umarmung? Kein Wie ist es dir ergangen? Gar nicht? Jepp. Ich versuchte ihm, meinen Arm zu entziehen und nach einem Augenblick gab er ihn frei. Brock musterte mich einen Moment lang, wobei sein Lächeln verblasste und seine Lippen zu zwei dünnen Strichen wurden. Wahrscheinlich kann ich dir das nicht verübeln. Jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an. Das ist so falsch. Ich konnte den Gedanken einfach nicht unterdrücken, denn Brock und ich waren trotz des nicht unerheblichen Altersunterschieds einmal unzertrennlich gewesen. Es hatte immer ein Wir gegeben. Ich war ihm nachgejagt, neben ihm hergelaufen und hatte um seine Aufmerksamkeit gebettelt. Und er hatte zugelassen, dass ich ihn jagte, hatte mich in all seine Aktivitäten einbezogen und mir das Gefühl gegeben, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Bis zu diesem Abend. Bis mir klar geworden war, dass ich ihn immer gewollt hatte, er dagegen, jede außer mir. Nein, flüsterte ich, wobei ich mich selbst ein wenig für das hasste, was ich gleich sagen würde. Das kannst du mir nicht übel nehmen. Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte, als er nickte. Mit klopfendem Herzen drehte ich mich um und eilte zum Tisch zurück, ohne mich noch einmal umzusehen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich verschwunden gewesen war, doch so, wie mich die anderen anstarrten, war es länger als ein normaler Toilettengang gewesen. Avery lächelte mich zaghaft an. Ist alles okay? fragte Grady und berührte leicht meinen Arm. Ich wollte antworten, doch noch bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich, dass Cam etwas murmelte. Ich verstand nur, heilige Scheiße! Ein Schatten fiel über den Tisch, ein Schatten, der seinen Ursprung direkt hinter mir hatte. Averys Augen weiteten sich und ihr Mund formte ein perfektes Oh! Die winzigen Herrchen in meinem Nacken stellten sich auf. Nein, das hatte Brock nicht getan. Er war mir nicht zum Tisch gefolgt. Cam sprang von seinem Stuhl auf, ein Ausdruck reinster Verehrung auf seinem attraktiven Gesicht. Heilige Scheiße, Mann! Ist eine Weile her, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Yep. Brock war mir an den Tisch gefolgt. Ich sah nach rechts und sah zu, wie er Cam's Hand ergriff und die beiden dann eine dieser einarmigen Männerumarmungen vollführten. Ich konnte nur da sitzen und beobachten, wie sich Brock und Cam unterhielten. Ich bekam nicht mit, was sie sagten und das hatte wahrscheinlich nichts mit meiner Schwerhörigkeit zu tun. Ich musste mich einfach zu sehr darauf konzentrieren, nicht aufzustehen, meinen Stuhl zu ergreifen und ihn nach Brock zu werfen. Dann tauchte er rechts von mir auf und musterte Grady. Er betrachtete ihn mit einer Intensität, die er früher auch beim offiziellen Wiegen vor den Kämpfen gezeigt hatte. Sein Lächeln war schmallippig. Mit einem Räuspern zog Grady seine Hand vor meinem Arm zurück. Meine Hände rutschten vom Tisch und landeten auf meinem Schoß. Brocks Augen wirkten kalt und ausdruckslos, als er die Hand über meinen Teller hinwegstreckte. Er sagte etwas, doch ich hörte die Worte nur gedämpft, da er auf meiner Taubenseite stand. Grady Thornton hörte ich von links und mir wurde klar, dass Brocks sich vorgestellt hatte. Grady's Hand verschwand förmlich in Brocks viel größerer. Sie kennen Cam? Wir sind uns ein paar Mal begegnet. Brock legte seine Hand auf die Lehne meines Stuhls. Eine Geste, die seltsam intim und besitzergreifend wirkte. Ich habe ihn und seine wunderbare Frau durch Jillian kennengelernt. Ich starrte einfach geradeaus und zielte leise die Sekunden. Wirklich? Grady klang neugierig. Und woher kennen Sie sich? Er hat, naja, für meinen Vater gearbeitet, antwortete ich, bevor er etwas sagen konnte. Ach, komm schon, das ist doch nicht die ganze Geschichte. Brock lachte leise und ich riss die Augen auf. Tatsächlich sind wir zusammen aufgewachsen. Es gibt kaum etwas, was ich nicht über Jilly weiß. Was verdammt noch mal sollte das? Und woher kennen Sie Cam? fragte Brock. Als er sich dabei näher an mich heranschob, konnte ich ihn verstehen, auch wenn er klang, als stände er am Ende eines Tunnels. Grady's Blick huschte zwischen Brock und mir hin und her. Ich bin ein Kollege, wir arbeiten zusammen. Interessant, murmelte Brock, immer noch lächelnd. Du bist jetzt Fußballtrainer, richtig? Als Cam nickte, wandte sich Brock wieder Grady zu. Sind Sie auch Trainer? Nein. Grady richtete sich ein wenig höher auf. Ich unterrichte Chemie am College. Das Lächeln auf Brocks Gesicht wurde ein wenig strahlender. Am liebsten wäre ich unter den Tisch gekrochen. Ein Professor! Wow! Und Jilly kennen Sie? Oh mein Gott, es war ein Verhör. Grady griff nach seiner Bierflasche und lächelte mich an. Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich glaube, wir werden ziemlich gute Freunde. Gute Freunde, Brock gluckste. Das Geräusch sorgte dafür, dass ich die Hände zu Fäusten ballte. Na dann, meinte er in einem Tonfall, der unglaublich desinteressiert klang. Ich will euch nicht vom Essen abhalten, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich melde mich bei dir, sagte Brock zu Chem, bevor er mich mit diesem intensiven Blick bedachte, der einem immer das Gefühl vermittelte, es gebe auf der ganzen Welt niemanden sonst. Dann tippte er mir auf die Nasenspitze. Ich blinzelte. Brock grinste. Wir sehen uns bald wieder. Damit stiefelte er davon. Er erregte Aufmerksamkeit an allen Tischen, als er quer durchs Restaurant und in einen Bereich ging, den man von unserem Tisch aus nicht sehen konnte. Was für eine Überraschung, meinte Cam mit einem Lachen. Du hast nicht gewusst, dass Brock in der Stadt ist? Ich schüttelte den Kopf. Mein Vater musste gewusst haben, dass Brock in der Gegend war, aber er hatte mich nicht gewarnt. Allerdings wusste mein Dad auch nicht, was wirklich zwischen Brock und mir vorgefallen war. Er ging, wie der Rest meiner Familie, einfach davon aus, dass Brock und ich uns über die Jahre hinweg auseinandergelebt hatten. Ich konnte meinen Eltern nicht die Wahrheit erzählen und ich hatte Brock das Versprechen abgenommen, es nicht zu tun. Denn wenn mein Vater wüsste, wo ich gewesen war, als das mit meinem Gesicht passiert war, und wie, wie es zu der ganzen Sache gekommen war, die mir diese unglaublichen Verletzungen eingehandelt hatte, hätte er Brock mit Sicherheit etwas angetan. Es hätte keine Rolle gespielt, dass mein Vater ihn wie einen Sohn liebte oder dass er Hunderttausende Dollar Zeit und Mühe in ihn investiert hatte. Brock wäre ein toter Mann. Du hast keine Ahnung, wem du da gerade die Hand geschüttelt hast, oder? fragte Cam Grady mit einem Kopfschütteln und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Das war Brock das Beast Mitchell. Gott, er ist Was, Jillian? Zweifacher Schwergewichtschampion und dann noch einmal im Halbschwergewicht. Verdammt! Er sah aus, als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen. Ich kann einfach nicht glauben, dass er nicht mehr kämpft. Ihn im Ring zu sehen war, als beobachte man einen Titan. Ich rutschte aus tausend verschiedenen Gründen unangenehm berührt auf meinem Stuhl herum, während Cam Grady über Brocks Großartigkeit informierte. Jemand musste etwas zu mir gesagt haben, aber ich hörte nichts, bis ich Avery ansah. Plötzlich konnte ich nicht mehr. Ich wollte nicht mehr hier sein. Nicht mit Brock im selben Restaurant. Nicht nach all den Jahren und wenn ich an nichts anderes denken konnte, als an diese Nacht. Es tut mir leid, ich fühle mich nicht gut. Ich bemerkte Grady's überraschten Blick, genauso wie Avery's besorgten, und griff eilig nach meiner Handtasche. Mein Magen macht Probleme, er ist sehr empfindlich. Oh mein Gott! Hatte ich das wirklich gerade laut ausgesprochen? Hatte ich. Mit brennenden Wangen legte ich Geld auf den Tisch, mehr als genug, um meine Ausgaben zu decken, stand auf und murmelte ein paar Abschiedsworte, bevor ich mit schnellen Schritten das Restaurant verließ. Erst als ich in meinem Auto saß, mit laufendem Motor und ums Lenkrad verkrampften Händen, wurde mir bewusst, was Brock zu mir gesagt hatte, bevor er davon geschlendert war. Wir sehen uns wieder. Bald. Rage, benannt nach meinem Lieblingsvampir der Black Dagger Bruderschaft von J.R. Ward, starte mit der eiskalten Verachtung, die nur eine Katze aufbringen kann, von seinem Sitzplatz zu mir auf. Ein Sitzplatz, der sich auf meinen Schienenbeinen befand. Seufzend drehte ich den Kopf und warf ein Blick auf die Uhr auf meinem Nachttisch. Es war fast elf an einem Samstagmorgen und ich lag noch im Bett. Rage verzehrte sich wahrscheinlich nach frischem Katzenfutter, da das, was ich noch in seiner Schüssel befand, offensichtlich nicht mehr gut genug für ihn war. Ich hatte ihn gefunden, als er noch klein gewesen war. Er versteckte sich eines Winterabends unter meinem Auto, als ich von der Arbeit kam. Es fing gerade an zu schneien und das kleine Kerlchen zitterte und maunste zum Herzerweichen. Ich nahm ihn mit nach Hause und bereute meine hehre Tat quasi sofort. Achtzig Prozent der Zeit mochte Rage sogar als kleines Kätzchen keine Menschen und das schloss mich mit ein. Er schien mich nur zu tolerieren, weil ich ihn fütterte. Überwiegend verbrachte er den Tag damit, sich irgendwo zu verstecken und geduldig darauf zu warten, dass ich vorbeikam und er mich aus dem Hinterhalt bei einer seiner Blitzattacken erwischen konnte. Dieser Kater war der Teufel. Doch ich liebte ihn trotzdem irgendwie, denn wenn er nicht garstig und auf Krawall gebürstet war, in diesen seltenen zwanzig Prozent der Zeit, ließ er sich von mir streicheln und es gab nichts Besseres auf der Welt, als eine Katze zu streicheln. Hör auf, mich so anzustarren, murmelte ich und musterte den wahrscheinlich fiesesten Kater der Welt aus zusammengekniffenen Augen. Ich stehe in ein paar Minuten auf. Ray schlägte die Ohren an. Seufzend ließ ich den Kopf wieder ins Kissen sinken. Brocks unerwartetes Auftauchen gestern Abend hatte mich vollkommen aus der Bahn geworfen. Es hatte auch nicht geholfen, dass Avery im Anschluss an das Treffen dreimal angerufen hatte, um sich davon zu überzeugen, dass es mir gut ging. Sie hatte nicht aufgegeben, bis ich abgehoben hatte. Natürlich hatte ich gelogen und behauptet, ich hätte einfach Magenprobleme. Sie hatte damals nicht in Philadelphia gewohnt. Wenn sie nicht von einem der anderen Mädels informiert worden war, kannte sie keine Details über mich und Brock. Stöhnen schlug ich mir die Hand vor die Augen. Ich konnte nicht glauben, dass ich vor ihr Cam und Grady über meine Verdauungsprobleme geredet hatte. Gott, man sollte mich wirklich aus der Öffentlichkeit fernhalten. Selbst wenn ich jetzt daran dachte, wurde mir heiß. Es war so endpeinlich. So wie ich gestern vom Tisch verschwunden war und mich benommen hatte, bezweifelte ich, dass ich nochmal von Grady hören würde. Und ehrlich, ich war mir nicht sicher, wie ich mich deswegen fühlte. Ob es mir wirklich etwas ausmachte oder nicht. Wir hatten uns ganz gut verstanden, nahm ich Er war süß und intelligent, doch ich empfand einfach nichts. Kein Funken, kein stockender Atem, keine Vorfreude oder Sehnsucht. Nichts. Wenn ich so zurückdachte, war es mit Ben ähnlich gewesen. Er war der erste Kerl gewesen, der sich danach für mich interessiert hatte und mit mir hatte schlafen wollen. Und ich war einfach so, so verdammt einsam gewesen. Ich hatte mich begehrt fühlen wollen. Und dann war ich lang über das Haltbarkeitsdatum dieser Beziehung hinaus bei ihm geblieben. So erging es einem wohl, wenn man zu viele Liebesromane las. Ich wollte das, was die Charaktere in meinen Büchern erfuhren. Diese überwältigende, allumfassende Anziehung, wie ich sie einmal für... Ich öffnete die Augen und verbot mir den Gedanken. Diesen Weg würde ich nicht einschlagen. Auf keinen Fall. Niemals. Ich war doch ganz gut zurecht gekommen. Okay, irgendwie log ich mir gerade selbst in die Tasche. Die Wahrheit lautete, dass keine Woche verging, in der ich nicht an Brock dachte. Früher hatte ich täglich an ihn gedacht, manchmal sogar stündlich. Eine Woche durchzustehen, ohne mich zu fragen, ob er wohl glücklich war, stellte eine große Verbesserung da. Also würde ich keinen Rückfall erleiden, nur weil er zufällig gestern Abend im Restaurant aufgetaucht war. Wir sehen uns bald wieder. Ich früstelte. Was konnte er damit gemeint haben, verdammt nochmal? Wenn er nicht vorhatte, länger in der Stadt zu bleiben und das Trainingszentrum meines Dads zu nutzen, gab es keinen Grund, wieso unsere Wege sich kreuzen sollten. Auch wenn er nicht erwähnt hatte, dass ich ab sofort für unser Familienunternehmen arbeitete, würde es mich nicht überraschen, wenn Dad Brock davon erzählt hätte. Ich schob mir eine Strähne aus dem Gesicht und dachte an das erste Mal zurück, als ich Brock getroffen hatte. Es war mitten in der Nacht gewesen und ich war aus einem Albtraum aufgeschreckt. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was ich geträumt hatte, aber ich war durstig gewesen, also hatte ich mein Zimmer verlassen. Kalter Schweiß trocknete auf meiner Stirn, als ich mich am Geländer fest klammerte, um leise die Treppe nach unten zu schleichen. Als ich die Stimme meines Vaters hörte, hielt ich auf einer der unteren Stufen an. Daddy hörte sich in meinen Ohren irgendwie seltsam an, angespannt, so Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen, Junge? Ich weiß es nicht, antwortete eine mir unbekannte Stimme zögernd. Vorgestern Abend, glaube ich. Neugierig schlich ich mich bis auf die letzte Stufe und spähte um die Ecke. Ich sah Daddy in der Mitte des Raums stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. Dann entdeckte ich einen Jungen, der mehrere Jahre älter sein als ich. Als ich sein Gesicht erblickte, schlug ich mir eine Hand auf den Mund. Er hatte eine Platzwunde auf der Stirn und einen tiefen Schnitt unter der Lippe, rot und wund. Ein Auge war blau und halb zugeschwollen. Er sah aus wie einer der Männer, gegen die Daddy manchmal kämpfte, nur dass Daddy nie mit einem Kind kämpfen würde. Niemals. Hast du mich deswegen versucht zu bestehlen? fragte Daddy und ich riss die Augen auf. Der Junge zuckte mit einer Schulter. Ich bin ein geduldiger Mann. Ich kann die ganze Nacht hier stehen. Außerdem kann ich die Polizei rufen und dich einsperren lassen. Möchtest du das? Die Alternative ist, dass du anfängst zu reden. Dann gebe ich dir auch etwas zu essen. Du hast die Wahl. Ich drückte mich fester gegen die Wand, als ich beobachtete, wie der Junge meinen Daddy verstockt anstarrte. Er war verrückt. Ich hätte es nie gewagt, Daddy so anzusehen. Mehrere Augenblicke verstrichen. Dann wollte der Junge wissen, wieso sollten sie nicht die Polizei rufen? Ich habe dich schon öfter vor der Academy herum hängen sehen. Das letzte Mal sahst du noch nicht so aus. Du hast außerdem noch nie versucht, mich zu überfallen. Also gehe ich davon aus, dass sich etwas an deiner Lebenssituation geändert hat. Dass du kein schlechter Junge bist, der plant, ein Leben auf der schiefen Bahn einzuschlagen. Wieder schwieg der Junge. Ich war einst da, wo du jetzt bist, erklärte Daddy nach einem kurzen Moment. Musste kämpfen und stehlen, um zu überleben. Ich weiß, wie es ist, sich auf der Straße durchzukämpfen. Der misstrauisch dreinschauende Junge schloss die Augen und ein Zittern ergriff seinen Körper. Ich bin vor ein paar Tagen von zu Hause abgehauen. Konnte es nicht länger ertragen, mein Vater, hat er das mit deinem Gesicht angestellt? Der Junge antwortete nicht, doch mein Daddy schien zu wissen, was das bedeutete, weil er ein kniete er sich vor den Jungen und sprach mit ihm, aber zu leise, als dass ich etwas hätte verstehen können. Ich hatte keine Ahnung, was er gesagt hatte, doch dann erhob mein Vater wieder seine Stimme. Jetzt komm, lass uns schauen, was wir in der Küche für dich finden. Als ich mein Vater umdrehte, sah der Junge mit dem verletzten Gesicht auf, direkt in Richtung der Treppe und entdeckte mich. Ich hatte keine Ahnung, wieso, denn in einem Haus, das ständig von Stimmen und Leuten erfüllt war, sah mich meistens niemand, selbst wenn es ruhig war. Doch dieser Junge sah mich. Ich schüttelte das Bild des verängstigten verlorenen Jungen ab, der Brock einmal gewesen war, denn er war nicht mehr dieser Junge, genauso wenig wie ich dieses Mädchen war. So sehr ich mich nichts von Brock zu hören, es war mir schwer gefallen, nicht zu erfahren, was in seinem Leben los war. Ich konnte durchaus dem Drang widerstehen, ihn im Internet zu stalken. Doch wann immer ich meine Familie besuchte, kam das Gespräch unwiderruflich irgendwann auf ihn. Ich wusste, dass Brock ein Haus außerhalb von Philadelphia besaß, nicht weit von Plymouth Meeting. Laut meinem Onkel Julio war es Ich ging davon aus, dass seine Verlobte zusammen mit ihm dort lebte. Ich bemühte mich im Großen und Ganzen nicht an seine Verlobte zu denken, hauptsächlich weil ich sie kannte. Kristen Morgan Sie war in der Nacht dort gewesen, als Brock mir das Herz gebrochen und sich alles verändert hatte. Ich atmete tief ein, was aber nicht das geringste an dem Brennen meiner Kehle änderte. Dann presste ich die Lippen zusammen und starrte zu dem sich langsam drehenden Deckenventilator hoch. Ich werde es nicht tun. Ich sprach die Worte laut aus, sodass ich Rage auf meinen Beinen wand. Mir ist egal, warum er letzte Nacht hier war. Das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Er hat Ich beschloss, dass es höchste Zeit war, meinen Hintern aus dem Bett zu schieben, setzte mich auf und griff nach Rage. Ein Augenblick, bevor meine Fingerspitzen sein weiches Fell berühren konnten, sprang er vor meinen Beinen und rannte quer durchs Schlafzimmer, als wäre ein rudelwilder Hunde hinter ihm her. Ich schüttelte den Kopf. Trottel. Ich fragte mich, wieso sich der Kater überhaupt die Mühe machte, neben mir zu schlafen. Dann griff ich nach meinem Handy. Ich tippte aufs Display und stellte fest, dass ich einen Anruf von meiner Freundin Abby verpasst hatte. Mist, murmelte ich, als mir einfiel, dass ich das Telefon nach dem Gespräch mit Avery gestern Abend auf lautlos gestellt hatte. Wochen waren vergangen, seitdem ich das letzte Mal mit Abby geredet hatte. Und es war fast ein Jahr her, seit ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Wenn ich zu Thanksgiving nach Hause fuhr, würden wir uns auf einen Kaffee und einen Tratsch treffen. Seitdem sie und Colton vor ein paar Jahren geheiratet hatten, waren sie damit beschäftigt, ein altes Haus aus dem 19. Jahrhundert zu renovieren, das sie gekauft hatten. Außerdem gab es einen verpassten Anruf von einer Nummer, die ich nicht erkannte. Neugierig hörte ich die Mailbox ab. Hey, Jillian, hier ist, ähm, hier ist Grady. Wir haben uns gestern Abend kennengelernt. Es folgte ein verlegenes Lachen. Naja, daran erinnerst du dich wahrscheinlich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du nicht böse bist, aber ich habe Avery deine Nummer aus den Rippen geleiert, weil ich wissen wollte, ob du gern die Kunst Ausstellung sehen würdest, von der ich dir erzählt habe. Ich bin dieses Wochenende nicht in der Stadt, aber ich würde gern mit dir hingehen, wenn ich zurückkomme. Mit ungläubig aufgerissenen Augen starte ich mein Handy an, während Grady meiner Mailbox seine Telefonnummer diktierte, nur um dann mit einem Lachen festzustellen, dass ich sie aufgrund der Rufnummern Heidi wollte mich wiedersehen, nachdem ich erklärt hatte, ich hätte den Magen einer empfindlichen Dreijährigen. Ehrlich? Ein schockiertes Lachen drang aus meiner Kehle. Ich hatte keine Ahnung, was ich davon halten sollte und ich hatte das Gefühl, literweise Kaffee zu brauchen, um die Info überhaupt richtig verarbeiten zu können. Ich warf die Decke von meinen Beinen und erhob mich aus dem bequemen Bett, tapste über den dicken Teppich und ging den schmalen Flur entlang in die lichtdurchflutete Wohnküche. Der Parkettboden im Wohnbereich meines Apartments war kühl unter meinen nackten Füßen. Rage saß auf der Kücheninsel. Sein Schwanz peitschte hin und her, als er beobachtete, wie ich zur Kaffeemaschine ging. Da ist Futter in der Schüssel, erklärte ich ihm, als ich das Handy auf dem Tresen ablegte. Du kannst das Trockenfutter ruhig fressen, das wird dich nicht umbringen. Als ich mich umdrehte, sprang der Kater von der Arbeitsplatte und tänzelte ins Wohnzimmer, den pelzigen Hintern hoch erhoben. Eine Sekunde später hörte ich, wie eine der dicken Kerzen im Flur umfiel und über den Boden rollte. Trottel, murmelte ich, dann sagte Kerze viel zu Boden. Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Ein Wutanfall wird dir nicht helfen. Es folgte ein Moment der Stille, dann der laute Knall des hölzernen Kerzenhalters, der ebenfalls umgekippt sein musste. Dann fiel die Fernbedienung zu Boden. Ich wusste genau, dass sich Rage bald auf größere, zerbrechlichere Dinge konzentrieren würde, wie zum Beispiel die blauen drehte ich mich um und ging zum schmalen Vorratsschrank. Ich öffnete die Tür und schnappte mir eine Dose mit Nassfutter. Das Geräusch war wie eine verdammte Essensglocke. Auf leisen Pfoten aber wieselfling kam Rage in die winzige Küche. Ich hob eine Augenbraue, als er vor Aufregung und Gier gegen seine Wasserschüssel stieß. Wasser schwappte über den Rand und durchnässte die Matte, auf der die Schüsseln standen. Rage starrte aus gelben Augen zu mir auf, die Ohren gespitzt. Und hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich schwören können, dass der verdammte Kater lächelte. Ich war so erbärmlich. Ehrlich, meine Erziehung war für den Arsch. Mein Blick glitt zum Handy auf der Arbeitsfläche. Grady's Lachen. Es klang nett. Vielleicht würde ich ihn später zurückrufen, um sein Angebot anzunehmen. Vielleicht. Später an diesem Tag, nachdem ich so gut wie jeden Artikel auf Buzzfeed gelesen hatte, griff ich erneut nach dem Handy und wählte Grady's Nummer. Ich vereinbarte mit ihm, dass wir uns am nächsten Wochenende treffen würden, sobald er wieder in der Stadt war. Den Rest des Samstags und einen Großteil des Sonntags war ich unglaublich stolz mal mit Grady auszugehen und zwar ohne Cam und Avery. Ein fantastischer Schritt. Und was sollte ich auch sonst tun? Wie eine Einsiedlerin in meiner Wohnung vor mich hin vegetieren und mit meinem idiotischen Kater diskutieren? Eine Schüssel auf dem Bauch darum bemüht kein Eis auf meinen E-Reader tropfen zu lassen? Yep, das klang ziemlich nach mir. Am Sonntagabend verbrachte ich eine Unmenge ersten Arbeitstag in der Academy tragen sollte. Diesmal wurde ich von einem Anruf aus Philadelphia unterbrochen. Bist du schon aufgeregt wegen Morgen? war die Frage, die Mom stellte, als ich abhob. Ich grinste. Bin ich und ein bisschen nervös. Ich versuche gerade herauszufinden, was ich anziehen soll. Süße, es ist ein Training Center. Du könntest eine Jeans tragen. Kann ich nicht. Ich schüttelte den Kopf, wühlte mich durch einen Stapel schwarzer Stoffhosen und beäugte dann die Röcke und Kleider, die ich nie anzog. Die Angestellten in Philly tragen keine Jeans, außer das hat sich geändert. Deinem Vater gehört die Firma. Du kannst anziehen, was immer du willst, antwortete sie trocken. Das stimmte nicht. Nicht mal ansatzweise. Die Tatsache, dass meinem Dad die Firma gehörte und der Posten der geschäftsführenden Assistentin für mich aus dem Boden gestammt worden war, würde einigen der Angestellten in Martinsburg sauer aufstoßen. Allerdings bemühte ich mich, nicht darüber nachzudenken. Wie ist das Date mit deinen Freunden gelaufen? fragte Mom und wechselte damit das Thema. Gut. Ich zog eine Hose aus dem Schrank und hielt sie mir vor den Körper. Und wo wir dem Weihnachtsmann? Ich verdrehte die Augen. Mom war seltsam. Ich liebte sie, aber sie war seltsam. Ähm, nein, ich bin Brock in die Arme gelaufen. Sie schwieg. Sofort flackerte mein Misstrauen wieder auf. Du hast nicht zufällig mit ihm geredet? In letzter Zeit? Wieder folgte ein Zögern. Ich habe ungefähr vor einer Woche mit ihm gesprochen. Ich drehte mich um, als Rage vor die Schranktür sprang, um etwas zu jagen, wovon ich inständig hoffte, dass es nur in seiner Einbildung existierte. Hast du ihm erzählt, wo ich Freitagabend sein würde? Nein, antwortete Mom sofort. Ich weiß, wie du in Bezug auf ihn empfindest. Ich würde ihm nicht erzählen, wo er dich finden kann. Das war eine merkwürdige Art, meine Frage zu beantworten, aber dann fragte Mom vorsichtig. Hast du mit ihm gesprochen? Ich trat aus dem Wandschrank und legte die Hose auf einen Stuhl neben der Tür. Ja, ein paar Minuten. Und, wie ist es gelaufen? Es war okay, antwortete ich zögernd, weil ich nicht wollte, dass sie glaubte, Brock und ich würden uns wieder annähern und beste Freunde werden. Weißt du, wieso er hießt? Also, ihr fragte sie, anstatt mir zu antworten. Jillian, das ist das erste Mal, seit wie vielen Jahren, dass du mit ihm gesprochen hast? Viele Jahre, aber ich bin mir sicher, es war mehr als okay, meinte sie. Vielleicht war ein kleiner Teil von dir sogar erleichtert, mit ihm gesprochen zu haben? Ich wollte gerade verflucht Nein rufen. Doch gab es nicht doch einen Teil von mir, der Warum sollte ich erleichtert sein? Süße, ich weiß, das ist ein schwieriges Gespräch, aber ihr beide standet euch so nahe. Von dem Moment an, in dem dein Vater ihn in unser Haus geholt hat, warst du wie sein Schatten. Du hast einmal große Stücke auf Brock gehalten, und ich weiß, dass er dich immer noch sehr schätzt, sagte sie. Meine linke Hand ballte sich so fest ist mehr als okay gewesen sein, mit ihm zu sprechen. Du warst deine beste Freundin, Jelly. Deswegen werdet ihr beide eines Tages vielleicht wieder zusammen finden. Ich schnappte nach Luft, weil mich das daran erinnerte, dass eine andere Person einmal dasselbe zu mir gesagt hatte. Ich bin nicht mehr seine beste Freundin, Mom. So ist es nicht. Und so wird es nie wieder sein. Vielleicht heute nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ich wollte jetzt nicht mehr darüber sprechen und außerdem war dieses gesamte Gespräch sinnlos, weil ich nicht vorhatte, Brock noch mal wiederzusehen. Hör mal, Mom, ich muss aufhören. Wir hören uns morgen, okay? Sie seufzte, aber es war ein besorgtes Seufzen, kein genervtes. Okay, wir hören uns. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich legte auf, setzte mich auf die Bettkante und ertappte mich wieder einmal dabei, wie meine Gedanken an Orte wanderten, die ich lieber nicht besuchen wollte. Aber da war das, was Mom gesagt hatte, etwas, was meine Freundin Katie ebenfalls zu mir gesagt hatte, ein paar Stunden bevor sich mein gesamtes Leben von Grund auf verändert hatte. Du bist die beste Freundin, Jillian. Ich fand, dass man darauf nicht auch noch hinweisen musste. Aber ich schwieg und hörte Katie dabei zu, wie sie die letzte Dekade meines Lebens mit der Weisheit auseinander nahm, die nur einer übersinnlich begabten Stripperin zur Verfügung stand. Du bist die Freundin, die immer da ist, egal was kommt. Selbst wenn du nicht da sein willst, bist du trotzdem da. Sie deutete mit einem Streifen extra knusprigen Speck in meine Richtung. Du bist die beste Freundin. Neben mir rutschte Abby nach vorn und stemmte ihre Ellbogen auf den Tisch. Ich sah hoch auf der Suche nach der Kellnerin. Das wäre ein toller Moment, um zu fragen, ob wir zahlen wollten. Das Problem war nur, dass es Samstag morgen im IOP war und der Laden brummte. Katie biss in ihren Speck, der eigentlich das letzte Stück auf meinem Teller war. Wie zum Beispiel dieses Wochenende. Du warst den Sommer über kaum zu hause. nicht wirklich. Es sind nur noch ein paar Wochen bis das Herbstsemester beginnt, richtig? Trotzdem bist du heute hier. Ich wollte mich schon verteidigen, doch da meldete sich Abby zu Wort. Katie, sie ist nicht nur seinetwegen aus Shepherdstown hergekommen. Naja. Ich lehnte mich zurück und hielt den Mund. Natürlich verteidigte mich Abby. Ich stand ihr näher als Katie. Abby und ich hatten gemeinsame Liebe für Bücher hatte etwas aufblühen lassen, was sich für eine ziemlich atemberaubende Freundschaft hielt, wenn man bedachte, dass sie zehn Jahre älter war als ich. Die Liebe zum Lesen kannte kein Alter. Ich hatte immer schon gewusst, wer Katie war. Selbst in einer Stadt mit so vielen Einwohnern wie Philadelphia und den umgebenen Vorstädten kannte jeder sie. Es hatte nichts damit zu tun, dass sie behauptete Vorahnungen zu haben als Nachwirkung eines Sturzes von einer rutschigen Tanzstange. Es war einfach so, dass Katie mit jedem befreundet war. Ich glaube, es gab keinen Menschen, mit dem Katie nicht zumindest mal ein paar freundliche Worte gewechselt hatte. Doch im Moment wünschte ich mir inständig, ich hätte diesem Brunch nicht zugestimmt, als ich Abby am Telefon erzählt hatte, dass ich gab Katie zurück und verschlang das letzte Stück Speck, bevor sie ihre blonden Haare über die Schulter nach hinten warf. Er ist der Einzige, der sie mit einem Fingerschnippen zurück beordern kann. Das würde ich so nicht unterschreiben, hielt ich dagegen und griff nach meiner Limonade. Ich war eine Weile nicht mehr zu Hause. Zuletzt am 4. Juli. Abbys Seufzen ging fast in ihrer Kaffeetasse unter. Ich glaube, was Katie sagen will. Jillian weiß, was ich sagen will. Katie rückte ihr neonfarbenes Shirt zurecht. Ihre hellen ozeanfarbenen Augen suchten meinen Blick. Er behandelt dich wie eine kleine Schwester. Naja, oder eine Sklavin, nenn es wie du willst. Aber er ist es nicht wert. Noch nicht. In mir wurde es ganz still und ich erstarrte. Die Muskeln in meinem spannten sich an. Meine Haut kribbelte, als wäre ich von einem Schwarm Feuerameisen angegriffen worden. Ich war eine ziemlich ausgeglichene Person, so sehr, dass ich davon überzeugt war, dass nach meinem Tod die Worte ruhig und gefasst in meinen Grabstein gemeißelt würden. Aber nichts, wirklich nichts sorgte schneller dafür, dass mein Kopf um 360 Grad rotieren wollte, als über Brock. Meine Stimme klang kühl, doch tief in meinem Bauch brannte ein Feuer. Er ist erwachsen. Katie zuckte mit den Achseln und ignorierte meine Warnung. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Das tut er schon ziemlich lange. Und du warst immer sein kleiner Schatten. Wenn du es so ausdrückst, klingt das ziemlich jämmerlich. Ich stellte mein Glas wieder ab, bevor es mir aus den Fingern gleiten konnte und meine Grabstein Inschrift zu übellaunig und impulsiv geändert wurde. Das hast du jetzt gesagt, aber wenn ich ehrlich bin, mir fiel die Kinnlade nach unten. Jeder wusste, dass Katie so direkt sein konnte wie ein Schnellzug, aber Himmel, das war wirklich unnötig. Katie, sagte ich mit weit aufgerissenen Augen. Du hast für ihn eingekauft, betonte sie. Ich wusste genau, wovon sie sprach, von der Zeit vor ungefähr eineinhalb Jahren. Er konnte sich kaum bewegen, hielt ich dagegen. Du hast seine Wäsche gewaschen, fuhr sie fort und erneut verrutschte ihr leuchtendes Shirt. Ich starrte sie nur an. Er hatte eine Operation an der Brustmuskulatur. Du hast tatsächlich seine Wohnung für ihn geputzt, beendete sie ihre Ausführungen mit einem Klatschen in die Hände. Wer tut denn sowas? Also ich habe keinen einzigen Freund, nicht mal eine beste Freundin, die mir die Wohnung putzt, aber du bist diese Freundin, seine beste Freundin, die ihm den Hintern hinterher trägt. Ich klappte den Mund wieder zu. Vielleicht brauchst du einfach bessere Freunde. Katie legte den Kopf schief und zog die Augenbrauen hoch. Was Katie zu sagen versucht ist, dass du immer für Brock da warst. Du hast keine Mühen gescheut, um ihm eine gute Freundin zu sein, versuchte Abby es wieder und diesmal unterbrach Katie sie nicht. Und er ist... Abby sprach den Satz nicht zu Ende. Das musste sie nicht, denn sie war viel zu nett, um die Wahrheit auszusprechen und Brock war... Naja, er war Brock. Ich holte tief Luft und sah Katie unverwandt in die Augen. Ich habe diese Dinge für ihn getan, weil er verletzt war und ich erneut zog sie ihr Shirt nach oben. Nächste Woche steht seine große Rückkehr in die MMA Szene an. Mein Magen verkrampfte sich wie jedes Mal, wenn ich an seinen nahenden Kampf dachte. Brock hatte seit dem Moment, als der Arzt die Erlaubnis gegeben hatte, für sein großes Comeback trainiert. Seine Rückkehr in den Käfig, in das Octagon. Es würde schon werden. Denn mein Vater hätte Brock niemals unterstützt, wenn er auch nur eine Sekunde lang geglaubt hätte, dass er nicht bereit wäre. Weil mein Vater Andrew Leimer war, der Jujutsu und Martial Arts Experte. Dad hatte Brock entdeckt, als er noch ein Teenager gewesen war, gerade mal 14 Jahre alt. Brock besaß ein natürliches Talent dafür, Bewegungen nachzuahmen. Als er jünger war, brachte er sich jeden Tritt, jeden anderen Trick selbst bei. Ich war acht Jahre alt, als mein Vater ihn in den Leimer Kreis aufnahm, in unsere Familie und fortan trainierte. Brock wurde schnell das nächste große Ding, quasi sobald er alt genug war, um bei Kämpfen anzutreten. Jeder wollte ihn. Er bekam viel Bestätigung. Es gab Kämpfe fürs Bezahlfernsehen. Er war auf dem Weg nach oben. Ich freute mich so und niemand es mehr verdient hatte als er. Und dann, vor fast zwei Jahren riss er sich beim Training mit einem der neuen Rekruten in der Academy den großen Brustmuskel. Eine ernsthafte Verletzung. Beim Gedanken daran stiegen sofort wieder das Entsetzen und die Hilflosigkeit in mir auf, die ich damals empfunden hatte. Es kostete mich keinerlei Mühe, erneut vor meinem inneren Auge zu sehen, wie er auf die Knie fiel und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Hand auf den Oberkörper schlug. Die Verletzung war so übel, dass er sofort operiert werden musste, doch man hatte ihm versichert, dass er nach ein wenig Ruhe und Reha wieder fit werden könne. Ich schüttelte den Kopf und konzentrierte mich auf die Gegenwart. Ich habe diese Dinge für ihn getan, sich um zu entscheiden. Ich rutschte unruhig auf meinem Platz herum. Katie hielt sich nie zurück, also konnte es nichts Gutes bedeuten, wenn sie es jetzt tat. Allerdings verstand eigentlich keine meiner Freundinnen die Brock Sache und keine einzige hielt das Ganze für gut. Ich holte tief Luft und schob mein Kinn vor. Brock hat mich gefragt, ob ich dieses Wochenende nach Hause kommen könne. Er hat ein Abendessen geplant, nur er und ich, eine vorgezogene Feier zu Ehren seines Kampfes nächste Woche, weil er morgen früh mit meinem Dad aufbricht, um trainieren zu gehen. Abby riss die Augen auf. Was? Und das erzählst du uns erst jetzt? Ich biss mir auf die Lippe, um mein Grinsen zu unterdrücken und zuckte mit den Achseln. Ich hatte ja keine Chance, weil mir jemand die letzte halbe Stunde einen Vortrag nach dem anderen gehalten hat. Na und? antwortete Katie. Ist es ein Date? verlangte Abby zu wissen. Mein Magen voll führte einen Hüpfer. Ein Date? Oh Gott! Allein die Vorstellung, das Treffen heute Abend als Date zu bezeichnen, sorgte dafür, dass ich gleichzeitig lachen und mich übergeben wollte. Und das wäre ziemlich eindrucksvoll gewesen und widerlich. Es ist kein Date. Ich meine, er hat es nicht Date genannt, aber es sind nur wir beide, niemand sonst. Abby öffnete den Mund, dann sah sie zu Katie. Ich wartete, obwohl ich wusste, dass ich das, was Katie gleich sagen würde, wahrscheinlich nicht hören wollte. Sie ließ die Arme so heftig auf den Tisch fallen, Das Grinsen, das ich unterdrückt hatte, verabschiedete sich aus meinem Gesicht. Ich glaube ja auch nicht, dass es ein Date ist, Katie. Sie seufzte schwer. Manchmal hasse ich diesen Mann wirklich. Ich fiel wie ein Ballon mit einem Loch in mich zusammen. Katie verstand es einfach nicht. Es wurde Zeit, das Thema zu wechseln. Ich warf einen kurzen Blick zu Abby. Planst du immer noch mit Colton zu eurem Jahrestag in die Pocono Mountains zu reisen? Yep, nächstes Wochenende. Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre sind. Ihre Lippen verzogen sich zu einem hübschen Lächeln. Seit langsam Zeit, dass du ein paar Babys produzierst, fand Katie. Abby riss die Augen auf. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich grinste, als ich darüber nachdachte. Ein Baby von Abby und Colton wäre wirklich anbetungswürdig. Ich war total fasziniert davon, wie sich die beiden wiedergefunden hatten. Sie kannten sich seit der Jugend. Abby hatte Colton immer angehimmelt, obwohl sie ihren Highschool-Freund geheiratet hatte, der leider bald darauf gestorben war. Dann, Jahre später, war Abby Colton begegnet, nachdem sie Zeugin eines Mordes geworden war. Eines verdammten Mordes, den Colton aufklären sollte. Wie unwahrscheinlich, mal ehrlich. Was ist mit dir? fragte Abby und taxierte Katie scharf. Wann wirst du die Tanzstange einmotten und ein paar Kinder kriegen? Die Tanzstange einmotten? Katie warf den Kopf in den Nacken und lachte. Falls und wenn ich Kinder bekomme, heißt das noch lange nicht, dass ich aufhören werde zu tanzen. Ich presste die Lippen aufeinander, um das Kichern zu unterdrücken, das aus stieg, als ich mir vorstellte, wie eine schwangere Katie um die Stange wirbelte. Wenn irgendwer in einem solchen Zustand strippen würde, dann wäre es Katie und bei ihr würde es funktionieren mit Bauch und allem. Die Kellnerin erschien endlich mit der Rechnung, also traten wir kurz darauf in die helle Augustsonne. Als ich mir die Sonnenbrille auf die Nase setzte, versprach ich Katie, dass ich versuchen und im Club zu besuchen. Das versprach ich immer. Aber ich ging nie in den Club, in dem sie arbeitete. Nicht, weil ich etwas gegen Strip Clubs hatte. Ich wusste nur, dass ich bei meinem Glück einem Familienmitglied begegnen würde. Und das wäre peinlich bis dort hinaus. Meine Familie war so groß, dass man keinen Stein werfen konnte, ohne einen Leimer zu treffen. Cousins und ein höheres Wesen sich übergeben und Leimers über der ganzen Stadt verteilt. Einmal war ich zu einer Vorsorgeuntersuchung beim Frauenarzt gegangen. Nur um meinen Onkel Julio im Wartezimmer zu treffen, zusammen mit seiner viel, viel jüngeren Frau. Jünger bedeutete, dass Nicole nur sechs Jahre älter war als ich. In Brocks Alter. Sie war ein ehemaliges Nummerngirl. Es war Liebe auf den ersten enges Höschen und Bikini Oberteil Blick gewesen. Nicole war super süß, super heiß und super schwanger. Jedes Mal, wenn ich sie traf, war sie wieder schwanger. An Weihnachten schaffte ich es fast jedes Mal, eines ihrer Kinder zu vergessen. Sie hatten einen ganzen Stall voller Kinder. Julio war einer der mittleren Brüder meines Vaters, ein wenig jünger als er und damit Anfang 40. Also sollte man meinen, dass ihm irgendwann die Spermien ausgehen sollten. Doch nein. Auf jeden Fall war diese Begegnung beim Gynäkologen schrecklich gewesen. Da Julio fest davon überzeugt war, dass ich noch Jungfrau war, verstand er einfach nicht, wieso ich einen Frauenarzt aufsuchen sollte. Als gäbe es für Frauen keinen anderen Grund, einen Gynäkologen zu konsultieren, als ein aktives Sexualleben. Ich liebte meinen Onkel, aber manchmal war er ein ziemlicher Idiot. Er rief natürlich sofort meinen Vater an und war der felsenfesten Überzeugung, dass ich Sex gehabt hatte. Als ich an diesem Tag nach Hause kam, war es als wäre die Inquisition bei uns zu Besuch und wollte mich in die Mangel nehmen. Also wusste ich genau, dass ich, wenn ich Katys Arbeitsplatz besuchte, wahrscheinlich neben einem Cousin oder Onkel landen würde, während nackte Brüste vor meinem Gesicht auf- und abtanzten. Danach bräuchte ich wahrscheinlich eine Therapie. Abby blieb neben meinem gebraucht gekauften Toyota Camry stehen und beobachtete mit mir, wie Katie in einem neuen Mustang vom Parkplatz brauste. Sie ist irre und ziemlich gewöhnungsbedürftig, meinte sie, als sie sich mit zusammengekniffenen Augen zu mir umdrehte. Aber ich liebe sie. Lächelnd lehnte ich mich gegen mein Auto und strich mir den Pony zur Seite. Ich muss ihn wirklich rauswachsen lassen, weil ich die Frisur leid war, besonders im Sommer. Aber das erzählte ich mir selbst seit, naja, ich ungefähr 14 war. Doch dann ließ ich mir doch wieder denselben Haarschnitt verpassen wie immer, mit einem geraden, dichten Pony, der mir bis auf die Augenbrauen fiel. Vielleicht könnte ich mir dieselbe Frisur schneiden lassen wie Abby. Ihr Haar war dunkel und fiel ihr bis auf die Schultern. Meines hatte die Farbe von Vollmilchschokolade und es war so lang, dass es bis über meine Schulterblätter fiel. Allerdings trug ich mein Haar nie offen, nicht mehr. Ich band es immer zu einem Dutt oder Zopf. Also wie so lange Haare, wenn es doch Mühe machte sie trocken zu bekommen. Jillian? Als mir klar wurde, dass ich mit leerem Blick auf die Straße starrte, wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder Abby zu. Erneut lächelte sie mich an. Sie war eine hübsche Frau, doch wenn sie lächelte, war sie einfach atemberaubend. Sie lächelte viel öfter, seitdem sie mit Colton zusammen war. Ja? Sie musterte mich eingehend. Du weißt, dass Katie es nur gut meint, oder? Meine Schultern hoben sich ein wenig. Ich weiß. Sie ist nur direkt, fuhr sie fort und trat einen Schritt näher. Aber sie meint es gut. Sie macht sich Sorgen um dich, genau wie ich, genau wie Stephanie. Ich runzelte die Stirn und trat von einem Fuß auf den anderen. Wieso solltet ihr euch Sorgen um mich machen? Mir geht es doch gut. Abby legte den Kopf schräg und ihr Lächeln verrutschte leicht. Ein zweifelnder Ausdruck huschte über ihr Gesicht, dann atmete sie tief durch und nickte. Okay, sagte sie nach einem Augenblick, dann umarmte sie mich kurz und hauchte mir ein Küsschen auf die Wange. Unsere Verabredung zum Mittagessen mit Stephanie morgen steht? Erleichtert, dass sie nicht nachgehakt hatte, erwiderte ich die Umarmung. Solange Nick und Colton euch vor die Tür lassen? Abby lachte, trat zur Seite und zog ihre Tasche höher auf die Schulter. Als könnten sie uns aufhalten. In Anbetracht der Tatsache, dass sich beide Paare, Abby und Colton, Stephanie und Nick, quasi noch mit einem Bein in den Flitterwochen befanden, hätte ich es ihnen nicht übel genommen, wenn sie das ganze Wochenende zu Hause verbracht hätten. Bis morgen. Ich winkte kurz und drehte mich um. Mein Handy piepte, als ich ins Auto stieg, weil ich eine SMS bekommen hatte. Ich stellte die Klimaanlage an, griff in meine Tasche und zog das Telefon heraus. Mein Atem stockte und mein Magen machte einen Sprung, als ich den Namen auf dem Display entdeckte. Ich konnte meine Mundwinkel nicht davon abhalten, in Richtung meiner Ohren zu wandern. Brock. Ich öffnete die SMS und spürte, wie ich debil zu grinsen anfing, als ich sie las. Hey Jillybean, planänderung. Ein paar Freunde sind in der Stadt. Ich treffe mich kurz mit Ihnen im Monas. Kannst du um sieben dorthin kommen? Mein Lächeln verrutschte ein wenig. Wer war in der Stadt? Dann schüttelte ich kurz den Kopf. Spielte keine Rolle. Er wollte unglaublich angesagten Steakhouse, das nicht weit von Monas entfernt war. Das Abendessen würde immer noch stattfinden. Der heutige Abend würde stattfinden. Ich schrieb ihm zurück, dass das für mich in Ordnung sei. Dann steckte ich das Handy in den Tassenhalter im Armaturenbrett und atmete durch. Heute war der Abend, an dem ich Brock zeigen wollte, dass ich kein kleines Mädchen mehr war. Nach heute Abend würde Brock mich nicht mehr als kleine Schwester betrachten. Hier endete meine Erinnerung. Vorerst. Ich starrte auf das Handy. Mein Blick war verschwommen. Gott, ich war damals eine so dämliche, verliebte Idiotin und trotzdem so glücklich gewesen. Ich war bereit gewesen, Risiken einzugehen, denn mich in Brock zu verlieben hatte ein Risiko epischen Ausmaßes bedeutet. Liebe stellte immer ein Risiko dar. Ich war tapfer gewesen, dämlich und blind, aber tapfer. Wenn es um Brock gegangen war, hatte ich mich stets kopfüber in die Fluten gestürzt, ohne zum Luftschnappen aufzutauchen. Und ich hatte gelebt. Sicher, ich war schüchtern gewesen und manchmal eingeschüchtert von meiner riesigen, lauten Familie. Aber da waren auch all die Dinge, die diese Person getan hatte, mal gewesen war, wie eine besessene Bücher sammeln, zu Lesungen und Autogrammstunden gehen und Autoren kennenlernen, Freunde dazu überreden, Ausflüge nach New York zu machen und jeden Sonntag mit den tollsten Leuten der Welt zum Brunch gehen. Damals hatte es so viel gegeben, was ich unbedingt hatte tun wollen. Ich hatte reisen wollen, ein Buch schreiben, ich hatte meine absolute Lieblingsautoren treffen wollen, die Königin der Fantasy, auch bekannt Ward. Ich hatte bei einem Kampf von Brock neben meinem Vater stehen wollen, ich hatte, ich hatte so viel gewollt. Heute erkannte ich das Mädchen mit dem Pony und dem breiten Lächeln kaum wieder. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob es wirklich gut war, nicht mehr sie zu sein, denn ich tat nichts mehr von all den Dingen, die ich damals so genossen hatte. Ich sammelte keine Bücher, ich ging nicht zu Autogrammstunden, ich reiste nicht. Ich hatte bis vor kurzem absolut nichts mit der Firma meiner Familie zu tun gehabt. Und ich hatte kein einziges Mal versucht, ein Buch zu schreiben, auch wenn das wahrscheinlich ganz gut war. Diese heutige Version von mir, die Jillian der letzten sechs Jahre, ging zur Arbeit, kam nach Hause und verlor sich dann in erfundenen Welten, die viel, viel aufregender waren als ihr eigenes Leben. Sie fühlte und sah durch Charaktere, die nicht real waren und trotzdem unverfälschtere Leben führten als sie. Wie konnte ich so weitermachen? Wie sollte ich weitermachen, wenn das Leben zwischen Gleiches? Ich ließ das Handy fallen, schlug die Hände vors Gesicht und rieb mir die Augen. Ich fühlte mich, als wäre ich nur Sekunden davon entfernt, wieder in tausend Stücke zu zerbrechen. Und Gott wusste, dass ich das schon einmal getan hatte. Aber das durfte ich mir nicht erlauben. Denn morgen fing ich einen neuen Job an. Und diesmal war es eine Arbeit, die mir etwas bedeutete. Ich würde ein zweites Date mit Grady haben. Und nicht nur das. Wenn Avery mich zum Sonntagsbrunch einlud, und das würde sie tun, weil sie mir jeden Freitag eine Nachricht schrieb, um mich einzuladen, würde ich diesmal keine Ausrede erfinden, wie ich das gar nicht so schlecht. Am Montagmorgen auf der Fahrt zur Leimer Academy war mein Magen ein einziger harter Knoten. Ich konnte mir nicht erklären, wieso ich so nervös war. Ich wusste, wie man die Academy leitete. Ich war damit aufgewachsen, meinem Vater über die Schulter zu sehen. Der heutige Tag war für mich eine so große Sache. Mit meinem neuen Gehalt konnte ich mir würde ab jetzt das Premium Futter kriegen. Doch ich war trotzdem nervös wie eine Horde Erdmännchen. Ich war eine Stunde vor meinem Wecker aufgewacht, was bedeutete, dass ich genug Zeit gehabt hatte, mein Haar zu stylen, was ich gewöhnlich nicht vor der Arbeit tat. Zu der schwarzen Hose mit dem weiten Bein, die ich gestern ausgesucht hatte, trug ich eine Bordeaux rote Bluse mit Spitzenbesatz an den Ärmeln, die ich heute Morgen im Schrank entdeckt hatte. Trotzdem war mir mehr als genug Zeit geblieben, um von meiner Wohnung in einer der Nebenstraßen der Delmar Orchid Road gemütlich zur Limer Academy zu fahren, die ein paar Kilometer außerhalb von Shepardstown lag, zwischen der Universität und Martinsburg. Die Academy war ungefähr zwei Kilometer neben der Route 45 hinter einer kleinen Farm. Ich hatte sie schon hundert Mal besucht, seitdem sie eröffnet worden war. Trotzdem konnte ich eine gewisse Ehrfurcht nicht unterdrücken, als das weitläufige dreistöckige Gebäude in Sicht kam. Die Academy gehörte meinem Vater, doch sie gehörte auch mir. Im Erdgeschoss befand sich ein perfekt ausgestattetes Fitnessstudio, in dem jeder Mitglied werden konnte. Es war komplett eingerichtet, mit riesigen Räumen für verschiedene Kurse, einem Hallenbad olympischer Ausmaße, einer Sauna Whirlpools, einer ganztägigen Kinderbetreuung für die Mitglieder und natürlich mehreren Räumen mit Sonnenbänken. Denn wieso sollte man all diese schönen Muskeln Käse weiß lassen? Bei diesem Gedanken verdrehte ich die Augen. Der erste Stock stand für verschiedene Kampfsportklassen bereit, von Kinderkarate bis zu Jujutsu, Ringen, Boxen und Trainingcenter für diejenigen, die sich zutrauten, eine Karriere in den Mixed Martial Arts anzustreben. Auch Selbstverteidigungskurse wurden im ersten Stock angeboten. Es gab noch viel Freifläche in diesem Stockwerk und mein Vater wollte, dass ich mich darum kümmerte, diesen leeren Raum zu füllen. Im obersten, dem zweiten Stockwerk, befanden sich die Büros und damit auch mein zukünftiges Büro. Dies Ich hatte meiner Freundin Abby mal erklärt, dass ich nicht dasselbe tun wollte, wie der Rest meiner Sippe. Doch das hatte sich letztendlich als falsch herausgestellt. Vielleicht hatte ich damals eine Phase der Rebellion gegen alles und jeden durchgemacht, doch tief in mir drinnen hatte ich mir schon immer gewünscht, ein Teil der Academy zu sein. Als ich auf den Parkplatz fuhr, fühlte ich mich, als würde ich öffnete die Autotür und schnappte mir die Kiste mit persönlichen Gegenständen, die ich auf den Rücksitz gestellt hatte. Ich hatte nicht viel mitgebracht. Eine Kerze, die dafür sorgen würde, dass mein Büro gut roch. Ein gerahmtes Bild meiner Eltern, das an Weihnachten vor ein paar Jahren aufgenommen worden war. Einen leuchtend rosafarbenen Tacker, den mir Avery vor ungefähr einem Jahr geschenkt hatte, und meine Sam und Dean Winchester Action Figuren der Serie Supernatural, ohne die ich nirgendwo hinging. Ich fühlte mich fast bereit, als ich mit dem Aufzug in den zweiten Stock fuhr. Meine schicke schwarze Tasche baumelte an meinem Unterarm, seitdem sie mir von der Schulter gerutscht war. Ich kaute auf meiner Wange, als der Lift sanft anhielt und sich die Türen öffneten. Genau wie in der Academy in Philly breitete sich vor mir ein Meer aus kleinen Bürowaben aus. Als ich an ihnen vorbeiging, sah ich, dass sie leer waren. Es würde noch eine Stunde vergehen, bevor das Vertriebsteam und die Trainer auftauchten. Ich ging in Richtung der geschlossenen Büroräume. Dann verlangsamte ich Jilly erlegte einen Zahn zu und kam schnell auf mich zu. Andrew nahm mir den Karton ab, stellte ihn auf einen Tisch und schlang dann seine Arme um mich. Ich quietschte, als er mich herumwirbelte, als wäre ich zwölf Jahre alt. Als er mich wieder abstellte, fühlte ich mich, als wäre ich gerade aus einem Karussell gestiegen. Schau dich an, so hübsch angezogen. Gut siehst du aus. Andrew trug eine Kaki Hose und ein Polo Shirt mit Leimer Logo. Du bist aber auch nicht übel, meinte ich und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Er lachte, als er nach meiner Kiste griff. Das ist mein Auf- dem Sprung Outfit. Du willst dringend zurück nach Philadelphia, oder? Ich vermisse die Stadt, genau wie Tonja. Und bist du nicht ein wenig zu früh dran? Ich dachte, ich richte mich schon mal ein, bevor die anderen auftauchen. Kluger Schachzug, antwortete er. Naja, dann lass mich dir mal dein Büro zeigen. Es ist neu, da es deinen Job vorher nicht gab. Ich trat so neben ihn, dass er links von mir ging und sah ihn an. Kann ich dir eine Frage stellen und eine ehrliche Antwort von dir bekommen? Grinsend nickte er. Wann habe ich dich je angelogen, Jelly? Halten die Angestellten meine neue Position für überflüssig? Er runzelte die Stirn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was du sagen willst. Wahrscheinlich musste ich mich noch klarer ausdrücken. Ich meine, glauben Sie, dass Andrew Leimer diese Position unnötiger weise für seine Tochter geschaffen hat? Was? mein Onkel lachte. Nein, absolut nicht. Sie sind davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist. Vertrau mir, ich hätte die Hilfe auch schon früher brauchen können. Ich musste öfter als einmal einen meiner Vertriebsleute anweisen, mich in Meetings zu begleiten, weil mir ein Assistent fehlte. Jetzt können Sie sich wieder auf den Verkauf und die Trainingssessions konzentrieren, während du den Tun Sie. Wir haben übrigens einen Bauunternehmer kommen lassen, um dir ein neues Büro zu basteln, erklärte mein Onkel, als er vor einem Büro mit einer Glaswand anhielt. Die Möbel wurden gerade geliefert. Ganz jungfräulich und alles dein. Das Büro erinnerte mich ein wenig an ein Goldfischglas. Es ähnelte nicht im mindesten meinem kleinen Schuhkarton in der Versicherungsfirma mit seinen vier fensterlosen Wänden. Als ich den Raum betrat, wurde mir erst richtig klar, wie viel hübscher es war. Der große Schreibtisch aus Kirschholz war makellos. Nicht einmal ein Fingerabdruck verunstaltete die glänzende Oberfläche. Darauf stand ein neuer Desktop-Computer, flankiert von einer NASA-würdigen Telefonanlage. Vor dem Schreibtisch standen zwei Stühle und der Sessel hinter der Tischplatte wirkte, als wäre er bequemer als mein Bett. An einer Wand zog sich ein langes Tideboard entlang. Vor der anderen stand eine große Topfpalme. Die Glaswand gegenüber dem Schreibtisch war mit Jalousien ausgestattet. Was hältst du davon? Andrew stellte meine Kiste auf einen der Stühle vor dem Tisch. Es ist toll. Mein Büro, naja, mein ehemaliges Büro, liegt gleich da drüben, jenseits der Sitzecke. Er wedelte mit der Hand nach rechts und da sich dort eine riesige Glasfront befand, konnte ich sein Büro sogar von hier aus sehen. Wurde jetzt schon ein neuer Geschäftsführer eingestellt? Wollte ich wissen, weil ich mich fragte, ob einer meiner anderen Onkel in der Zwischenzeit die Leitung übernehmen würde. Andrews dunkle Brauen zogen sich zusammen. Hat dir keiner gesagt, wer meinen Posten übernimmt? Ich stellte meine Tasche auf den Tisch. Also gibt es schon jemanden? Wurde die Stelle besetzt? Ja, und zwar schon vor einiger Zeit, sagte er, als ich mich umdrehte und zu den Jalousien ging. Schon vor einiger Zeit? Mein Vater hatte nichts erwähnt. Ich zog gerade die Jalousien gegenüber meinem Schreibtisch hoch, als Andrew sagte, und hier kommt er schon, früher als ich erwartet habe. Nicht, dass es mich überrascht. Du bist früh dran, also ist er natürlich auch früh dran, wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten? Ich erstarrte. Meine Finger umklammerten die dünne Stange, mit der sich die Jalousien bewegen ließen. Ich hörte auf, mich zu bewegen, weil mir kalte Schauder über den Rücken liefen. Wir sehen uns bald wieder. Nein, nein, Plötzlich fielen alle Puzzlesteine auf ihren Platz. Doch ich weigerte mich, es zu glauben, weil ich es einfach nicht verstehen konnte. Wie? Warum? Von tiefem Unglauben erfüllt ließ ich die Stange los. Sie schwang zurück Richtung Jalousien und traf klappernd auf das Metall. Langsam drehte ich mich um. Brock Mitchell stand im Türrahmen meines brandneuen Büros. Die Lippen zu einem schiefen Grinsen verzogen. Guten Morgen, Miss Leimer. Ich hoffe, Ihnen gefällt Ihr neues Büro. Ihr müsst mich verdammt noch mal verarschen, keuchte ich. Brock riss die Augen auf, dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte, laut und ungehemmt. Miss Leimer, achten Sie auf Ihre Wortwahl! Mein Gesicht lief rot an. Hatte er das gerade wirklich zu mir schelmisch, als er uns beide beäugte. Plötzlich wusste ich, ich wusste es einfach, dass er sich bewusst gewesen war, dass ich niemals damit gerechnet hatte, Brock hier zu treffen. Genau wie meine Mutter es gewusst haben musste und sich mein Vater jeden Hinweis darauf gespart hatte. Meine Familie bestand aus einem großen Haufen intriganter Mistkerle. Okay, ich werde jetzt mal so tun, als hätte ich was zu tun, sagte Andrew. Brock sah mich immer noch an, als er zur Seite trat und dem kleineren Mann auf die Schulter schlug. Viel Glück, sagte Andrew zu ihm. In diesem Moment ballten sich meine Hände zu Fäusten. Wieder verzog dieses halbe Grinsen Brocks Lippen. Er wartete, bis Andrew verschwunden war, dann sagte er, ich glaube nicht, dass du jemals zuvor das Wort verdammt verwendet hast. Sein Blick glitt zur Decke. Naja, da war dieses eine Mal, als du über deine eigenen Füße gestolpert bist und dir die Knie am Rand des Pools aufgeschlagen hast. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du damals etwas in der Art gebrüllt hast. Das kann einfach nicht wahr sein, murmelte ich. Das Herz raste wie verrückt in meiner Brust. Tatsächlich glaube ich, du hast auch so was unanständiges geschrien, als dein Onkel Julio dich erwischt hat, als du aus dem Haus schleichen wolltest. Daran erinnerst du dich, oder? Du hast versucht, mir zu folgen. Du kannst aufhören, blaffte ich, in verfickten Schimpfwort Erinnerungen zu schwelgen. Sein Grinsen wurde noch breiter und verwandelte sich in ein echtes Lächeln, das sofort dafür sorgte, dass ich meinen Magen verkrampfte. Ich stützte mich haltsuchend auf meinem Schreibtisch ab. Sag mir, dass ich träume. Würdest du träumen, hätten wir weniger Klamotten an. Wie bitte? Meine Kinnlade knallte förmlich auf den Tisch. Flirtete er mit mir? Nicht überraschend. Wenn man Flirten im Internet recherchierte, würde man wahrscheinlich ein Bild von Brock finden, der gerade ein Mädel mit einem Grinsen dazu brachte, die Hüllen fallen zu lassen. Wahrscheinlich konnte daran auch eine Verlobte nichts ändern. Glucksend lehnte sich Brock gegen die Tür und verschränkte die Arme vor der breiten Brust, sodass sich der Stoff seines weißen Hemdes dehnte. Ich sah weg. Er trug wieder diese verdammten Chucks. Du träumst nicht, Jillian. Ich bin der neue Geschäftsführer und du bist meine Assistentin. Das glaube ich einfach nicht, sagte ich wie betäubt. Er sah sich um und zog eine Augenbraue hoch. Ist das wirklich so überraschend? Ich wollte ihm ein Ja ins Gesicht brüllen, doch ich hätte es nach dem überraschenden Treffen am Freitagabend ahnen können. Wut kochte in mir hoch. Nicht nur fühlte ich mich unglaublich dämlich, weil ich nicht darauf gekommen war, dass Brock mein neuer Boss war, sondern ich war auch stinksauer, weil mich quasi jeder in meiner Familie in die Falle hatte tappen lassen. Ich atmete tief ein und sagte Könntest du mir eine Minute allein geben? Bitte? Ein Moment lang bewegte sich Brock nicht. Dann ließ er die Arme sinken. Dein Wunsch sei mir Befehl. Ich schloss die Finger fest um die Kante des Schreibtisches, um mich davon abzuhalten, irgendetwas nach ihm zu werfen. Sobald er mein Büro verlassen hatte, eilte ich zur Tür und schloss sie hinter ihm. Dann stürmte ich zurück zum Schreibtisch, zog mein Handy aus der Tasche und wählte die Nummer meines Vaters. Er hob beim dritten Klingeln ab. Seine Stimme klang viel zu fröhlich dafür, dass es noch so früh war. Jillian Baby Girl bist du Brock ist der neue Geschäftsführer? schrie ich ins Telefon. Du bist bereits im Büro? Es ist noch nicht mal Viertel nach acht. Moment, Brock ist auch schon da? Er lachte. Das ist wirklich überraschend. Das ist im Moment nicht wichtig. Ich holte tief Luft, um mich zu beruhigen. Brock ist er der neue Geschäftsführer? Das ist eine rhetorische Frage, oder? gab er zurück. Du kennst die Antwort bereits. Ich schloss die Augen und umklammerte mein Handy so fest, dass es mich fast wunderte, es nicht in tausend Stücke zerbrechen zu sehen. Wieso hast du mir das verschwiegen? Hätte es einen Unterschied gemacht? fragte er. Ja, tausend mal ja, aber das sagte ich nicht. Ich weigerte mich einfach es zuzugeben. Wieso hast du es mir nicht erzählt? fragte ich verzweifelt. Das wirst du Brock fragen müssen. Es folgte ein Moment der Stille. Ich habe dir diesen Job angeboten, weil ich geglaubt habe, du könntest mit ihm zusammenarbeiten. nicht 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 ich davon ausgegangen bin, dass du mich schon am ersten Tag anrufen würdest, und zwar eine halbe Stunde, bevor du überhaupt da sein solltest. Autsch. Und das sage ich nicht, um dich zu verletzen, Liebes. Das weißt du. Dich zu verletzen ist das Letzte, was ich mir wünsche. Wieder folgte eine Pause, während ich darüber nachdachte, meinen Computer mit einem Ninja Tritt vom Tisch zu fegen. Dann sagte Dad, du schaffst das, und legte einfach auf. Was soll das, verflucht? Für einen Moment stand ich vollkommen still da. Dann schob ich das Kinn vor und entdeckte, Brock vor meinem Büro gewartet hatte. Er trug wieder dieses Grinsen zur Schau, als er eine Hand hob und den Finger krümmte, um mich aus meinem Büro zu rufen, zu sich zu rufen. Mein Temperament kochte über. Ich war kurz davor, ihm den Stinkefinger zu zeigen, daher zwang ich mich, mein Handy sanft auf den Schreibtisch zu legen. Ein großer Teil von mir konnte nicht glauben, was gerade geschah. Doch ich musste mich der Tatsache stellen, dass Brock, einer der Hauptgründe, wieso ich Philly verlassen hatte, der Mann, den ich mit jeder Faser meines albernen Seins geliebt und der mir das Herz gebrochen hatte, nicht nur ein Neuteil meines Lebens werden würde, sondern auch noch mein Boss. Heilige Scheiße, das war schlimmer als jeder Albtraum. Jetzt blieben mir zwei Möglichkeiten. Lösung eins beinhaltete mir meine Tasche zu schnappen, das Büro zu verlassen, Brock das Ding im Vorbeigehen über den Schädel zu ziehen und dann direkt zum Arbeitsamt zu fahren und mich in die Jobsuche zu stürzen. Diese Option machte mir Angst. Denn hey, arbeitslos zu sein war keine besonders wichtige Erfahrung, die man im Leben machen musste. Aber Brock jeden Tag zu sehen war auch nicht gerade das, wonach ich mich sehnte. Und sein Dickschädel würde wahrscheinlich meine Tasche kaputt machen. Hier zu verschwinden bedeutete, dass es keinerlei Nassfutter mehr für Rage geben würde und keine weiteren Handtaschen für mich. Lösung zwei war, dass ich meinen Mut zusammennahm und mich mit den mir zugeteilten Karten auf das Spiel einließ. Das hatte ich offensichtlich schon früher getan, in gewissem Maße. Denn schließlich stand ich heute hier. Auch wenn mein Leben nicht ganz so gelaufen war, wie ich es erwartet hatte, war ich doch ein wandelndes Wunder. Mit Brock umzugehen war bei Weitem nicht das schwerste, was ich je getan hatte. Ich befand mich endlich dort, wo ich meinem Gefühl nach sein sollte. Ich fing endlich an, außerhalb der Seiten meiner Lieblings Romane zu leben. Brock hatte mich aus meinem Zuhause vertrieben. Weg von meinen Freunden und meiner Familie und aus dem Familienunternehmen. Nein, entschied ich. Das stimmte nicht. Ich hatte die Entscheidung getroffen, von zu Hause wegzulaufen, meine Freunde und meine Familie genauso hinter mir zu lassen, wie die Academy. Das hatte ich selbst entschieden. Zu bleiben ist Premium Futter für Rage, irgendwann ein oder zwei neue Handtaschen für mich und ein Job, der mir endlich etwas bedeutete. Doch diese Aussicht hier zu bleiben und für Brock zu arbeiten, jagte mir unglaubliche Angst ein. Nicht nur, weil sie mich dazu zwingen würde, das Chaos hinter mir zu lassen, das unsere Vergangenheit darstellte, sondern auch, weil ich dadurch gezwungen würde, mich dieser Vergangenheit zu stellen. Und ehrlich gesagt, hatte ich vor, genau das nicht zu tun. Da wurde mir klar, dass es noch eine dritte Lösung gab. Ich konnte hier bleiben und den Job erledigen, während ich mich nach etwas Neuem umsah, nur für den Fall, dass die ständigen Begegnungen mit Brock zu viel für mich waren. Ich nahm die Schultern zurück und entschied, dass ich irgendetwas zwischen Lösung zwei und drei präferierte. Also trat ich um meinen Schreibtisch herum, verließ das Büro und baute mich vor Brock auf. Was? fragte ich, schärfer als beabsichtigt. Er zog eine Augenbraue hoch. Als ich dich da drinnen beobachtet habe, sah es so aus, als müsstest du entscheiden, ob du den Schreibtisch umwirfst und von hier verschwindest oder ob du bleibst, um für deine Familie zu arbeiten, wie du es dir immer gewünscht hast. Ich holte zitternd Luft, hin und her gerissen zwischen der Frage, ob ich wirklich so durchschaubar war und einem unangenehmen Gefühl, weil Brock mich so gut kannte. Also, sagte er und senkte den Kopf, als er näher an mich herantrat. Er stand jetzt so dicht vor mir, dass ich die Wärme seines Körpers fühlen konnte. Wie hast du dich entschieden, Jillian? Ich zwang mich dazu, seinem Blick nicht auszuweichen. Ich ignorierte einfach, dass ich mein Körper Brocks Gegenwart unglaublich bewusst war. Genau wie damals, als er noch ein Junge gewesen war, der eigentlich wie ein Bruder für mich sein sollte. Ich bleibe. Gut, sein Lächeln war sanft. Das habe ich gehofft. Wirklich? Ich konnte es nicht glauben, da ich davon überzeugt war, dass die Zusammenarbeit nur unbehaglich werden konnte. Er musterte mich einen Augenblick lang, dann sagte er, lass uns reden. Ich hatte den Mund schon geöffnet, getrieben von dem instinktiven Drang, das Angebot abzulehnen, doch dann biss ich die Zähne zusammen und nickte. Ich mochte ja ein Feigling sein, wenn es um Brock ging, aber ich war nicht dumm. Er war jetzt mein Chef und ich würde nicht dafür sorgen, dass ich gefeuert wurde. In diese Verlegenheit würde ich meinen Vater nicht bringen. Brock machte einen Schritt zur Seite und lief los. Ich folgte ihm zum Büro des Geschäftsführers, in sein Büro. Er hielt mir die Tür auf und wartete, bis er links von mir stand, bevor er etwas sagte. Bei unserem Treffen am Freitag hatte er offenbar vergessen, dass ich auf der rechten Seite nichts hören konnte. Hatte ihn jemand daran erinnert? Setz dich doch, bot er an. Ich sah mich im Büro um und stellte fest, dass heute nicht Brocks erster Arbeitstag war. Auf keinen Fall. Dieser Eindruck hatte nichts mit den ordentlichen Papierstapeln auf seinem Schreibtisch zu tun oder mit der Tatsache, dass eine Trainingstasche neben ein paar Turnschuhen in einer Ecke stand. Es waren die Bilder auf dem Sideboard. Gerahmte Fotos von Brock. Auf einem reckte er stolz einen Siegergürtel in die Luft. Ein anderes Foto zeigte ihn mit einem Arm um meinen Vater gelegt. Beide trugen Sponsorenhemden und strahlten in die Kamera. Mehrere andere Bilder zeigten Brock mit meinen Onkeln. Mein Atem stockte. Dort in der Mitte des Sideboards stand ein Foto, das ich sofort erkannte, weil es einmal mir gehört hatte. Früher hatte es zu Hause auf meinem Nachttisch gestanden, da es mein Lieblingsbild von Brock und mir gewesen war. Brock trug ein Smoking, seine Haare waren ein wunderbares stacheliges Chaos, und ich stand neben ihm, in einem tiefroten knöchellangen Kleid mit herzförmigem Ausschnitt. Das Foto stammte von meinem Abschluss Ich konnte einfach nicht aufhören, das Bild anzustarren. An diesem Abend hatte ich mich wunderschön gefühlt. Ich hatte mich gefühlt, als gehörte ich an Brocks Arm. Doch es war mehr als nur das. An diesem Abend war ich voller Selbstbewusstsein gewesen, stark, erfüllt von Möglichkeiten. Ohne mir wirklich bewusst darüber zu sein, was ich tat, ging ich zum Sideboard und griff nach dem Foto, nur um innezuhalten, bevor ich es wirklich berühren konnte. Wie bist du da rangekommen? Du hast es, als du gegangen bist, zu Hause zurückgelassen. Es folgte eine angespannte Pause, dann sagte er, in Anbetracht der Tatsache, was du zu mir gesagt hast, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, dachte ich, es würde dir nichts ausmachen, wenn ich es nehme. Ein seltsamer Knoten bildete sich in meiner Kehle und ich musste den Blick von dem Bild abwenden. Er war in meinem alten Zimmer im Haus meiner Eltern gewesen? Offensichtlich. Ich hatte keine Ahnung, wieso er dieses Foto hier aufgestellt hatte, aber ich durfte auch nicht so lange darüber nachdenken. Mein Blick blieb an dem großen Flachbild Fernseher an der Wand gegenüber dem Schreibtisch hängen. Wieso in aller Welt brauchte er einen Fernseher in seinem Büro? Moment. Mir fiel in diesem Augenblick etwas ein und ich riss den Kopf erneut zum Sideboard herum. Es gab kein einziges Foto von seiner Verlobten oder ihnen beiden zusammen. Ich sah zum Schreibtisch auch dort nichts. Interessant. Nochmal Moment. Nicht interessant, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise. Ich räusperte mich, ging zu einem Stuhl und setzte mich. Wann hast du hier angefangen? Vor drei Wochen. Statt hinter den Schreibtisch zu treten, lehnte er sich vorn gegen die Tischplatte und verschränkte locker die Beine voreinander, während seine Finger die Kante des Tisches umfassten. Aber das alles gehört offiziell erst mir, wenn Andrew Ende der Woche verschwindet. Meine Kinnlade hing wahrscheinlich auf dem Boden. Und wann wurdest du als Geschäftsführer angestellt? Er beäugte mich neugierig. Vor ungefähr einem Jahr, als Andrew verkündet hat, dass er nach Hause zurückkehren will. Hätte ich nicht gesessen, wäre ich umgekippt. Und niemand hielt es für nötig, mir das zu erzählen? Brock legte den Kopf schief. Naja, wieso sollte dir jemand davon erzählen, bevor du diesen Job angenommen hast? Nein, lass mich ausreden. Er hob eine Hand, als ich den Mund öffnete. Du und ich mögen ja seit Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Aber selbst ich wusste, dass du dich vollkommen von der Academy distanziert hattest, bevor Andrew dich überzeugen konnte, die Stelle anzunehmen. Okay, das war ein Argument. Er hätte Monate Zeit gehabt, um wenigstens beiläufig zu erwähnen, dass du als neuer Geschäftsführer hier arbeiten wirst. Oder du hättest es mir am Freitagabend verraten können. Das hätte ich tun können. Brock bedachte mich mit einem Grinsen, das mich früher dazu gebracht hätte, zu erröten und mich wie eine totale Idiotin zu benehmen. Jetzt kniff ich nur die Augen zusammen. Sein Grinsen wurde noch breiter, als er sagte, Tatsächlich habe ich Andrew gebeten, es dir nicht zu erzählen. Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Und wieso? Weil ich mir sicher war, dass du niemals zugestimmt hättest, hier zu arbeiten, wenn du es gewusst hättest, antwortete er etwas zögernd. Die Fäuste in meinem Schoß öffneten sich, als ich nach einer Antwort suchte. Schließlich entschied ich mich für Ich habe keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Brocks Blick huschte über mein Gesicht und seine Kiefermuskulatur entspannte sich. Es ist wirklich lange her, seitdem du und ich uns mal unterhalten haben. Ich weiß, dass du gute Gründe hast, mich zu hassen. Ich mache dir deswegen keinen Vorwurf. Ich hasse dich nicht. Die seltsame Enge in meiner Brust verstärkte sich. Ich sagte die Wahrheit. Vielleicht hatte ich Brock einmal gehasst. sicher, dass ich das getan hatte. Aber ich war kein Mensch gewesen, der gut hasste. Das entsprach mir einfach nicht. Naja, ich hasste eine Menge Romancharaktere, aber ich würde behaupten, dass das nicht zählte. Ich atmete flach, als ich wiederholte, ich hasse dich nicht. Brock starrte mich unbeweglich an, und ich sah, wie eine Mischung aus Überraschung und Erleichterung über sein markantes Gesicht huschte. Ich bin froh, das zu hören. Ich drängte das Chaos in mir zurück und konzentrierte mich. Wieso bist du überhaupt Geschäftsführer? Du hast wahrscheinlich genug Geld verdient, um sehr, sehr lange glücklich zu leben, ohne je ein Gehalt zu beziehen. Stimmt, als ich mich vor zwei Jahren aus dem Profigeschäft zurückgezogen habe, hatte ich genug Kohle, um den Rest meiner Tage angenehm von meinem Geld leben zu können. Ich wollte ihn fragen, wieso er sich so jung schon aus dem Geschäft zurückgezogen hatte. In seinem Alter hätte er durchaus noch ein paar Jahre ins Oktagon steigen können, doch ich widerstand der Versuchung. Warum also diesen Job annehmen? Er runzelte die Stirn. Musst du mich das wirklich fragen? Bevor ich antworten konnte, fuhr er sich Leben gerettet. Das ist keine Übertreibung, das weißt du. Hätte es ihn nicht gegeben, wäre ich auf der Straße gelandet. Die Academy wurde zu meinem Leben und sie ist heute noch ein Teil von mir. Diese Firma ist mir wichtig. Selbst wenn ich nicht kämpfe, um die Leimers zu repräsentieren, will ich doch ein Teil von ihnen sein. Ich schlug die Augen nieder und rutschte auf meinem Stuhl herum. Das wusste ich natürlich. Egal was auch geschah, daran würde sich nie etwas ändern. Ich liebe das Scouting und die Suche nach neuen Talenten, fuhr er fort. Als Geschäftsführer kann ich das immer noch machen. Ich kann deinem Vater ein wenig von dem zurückgeben, was er für mich getan hat. Das ist mir wichtig. Besonders wenn man bedenkt, da bitte im Stich gelassen, fragte ich, nun wirklich neugierig. Du hast Titel für ihn gewonnen. Hast der Academy so viel Aufmerksamkeit beschert? Davon rede ich nicht. Er klang ernst und hielt unverwandt meinen Blick stand. Du hast ihm nie erzählt, warum du an diesem Abend im Monas warst. Ich erstarrte. Wenn du das getan hättest, hätte er... Ich riss die Augen auf. Brock! Und ich hätte alles verdient gehabt, was mich erwartet hätte, fuhr er fort und lehnte sich dabei nach vorn. Ich selbst habe es ihm nur deswegen nie erzählt, weil du mir das Versprechen abgenommen hast, es nicht zu tun. Ich schloss fest die Augen und presste die Lippen aufeinander. Ich hatte ihn versprechen lassen, kein Wort zu sagen. Ich hatte ihn quasi angefleht, denn der Knoten war zurück und blockierte meine Kehle. Ich konnte hier nicht sitzen und über diese Dinge nachdenken, wenn ich fähig sein wollte, diesen Job zu machen. Ich ballte die Hände zu Fäusten und öffnete die Augen. Was damals passiert ist, hat nichts mit dem Heute zu tun. Das darf es nicht. Brock richtete sich wieder auf. Und ich will nicht darüber reden, fuhr ich nichts davon reden, um zusammen zu arbeiten. Er schwieg einen Moment lang. Seine Haltung wirkte entspannt. Doch er war wie eine zusammengerollte Cobra und konnte jeden Moment zustoßen. Ich bin anderer Meinung, aber ich akzeptiere das. Meine Schultern sackten erleichtert nach unten, obwohl ich das dumpfe Gefühl hatte, dass ein unausgesprochenes für den Moment in diesem Satz mitschwang. Wäre es das jetzt? Denn ich würde gern mein Büro einrichten und mich an die Arbeit machen. Brock nickte und stieß sich vom Schreibtisch ab. Er trat hinter die Tischplatte und musterte die Papierstapel. Ich glaube, heute gibt es ein Meeting mit dem Verkaufsteam. Zwei Uhr. Klingt gut. Ich stemmte mich hoch und wandte mich auf seltsam wackeligen Beinen der Tür zu. Alles wirkte so surreal. Jillian? Ich hielt an und drehte mich zu ihm um. Ja? Brocks Schultern hoben sich in einem tiefen Atemzug, als sein Blick erneut über mein Gesicht glitt. Ich fragte mich, was er wohl davon hielt, wie ich jetzt aussah. Ich will wirklich, dass das hier funktioniert, Jillian, sagte er, und ich fühlte einen scharfen Stich in meiner Brust. Das ist unsere zweite Chance. Bist du dir sicher, dass es okay ist? fragte Avery am Telefon, während ich Rage dabei beobachtete, wie er durchs Wohnzimmer tigerte. Ich habe das Gefühl, dass wir dich zu kurzfristig damit überfallen. Ich rückte den Hörer zurecht, den ich zwischen Kinn und Schulter eingeklemmt hatte, und zog die Beine aufs Sofa, bevor Rage entscheiden konnte, dass ein Angriff auf meine Füße interessanter war als seine momentane Beschäftigung. Manchmal verwechselte er mich mit einem Kratzbaum. Ich habe für Freitag noch nichts geplant. Wann willst du die beiden Zwerge vorbeibringen? Du bist super. Weißt du das eigentlich? Avery hielt inne und ich hörte im Hintergrund, wie Cam Avers Namen brüllte. Das kleine Mädchen tobte wahrscheinlich gerade durchs Haus oder sprang von der schalendes Lachen. Sieben Uhr? Perfekt. Avery wurde wieder ernst. Also erzähl mir von deinem neuen Job, wenn ich gerade ein paar Minuten habe. Es ist okay. Es war Mittwoch und ich arbeitete seit ein wenig mehr als einer Woche in der Academy. Alles lief erstaunlich glatt. Hauptsächlich weil ich Brock selten sah. Er hielt sich meistens bei geschlossener Tür in seinem Büro auf. Und wenn er es einmal war sie eine Kunst daraus ihm aus dem Weg zu gehen. Außer ich musste in ein Meeting mit ihm. Wir beide waren ziemlich beschäftigt. Ich konzentrierte mich darauf, Mieter für die leeren Räume im ersten Stock zu finden und mich durch die Personalakten zu wühlen, um die Leistungsbeurteilungen der einzelnen Mitarbeiter vorzubereiten, die demnächst anstanden. Ich muss mich noch ein bisschen eingewöhnen, aber ich bin froh, mich sehr, das zu hören. Ich habe ganz vergessen, dir zu erzählen, dass Brock und Cam sich am Montag getroffen haben. Sie waren Mittagessen, erklärte sie. Deswegen war er also bis in den Nachmittag hinein verschwunden gewesen. Ich glaube, Brock hat Cam damit das ganze Jahr versüßt, also dank ihm nochmal dafür. Klar, murmelte ich. Es folgte ein Zögern. Also, ich weiß ja, wie du dich ihm gegenüber im Restaurant verhalten hast, hätte ich das nie vermutet. Unsicher, wie ich diese Frage beantworten sollte, beobachtete ich, wie Rage zu Boden sprang und seinen pelzigen Hintern dann in die Luft reckte. Als ich letzte Woche mit Avery geredet hatte, als sie anrief, um mich zum Brunch einzuladen, vor dem ich dann doch wieder gekniffen hatte, hatte sie Brock nicht Ich denke nur gerade daran, weil ich gestern Abend mit Steph gesprochen habe, fuhr sie fort. Ich ließ meinen Kopf gegen die Couchlinie sinken und unterdrückte ein Stöhnen. Steph arbeitete in der Academy in Philadelphia. Als ich sie vor ein paar Jahren getroffen hatte, war ich unglaublich neidisch auf sie gewesen. Sie hatte damals alles verkörpert, was ich sein wollte. Sie war schön, intelligent, freundlich, sehr selbstbewusst und stark, so unglaublich stark. Sie will bald ihre Mom besuchen und wir haben darüber geredet, uns zu treffen. Auf jeden Fall hat sie sich nach dir erkundigt, meinte Avery. Hat sie das? Yep, antwortete sie. Sie hat sich gefragt, wie du und Brock miteinander klarkommen. Es war nicht so, als hätte sie getratscht oder irgendwas, fügte Avery schnell hinzu. Ich habe sogar nachgehakt, wieso sie das wissen wolle, und sie ist mir ausgewichen. Deswegen bin ich jetzt neugierig. Ich starrte an die Decke und sah dabei vor meinem inneren Auge das gerahmte Foto von meinem Abschlussball im Brocks Büro. Weso stand das Bild dort? Der Drang, über ihn zu reden, mit jemandem zu sprechen, war stark. Ich hatte mit niemandem über Brock gesprochen, seitdem ich Philadelphia verlassen hatte. Nicht einmal dann, wenn ich Abby und Katie getroffen hatte. Zwei Menschen, die genau wussten, wie viel er mir einmal bedeutet hatte. Über Brock zu sprechen, rief mir eine Menge wunderschöne Erinnerungen ins Gedächtnis, ließ aber gleichzeitig Dinge an die Oberfläche kommen, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen wollte. In diesem Moment hörte ich einen dumpfen Schlag. Ich riss den Kopf herum und zog die brauen zusammen. Rach saß vor der Wand und schüttelte den Kopf. Offensichtlich hatte er die Wand angegriffen und die Wand hatte gewonnen. Was für ein dämlicher Kater. Bist du noch da, Jillian? Ja, tut mir leid. Ich schlang ein Arm um die Knie. Brock und ich, naja. Wir standen uns einmal wirklich nahe, aber irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren. Okay, das klang lahm und nach einer echt schlechten Ausrede, das konnte ich besser. Avery hatte etwas Besseres verdient. In Ordnung. Wenn ich ehrlich bin, war ich, ich war in Brock verliebt, während er mich ausschließlich als kleine Schwester betrachtet hat. Er hat nicht dasselbe für mich empfunden und unsere Freundschaft ist deswegen irgendwie auf dem Abstellgleis gelandet. Oh, wow. Weißt du, woran mich das erinnert? Theresa und Jace. Mein Mundwinkel zuckte. Es war nicht so. Naja, doch, irgendwie schon. Du weißt doch, dass Theresa früher total in Jace verliebt war. Er aber nicht gewagt hat, sie anzufassen, weil Cam ihn dann ermordet hätte. Avery lachte. Theresa war Cams jüngere Schwester und Jace seit Kindertagen sein bester Freund. Auf jeden Fall weißt du ja, wie es ausgegangen ist. Sie sind verheiratet und Und Theresa kriegt jeden Moment ein Baby, sagte ich. Ich verstehe, was du sagen willst, aber Brock hat sich nie heimlich nach mir verzehrt, wie Jace nach Theresa. Woher willst du das wissen? fragte sie. Ich verdrehte die Augen. Vertrau mir, ich weiß es. ich bin mir da nicht sicher. Moment, Moment mal, ich muss weg, ich höre Ava schreien. Avery seufzte. Kommst du am Sonntag mit mir und Theresa zum Brunch? Dann kannst du mir alles über dein Date mit Grady am Samstag erzählen. Wow, die Neuigkeiten verbreiten sich schnell, sagte ich. Bei der Erinnerung an den Ausstellungsbesuch mit Grady spürte ich einen kleinen Stich in der Brust. Das hatte ich tatsächlich vergessen. Ich zog in Erwägung, Avery zu sagen, dass ich schon etwas vor hätte. Aber sie wüsste genau, dass es nicht stimmte. Und ich erinnerte mich daran, wie ich mir vor zwei Wochen vorgenommen hatte, Diesmal nicht. Ich werde am Sonntag zum Brunch kommen. Wirklich? Avery kiekste fast vor Überraschung. Yep, freue mich schon drauf. Super, okay, wir sehen uns dann am Freitag. Hab dich lieb. Wir verabschiedeten uns, dann legte ich das Telefon auf den Beistelltisch. Ich wollte gerade nach der Fernbedienung greifen, als ein Klopfen an der Tür Rage unter den Couchtisch huschen ließ. Da ich mich besuchen wollte, stand ich auf und ging zur Eingangstür. Rage streckte vorsichtig den Kopf unter dem Sofa hervor, die Ohren angelegt, als ich mich auf die Zehenspitzen stellte und durch den winzigen, runden Türspion starrte, der mir nicht mehr zeigte, als dass vor der Tür jemand stand. Jemand, der ein T-Shirt trug. Türspione waren sowas von sinnlos. Ich ließ mich wieder auf die Fersen sinken, zog den Riegel zurück und öffnete die Tür einen Spalt breit. Sofort machte mein Magen einen Purzelbaum. Brock stand im hellen Licht des Flurs vor meiner Tür. Hey! Er stemmte eine Hand gegen den Türrahmen und schenkte mir sein berühmtes halbes Lächeln. Seine andere Hand hielt er hinter dem Rücken versteckt. Hast du kurz Zeit? Mehrere Sekunden lang gelang es mir nicht die Worte wieder zu finden. Dann stieß ich hervor. Woher weißt du wo ich wohne? Du bist meine Angestellte. Ich habe deine Meldedaten für die Steuer, erklärte er trocken. Mein Blick saugte sich an der dünnen Silberkette um seinen Hals fest, die unter dem Kragen seines grauen Hanley Shirts verschwand. Falls ich die Adresse nicht gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass Andrew sie mir verraten hätte. Und mein Dad wahrscheinlich auch. Dürfte ich darauf hinweisen, dass es etwas unheimlich ist, einfach so bei mir daheim aufzutauchen? Sein träges Grinsen verriet mir, dass ihm das wahrscheinlich klar war, es ihn aber nicht im geringsten interessierte. Willst du mich nicht herein lassen? Ich umfasste die Türklinke fester. Warum bist du hier? Ich will mit dir reden. Ich zog die Augenbrauen hoch. Und das kannst du im Büro nicht tun? Nö, gab er zurück. In der Personalakte steht auch meine Telefonnummer. Hättest du mich nicht einfach anrufen können? Ich unterhalte mich nicht gern am Telefon. Ich verengte die Augen zu Schlitzen. Wer bist du und was hast du mit Brock gemacht? Er kicherte und das Grinsen erreichte seine Augen. Kannst du mich jetzt bitte hereinlassen, Jelly Bean? Nicht wenn du mich so nennst, hielt ich dagegen. Er senkte den Kopf und ich spürte ein leises Flattern in meiner Brust. Wieso hast du ein Problem damit, wenn ich dich so nenne? Weil ich nicht mehr zwölf bin. Hmm, Brock richtete sich wieder auf. Ich bezweifle, dass das der wahre Grund ist. Wie auch immer, murmelte ich, worüber willst du reden? Ich werde es dir erzählen, wenn du mich hereinlässt. Er taxierte mich, und ich bemerkte etwas in seinem Blick, das ich habe. Er legte den Kopf schräg. Und sobald du es siehst, wirst du sehr, sehr froh sein, dass du mich herein gelassen hast. Mir ist egal, was du mitgebracht hast. Ich glaube nicht, dass du das noch sagen wirst, wenn du siehst, was ich dabei habe. Ich trat von einem Fuß auf den anderen und sah kurz an ihm vorbei. Kühle Luft drang in Brock in die Wohnung zu lassen bedeutete nur, dass ich bereit war, ein Gespräch mit ihm zu führen. Lass dir Zeit, murmelte Brock. Ich habe es nicht eilig. Ich verdrehte die Augen, trat zurück und brummte. Komm herein. Er betrat meine Wohnung. Sein Kopf senkte sich, als er den Blick an mir hinabwandern ließ. Ich schloss die Tür. Nette Socken, meinte zwei Jahreszeiten gekleidet, Sommer und Winter. Ich sah in mir herab. Oh Mist, ich hatte ganz vergessen, dass ich nur eine graue Pyjama-Shorts mit kniehohen Socken trug. Und es waren kurze Shorts. Dankbar, dass ich über meinem T-Shirt noch eine lange Wolljacke trug, zerrte ich unauffällig am Saum der Hose, während sich Brock in meiner Wohnung umsah. Ich bemerkte, dass er eine kleine braune Tüte zwischen den Fingern hielt. Also, sagte ich und spielte nervös an dem Ärmel meiner Jacke herum, was führt dich her? Oh, du willst also wissen, was sich in der Tüte befindet. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und starrte ihn an, während ich inständig hoffte, dass nicht zu offensichtlich war, dass ich kein BH lachte leise, hob die Tüte an und griff hinein, um einen kleinen weißen Karton herauszuziehen. Dann drehte er sich um und entdeckte meine winzige Küche. Wie lange lebst du schon hier? Ähm, keine Ahnung. Ich beobachtete, wie er zur Kücheninsel ging und Karton und Tüte darauf legte. Ich glaube, ich bin vor ungefähr vier Jahren hier eingezogen. Nette Bude. Sein Blick glitt zu einem Bücherstapel am anderen Ende der Arbeitsfläche und ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er sich daran machte, den Karton zu öffnen. Ist das Viertel sicher? Ja, hier gibt es eigentlich keine Probleme. Ich schlich mich an ihn heran. Die meisten Leute, die hier wohnen, sind verheiratet oder pendeln nach DC. Ich musterte seinen Rücken. Hatte er die große Phönix-Tätowierung je mit Farbe ausfüllen lassen? Ich hätte darauf gewettet, dass er es getan hatte und das Tattoo ganz großartig aussah. Allerdings hatte seine Hinteransicht mit all den definierten Muskeln immer schon großartig ausgesehen. Wo, wo lebst du jetzt? stammelte ich. Ich habe mir ein Haus außerhalb von Shepherdstown gekauft, erklärte er, mit einem tollen Blick über den Fluss. Das musst du dir mal ansehen. Ich hielt abrupt an, weil ich davon überzeugt war, dass seine Verlobte nicht allzu viel davon halten würde. Allerdings bezweifelte ich gleichzeitig, dass sie mich als Bedrohung ansehen würde. Brock drehte sich zur Seite und schob den Karton ein kleines Stück in meine Richtung. Ich sah hinein. Dann erstarrte ich, als mir klar wurde, was er mitgebracht hatte. Donuts mit Zuckerglasur, sagte Brock. Nur Zuckerglasur. Keine seltsame Füllung. Ich weiß, wie sehr du es hast, in etwas zu beißen, ohne zu wissen, ob es mit Sahne oder Früchten gefüllt ist. Und sie sind frisch. Habe sie in einer Bäckerei in Shepherdstown gekauft, die den ganzen Tag über backt. In dem Karton lagen drei wirklich große Donuts mit einer unglaublich appetitanregenden Zuckerglasur. Es war ein so einfaches nichts Außergewöhnliches oder Spektakuläres. Aber er hatte sich erinnert. Ich konnte einfach nicht verstehen, wieso mir das etwas bedeutete. Ich war mir sicher, dass sich auch Serienkiller an Details über ihre Opfer erinnerten. Nichtsdestotrotz spürte ich, wie ein Teil der Anspannung meine verkrampften Muskeln verließ, als ich gegen heiße Tränen anblinzeln musste. Herrje, ich war viel zu emotional. Es waren nur Donuts. Danke. Ich räusperte mich. Das ist wirklich nett. Er suchte meinen Blick. Eilig ging ich an ihm vorbei in die Küche. Jillian, du isst ein, wenn ich einen esse, sagte ich und schnappte mir die Küchenrolle. Gott, ich war so dämlich, aber ich, ich hatte das vermisst, hatte es vermisst, jemanden in meinem Leben zu haben, der mich in und auswendig kannte. Denn niemand, niemand kannte mich so gut wie Brock. Ich drehte mich erst um, als ich mir sicher war, dass ich nicht mehr wirkte, als würde ich jeden Moment in Tränen ausbrechen. Dann trat ich um die Arbeitsfläche und legte ein paar Papiertücher auf den Tresen. Ich werde auf keinen Fall drei riesige Donuts alleine essen. Seit wann gilt denn die Regel? Ich musste lachen. Naja, ich bin nicht oder lief über meine Haut, als ich aufsah. In Brocks Augen lag etwas Intensives, fast Raubtierartiges, was ich nicht verstand. Und plötzlich traf mich die Erkenntnis wie ein Schlag. Nach sechs Jahren stand Brock Mitchell in meiner Wohnung, in meiner Welt. Damit hätte ich in hundert Jahren nicht gerechnet. Doch hier war er, überlebensgroß und ließ mein eigentlich großzügig geschnittenes Apartment viel zu klein wirken. Er war ein Mann, der nicht nur atemberaubend anzusehen war, sondern eine lebende Legende in der Welt der Mixed Martial Arts. Und das war noch nicht alles. Er war ein Mann, der eine schreckliche Kindheit überwunden und allen Statistiken und Schwarzmalern eine lange Nase gedreht hatte. Der alle Zweifel ausgeräumt hatte, als er sich nach oben kämpfte, eine üble Verletzung erlitten hatte, die ihn beinahe die Karriere kostete, nur um sein Comeback zu starten und alle Titel zurückzugewinnen, wieder und wieder. Brock trug ein Feuer in sich. So war es immer gewesen. Das war es, was mich vom ersten Moment an angezogen hatte, als ich ihn im Wohnzimmer gesehen hatte, wie er böse zu meinem Vater hochgestarrt hatte, obwohl Angst und Hunger ihn fast zerrissen hatten. Wir standen auf gegenüberliegenden Seiten der Arbeitsfläche, doch er überwand den Abstand, indem er seinen langen Arm ausstreckte. Sein Shirt diente sich um seine Muskeln, als er die Hand an meine Wange legte und seinen Daumen über meine Haut gleiten ließ, direkt über der Narbe. Ich schnappte überrascht nach Luft, als ich seine Berührung auf meiner Haut spürte. Meine Sinne schien durchzubrennen, wilde Lust entzündete ein Feuer an mir und brachte meine Brustwarzen dazu, sich zu verhärten. Brock berührte nur meine Wange, meine Narbe und mein Körper tickte bereits aus. Er erwiderte meinen Blick ein wenig zu lang, dann atmete er tief durch und ließ die Hand sinken. Ich hatte keine Ahnung, was er dachte, als er sich von mir abwandte, doch er hatte die Narbe berührt und ich konnte mir vorstellen, dass er etwas sagen wollte, was ich wahrscheinlich nicht hören wollte. Nervös griff ich meine Strickjacke und zog sie vor der Brust zusammen. Es wurde Zeit, dieses Gespräch wieder in gemäßigte Bahnen zu lenken. Also, warum bist du... Herr Gott, fluchte er und kniff die Augen zusammen, was ist da gerade über den Boden gehuscht? Ich wandte mich gerade rechtzeitig um, um zu sehen, wie Rages braunweißes Hinterteil unter der Couch verschwand. Oh, das ist Rage, mein Kater. Er hasst Menschen, also tut man am besten so, als gäbe es ihn gar nicht. Rage? Er sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Wut? Das ist ein interessanter Name. Nein, Rage mit H. Er ist nach einem Vampir benannt, einem Charakter aus einem Buch. Oh, Mademoiselle steckt ihre Nase immer noch in schmalzige Liebesromane. Zog er mich auf, dann schnappte er sich ein Papiertuch. Hast du noch mehr Küchentücher? Könnte sein, dass die nicht ausreichen. Halt die Klappe! Meine Lippen zuckten, als mir klar wurde, dass sich Brock auch in diesem Punkt nicht verändert hatte. Er zog gern Leute auf, nie bösartig, immer spielerisch. Für eine Sekunde dachte ich, es wäre eine Ratte. Er trat neben die Barhocker. Setz dich zu mir. Willst du was trinken? Wasser wäre gut. Natürlich bittet er um Wasser zum Donut, dachte ich, als ich mir selbst eine Cola schnappte. Wer wollte schon Wasser trinken, wenn auch etwas mit Kohlensäure und Zucker zur Auswahl stand? Ich schnappte mir eine Wasserflasche, stellte sie vor ihn und ließ mich auf den rechten Barhocker sinken, was dafür sorgte, dass sich Brock links von mir niederlassen musste. Erst nachdem ich mich gesetzt hatte, wurde mir klar, dass ich meine Haare nicht offen trug, sondern zum Zopf gebunden. Ich wollte bereits die Hand heben, um mir die Haarnadel zu lösen, die den Dutt hielt, überlegte es mir dann aber anders. Wieso sollte ich das tun? Es war ja nicht so, als hätte Brock mein Gesicht nicht schon gesehen. Und zwar zu einer Zeit, als ich um einiges schlimmer ausgesehen hatte als jetzt. Außerdem hatte er gestöhnt, als meine Geschmacksknospen von einem orgiastischen Rauschheim gesucht wurden. Es war so lange her, seit ich mir diese frittierten, zuckrigen Köstlichkeiten das letzte Mal gegönnt hatte. Schmeckt's? fragte Brock, als er mich unter halb gesenkten Lidern herausmusterte. Ich nickte mit vollem Mund. Er bedachte mich mit einem schnellen, breiten Lächeln. Gut, er sah kurz zur Seite. Weißt du, woran mich das erinnert? Ich hob nur die Augen braun, da der Donut keine Worte zuließ. Daran, wie wir immer spät nachts noch in der Küche saßen, weil du entschieden hattest, dass du Brownies oder Kuchen haben wolltest, meinte er. Ich schluckte einen köstlichen Bissen herunter und griff nach der Cola. Ich wollte mit Brock eigentlich nicht in Erinnerungen schwelgen, konnte der Versuchung aber nicht widerstehen. Um genau zu sein, wolltest du Brownies oder Kuchen. Er lachte leise, das ist nicht wahr. Ich bedachte ihn mit einem langen Seitenblick. Okay, gab er schließlich zu, ich war derjenige, der die gebackenen Brownies oder Kuchen essen wollte, aber du wolltest sie machen, weil du den rohen Teig essen wolltest. Er schlug die Augen nieder. Machst du das immer noch? Niemals. Erst vor zwei Tagen hatte ich es getan. Seine Miene verriet mir, dass er die Wahrheit kannte. Schweigend verspeisten wir die Donuts, wobei einer im Karton zurückblieb, den ich vertilgen würde, sobald Brock verschwunden war. Also, ich bin hergekommen, um mit dir zu reden. Brock wischte sich die Finger an einem Papiertuch ab, bevor er mich ansah, weil ich enttäuscht bin. Stirnrunzelnd wischte ich mir den klebrigen Zuckerguss von den Fingern. Weswegen? Ich bin enttäuscht von dir. Entschuldigung? Ich lehnte mich zurück. Er knüllte das Tuch zusammen und steckte es in die braune Papiertüte. Als du entschieden hast, zu bleiben und mit mir zusammen zu arbeiten. Für dich zu arbeiten, stellte ich richtig. Für mich zu arbeiten. Er senkte den Kopf und grinste, wobei er mich unter unglaublich dichten Wimpern heraus ansah. Als du entschieden hast, zu bleiben und für mich zu arbeiten, bin ich nicht davon ausgegangen, dass du dich die ganze Zeit vor mir verstecken würdest. Oh Mist. Ich bemühte mich, keine Miene zu verziehen. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Wirklich? Er klang irgendwie listig. Ich sehe dich nur, wenn wir ein Meeting mit den Angestellten haben. Normal, oder? Hielt ich dagegen. Wann immer ich zufällig aus meinem Büro komme, musst du plötzlich telefonieren. Ich biss mir von innen auf die Wange. Naja, ich telefoniere viel, um Preise für Werbeanzeigen zu vergleichen und aha, wie praktisch, diese Telefonate immer dann stattfinden, wenn ich gerade aus meinem Büro komme. Ich zwang mich dazu locker, mit den Achseln zu zucken. Und woher weiß ich das? Er legte sein Kinn in die Hand, stützte den Ellbogen auf der Arbeitsplatte ab und wirkte dabei viel zu selbstgefällig. Ich habe es heute überprüft. Ich habe Steve angerufen. Du weißt schon, sein Schreibtisch ist direkt vor deinem Büro. Ich habe ihn gefragt, ob du gerade telefonierst. Oh nein. Er hat nein gesagt. Ich schwieg. Brock wartete. Seufzend verschränkte ich die Arme vor der Brust. Und? Und nur eine Sekunde nachdem ich mein Büro verlassen habe, hängst du am Hörer. Was für ein Zufall, murmelte ich. Du hast anscheinend ein wirklich schlechtes Timing. Er zog eine Augenbraue hoch. Das ist Bullshit. Achten Sie auf Ihre Wortwahl, Mr. Mitchell, äffte ich ihn nach. Überraschung huschte über sein Gesicht. Dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. Ich starrte seine Kehle an, die direkt vor meinen Augen lag. Ich hatte nicht geahnt, dass eine Kehle so attraktiv sein konnte. Ohne Vorwarnung sprang Rage auf die Arbeitsplatte. Brock beugte sich vor. Hey, hallo du. Der Kater sah ihn an, mit aufgestellten zuckenden Ohren. Er starrte Brock an, als hätte er keine Ahnung, wieso sich ein zweites Männchen in der Wohnung aufhielt. Das war schließlich eine berechtigte Frage. Tut mir leid, er hat echt schlechte Manieren. Ich seufzte. Rage, runter. Der Kater machte sich auf der Arbeitsplatte bequem, hob eine Vorderpfote und leckte sie, ohne Brock aus den Augen zu lassen. Er hört wirklich toll, meinte er lakonisch, als er die Hand nach dem Kater ausstreckte. Tu das nicht, warnte ich, doch es war schon zu spät. Seine Finger befanden sich bereits in Beiß- und Kratzreichweite, also wartete ich auf den unvermeidlichen Angriff. Der nicht kam. Rage ließ seine Pfote sinken und schob den Kopf vor, um Brocks Fingerspitzen zu beschnüffeln. Dann bewegte Brock seine Hand weiter auf den Kater zu. Rage hielt still, nach ein paar Sekunden zog er die Hand zurück und Rage sprang auf den Boden. Seine Krallen klapperten auf dem Boden, als er durch den Flur tänzelte, wahrscheinlich in Richtung Schlafzimmer. Was war das? flüsterte ich, ehrfürchtig und auch ein wenig genervt. Er hasst alle Menschen mich eingeschlossen. Seltsam, er scheint ein ziemlich cooler Kater zu sein. Brock wandte sich wieder mir zu und legte die Unterarme auf dem Tresen ab. Auf jeden Fall gehst du mir aus dem Weg. Ich war immer noch vollkommen fasziniert davon, dass Rage Brock nicht gebissen oder zumindest angefaucht hatte. Der Kater war ein verräterischer Mistkerl der schlimmsten Sorte. Und ich will, dass du damit aufhörst. Hä? Ich blinzelte und konzentrierte mich wieder auf Brock. Er beugte sich vor und suchte meinen Blick. Ich verstehe, dass da einiges zwischen uns steht. Gott weiß, wenn ich die Zeit zurückdrehen und etwas ändern könnte, dann würde ich es tun. Du hast keine Vorstellung davon, wie dringend ich mir wünsche, ich hätte mich damals anders verhalten. Aber ich kann nicht zurück. Das ist unmöglich. Ich biss die Zähne so fest aufeinander, dass es mich fast wunderte, dass ich nicht die Arbeit zerstörte, die Ärzte an meinem Gesicht vorgenommen hatten. Aber als Andrew mir erzählt hat, dass du zugestimmt hast, den Job zu machen, war ich so verdammt erleichtert, weil ich wusste, dass ich dich dann nicht nur sehen würde, sondern endlich auch mit dir reden könnte. Er lehnte sich zurück und schüttelte langsam den Kopf. Wieder mit dir in Kontakt zu sein, bedeutet mir wirklich eine Menge Jillian. Ich weiß, dass ich jetzt dein Chef bin und ich weiß auch, wie das klingt, aber ich möchte mit dir befreundet sein. Ich hatte keine Ahnung, was ich dazu sagen sollte. Wir wissen beide, dass wir nicht zurückgehen können und so tun, als hätte ich nicht... Ein Muskel in seiner Wange zuckte, als sein Blick zur gegenüberliegenden Wand und zu den Regalen davor wanderte. Als hätte ich dich entschuldigt habe, ich habe dir schon hundertmal gesagt, dass es mir leid tut. Das hatte er. Aber diese Entschuldigungen reichen nicht aus. Ich musterte sein Profil. Ein schrecklicher Verdacht stieg in mir auf, als ich anfing zu verstehen, was er da sagte. Du musst nicht wegen dem mit mir befreundet sein, was passiert ist, weil du dich schuldig fühlst oder das ist es nicht. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Wieder lehnte er sich vor, bis nur noch wenige Zentimeter zwischen uns lagen. Ich will nicht, dass du zur Arbeit kommst und dir Stress machst, weil du mir eigentlich am liebsten aus dem Weg gehen willst. Ich will, dass du dich in der Academy wohl fühlst. Eine braune Strähne fiel in seine Stirn. Ich weiß, dass ich viel Freunde. Gott, früher einmal hätte diese Aussage mein Herz in tausend Stücke zerschlagen, aber jetzt wusste ich einfach nicht, was ich davon halten sollte. Brock und ich, so seltsam das angesichts unseres Altersunterschieds auch klang, waren beste Freunde gewesen. Es war schrecklich gewesen, die kindische Hoffnung aufzugeben, dass wir eines Tages ein liebes romanwürdiges romantisches Happy End erleben würden. Doch der Verlust der Freundschaft hatte mehr geschmerzt. Denn als ich Brock aus meinem Leben geworfen hatte, hatte ich auch meinen besten Freund verloren, meinen Seelenverwandten. Können wir das schaffen? fragte er. Ich meine es ernst. Als ich letzten Montag gesagt habe, dass sich das hier wie eine zweite Chance anfühlt, habe ich es ernst gemeint. Können wir es wenigstens versuchen? Ehrlich, ich war mir nicht sicher, hatte keine Ahnung, ob ich mit Brock befreundet sein konnte. Und zwar nicht, weil er damals meine Gefühle nicht erwidert hatte. Es hatte nicht mal etwas damit zu tun, was in dieser Nacht passiert war, in der mich Brock seiner Aussage nach auf übelste Weise im Stich gelassen hatte, weil ich ihn nicht für das verantwortlich machte, was geschehen war. Ich war mir einfach nicht sicher, ob wir befreundet sein konnten, ohne dass ich wieder ins Bodenlose stürzte, ohne dass ich wieder Gefühle für ihn entwickelte, die zwangsweise dazu führten, dass er mir erneut das Herz brach. Es war nicht so, als wäre ich in Bezug auf das andere Geschlecht besonders schwach. Aber Brock besaß eine Art magnetische Anziehungskraft, der man sich nicht widersetzen konnte, selbst wenn man es versuchte. Es hatte mit seiner Lockerheit zu tun, der Art, wie er Zuneigung verteilte, sobald er einen kennengelernt hatte, wie er vollkommen mühelos dafür sorgte, dass man sich fühlte, als wäre man die wichtigste Person in seinem Leben. In seiner Anwesenheit vergaß man augenblicklich, dass man nichts Besonderes klügste, stärkste Frau fühlte sich davon angezogen. Aber Brock war vergeben, er war verlobt, da stand diese mit Stacheldraht besetzte Mauer zwischen uns, eine deutliche Linie im Sand, die mir verbot, solche Gedanken auch nur in Betracht zu ziehen. Und wenn du nicht glaubst, dass wir das können, was muss ich tun, um deine Meinung zu ändern? Seine Miene wurde weich. Mehr Donuts oder andere Süßigkeiten? Ich bin noch M&Ms. Ich könnte dir wöchentlich einen Vorrat davon zukommen lassen. Ein Lächeln verzog meine Lippen, also legte ich eine Hand über den Mund. Was sagst du dazu? fragte er und stieß leicht meinen Arm an. Ich sah zu ihm auf, ließ die Hand sinken und beschloss, dass ich es zumindest versuchen konnte. Nicht zuletzt, weil es unsere Zusammenarbeit um einiges einfacher machen würde. Ich wurde es langsam leidständig so zu tun, als hinge ich am Telefon. Okay. Das Lächeln, das sich auf seinem Gesicht ausbreitete, bewies, dass ein Mann maskulin und schön zugleich sein konnte, denn dieses Lächeln raubte mir den Atem. Sofort stellte ich mir eine Mauer mit Stacheldraht und eine metertiefe Linie im Sand vor, nur um sicher zu gehen. Freunde, das konnte ich schaffen. Ich weiß, was ich tue. Nein. Brock, der hinter meinem Stuhl lauerte, griff an mir vorbei und schnappte sich die Maus. Ich glaube, du musst das anklicken. Nein, muss ich nicht. Ich schlug seine Hand zur Seite und eroberte mir die Herrschaft über die Maus zurück, um die Grafik so zu verschieben, dass sie mittig lag. Brocks seufzen bewegte die Haare über meiner Wange und jagte einen kleinen Schauder über meinen Rücken. Du musst einfach nur den zentrieren Button drücken, meinte er belehrend. Ach, das habe ich bereits getan. Ich lehnte mich nach rechts, als er erneut versuchte, sich die Maus zu schnappen, dann schlug ich noch mal auf seine Hand. Hast du nichts Besseres zu tun? fragte ich und ließ meinen Stuhl nach hinten rollen, was ihn dazu zwang, zur Seite zu treten. Anzeigen freizugeben ist meine Aufgabe. Ich wäre längst fertig, wenn du dich nicht ständig von hinten an mich ran machen würdest. Von hinten an dich ran machen? Er runzelte die Stirn. Das klingt irgendwie, sprich es nicht mal aus. Ein unschuldiger Ausdruck huscht über sein Gesicht. Anscheinend bin nicht ich derjenige, schmutzige Gedanken hat. Ich wollte nur sagen, dass es klingt wie eine schlecht übersetzte Anleitung aus dem Internet. Langsam und vorsichtig schob ich die Maus ein paar Millimeter zur Seite und schaffte es damit irgendwie die Grafik zu zentrieren. Geschafft! Du bist ja so talentiert! Ich warf ihm einen bösen Blick zu, doch Brock grinste nur. Paul erschien in der offenen Tür. Er war ein schlachsiger Mann mittleren Alters mit hellblondem Haar und leuchtend blauen Augen. Gekleidet in das Poloshirt der Leimer Academy und in eine schwarze Nylonhose passte er vom Aussehen her zu den Verkaufsangestellten in dieser Etage. Doch in Wirklichkeit war er ein Trainer aus dem ersten Stock. Er arbeitete hier, seitdem die Academy eröffnet hatte. Ich kannte Paul nicht wie jetzt gerade, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er meine Stelle für ziemlich überflüssig hielt. Die meisten Angestellten akzeptierten mich offenbar, genau wie Andrew behauptet hatte. Doch Paul sah mich an, als wäre ich so erwünscht wie eine Blase am Fuß. Außerdem erinnerte er mich an diesen Trottel, der in Philly gearbeitet und mich im Vorratsraum in eine Ecke getrieben hatte. Mr. Mitchell, den Blick von mir losriss und stattdessen Brock ansah. Ich habe da ein paar Schüler der Academy, die ich ihnen gern vorstellen würde. Er hob eine Akte, um herauszufinden, ob sie Trainingsaufnahmen von ihnen haben wollen. Bin gleich da. Brock stand auf, tippte mir auf die Nase, als wäre ich fünf Jahre alt, zwinkerte mir zu und schlenderte aus dem Büro. Natürlich beobachtete ich ihn dabei. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Er sah von hinten wirklich gut aus, was irgendwie nervte. Wo bekam er diese Hosen her? Und wieso brachten sie seinen Hintern so gut zur Geltung? Warum? Mit einem Kopfschütteln richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf den Computer und schubste noch ein paar Pixel von links nach rechts, bis die Anzeige fertig war. Ein paar Stunden später, nach dem täglichen Meeting im großen Konferenzsaal, sammelte ich und irgendwelche Pläne fürs Wochenende? Ich sah zu ihm hinüber. Den Kopf hielt er gesenkt, weil er allem Anschein nach den Verkaufsbericht studierte, den Jennifer abgeliefert hatte. Ähm, heute Abend passe ich auf die Kinder von Avery und Cam auf. Es ist ihr Dating Abend. Nett von dir, das an einem Freitag zu machen, meinte er. Dann fragte er, verbringst du deine Freitagabende immer so. Ich drückte den Papierstapel an meine Brust und starrte auf seinen Scheitel. Gewöhnlich nicht. Also gehst du auch mal aus? Ich runzelte die Stirn. Manchmal? Okay, das war eine üble Lüge, aber auf keinen Fall wollte ich, Brock erfuhr, dass ich gewöhnlich mit meinem gemeinen verräterischen Kater zu Hause saß und Brownie Teig aß. Morgen gehe ich mir eine Kunstausstellung ansehen. Brock hob langsam den Kopf, dann kniff er die Augen zusammen und sagte spöttisch, eine Kunstausstellung, das klingt aufregend. Sein neckender, fast schon hündischer Tonfall ging mir auf die Nerven. Er, Grady, führt mich aus. Grady, der kleine Kerl, mit dem du beim Abendessen warst? Kleiner Kerl? Er ist nicht klein, er ist winzig. Vielleicht verglichen mit deinem gigantischen Godzilla großen Astralkörper, aber nach normalen menschlichen Standards ist er das nicht. Ein Grinsen verzog seinen attraktiven Mund, als er sich in dem Stuhl am Kopf des Tisches zurücklehnte. Ich dachte immer, du magst meinen gigantischen Godzilla großen Astralkörper. Wenn ich mich recht erinnere, hast du es früher geliebt, dass ich dich hochheben und einen halben Meter hoch in die Luft oder ins Schwimmbad werfen konnte. Meine Wangen wurden heiß. Hastig sah ich über die Schulter zurück, froh, dass sich alle Angestellten weit vom Konferenzsaal entfernt aufhielten. Naja, ich bin nicht mehr zehn, Brock. Oh, er verschränkte die Arme vor sich auf dem Tisch und beugte sich vor. Ich erinnere mich daran, dass ich das auch noch getan habe, als du schon zwanzig warst. Die Hitze in meinen Wangen wurde unerträglich. Ergibt diese Unterhaltung irgendeinen Sinn? Er lachte leise und sah wieder auf seinen Bericht herunter. Eigentlich nicht. Ich beäugte ihn kurz, dann wollte ich mich schon umdrehen, nur um innezuhalten und mich ihm wieder zuzuwenden. Wir waren jetzt Freunde. Freundschaft bedeutete, dass auch ich ihn nach seinen Wochenendplänen fragen durfte. Hast du denn etwas vor? Nach der Arbeit fahre ich nach Philadelphia, antwortete er, den Blick immer noch auf den Bericht gerichtet. Wahrscheinlich fuhr er nach Hause zu Kristen. Vermutlich wohnten sie gemeinsam in seinem Haus außerhalb von Shepardstown. Sie waren verlobt, also ging ich einfach davon aus, dass sie zusammen wohnten. Behältst du das Haus in Pennsylvania? Brock schüttelte den Kopf. Nein, ich verkaufe es gerade. Also ist der Umzug hierher dauerhaft. Seht so aus. Ich freude und ignorierte es, weil ich den Grund dafür nicht näher beleuchten wollte. Ich wollte Brock nach seiner Verlobten fragen, aber das kam mir dann doch irgendwie zu seltsam vor. Naja, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, Brock. Dir auch, sagte er, doch als ich mich umdrehte und schon die Tür erreicht hatte, sagte er, ist der kleine Mann namens Grady jemand, mit dem du es was mit Grady passieren würde, doch das brauchte Brock auf keinen Fall zu erfahren. Ich freue mich darauf, ihn morgen zu sehen. Er sah mit einem milden Lächeln auf. Ich weiß, ich höre die Aufregung in deiner Stimme. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, dir Kunstwerke anzuschauen. Ich hatte das eindeutige Gefühl, dass er mich hänselte, aber ich verstand einfach nicht, warum. Den werde ich haben. Er legte den Kopf schräg. Du verdienst etwas Besseres. Wie bitte? Erneut legte er den Bericht weg, dann erwiderte er meinen Blick. Du hast etwas Besseres verdient als ihn. Für einen Moment konnte ich nicht antworten, dann lachte ich. Geht es dir noch ganz gut? Er biss die Zähne zusammen. Mir geht es prima. Ich frage mich das nur, weil zweist. Wut süß und mächtig kochte in mir hoch. Und ehrlich, weder geht es dich etwas an, noch darfst du überhaupt etwas in der Art sagen. Jetzt hatte ich Fahrt aufgenommen, ich schob das Kinn nach vorne. Wenn du wirklich mit mir befreundet sein willst, kannst du nicht solchen Mist von dir geben. Für einen Moment herrschte Schweigen. Dann sagte er, ich erkenne dich nicht wieder. Als ich nicht antwortete, weil ich auf diese Aussage absolut nicht gefasst gewesen war, hob er den Kopf. Ich kenne die alte Jillian. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und dir von ihr erzählen. Aber diese Jillian, ich kenne sie nicht. Ein trockenes Grinsen verzog seine Lippen, was nicht heißt, dass ich sie nicht kennenlernen will. Ich konnte ihn nur anstarren, während mir der Gedanke durch den Kopf schoss, dass vielleicht etwas mit seinem Gehirn nicht in Ordnung war. Übrigens, ich möchte etwas klarstellen, sagte er ohne wegzusehen. In den letzten zwei Wochen gab es keinen einzigen Moment, in dem ich dich angesehen und das kleine Mädchen gesehen habe, das ich früher ins Schwimmbad geworfen habe. Ich sehe eine Frau, eine wunderschöne Frau. Dreh dir bloß nichts anderes ein. In dieser Nacht lag ich im Bett, ohne dass es mir gelang, mein Hirn so weit zu beruhigen, dass ich schlafen oder in mein aktuelles Buch eintauchen konnte. Stattdessen starrte ich an die Decke und dachte immer wieder über das nach, was Brock zu mir gesagt hatte, bevor ich gegangen war. Es ging nicht um das Kompliment, dass ich schön sei. Brock verteilte Komplimente wie andere Leute Bonbons an Halloween. Angesichts dessen, was mit meinem Gesicht geschehen war, sah ich nicht schlecht aus. An einem guten Tag konnte man mich sogar als halbwegs hübsch bezeichnen. Aber schön war ich auf keinen Fall. Nein, darum ging es nicht, auch wenn es aus seinem wohlgeformten Mund sehr gut geklungen hatte. Ich dachte über den Teil seiner Aussage nach, indem er mir erklärt hatte, dass er kein kleines Mädchen mehr sehe, wenn er mich anschaue. Ich musste ständig an den Tag zurückdenken, an dem ich gedacht hatte, ich würde genau das ändern. Ich stand in meinem alten Schlafzimmer und musste mich nicht mal umsehen, um zu wissen, dass es genauso aussah, wie vor drei Jahren, als ich es verlassen hatte. Kleinmädchenbett, Kleinmädchenkommode, Kleinmädchennachtisch. Poster von meinen verfilmten Lieblingsbüchern hingen an den Wänden. Auf dem Fensterbrett saß ein alter Teddybär zwischen blauen und rosafarbenen Dekokissen, deren Farben immer noch genauso leuchteten wie an dem Tag, als Mom sie dort drapiert hatte. Eine Wand wurde vollständig von einem Bücherregal eingenommen, lediglich unterbrochen von zwei Türen, die zum Wandschrank und zum Schlafzimmer führten. Hunderte Bücher stapelten sich auf den Brettern, sorgfältig geordnet nach Genre und dem Namen des Autors. Mom hatte die Liebe zum Lesen im Teenager-Alter in mir geweckt, und ich hatte in den letzten Jahren vor allem historische Liebesromane verschlungen. Die alten, leicht muffig riechenden Taschenbücher lagen übereinander, teilweise in drei Reihen. Ein gesamtes Regal war Young Adult Roman vorbehalten, dann folgten die Erwachsenen Liebesromane, die ich sammelte, oder vielmehr anhäufte. Die Handlungen reichten von herzerwärmend bis zu fast schon peinlich schmonzettenhaft. Das letzte, vierte Regal war erst halb gefüllt. Darin standen ein paar Thriller und die alten Schulbücher, die ich nicht verkauft hatte, aber auch nicht in meinem Wohnheimzimmer in Shepherd unterbringen konnte. Mein Schlafzimmer rief viele gute Erinnerungen hervor. Daran, wie ich zusammengerollt mit einem Buch auf der Fensterbank lag und las. Wie ich spät nachts auf der einen Seite des großen Bettes lümmelte und vor mich hinträumte. Wie ich am Fenster stand, dem über der Einfahrt und nach einem der vielen Familienessen dabei zusah, wie Brock davon fuhr. Mich in diesem Raum aufzuhalten, vermittelte mir aber auch ein wenig das Gefühl, als wäre ich immer noch dieses kleine Mädchen. Als würde ich nie erwachsen werden und ausziehen. Aber ich war nicht mehr mein kindliches Ich. Ich ging zur Kommode, auf der ich das St. Sebastian-Medaillon abgelegt hatte, das ich in einem Hippieladen in Shepherdstown gefunden hatte. Es hatte ungefähr die Größe einer Viertel-Dollar- Münze und hing an einer alten Silberkette. Ich hatte einmal gelesen, dass Sebastian der Schutzheilige der Sportler war. Also kaufte ich ein Medaillon mit dem heiligen Sebastian drauf für Brock, wann immer mir eins begegnete. Vorsichtig hob ich die Kette hoch und verstaute sie in einer kleinen Innentasche meiner Handtasche. Dann trat ich vor den großen Spiegel. Ich erkannte die Person kaum, die mir entgegenstarrte. Ich trug das Haar offen und hatte eine gute Stunde mit dem Lockenstab darauf verwendet, damit es in sanften Wellen über meine Schultern hing. Ich hatte es geschafft, meinen Pony zur Seite zu kämmen und mit einer halben Dose Haarspray dort zu fixieren. Ich trug tatsächlich Eyeliner. Es hatte mich fünf Versuche gekostet und ich war mir immer noch nicht sicher, ob ich es hinbekommen hatte, obwohl ich mir das Tutorial von 13-Jährigen auf YouTube angesehen hatte. Man fühlte sich nie unfähiger als beim Anblick eines kleinen Mädchens, das sich besser schminken konnte als man selbst. Doch der schimmernde, lilafarbene Lidschatten verlieh meinen braunen Augen Wärme. Der rote Lippenstift ließ meine Lippen voller wirken. Und das bronzefarbene Puder auf meinen Wangen betonte meinen dunklen Teint. Verschwunden waren die weiten, formlosen Shirts und Röcke, die ich für gewöhnlich trug. Ich hatte dieses Kleid speziell für diesen Abend gekauft. Noch nie zuvor hatte ich so etwas getragen. Es war schwarz und lag eng an der Brust an, um zu betonen, was ich normalerweise verbarg. Über Bauch und Hüften fiel der Stoff locker und kaschierte so die Rundung in meiner Hüfte, die kein Ausdauertraining der Welt verschwinden lassen konnte. Der Rock reichte bis zur Mitte meiner Oberschenkel. Und ich trug sogar hohe Absätze. Schwarze Pöms mit einer Menge Riemchen. Es war gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass ich mir heute Abend den Hals brechen würde, aber ich fühlte mich, ich fühlte mich hübsch, vielleicht sogar sexy. Meine Wangen brannten und ich rollte mit den Augen. Dann spielte ich nervös an meinem Armreif herum, bevor ich mich umdrehte und auf die Uhr sah. Ich würde bald aufbrechen müssen. Mein Magen hüpfte unruhig auf und ab, also zwang ich mich tief durchzuatmen und mich wieder dem Spiegel zuzuwenden. Ich spürte ein Flattern im Bauch. Ich hatte so viel Zeit mit Brock verbracht, quasi Jahre. Wir hatten uns im Schwimmbad hinter dem Haus herumgetrieben, in langen Sommertagen und noch längeren Nächten. Hatten zusammen mit meiner Familie gegessen und Seite an Seite auf der Hollywood-Schaukel gehockt. Ich war hinter ihm und meinen Onkeln hergelaufen, wann immer sie zum Fußballspielen oder zum Training in die Academy aufbrachen. Katie hatte vorhin recht gehabt. Ich war Brocks Schatten, seitdem ich acht und er vierzehn war. Die meisten Jungs seines Alters wären genervt gewesen von einem Mädchen, das ihnen jede Sekunde des Tages auf dem Fuß folgte. Doch Brock hatte mir nie das Gefühl gegeben, unerwünscht zu sein oder ihn zu nerven. Trotz des Altersunterschieds zwischen uns war er mein bester Freund, seitdem ich denken konnte. Wenn meine Onkel und Cousins nicht wollten, dass ich mitkam, war er da, um sich für mich einzusetzen. Er sorgte stets dafür, dass ich einbezogen wurde. Er sprach mit mir über seinen Vater und seine Mutter, über Dinge, über die er mit niemand anderem redete, besonders nicht mit den Mädchen, mit denen er herumwachte. Wir teilten Geheimnisse und Geschichten. Als es für mich in der Highschool heftig wurde, wurde er, wann immer wir uns sahen, zu meiner Zuflucht. Er behandelte mich nie anders, weil mein Vater mein Vater war oder meine Familie gewisse Dinge für ihn tat. Und als sich alle Kerle in der Schule wegen besagter, verrückter Familie zu sehr fürchteten, um mich zu fragen, ob ich mit ihnen auf den Abschlussball gehen wolle, war es Brock, der mich begleitete, nachdem ich erklärt hatte, ich würde nicht hingehen. Die Erinnerung brachte mich zum Lächeln. Der Ball war vollkommen verrückt gewesen. Ich war 17 und Brock war gerade 23 geworden. Mal abgesehen von der Tatsache, dass er der Älteste dort und schon das super seltsam war, war Brock außerdem bereits eine kleine Berühmtheit. Ich war mir ziemlich sicher, dass er an diesem Abend mehr Zeit damit verbrachte, für Fotos zu posieren, als mit mir zu tanzen. Wäre ich nicht schon vorher in ihn verliebt gewesen, hätte ich an diesem Abend mein Herz an ihn verloren. Er war für mich immer nur ein älterer Bruder gewesen, bis, naja, bis ich angefangen hatte, ein wenig zu deutlich zu bemerken, wie sich die Muskeln an seinen Armen anspannten oder dass seine Unterlippe ein wenig voller war als seine Oberlippe. Mit 17 hatte er sich das erste Tattoo stechen lassen, das erste von vielen, und ich hatte endgültig aufgehört, ihn als Bruder zu betrachten. Dummerweise hatte er nie aufgehört, mich wie seine kleine Schwester zu behandeln. Doch der heutige Abend würde das ändern. Ich bin bereit, sagte ich laut zu meinem Spiegelbild. Ich war an diesem Samstagabend bereit gewesen zu ändern, was zwischen uns war. Nur, dass diese Nacht damit geendet hatte, dass er das Mädchen traf, das seine Verlobte werden sollte, und ich im Krankenhaus landete. Halbtot. Grady hielt meine Hand, als wir die Kunstausstellung verließen und in die schnell abkühlende Abendluft des Oktobertages traten. Es war später, als ich erwartet hatte. Wir hatten noch schnell in einem der Restaurants an der German Street zu Abend gegessen und uns einen Kaffee gegönnt, bevor wir das Zentrum für Gegenwartskunst besucht hatten. Es war nett gewesen. Wirklich nett. Die Gespräche waren angenehm und uns gingen nicht die Themen aus. Grady hatte mir davon erzählt, wie es war, im westlichen Maryland aufzuwachsen und wie er seine Sommer damit verbracht hatte, seinem Großvater auf der Farm zu helfen. Er fuhr immer noch oft dorthin. Ich erklärte ihm, wie es war, im Haushalt der Leimers aufzuwachsen. Obwohl ich wusste, dass er keine Ahnung von Mixed Martial Arts oder irgendetwas anderem in dieser Richtung hatte, schien er ernsthaft an dem interessiert, was ich zu sagen hatte. Als wir jetzt zu unseren Autos wanderten, ging mir eine Menge durch den Kopf. Es war seltsam, den Campus wiederzusehen, nachdem ich mein Studium drei Semester vor dem Abschluss geschmissen hatte. Als ich mich jetzt umsah und die ganzen Studenten zwischen den Wohnheimen betrachtete, erinnerte ich mich daran, wie es gewesen war, bevor ich an diesem Wochenende nach Hause gefahren war und auch, als ich endlich aufs College zurückgekehrt war. Ich ertappte mich dabei, dass ich darüber nachdachte, wie ich herausgefunden hatte, dass Brock mit Kristen verlobt war. Da ich seitdem jeder Nachricht über ihn aus dem Weg gegangen war, war ich ziemlich gut darin geworden, meine Familie einfach auszublenden, wenn sie in der Vergangenheit über ihn gesprochen hatte. Damals allerdings war mir das nicht gelungen. Es war geschehen, direkt nachdem ich die Entscheidung getroffen hatte, das College zu verlassen. Ich war fast gestorben. Ich hatte Narben, um es zu beweisen. Ich konnte mich einfach nicht mehr dazu überwinden, Stunden meines Lebens darauf zu verschwenden, in Hörsälen zu sitzen und zu studieren, um Dinge zu lernen, die ich im wahren Leben nie anwenden würde. Wenn ich jetzt zurückblickte, ohne die intensiven Gefühle von damals, wusste ich, dass es nicht unbedingt der Hunger nach Abenteuern gewesen war, der mich vom College vertrieben hatte. Ich hatte an Depressionen gelitten. Später hatte ich herausgefunden, dass viele Leute nach einem traumatischen Erlebnis Depressionen bekamen, oft erst Jahre nach dem eigentlichen Vorfall. Ich war ruhelos gewesen, ohne jede Lust, meine Kurse zu besuchen oder Leute zu sehen. Ich hatte es nicht mal geschafft, längere Zeit zu lesen. Nichts hatte mich interessiert. Ich hatte das College geschmissen und war nach Hause zurückgekehrt. Für meine Eltern war es eine bittersüße Erfahrung gewesen und ich hatte gewusst, dass sie mich bei sich haben wollten, wenn auch nicht unter diesen Umständen. Eines Abends hatte Mom mich nach dem Abendessen zur Seite genommen, um mir zu eröffnen, dass Brock Christen einen Antrag gemacht hatte, den sie angenommen hatte. Seit jener Nacht waren zu diesem Zeitpunkt zwei Jahre vergangen. Zwei Jahre und Brock kämpfte im Fernsehen. Er war mit dem Mädchen verlobt, mit dem er an diesem Abend geflirtet hatte. In diesem Moment, als meine Mutter mir das sagte, wurde mir klar, dass es nichts gab, worüber Brock hinwegkommen musste, weil er niemals solche Gefühle für mich gehegt hatte, wie ich für ihn. Er machte weiter, weil es nichts gab, was ihn zurückhielt. Sein Leben explodierte auf die bestmögliche Art, während meines in sich zusammengefallen war. Alles, was ich mir je gewünscht hatte, ein College-Abschluss, für meine Familie arbeiten, Reisen, Lebensglück und Liebe, befand sich außerhalb meiner Reichweite. Also war ich sechs Monate lang zu Hause geblieben, hatte mir den Job bei der Versicherungsfirma gesucht und war wieder nach Martinsburg gezogen. Und jetzt fing ich an, mir die Dinge zurückzuerobern, die ich mir immer gewünscht hatte. Ich war glücklich. Ich arbeitete für meine Familie und ich... Ich holte zitternd Luft und spähte zu Grady. Wir hielten neben meinem Auto an und wandten uns einander zu. Er war nicht klein. Grady war mindestens vier oder fünf Zentimeter größer als ich. Also konnte ich normale Pumps tragen. Aber ja, im Vergleich zu Brock war er nicht groß. Der musste an der 1,90 kratzen. Oh mein Gott, ich konnte nicht über ihn nachdenken, während ich ein Date mit Grady hatte. Ich habe mich gefragt, meinte Grady. Gleichzeitig errötete er ein wenig. Es war entzückend. Würdest du nächste Woche gern mal Abendessen gehen? Ein Lächeln verzog meine Lippen, also senkte ich mein Kinn ein wenig. Das... Das wäre sehr nett. Das ist also ein Jahr? Ich nickte. Freut mich. Er drückte meine Hand. Ich hatte mich schon darauf eingestellt, um ein zweites Date betteln zu müssen. Ein zweites Date? Das klang wirklich nett. Betteln ist nicht notwendig, meinte ich lächelnd. Naja, es wird langsam spät, sagte er, während er meinen Blick suchte. Allerdings. Er trat ein Stück vor. Seine Hand ließ meine Finger los und glitt zu meinem Ellbogen. Ich atmete zitternd ein, als Grady den Kopf schief legte, um seinen Mund auf eine Höhe mit meinem zu bringen. In diesem Moment wurde mir klar, dass er mich küssen wollte. Er würde es wirklich tun. Es war so lange her, seit ich zum letzten Mal geküsst worden war. Und jetzt würde es geschehen. Er schlug die Augen nieder. Sein Mund kam direkt auf meinen zu. Grady beugte sich vor, senkte leicht den Kopf und auch ich schloss die Augen. Und dann, in der letzten Sekunde, drehte ich ohne darüber nachzudenken den Kopf, sodass Grady's Lippen lediglich über meine Wange glitten. Wärme stieg in mir auf. Eine Mischung aus Verlegenheit und Enttäuschung. Warum hatte ich das getan? Er hatte mich küssen wollen. Ich hatte es auch gewollt. Oder? Doch, versicherte ich mir selbst, als ich die Augen öffnete und seinen fragenden Blick bemerkte. Ich war nur vorsichtig. Ich zwang mich zu einem unsicheren Lächeln, das wahrscheinlich eher wie eine Krimasse aussah. Ich hatte heute wirklich viel Spaß. Ehrlich? fragte er. Ich nickte. Ehrlich. Er musterte mich forschend. Dann erschien ein jungenhaftes, charmantes Grinsen auf seinem Gesicht. Dann gehen wir nächste Woche Abend essen? Mittwoch? Mittwoch passt. Als ich Grady diesmal vorlehnte, wich ich nicht aus. Doch er umarmte mich nur. Ich erwiderte die Umarmung und sagte mir selbst, dass ich mich das nächste Mal, wenn er mich küssen wollte, nicht wegdrehen würde. Ich würde es zulassen. Das riesige Omelett war kochend heiß und gefüllt mit so gut wie jeder Fleischsorte. Würstchen, kanadischem Speck und Schinken. Natürlich gab es auch ein wenig Gemüse, Paprika und Pilze und Käse. Jede Menge Käse. Es war mir vollkommen egal, dass Käse kein Gemüse war. Avery hatte sich für die Steak- und Spiegelei-Variante mit knusprigem Speck entschieden. Auf ihrem Teller lag ein wirklich großes T-Bone-Steak. Uns gegenüber saß eine sehr schwangere Theresa vor einem Stapel Pfannkuchen. Dazu eine Schüssel mit Früchten und ein Teller voller Würstchen. Ich war mir sicher, nicht mal ihr Freund Jace könnte einen solchen Berg Lebensmittel verdrücken. Gott, ich liebte es, dass die Mädels genauso viel aßen wie ich. Der Sonntagsbrunch war eine Tradition, die noch in Pennsylvania begonnen hatte und von der Freundinnen-Clique in West Virginia weitergeführt worden war. Weil ich die Mädels über gemeinsame Freunde kennengelernt hatte, war ich jeden Sonntag eingeladen gewesen. Seit dem Moment, als ich vor Jahren am Shepherd aufgetaucht war. Ich hatte öfter ab als zugesagt, aber an der Statistik arbeitete ich ja gerade. Ich futterte mein Omelett, als Averys Handy-Display aufleuchtete. Sie legte ihr Messer ab und griff mit einem Lächeln nach dem Telefon. Oh Mann! Avery legte das Handy mitten auf den Tisch, sodass wir ein Foto von Jack, Jaces Sohn, aus einer früheren Beziehung sehen konnten. Er kniete auf allen Vieren auf dem Boden und eine sehr glückliche Ava saß auf seinem Rücken. Jack war etwa zehn. Mir fiel es schrecklich schwer zu schätzen, wie alt Kinder waren. Wahrscheinlich wurde man besser, wenn man selbst welche bekam. Jack ähnelte Jace so sehr, dass es schon fast unheimlich war. Mit seinem dichten rotbraunen Haarschopf und den wunderschönen grauen Augen würde er schon bald Herzen brechen. Neben den beiden Kindern erkannte ich zwei angeleinte Schildkröten auf dem Boden. Anscheinend hatte Jack gerade versucht, die Tiere auszuführen, als Ava auf seinen Rücken geklettert war. Oh, Ava schwebt im siebten Himmel! Teresa schob sich ein Stück Wassermelone in den Mund, um dann den Kopf zu senken, als ein Tropfen Saft auf ihren kugelrunden Bauch tropfte. Sie seufzte. Ava ist in Jack verliebt, erklärte Avery, bevor sie Teresa angrinste. Wann immer er vorbeischaut, folgt ihm Ava auf Schritt und Tritt. Es ist so süß! Ist es, stimmte Teresa zu und spießte ein Würstchen mit der Gabel auf. Ich bin mir sicher, Cam wird begeistert sein, sobald Ava etwas älter ist. Avery verdrehte die Augen. Er wird hundert pro einer dieser Väter werden, ihr wisst schon. Die Art von Dad, die vor den Jungen, mit denen Ava ausgeht, eine Schrotflinte zerlegt. Teresa zog eine Augenbraue hoch. Hat Cam überhaupt eine Waffe? Nein, aber ich wette, sobald Ava sechzehn ist, wird sich das ändern. Ich lachte, als ich ein weiteres Stück Omelett abschnitt. Danke nochmal, dass du für uns auf Ava und Alex aufgepasst hast, sagte Avery zum hundertsten Mal. Du hast ja keine Ahnung, wie schwer es ist, rechtzeitig loszukommen, wenn man Kinder hat. Sie deutete mit der Gabel auf Teresa. Zumindest ist Jack alt genug, um keine ständige Bewachung zu brauchen. Warte nur, bis das Baby da ist. Zeit für Sex wird purer Luxus. Dank Jillian waren wir in der Lage, hoffentlich nicht Baby Nummer drei zu zeugen. Das fiel dann wohl unter. Dinge, die ich nicht wissen will, nur weil ich auf ihre Kinder aufpasse. Du hast schon recht, aber wir haben einen familieneigenen Babysitter, antwortete Teresa. Jack! Stimmt, meinte Avery. Teresa rieb sich kichernd den prallen Bauch. Auf jeden Fall, wo dein Wille ist, da ist auch ein Gebüsch, sagte sie und tauchte ihr Würstchen in eine Sirupfütze. Übrigens, Jillian, glaub nicht, dass wir nicht bemerkt hätten, wie wenig du bei dem Bericht über dein Date ins Detail gegangen bist. Avery zog die Augenbrauen hoch. Du hast gesagt, ihr hättet Spaß gehabt und würdet am Mittwoch gemeinsam zu Abend essen. Aber habt ihr, du weißt schon, sie rammte mir den Ellbogen in die Seite, habt ihr euch geküsst? Oder noch mehr? Hattet ihr Sex? fragte Teresa. Ich hustete, weil ich mich an einem Schinkenwürfel verschluckt hatte. Nein, kein Sex. Nicht, dass irgendetwas falsch wäre an Sex beim ersten Date, fügte ich schnell hinzu, denn ehrlich daran konnte ich nichts Schlimmes finden. Es war nur nichts für mich, weil mir das zu schnell war und ich mich in Bezug auf Beziehung eher mit der Geschwindigkeit einer dreibeinigen Schildkröte bewegte. Er hat versucht, mich zu küssen. Versucht? Teresa runzelte die Stirn. Ich griff nach meiner Cola und zuckte mit den Achseln. Ich habe den Kopf weggedreht, als er sich vorgelehnt hat. Ich habe es so nicht geplant, sondern einfach nicht nachgedacht. Oh, meinte Avery. Sie klang enttäuscht. Was? fragte ich. Nichts. Sie schnitt ein Stück Steak ab. Ich trank einen Schluck und stellte das Glas wieder ab. Das klang nicht nach nichts. Ich glaube, es war ein, wenn du wirklich willst, dass sie dich küssen, drehst du nicht den Kopf weg, Geräusch, erklärte Teresa. Ich wollte mich von ihm küssen lassen, rief ich, nur um dann rot anzulaufen, als sich eine weißhaarige Frau am Nebentisch zu mir umdrehte. Wirklich, es ist nur ... Ich habe nicht viel Erfahrung. Teresas Augen wurden groß wie Suppenteller. Bist du ... Nein, ich bin keine Jungfrau mehr, sagte ich und rutschte unruhig auf der Bank herum. Aber ich hatte erst eine Beziehung. Der Kerl war ein Idiot, erklärte Avery. Sicher, das weiß ich, aber davor gab es niemanden? Oder danach? fragte Teresa. Ich schüttelte den Kopf. Es fällt mir nicht leicht. Während ich mir einen riesigen Bissen Omelette auf die Gabel spießte, dachte ich darüber nach, wie viel ich zugeben wollte. Was sollte ich Ihnen sagen? Würden Sie es wirklich verstehen? Teresa und Avery waren hübsche Frauen, jede auf ihre Weise wunderschön. Ich stinke bei dieser ganzen Datingsache einfach ab, fuhr ich fort. Ich habe einen wirklich schlechten Geschmack bei Männern. Ich meine, ich will nicht sagen, dass Grady schlimm wäre. Es ist nur, ich ... Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich gerade rede. Ignoriert mich einfach. Teresa warf Avery einen Blick zu, dann lehnte sie sich so weit vor, die ihr Bauch es eben erlaubte, was nicht besonders weit war. Wir waren auch schrecklich schlecht in dieser Datingsache. Besonders Avery. Stimmt, erklärte sie glücklich und schnitt sich noch ein Stück Steak ab. Wenn ich zurückblicke, überrascht es mich immer noch, dass Cam und ich zusammengekommen sind. Ich war ... Naja, ich habe mich total gegen die Vorstellung gewehrt, mit jemandem auszugehen. Gerettet hat mich seine eiserne Entschlossenheit. Teresa lehnte sich wieder zurück und legte eine Hand auf den Bauch. Weißt du, ich glaube, ich habe dir das nie erzählt. Aber der Kerl, mit dem ich an der Highschool zusammen war, ein echter Mistkerl, er hat mich geschlagen. Fast hätte ich meine Gabel fallen gelassen. Das hatte sie mir in der Tat nicht erzählt. Das wusste ich nicht. Lass es mich mal so ausdrücken. Als Cam das herausgefunden hat, ist die Sache ziemlich schnell aus dem Ruder gelaufen. Was ich damit eigentlich sagen will, ist Folgendes. Auch ich hatte einen schrecklichen Männergeschmack. Dessen musst du dich nicht schämen. Besonders nicht, wenn du erkanntest, dass du dieses Problem hattest. Und ich sage absichtlich hattest. In der Vergangenheitsform. Es ist okay, dass du den Kopf abgewendet hast, als Grady versucht hat, dich zu küssen. Vielleicht bist du einfach noch nicht bereit, eine Beziehung mit ihm einzugehen. Ich nickte langsam und stocherte in den Resten meines Omelettes herum. Ich war nicht mehr 19. Ich war inzwischen 26. In vier Jahren würde ich 30. Wann wäre ich endlich bereit? Wann würde ich endlich... ...normal sein? Glücklicherweise wechselten die beiden das Thema und sprachen darüber, wie sehr sie sich wünschten, Tanzunterricht anzubieten. Ich hasste es, mich so zu fühlen wie im Moment. Zugeben zu müssen, dass ich manchmal so wenig Selbstbewusstsein besaß. Zu behaupten, es wäre mir peinlich, wäre noch eine Untertreibung. Niemand mochte eine Frau, die in den Spiegel schaute und nicht sehen wollte, was sie dort sah. Was vollkommen lächerlich war, wenn man mal darüber nachdachte. Ich popelte genervt mit der Gabel einen Pilz aus meinem Omelette und erinnerte mich daran, wie es gewesen war, als Abby wieder in Kontakt mit Colton gekommen war. Sie hatte sich zu dieser Zeit so unwohl mit sich selbst gefühlt. Die Vorstellung, mit ihm intim zu werden, hatte sie vollkommen verängstigt. Gleichzeitig war es ihr peinlich gewesen, das auch nur zuzugeben. Was hatte ich damals zu ihr gesagt? Irgendwas davon, dass sie kein weniger wertvoller Mensch war oder sich schlecht fühlen musste, nur weil sie kein besonderes Selbstbewusstsein besaß. Das machte sie nur normal, sogar durchschnittlich, weil die durchschnittliche Frau dort draußen nicht täglich an sich herab sah und sagte, verdammt bin ich heiß. Jeder hatte Augenblicke, in denen er an sich selbst zweifelte oder Probleme damit hatte, sich im Spiegel zu betrachten, aus Gründen, die weit über das bloße Aussehen hinausgingen. Ich hatte Aufforderungen, doch mehr Selbstbewusstsein zu zeigen, bislang immer als Schlag ins Gesicht empfunden. Wie sollte das dafür sorgen, dass man sich besser fühlte? Aber im Ernst, ich musste mir selbst gegenüber wirklich mal ein Auge zudrücken. Ich schob mir den Pilz zusammen mit einem Stück Omelette in den Mund, dann spitzte ich die Ohren, als ich Avery sagen hörte, »Wir bräuchten einfach nur geeignete Räumlichkeiten für ein Studio. Ehrlich, nur einen großen Raum. Aber du weißt ja, alles, was ich mir in der Stadt angeschaut habe, war renovierungsbedürftig. Und die Mieten waren absurd hoch.« »Worüber redet ihr gerade?«, fragte ich. Theresa spielte an ihrer Serviette herum und faltete sie zu immer kleineren Vierecken, als sie sagte, »Du weißt doch, dass Avery und ich gerne unser eigenes Tanzstudio eröffnen würden.« »Wir wollen klein anfangen und zu Beginn nur ein paar Kurse anbieten, weil ich offensichtlich eine Weile außer Gefecht gesetzt bin.« Sie tätschelte ihren Bauch. »Also brauchen wir einen Raum. Aber was wir bisher in der Stadt gesehen haben, ist einfach nur lächerlich.« »Entweder zu groß oder zu klein,« stimmte Avery zu, »und fast immer viel zu teuer.« »Wenn man bedenkt, wie viel wir noch hineinstecken müssten, um den Raum in ein Tanzstudio zu verwandeln, am liebsten würden wir ja was pachten.« Mir kam eine Idee. Ich konnte einfach nicht glauben, dass mir der Gedanke bisher noch nicht gekommen war, obwohl ich schon oft gehört hatte, wie sie über ihren Traum eines Studios gesprochen hatten. Allerdings war ich bisher auch nicht in der Position gewesen, ihnen etwas in dieser Art anzubieten. »Wir haben noch ziemlich viel Platz in der Academy, im Erdgeschoss und im ersten Stock. Wir versuchen gerade, die Räume zu vermieten,« erklärte ich und sah zwischen den beiden hin und her. »Momentan stehen die Räume leer.« »Wahrscheinlich wäre einiges an Arbeit nötig, um sie als Studio herzurichten, aber ich weiß, dass mein Vater verschiedene Services in seinen Räumlichkeiten anbieten will, unter der Dachmarke der Lima Academy.« »Ich bin mir bewusst, dass ihr beide lieber euer eigenes Ding durchziehen würdet, aber...« »Irgendwann wollen wir natürlich unser eigenes Studio, aber wir wissen auch, dass wir im Moment weder das nötige Kleingeld noch das Renommee haben,« sagte Avery schnell. Sie wippte aufgeregt auf und ab. »Teil einer Organisation wie der Lima Academy zu werden, wäre besser als alles, was wir uns je erträumt haben.« Auch Theresa wirkte begeistert. »Musst du die Erlaubnis deines Vaters einholen?« »Nein, erst mal nicht. Ich muss nur mit...« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Ich muss mit Brock reden und herausfinden, was er davon hält. Wenn ich ihn überzeugen kann, könnte es gut sein, dass es klappt. Ihr könnt gern mal vorbeischauen und euch alles ansehen. Dann reden wir darüber, was gemacht werden müsste und wie viel es kosten würde.« »Das klingt toll,« sagte Avery und wechselte einen erfreuten Blick mit Theresa. Zum ersten Mal seit langer Zeit lächelte ich breit, ohne es zu verstecken. Erfüllt von nervöser Aufregung, wartete ich am Montag auf Brock. Als er endlich an meinem Büro vorbeiging, mit gesenktem Kopf den Blick konzentriert auf sein Smartphone gerichtet, sprang ich förmlich von meinem Stuhl. Allerdings fand ich es seltsam, dass er weder kurz bei mir hereinschaute, noch mir zuwinkte, wie er es bisher jeden Tag getan hatte. Also setzte ich mich wieder, weil ich es für besser hielt, noch etwas abzuwarten. Ganz abgesehen davon, dass ich ihm wahrscheinlich ein paar Minuten Zeit geben sollte, um anzukommen. Schließlich war es Montagmorgen. Eine halbe Stunde war vergangen, als ich mir die Kaffeetasse schnappte und in Richtung seines Büros ging, nur um dann abrupt Richtung Pausenraum abzubiegen. Es war sicher eine gute Idee, ihn mit einer frischen Tasse Kaffee zu bezirzen. Da ich wusste, dass er seinen Kaffee schwarz trang, nahm ich mir eine der sauberen Tassen mit dem Academy-Logo und füllte sie. Auch ich goss mir nach, bevor ich einen Beutel Zucker hineinschüttete. Ich drehte mich um und zuckte leicht zusammen, als ich Paul direkt hinter mir im Türrahmen entdeckte. Heißer Kaffee schwappte über den Rand auf meine Hand. Aua, murmelte ich, während ich der Versuchung widerstand, meine Hand zu schütteln und damit noch mehr Kaffee zu verteilen. Paul trat grinsend um mich herum, um sich einen Proteinshake aus dem Kühlschrank zu holen. Kein Tut-mehr-Leid, kein Hallo, nichts. Leicht fassungslos beobachtete ich, wie er sich umdrehte und wieder aus dem Pausenraum verschwand. Was für ein Arschloch, murmelte ich. Dann verdrängte ich die Begegnung der dritten Art aus meinen Gedanken und machte mich auf den Weg in Brocks Büro. Die Tür stand offen, also rief ich beim Hineingehen, Hast du ein paar Minuten? Ich hab dir einen Kaffee mitgebracht. Brock hob den Kopf und lächelte. Er trug ein Dreitagebart zur Schau und ich erkannte dunkle Ringe unter den Augen, als hätte er an diesem Wochenende nicht viel Schlaf bekommen. Ein seltsames Gefühl zog mir das Herz zusammen. Neugier. Ich wollte wissen, wieso er so schlecht aussah. Er schloss die Akte, die er gerade studiert hatte, und winkte mich in den Raum. Sein Blick wanderte über mich und sofort fühlte ich, wie meine Haut heiß wurde. Ich trug eine Anzughose, kombiniert mit einem Pulli. Doch Brocks Ausdruck in den Augen vermittelte mir das Gefühl, als liefe ich in Unterwäsche herum. Was natürlich zu 100% meiner hyperaktiven Einbildungskraft zuzuschreiben war. Für dich habe ich immer Zeit, Jillian. Fast hätte ich ihn darauf hingewiesen, dass es in meiner Jugend eine Menge Momente gegeben hatte, wo dem nicht so gewesen war. Glücklicherweise schaltete sich mein gesunder Menschenverstand ein und erinnerte mich daran, wie unglaublich bitter dieser Kommentar geklungen hätte. Und wie überflüssig er gewesen wäre. Also stellte ich vorsichtig die Tasse vor ihm ab, um nicht zu kleckern. Hattest du ein schönes Wochenende? Fragte ich, als ich mich setzte. Es war lang, antwortete er und griff nach der Tasse. Es war ein sehr langes Wochenende. Ich beäugte ihn über meine Tasse hinweg. So siehst du aus. Brock wirkte müde, doch gleichzeitig irgendwie... Naja, sexy in dem weißen Anzug hemmt, dessen oberste Knöpfe er offen trug. Er musterte mich. Du dagegen wirkst wunderbar ausgeruht. Ich nehme an, das Date mit dem Zwerg hat sich nicht zu einem Wochenend füllenden Abenteuer ausgeweitet. Langsam stellte ich die Tasse auf dem Tisch ab. Mein Date mit Grady lief sehr gut, vielen Dank der Nachfrage. Und zum letzten Mal, er ist kein Zwerg. Hm, brummte er und nippte an seinem Kaffee. Außerdem, wie soll ein Date ein ganzes Wochenende füllen? Er zog eine Augenbraue hoch, als er den Kaffee abstellte. Offensichtlich hattest du noch nie ein wirklich gutes Date. Hitze explodierte in meinem Gesicht. Wahrscheinlich stimmte das. Nett von ihm, mich darauf hinzuweisen. Trottel. Weil ein wirklich gutes Date mit mir nicht mit einer Kunstausstellung endet, erklärte er glatt. Ein wirklich gutes Date endet nicht vor der nächsten Nacht. Endet nicht, bevor ich nicht Stunden damit verbracht habe, dafür zu sorgen, dass es die Art von Date ist, bei der keine Frau will, dass es jemals endet. Oh. Und ich erstarrte, als sein Knie meines berührte. Das Herz flatterte in meiner Brust, als wäre darin ein Kolibri gefangen, weil du mit mir essen gehen wirst. Ich öffnete den Mund, nur um ihn sofort wieder zu schließen, weil mein Herz plötzlich raste wie bei einem Belastungs-EKG. Bat er, bat Brock Mitchell mich tatsächlich um eine Verabredung? Naja, eigentlich bat er nicht. Aber erklärte er mir gerade wirklich, dass wir Abendessen gehen würden? Nur er und ich? Wir? Das ergab keinen Sinn. Er hatte eine Verlobte, eine echte Verlobte aus Fleisch und Blut. Was? krächzte ich. Ich befand mich mitten in einem Gefühlswirbelsturm, trotz des Wissens, dass er verlobt war, und es diese stacheldrahtbewährte Mauer und die tiefe, tiefe Linie im Sand gab, von der ich einfach wusste, dass er sie nie übertreten würde, explodierte die Vorfreude in mir. Sekunden später wurde dieses Gefühl von einem bitteren Geschmack im Mund verdrängt. Denn ich war nicht sie. Ich war nicht die Art von Frau, die sich mit einem Mann einließ, der bereits mit jemandem zusammen war. Nicht einmal, wenn es um den Mann ging, in den sie einen Großteil ihres Lebens verliebt gewesen war. Nicht, dass ich immer noch in ihn verliebt gewesen wäre. Er stieß mich mit dem Knie an. Wir haben eine Verabredung zum Abendessen. Das habe ich gehört, aber ich verstehe es nicht. Wir gehen in ein Steakhouse in Marginsburg. Das an der Queen Street, erklärte er. Wir werden direkt nach der Arbeit dorthin fahren. Ich verschränkte meine Finger ineinander, weil meine Hand plötzlich zitterte. Okay, ich habe keine Ahnung, wieso du denkst, wir hätten eine Verabredung, weil ich mich definitiv nicht daran erinnern kann, dass du mich gefragt hättest und du außerdem... Ich habe es tatsächlich auch erst heute Morgen erfahren, erklärte er. Verwirrt kniff ich die Augen zusammen. Zwei potenzielle Investoren besuchen morgen und übermorgen die Academy in Philadelphia. Am Mittwoch würden sie sich gern diese Niederlassung ansehen, bevor sie wieder Richtung Westen verschwinden. Wir werden sie zum Abendessen ausführen. Oh. Oh. Er bat mich um kein Date. Wieso hatte ich das überhaupt angenommen? Er war verlobt. Und außerdem hatte sich Brock noch nie auf diese Weise für mich interessiert. Ich hatte einfach nur kurz einen Aussetzer gehabt. Ich fühlte mich wie ein Vollidiot, als ich mir eine Strähne in das Ohr schob und murmelte. Naja, dann werde ich mein Date wohl absagen müssen. Du wirst mir eines Tages dafür danken. Als ich ihn ansah, zwinkerte er mir zu. Vertrau mir. Okay, irgendwie sind wir vom Thema abgekommen. Das sind die besten Gespräche. Er griff hinter sich und schloss die Finger um seine Tasse. Ich ignorierte diesen Kommentar und konzentrierte mich. Ich bin eigentlich hier, weil ich dich sehen wollte. Wurde auch Zeit, dass du das endlich zugibst, fiel er mir ins Wort. Seine Augen, dunkel und tief, sahen mich auf eine Art an, die sofort wieder dafür sorgte, dass mein Puls raste. Habe ich dir in letzter Zeit mal gesagt, wie sehr ich es mag, wenn du dein Haar offen trägst? Nein, flüsterte ich. Tu ich aber. Du hast tolle Haare. Er biss kurz die Zähne zusammen und seine Kiefermuskulatur trat hervor. Ist mir vorher nie aufgefallen. Du hast die immer zurückgebunden, richtig? Ähm, ja, stimmt, immer im Zopf oder Dutt. Er hob die freie Hand und berührte mit seinem Finger eine Strähne. Strich daran entlang. Seine Stimme wurde dunkler, als er sagte, du warst immer ein hübsches Mädchen. Ich weiß, dass ich dir das schon mal gesagt habe. Aber du bist eine wunderschöne Frau geworden. Ich wollte lachen und ihn fragen, ob er besoffen sei, aber mein Herz schlug zu heftig. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit dem umgehen sollte, was er tat und sagte. Brock hatte mir auch damals schon erklärt, ich sei schön. Aber es war immer ein beiläufiges Kompliment gewesen, das nicht unbedingt etwas zu bedeuten hatte. Jetzt dagegen vermittelten mir seine Worte ein ganz anderes Gefühl. Erneut sah ich ihm in die Augen, nur um festzustellen, dass ich nicht mehr wegsehen konnte. Brock war inzwischen zu 100% ein erwachsener Mann. Und nie, niemals zuvor hatte er mich so angesehen wie in diesem Moment, als wäre er am Verhungern. Ich verstand einfach nicht, wie er mich so anstarren konnte. Das ergab einfach keinen Sinn. Nicht in der Welt, in der wir lebten. Brock ließ meine Haarsträhne los und seine Finger glitten über meine Wange. Meine Haut kribbelte, wo er mich berührt hatte, und etwas wie ein elektrischer Schlag durchfuhr mich. Er brach den Blickkontakt ab und schlug die Augen nieder. Sein Blick verweilte kurz auf meinem Mund, bevor er noch tiefer wanderte und sich süße Hitze in mir ausbreitete. Ich fühlte, wie meine Brustwarzen unter dem Pulli hart wurden. Langsam, quälend langsam, hob er seinen Blick wieder, um mir in die Augen zu sehen. Ein Schatten huschte über sein attraktives Gesicht und er schluckte, bevor er den Kopf dann leicht sinken ließ. Jillian, ich... Störe ich gerade? Ich zockte beim Klang der unbekannten weiblichen Stimme zusammen. Überraschung spiegelte sich auf Brocks Gesicht wieder, dann wurde seine Mine hart. Ich sah über die Schulter zurück und wäre fast umgekippt, als ich mich eilig und mit weit aufgerissenen Augen nach hinten drehte. Es war seine Verlobte. Kristen Morgan. Oh mein Gott! Mein Gesicht fing an zu brennen, und sofort wollte ich erklären, dass das hier nicht bedeutete, was sie vielleicht dächte, egal wie es auch aussehen mochte. Doch ich bekam gar keine Gelegenheit, weil Brock sich vom Tisch abstieß. Als er sprach, war seine Stimme hart wie ein Diamant. Was willst du hier, Kristen? Oh, wow! Das klang mal überhaupt nicht freundlich. Ich konnte mich nicht erinnern, je so einen Ton in seiner Stimme gehört zu haben. Überrascht dich mein Besuch so sehr? fragte sie schnippisch. Und ich entschied, dass jetzt der richtige Moment war, um Brocks Büro zu verlassen. Ich schaue später noch mal vorbei, sagte ich zu Brock. Sein Blick huschte zu mir, doch seine Miene war verschlossen, vollkommen ausdruckslos. Ich griff nach meinem Kaffee, atmete tief durch und drehte mich um, sodass ich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren Kristen gegenüberstand. Wir erstarrten beide zur selben Zeit. Offensichtlich aus unterschiedlichen Gründen. Die Zeit war sehr freundlich zu Kristen gewesen. Sie war sogar noch schöner als in meiner Erinnerung. Groß und schlank, die schulterlangen blonden Haare zu einer trendigen Frisur gestylt, vorne ein wenig länger als hinten. Ihr Gesicht war makellos. Hohe Wangenknochen, eine perfekte kleine Nase und goldener Tand. Sie trug eine enge, weiße Jeans. Niemals in meinem Leben würde es mir gelingen, meinen Hintern und meine Oberschenkel in solch eine Hose zu quetschen. Doch sie hatte es geschafft und sie mit flachen Schuhen und einem engen Rollkragenpullover kombiniert. Sie sah darin verdammt gut aus. Wirk! Schön, dich zu sehen, Kristen, murmelte ich, als ich um sie herum trat. Sie antwortete nicht, sondern starrte mich nur aus großen, blauen Augen an. Ich erlaubte mir nicht, darüber nachzudenken, wieso sie bei meinem Anblick so schockiert wirkte. Es spielte keine Rolle und ich weigerte mich, mir deswegen auch nur eine Sekunde Stress zu machen. Ich ging zurück in mein Büro, schloss die Tür hinter mir und stellte den Kaffeebecher auf einen Untersetzer. Nun, sagte ich laut und ließ meinen Kopf in einer Hand sinken, das ist mal nicht gelaufen wie erwartet. Die Begegnung mit Kristen erinnerte mich an den Tag, als ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Das war wirklich das Letzte, woran ich denken wollte. Doch das Treffen mit ihr ließ die schlechten Erinnerungen in mir aufsteigen. Die Bilder liefen wieder und wieder in meinem Kopf ab, als wären sie auf Dauerschleife geschaltet. Es ging um den Abend, an dem Brock sie mir vorgezogen hatte. Er wird heute Nacht Sex haben, hörte ich eine mädchenhafte Stimme in meinem Kopf. Wahrscheinlich öfter als einmal und mit mehr als einer dieser scharfen Tussen. Ich erstarrte. Hitze stieg in meine Wangen, um sich von dort über meinen Hals nach unten auszubreiten. Nein, wird er nicht. Doch, wird er, flüsterte die böse Stimme in meinem Hinterkopf. Nein. Ich weigerte mich, auf diese dämliche Stimme zu hören. Dieses Wochenende war anders und dieser Abend würde nicht damit enden, dass sich Brocks Schlafzimmer in eine Art One-Night-Stand-Bahnhof verwandelte. Wir beide würden zusammen zu Abend essen. Wir waren nur ein wenig spät dran. Das war alles. Ich nahm die Schultern zurück und sah zu Katie hinüber. Die Winkel ihrer glänzenden Kaugummi-rosa Lippen hingen nach unten, als sie Richtung Bar starrte. Ich zwang mich, sie nicht unterhalb des Gesichts zu mustern, obwohl ich das Gefühl hatte, ein schwarzmagischer Zauber versuchte, mich genau dazu zu zwingen. Sie war de facto unbekleidet. Eigentlich hatte sie nur ein BH und ein paar Shorts an, die weniger Stofffläche aufwiesen als die Unterhosen, die ich für gewöhnlich trug. Katie machte gerade Pause. Anscheinend eine frühe Pause, da es erst kurz nach acht Uhr war. Wir werden bald aufbrechen, beharrte ich und drehte das Armband an meinem Handgelenk. Er hat seine Kumpel nur seit einer Weile nicht gesehen. Hm, Mädchen, süße, armes kleines Ding, flötete Katie und beugte sich vor. Augenblicklich hatte ich Angst, dass ihre Brüste herausfallen würden. Mach die Augen auf und schau hin! Schau richtig hin! Ein Teil von mir wollte das nicht tun. Doch ich folgte ihrer Aufforderung, weil ich mich einfach nicht davon abhalten konnte. Als ich hinschaute, sah ich zuerst Brock. Ich sah immer zuerst Brock. Er war der attraktivste Mann, den ich je getroffen hatte. Und das hieß einiges, weil Jax, einer der Miteigentümer des Monas, hinter der Bar stand. Und er war ziemlich heiß. Außerdem stand Brock neben den zwei heißesten Polizisten im ganzen Bundesstaat, Reese und Colton Anders. Doch sie konnten trotzdem nicht mit Brocks kantiger Attraktivität mithalten. Er lehnte mit der Hüfte an der Bar, den Kopf in den Nacken gelegt, als er über etwas lachte, was Colton gesagt hatte. Er trug eine verblasste Jeans und ein enges schwarzes T-Shirt, das seine muskulösen Oberarme genauso betonte wie seine definierten Bauchmuskeln. Anscheinend hatte er sich das braune Haar gerade frisch schneiden lassen. Es war an den Seiten ausrasiert und stand auf dem Kopf stachelig in die Höhe. Mein Blick glitt nach links, wo eine Gruppe Mädchen im College-Alter stand, in voller Partymontur. Ich wollte mir einreden, dass sie nicht Teil der Unterhaltung mit Brock waren, doch damit hätte ich mir selbst etwas vorgemacht. Reese und Colton beachteten sie nicht, Brock jedoch schon. Ich erkannte eines der Mädchen. Ihr Name war Kristen. Kristen Morgan. Ich hatte sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, aber wir waren zusammen auf der Highschool gewesen. Sie war in meinem Alter und schön. Sandblondes Haar, strahlend blaue Augen und ein Körper, der zu ihrem hübschen Gesicht passte. Ihr Oberteil war bauchfrei, sodass man sehen konnte, dass ihr Nabel gepierst war. Im Ring baumelte ein glitzerndes Schmuckstück. Sie berührte Brock gerade auf eine Art, die verriet, dass sie ihm nahe stand oder es zumindest sein wollte. Ihre Hand lag auf seinem Arm, als er sich zu ihr umdrehte, ein schiefes, grinsendem Gesicht. Kristen lehnte sich zu ihm hinüber, drückte ihre Brüste gegen sein Bizeps. Brock lächelte sie an. Es war ein Lächeln, das ich schon viele, viele Male gesehen hatte. Doch nie hatte es mir gegolten. Mein Atem stockte und meine Brust wurde eng. Christens Hand glitt von seinem Arm und lag jetzt auf seinem Bauch. Seinem Bauch! »Siehst du, was ich sehe?« fragte Katie. Ich schloss für einen Moment die Augen und versuchte, den Kloß hinunter zu schlucken, der sich plötzlich in meiner Kehle gebildet hatte. »Wir gehen gleich los.« »Ganz sicher.« »Oh, Jelly!« murmelte sie. Ich rutschte auf meinem Hocke herum, weil mir ihr Tonfall unangenehm war. Ich wusste, was sie dachte. Dass ich dumm und naiv war. Mein Herz raste, als ich erneut zur Bar schaute. Brock hatte sich wieder Reese und Colton zugewandt, aber Kristen. Er hatte den Arm um ihre schmale Taille geschlungen. Meine Brust wurde so eng, dass ich kaum noch atmen konnte. »Ich muss bald weg, zurück zur Arbeit«, sagte Katie. Also riss ich mich von dem schrecklichen Anblick los. »Ich kann dich zum Auto bringen.« Wieder spürte ich den Kloß in der Kehle. »Ist schon...« »Okay«, erklärte ich heiser. »Wir gehen gleich los.« Aber wir waren nicht losgegangen. Ich hätte an diesem Abend nicht im Monas sein sollen. Genauso wenig wie Brock. Wenn wir getan hätten, was er mir versprochen hatte, wären so viele Dinge anders gelaufen. Vielleicht wäre er Kristen nie begegnet und vielleicht hätte unsere Freundschaft gehalten. Und was wäre passiert, wenn ich auf Katie gehört hätte und mit ihr gegangen wäre? Wer wusste schon, was dann geschehen wäre. Dann wäre ich nicht im Monas geblieben und das, was später an diesem Abend geschah, wäre jemand anderem zugestoßen. Oder vielleicht nie passiert. Ich würde es nicht erfahren, weil ich die Zeit nicht zurückdrehen konnte. Ich konnte niemals zurück. Ich schaffte es erst am Dienstagnachmittag mit Brock über meine Idee zu sprechen, die Tanzschule von Teresa und Avery in die Leimer Academy aufzunehmen, indem wir ihnen die Räume verpachteten. Am Montag war er mit Kristen verschwunden und erst spät an diesem Nachmittag zurückgekehrt, um sofort die Bürotür hinter sich ins Schloss zu werfen. Ich ließ ihn in Frieden, das war besser so. Am Montagabend tätigte ich zwei Anrufe. Zuerst telefonierte ich mit Grady, um ihm zu sagen, dass ich es aufgrund einer beruflichen Verpflichtung nicht zu unserem Abendessen am Mittwoch schaffen würde. Wir verabredeten uns für Samstag. Ich fühlte mich schlecht wegen der Absage, aber ich war trotzdem nicht aufgeregt wegen des neuen Dates. Vielleicht käme das, wenn der Tag näher rückte. Vielleicht würde ich mich dann richtig hineinsteigern, mir ein neues Kleid kaufen irgendwas Besonderes mit meinen Haaren anstellen, mir die Beine rasieren, die harten Geschütze auffahren. Der zweite Anruf galt meiner Mutter. Wir unterhielten uns eine Weile darüber, wie ich mich in der Arbeit eingewöhnte, dann fragte sie nach meinem Date mit Grady. Wir telefonierten ungefähr eine Stunde lang miteinander, doch erst kurz vor dem Auflegen fragte sie mich nach Brock. Wie läuft es mit ihm? Ich spielte gerade mit Rage, indem ich eine federbesetzte Maus an einer Schnur vor seiner Nase tanzen ließ. Ist okay. Das klingt nicht allzu überzeugend, Liebes. Es ist wirklich okay. Wir kommen klar, erklärte ich ihr. Wir sind irgendwie befreundet. Wieder befreundet, nehme ich an. Oh, Schatz, schön, das zu hören. Dein Vater hat mir nicht erzählt, dass Brock als Geschäftsführer in der Academy arbeitet. Er wusste wohl, dass ich dich gewarnt hätte, erklärte sie. Er wünscht sich so sehr, dass ihr beide... Ich erstarrte. Das wir was... Es folgte ein langes Schweigen. Wieder miteinander auskommt. Er weiß, wenn ihr die Academy in Martinsburg führt, wird sie in Nullkomma nicht so erfolgreich sein wie unser Haupthaus. Es war nett gewesen, das zu hören, zu erfahren, dass mein Vater an mich glaubte. Doch ich wusste trotzdem, dass es nicht der einzige Grund war, warum Mom sich nach Brock und mir erkundigte. Weil ich nicht dämlich war. Ich hatte meine Liebe zu Brock nie irgendwem gestanden. Nicht meinen Eltern, nicht Abby oder Katie. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, ich könnte das nie wieder zurücknehmen. Doch als ich jetzt auf den stumm geschalteten Fernseher starte, war ich es plötzlich leid, nicht ehrlich zu sein. Mom, ich war in Brock verliebt, seit er unser Haus zum ersten Mal betreten hat. Obwohl ich nur noch auf einem Ohr hörte, bekam ich doch mit, wie sie nach Luft schnappte. Jelly! Ich weiß, dass du dir dessen immer bewusst warst. Verdammt, jeder wusste es. Aber jetzt ist es okay. Es ist... Mit einem kleinen Aufschrei riss ich meine Hand zurück. Der verdammte Kater hatte seine Krallen in meine Finger gegraben, weil ich aufgehört hatte, dieses dämliche Spielzeug zu bewegen. Ich starrte Rage böse an und er starrte böse zurück. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du dir keine Sorgen um mich und ihn machen musst. Liebes, ich habe mir nie Sorgen um euch beide gemacht. Ich zog die Augenbrauen hoch und schüttelte gleichzeitig meine schmerzende Hand. Wirklich? Nicht so, wie du denkst, erklärte sie mysteriös. Hör mal, deine Onkel sind angekommen und warten darauf, gefüttert zu werden. Wann kommst du uns mal wieder besuchen? Thanksgiving, erklärte ich. Bis dahin ist es noch so lang, klagte sie. Ein Lächeln verzog meine Lippen. Mom, es ist gerade mal ein Monat bis Thanksgiving. Zu lang, hielt Mom dagegen. Ich liebe dich. Liebe dich auch. Als ich auflegte, fühlte ich mich seltsam leicht, weil ich etwas so Einfaches zugegeben hatte, was aber gleichzeitig so schwer auf mir gelastet hatte. Nun war Dienstagnachmittag und ich ging erneut zu Brocks Büro. Erfüllt von der Hoffnung, dass das Gespräch diesmal nicht in den Wahnsinn abdriftete, ich klopfte an die Tür und wartete. Herein. Ich holte tief Luft und öffnete die Tür. Brocks sah fern. Ich wollte schon die Stirn runzeln, dass es Videoaufnahmen von einem Schüler aus der Academy waren. Hast du ein paar Minuten? Du trägst dein Haar wieder offen, murmelte er, als er zu mir herübersah. Das finde ich gut. Ich zog eine Kremasse, als ich die Tür hinter mir schloss. Danke, aber deswegen habe ich es nicht gemacht. Ein kurzes Grinsen erschien, dann griff er nach der Fernbedienung und stoppte die Aufnahme. Was ist los? Ich setzte mich und faltete die Hände im Schoß. Ich will mit dir über mögliche neue Mieter für den ersten Stock reden. Es ist nichts, was man normalerweise mit der Leimer Academy in Verbindung bringen würde, aber ich denke, es wäre es wert, darüber nachzudenken. Er konzentrierte sich ganz auf mich. Sprich weiter. Ich ignorierte die Gefühle, die sein intensiver Blick in mir auslöste, als würde er mich berühren. Im Moment ist die Leimer Academy sehr männlich geprägt, was das Angebot angeht. Natürlich abgesehen vom Fitnessstudio und von den paar Frauen, die wir trainieren oder die Selbstverteidigung lernen wollen. Wir können mehr Mädchen und junge Frauen mit gezielten Werbemaßnahmen in unsere Standardkurse locken. Darin arbeite ich bereits. Aber ich glaube, es wäre noch mehr möglich. Ich hob die Schultern. Du erinnerst dich an Avery, richtig? Cams Frau? Ich nickte. Und hast du Jace Winstead mal getroffen? Seine Frau heißt Theresa. Sie werden bald ein Baby bekommen, ein Jungen. Der Ausdruck auf seinem Gesicht verriet mir, dass er nicht verstand, was das mit einem möglichen Ausbau der Leimer Academy zu tun haben sollte. Auf jeden Fall waren Theresa und Avery, sie sind Tänzerin, professionelle Tänzerin. Theresa hatte ein Stipendium bei einem der renommiertesten Tanzensembles, bevor sie sich am Knie verletzte, was ihre Karriere beendete. Sie versuchen schon seit einer Weile Ballettkurse anzubieten, da es weder in diesem County noch in den benachbarten Bundesstaaten viele Angebote gibt. Irgendwann wollen sie ihr eigenes Studio eröffnen, aber im Moment liegt das weit außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten. Brock legte den Kopf in die Hand und zwei Finger auf den Mund. Okay. Sie suchen nach Räumlichkeiten, in denen sie ihre Kurse anbieten können. Am liebsten zur Pacht. Wie du sicher weißt, ist sowas nicht leicht zu finden und keine von beiden besitzt die nötigen Rücklagen, um mein eigenes Studio aus dem Boden zu stampfen, erklärte ich. Mir ist eingefallen, dass wir eine Menge Platz haben, leere Räume, die sich wahrscheinlich mühelos zu einem Tanzstudio ausbauen lassen. Brock musterte mich einen Moment lang. Du schlägst vor, dass wir einen Teil unserer Lehrflächen für Ballettkurse vermieten? Ich warf ihm einen finsteren Blick zu. Verpachten. Und du brauchst gar nicht so herablassend zu klingen. Einige dieser Tänzerinnen sind härter drauf als unsere Kämpfer. Besonders, wenn man weiß, wie anstrengend der Sport ist und wie viele gymnastische Elemente er enthält. Übrigens könnte man auch darüber nachdenken, irgendwann Gymnastik oder Bodenturn anzubieten. Ich rutschte auf meinem Stuhl nach vorn und umklammerte die Armlehne. Solche Kurse würden außerdem nicht nur Mädchen ansprechen, auch Jungen tanzen. Wir könnten verschiedene Stile anbieten, was eine Menge unterschiedlicher Altersgruppen anziehen würde. Und nicht nur das. Den Eltern könnten wir gleich Mitgliedschaften im Fitnessstudio verkaufen, erläuterte ich. Vielleicht belegen ein paar davon ja Selbstverteidigungskurse. Brock dachte ein paar Augenblicke lang darüber nach. Damit müssten wir vielleicht einige unserer niedrigklassigen Martial-Arts-Kurse nicht mehr subventionieren. Er knifft die Augen zusammen. Aber deine Freundinnen wollen irgendwann ihr eigenes Studio eröffnen und ihre Kunden mitnehmen. Also, wo liegt der dauerhafte Vorteil für uns? Denn für mich klingt es so, als müssten wir die gesamten Kosten für den Umbau der Räumlichkeiten übernehmen. Auf diese Frage war ich vorbereitet. Falls sie beschließen, uns zu verlassen und ihr eigenes Studio zu eröffnen, und das ist im Moment noch ein großes Falls, können wir Selbstlehrer in den Räumlichkeiten anstellen, gab ich zurück. Außerdem könnten wir es den beiden schmackhaft machen, in der Leimer Academy zu bleiben, indem wir ihnen erlauben, das Studio selbst zu führen. Zwar unter dem Dach der Leimer Academy, aber eben selbstständig. Doch das spielt im Moment eigentlich noch keine Rolle. Mit oder ohne sie, es könnte sich als sehr erfolgreiches Unternehmen herausstellen, auch wenn wir so etwas noch nie getan haben. Hm. Er tippte sich mit den Fingern auf den Mund. Das ist mal etwas ganz anderes. Ich bezweifle, dass er bereits in diese Richtung gedacht hat, aber dein Vater ist gewöhnlich für alles offen. Er hielt kurz inne. Genau wie du. Ich kämpfte gegen ein Grinsen, als ich nickte. Brock sagte nach einem kurzen Zögern, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Aber auf jeden Fall sollte man sich das mal anschauen. Ich würde gern wissen, wer die Konkurrenz ist, was die beiden für ihre Kurse verlangen wollen und welchen Profit wir nach den Ausgaben für den Umbau erwarten können. Es kostete mich große Mühe, mir meine Aufregung nicht anmerken zu lassen. Die Information besorge ich dir. Gut, dann lass uns einen Termin ausmachen, an dem sich die beiden die Räume anschauen und dann finden wir heraus, was sie brauchen, meinte Brock. Ach ja, und lad doch ihre Ehemänner ein. Ich zog eine Augenbraue hoch. Warum? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich irgendwann gedanklich vollkommen abschalten werde, wenn es nur ums Tanzen geht. Dann kann ich den Jungs den Laden zeigen. Er grinste, als ich die Augen verdrehte. Hey, ich bin nur ehrlich. Außerdem können wir hinterher zu sechs was essen gehen. Ein Gruppendate. Das sorgte dafür, dass ich auch die andere Augenbraue hochzog. Brock lachte leise und ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken. Wenn du jetzt gerade dein Gesicht sehen könntest. Süß. Süß? Sehr süß, murmelte er. Ich schüttelte leicht den Kopf. Ich halte das nicht für besonders klug, diese Sache mit dem Gruppendate. Und warum nicht? Naja, nimm mal gestern. Wieso hielt ich nicht einfach meinen Mund? Er legte den Kopf schräg und runzelte die Stirn. Was war gestern? Na ja, du weißt schon, Kristen ist aufgetaucht. Ich verstehe nicht im Mindesten, was das damit zu tun hat, ob wir mit deinen Freunden essen gehen. Für einen Moment konnte ich ihn nur anstarren. Sicher, Leute gingen ständig mit irgendwem essen, aber das hier war etwas anderes, ich war keine normale Kollegin. Würde ich auch nie sein. Und das wusste Brock. Ich sah mich hilflos um, getrieben von der Frage, wie deutlich ich noch werden müsste. Kristen wirkte gestern sehr unzufrieden. Das ist bei ihr so ziemlich der Dauerzustand, kommentierte er trocken. Okay. Naja, vielleicht solltest du als ihr Verlobter versuchen, etwas daran zu ändern, statt alles noch schlimmer zu machen. Was? Brock lachte und schüttelte ungläubig den Kopf. Als ihr Verlobter? Dann erstarb sein Lachen und ein wissender Ausdruck breitete sich auf seiner Miene aus. Oh, ich verstehe. Tust du das? Seine Augen verdunkelten sich. Kristen und ich sind nicht mehr verlobt. Ich habe mich vor ungefähr einem Jahr von ihr getrennt. Was? kreischte ich, nur um mir dann die Hand vor den Mund zu schlagen, als Brock überrascht blinzelte. Himmel! Es tut mir leid, das war laut. Ich war einfach überrascht. Habe ich gemerkt. Ein träges Grinsen umspielte seine Lippen. Er war nicht mehr verlobt? Meine Gedanken rasten. Warum? stieß ich hervor, nur um sofort rot zu werden. Tut mir leid, es geht mich wahrscheinlich nichts an. Ich dachte, du wüsstest es. Wundert mich, dass deine Eltern dir nichts erzählt haben, meinte er und ließ sich gegen die Lehne seines Stuhls sinken. Offensichtlich haben sie das nicht getan. Mom hatte es nicht mal gestern Abend erwähnt. Wieso sollten die beiden mir das verschweigen? Dann wurde es mir klar, weil sie fürchteten, dass ich mich wieder in ihn verlieben könnte, wenn er solo war. Hielten sie mich wirklich für so berechenbar? So jämmerlich? Naja, beides würde passen. Was ist passiert? Er holte Tiefluft. Wir haben uns einfach auseinander gelebt. Was ist alles? Ich blinzelte. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Brock war in den letzten sechs Jahren immer unerreichbar gewesen. Ich hatte schon vor langer Zeit akzeptiert, dass er die wunderschöne Kristen heiraten würde. Sie würden Kinder bekommen, einen ganzen Van voller Kinder, die quasi in der Academy aufwuchsen. Meine Eltern würden sie lieben, weil Brock für sie wie ein Sohn war. Also wären seine Kinder wie ihre Enkel. Und für mich wäre das in Ordnung. Es musste in Ordnung sein, weil mir gar keine andere Wahl blieb. Ich lehnte mich vollkommen schockiert zurück. Ihr wart wie lange zusammen? Fast sechs Jahre, meinte er. Seine Finger trommelten auf die Armlehnen des Stuhls. Es sollte einfach nicht sein. Mehr sagte er nicht. Als mir klar wurde, dass er offensichtlich nicht darüber sprechen wollte, hörte ich aufzubohren. das zu hören. Er musterte mich einen Moment lang. Da gibt es nichts, was dir leidtun müsste, Jillian. Mein Atem stockte. Plötzlich kam mir sein großes Büro viel zu klein vor, also stand ich auf. Danke, dass du dir meine Vorschläge angehört hast. Ich werde Avery und Theresa anrufen und herausfinden, wann die beiden Zeit haben. Brock wartete, bis ich die Tür erreicht hatte. Dann Männer mitzubringen und ihnen zu sagen, dass wir hinterher noch essen gehen wollen. Langsam drehte ich mich zu ihm um. Er griff lächelnd nach der Fernbedienung. Gruppendate, Jillian. Ich bin nur ein Mädchen, das vor einem Backofen steht und ihn anfleht, meine Pizza schneller zu backen. Seufzend schob ich meinen Kopf nach vorn, bis er fast an der Ofentür ruhte. Es würde noch über zwanzig Minuten dauern. Das war eine Ewigkeit. Ich wandte mich ab und beobachtete Rage dabei, wie er mit peitschendem Schwanz vor sich hin mampfte. Dann sah ich zu meinem Handy und biss mir auf die Unterlippe. In mir brannte der Drang, Abby anzurufen und ihr von Brock zu erzählen. Brock war nicht mehr verlobt. Wussten das zu Hause alle? Selbst wenn meine Mom dachte, das Wissen, dass Brock nicht mehr verlobt war, würde mir erneut ein gebrochenes Herz einhandeln. Wie hatten sie und mein Vater einfach den Mund halten können? Mein Herz pochte wild, als ich die Arme vor der Brust verschränkte und mich gegen die Arbeitsfläche lehnte. Brock war ein echter Frauentyp und flirtete gern. So war er immer gewesen. Er war ein Fallen, würde diesen Fehler aber auf keinen Fall noch mal machen. Es war bei Brock ein leichtes, die Grenzen der Freundschaft verschwimmen zu lassen. Daran zu denken, dass er verlobt war, hatte mir dabei geholfen, einen klaren Kopf zu bewahren und mein Herz vor ihm zu schützen. Nicht, dass ich versuchte, ihm mein Herz zu schenken. Also bedeutete es eigentlich gar nichts, dass er nicht mehr verlobt war. Überhaupt nichts. Brock war tatsächlich wie das Hingel. Die stacheldraht bewährte Mauer zwischen uns war verschwunden, genau wie die kilometertiefe Linie im Sand. Ich wollte so tun, als gäbe es sie noch, aber dafür hätte ich mich selbst belügen müssen. Das war einfach zu anstrengend. Brock war frei. Vielleicht ging er immer noch mit Kristen aus oder ins Bett. Er war übers Wochenende zurück nach Philly gefahren und am Montag war sie hier aufgetaucht und es waren immerhin drei Stunden auf dem Highway. Auch wenn er nicht gerade begeistert gewirkt hatte, sie zu sehen, ich hatte nicht nachgefragt, also Oh mein Gott, murmelte ich und rieb mir das Gesicht. Nur gut, dass ich nach meiner Heimkehr sofort das Make-up entfernt hatte, sonst sähe ich jetzt aus wie ein Panda-Bär. Ich könnte Abby anrufen, doch es war Abendessenzeit und mit ihr über Brock zu reden, mit irgendwem über Brock zu reden, würde dafür sorgen, dass sie dachten, mein Handy auf dem Tresen klingelte plötzlich, sodass ich zusammenzuckte. Ich ginge rüber und entdeckte eine unbekannte Nummer auf dem Display. Fast hätte ich nicht abgehoben. Hallo? Hey, hier ist Brock. Ich riss die Augen auf, als mein Herz einen dämlichen Sprung in meiner Brust vollführte. Dass er anrief, nachdem ich gerade an ihn gedacht hatte, sorgte dafür, dass ich in meiner Wohnung nach versteckten Kameras suchen wollte. Hey! Ich zog das Wort in die Länge. Ich hörte ein tiefes Glucksen am anderen Ende der Leitung. Mir ist etwas klar geworden. Da wir morgen Abend essen gehen, wäre es doch praktisch, wenn ich dich am Morgen von zu Hause abhole. Hä? Ich sah darin einfach keinen Sinn. Es ist doch sinnlos, wenn wir beide zur Arbeit und hinterher zum Restaurant fahren. Die Parkplatzsituation in der Stadt ist schrecklich. Also kann ich dich auch abholen. Meine Gedanken rasten, um seine Ausführungen zu folgen. Du würdest voll weit hinaus fahren müssen, um mich abzuholen. Deine Wohnung liegt nicht voll weit draußen. Es ist nicht so weit und ich fahre gern Auto, entgegnete er. Ich bin um 8.30 Uhr da, okay? Aber wir sehen uns morgen früh, Jillian. Damit legte er auf, während ich mein Telefon anstarrte wie ein Idiot. Ich hätte ihn zurück rufen können. Doch sobald Brock eine Entscheidung getroffen hatte, ließ er sich für gewöhnlich nicht mehr umstimmen. Warum? fragte ich laut. Rage miaute als Antwort. Ich sah den getigerten Kater an. Er saß vor seiner leeren Schüssel und starrte mich an, als rechnete er damit, noch mehr Futter zu bekommen. Vergiss es, erklärte ich dem kleinen Teufel. Ich warf einen Blick auf die Uhr am Backofen, dann speicherte ich Brocks Nummer in mein Handy. Danach stand ich einige Zeit lang unbeweglich in der Mitte meiner kleinen Küche, unsicher, was ich jetzt tun sollte. Ihn zurückrufen und sein Angebot ablehnen? Würde ich damit nicht eine zu große Sache daraus machen, dass er mich einfach nur mitnahm? Sollte ich selbst fahren, bevor er auftauchte und so tun, als hätte ich es vergessen? Das wäre ziemlich mies. Oder sollte ich einfach mit der Strömung schwimmen und aufhören, mich in die ganze Sache hinein zu steigern, weil das für gewöhnlich nur dazu führte, dass man zu viel hinein interpretierte? Das konnte ich gerade überhaupt nicht brauchen. Ich war sehr bewandert darin, eine einfache Aussage zu nehmen und einen ganzen Absatz unausgesprochener Worte daraus abzuleiten. Und das sollte ich im Moment wirklich nicht tun. Ich brauche mehr als nur Pizza, verkündete ich dem leeren Raum, wirbelte herum und ging zum Kühlschrank. Ich öffnete das Tiefkühlfach und zog eine Packung Erdnussbuttereis heraus. Ich nahm mir nicht mal eine Schüssel, nur einen Löffel. Es würde diese Art von Abend werden. Stunden später schreckte ich im Bett auf und schnappte nach Luft. Die plötzliche Bewegung sorgte dafür, dass Rage wie von Teufeln gejagt vom Bett sprang und aus dem Raum sauste. Mehrere Sekunden lang saß ich im dunklen Zimmer auf der Matratze. Verwirrt und erfüllt von der Frage, wieso ich wach war und mich fühlte, als wäre ich ein Marathon gelaufen. Dann nahm langsam und schmerzhaft Bilder vor meinen Augen Gestalt an. Bruchstücke dieser Nacht. Ich hatte einen Albtraum gehabt und die Emotionen, die dieser Traum ausgelöst hatte, hingen im Raum wie der beißende Gestank von Schießpulver. Das Gefühl der Hilflosigkeit, als ich zu dem dünnen, dreckigen Mann hinauf gestarrt hatte, ohne glauben zu können, was gerade geschah. Ich hatte allumfassende lähmende Angst empfunden, die es mir unmöglich gemacht hatte, zu verarbeiten, dass jeder Atemzug mein letzter sein konnte. Meine Hand zitterte, als ich die Finger hob und sie über die tiefe Kerbe in meiner Wange gleiten ließ. Ich kniff die Augen zusammen und hörte erneut den ohrenbetäubend lauten Knall. Der Schmerz war so schnell gekommen, war so intensiv und brennend gewesen. Und dann hatte es nichts mehr gegeben. Ich ließ die Zunge über meine Zähne gleiten und berührte gleichzeitig mit der Hand meine andere Wange. Manchmal glaubte ich, die Implantate fühlen zu können, wenn ich fest genug drückte. Doch vielleicht bildete ich mir das nur ein. Ich ließ die Hände sinken und öffnete die Augen. Sobald ich mich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, konnte ich in meinem Zimmer im Haus meiner Eltern hatten überall Bücherregale gestanden. Sie hatten meine Sammlung enthalten. Einen ständigen Quell wunderbarer Erinnerungen und neuer Welten. Hier besaß ich nur ein Bücherregal. Überwiegend las ich jetzt auf einem E-Reader, wie ich es schon damals getan hatte, zu Beginn der E-Book-Ära. Doch damals hatte ich trotzdem gedruckte Bücher gesammelt. Ich mochte es, sie vor und sie zu berühren. Ich hatte keine Ahnung, wieso ich hier nicht dasselbe wie zu Hause getan und das Schlafzimmer in eine Bibliothek verwandelt hatte. Ich zog meine Knie unter der Decke an und schlang die Arme darum. Während ich so in der Dunkelheit saß, die nur vom Geräusch des Deckenventilators erfüllt war, stellte ich mir eine Frage. Wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich an diesem Abend nicht ins Monas gegangen wäre? Dieser Gedanke beschäftigte mich seit Jahren, weil ich hatte einfach keine Antwort darauf. Ich hatte in der Academy arbeiten und aufs College gehen wollen. Aber das waren nur Oberflächlichkeiten. Ich hatte einfach kein Gefühl, wer ich vor der Schießerei gewesen war und zu wem ich hinterher geworden war. Ich war erst 20 Jahre alt gewesen, als alles anders geworden war. Mein Leben hatte sich von einem Tag auf den anderen verändert, bevor ich die Chance gehabt hatte, herauszufinden, was ich wollte oder wer ich war, abgesehen von Andrew Limers Tochter oder Brock des Biest Mitchells Schatten. Jemand hatte die Pausetaste in meinem Leben gedrückt, aber ich sollte schlafen. Morgen würde ein langer Tag werden, ein großer Tag. Ich würde an einem Meeting mit potenziellen Investoren teilnehmen und ich würde dabei nicht nur die Leimer Academy repräsentieren, sondern auch meinen Vater. Auf keinen Fall durfte ich verschlafen daneben sitzen, wenn ich mich doch anstrengen musste, alles zu verstehen. Doch es herrschte einfach zu viel Lärm und der Lärm war in meinem Kopf. Ich hob eine Hand und drückte sie auf mein linkes Ohr. Das Surren des Ventilators wurde leiser, bis ich kaum noch etwas hören konnte. Echte Ruhe. Erneut schloss ich die Augen und hielt den Atem an. In der Stille meines Schlafzimmers gestand ich mir ein, dass ich Jahre verschwendet hatte, nachdem mir das zweite Leben geschenkt worden war. Es fiel mir schwer, das zuzugeben, obwohl mich diese Erkenntnis bereits seit einigen Wochen immer wieder heimsuchte. Mir war klar geworden, dass ich seit meiner Genesung nur existiert hatte. Nicht gelebt. Aber ich nahm das Leben wieder in Angriff. Ehrlich, das glaubte ich wirklich. Tränen brannten in meinen Augen. Ich könnte mich mehr anstrengen und das würde ich tun. Ich würde mir mehr Bücherregale kaufen und dann, wenn ich an Thanksgiving nach Hause fuhr, würde ich ein paar meiner Lieblingsbücher mit nach Martinsburg bringen. Ich konnte mehr tun. Ich musste mehr tun. Dann, endlich, beruhigten sich meine Gedanken und für ein paar wunderbare Sekunden herrschte Stille um mich herum, genau wie in mir. Wunderbare Stille. Meine Lunge brannte und erst da atmete ich wieder ein. Ich löste die Hand vor meinem Ohr, berührte noch einmal die Narbe und schüttelte den Kopf. Meine Wangen waren feucht. Ich presste die Lippen aufeinander und saß für einen Moment ganz ruhig da. Dann warf ich die Decke zur Seite und schlich in das dunkle Wohnzimmer. Rage, flüsterte ich. Die gedimmte Leuchte über der Kücheninsel tauchte das Wohnzimmer in ein sanftes Licht, sodass ich den Kater auf dem Couchtisch entdeckte. Tut mir leid, sagte ich. Seine Ohren zuckten. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich kniete mich hin und breitete die Arme aus. Rage blieb noch einen Moment lang unbeweglich sitzen. Doch dann stand er auf und sprang auf mich zu. Ich hob den Kater hoch, drückte ihn an meine Brust und ging zurück ins Bett, zog die Decke über meinen Körper und legte ihn neben mich. Vielleicht spürte er, dass ich ein wenig Nähe brauchte, denn er rannte weder weg, noch versuchte er mich zu beißen. Stattdessen rollte er sich zusammen und schlief bald ein. Ich dagegen brauchte lange, bis ich wieder in den Schlaf fand, weil ich von Erinnerungen an eine längst vergangene Nacht verfolgt wurde, die doch auf gewisse Art erst gestern gewesen war. Ich starrte aus dem Fenster, in den sich schnell verdunkelnden Himmel und rieb mir die Hände, als Brock vom Parkplatz der Academy fuhr. Der ganze Tag war seltsam gewesen. Meine Stimmung war zwischen dem Wunsch, eine ganze Tüte Erdnuss Flips auf einmal zu verschlingen und dem Verlangen, meine gesamte Wohnung zu streichen und neu einzurichten, hin und her geschwankt. Die Tüte Flips hätte sich im ersten Moment sicher fantastisch angefühlt, nur um anschließend ein widerliches Gefühl im Magen zu hinterlassen. Neue Farbe dagegen kam nicht in Frage, weil ich die Wohnung nur gemietet hatte. Außerdem war ich bei Handwerker arbeiten einfach nicht gut. Das Einzige, was ich heute wirklich geschafft hatte, war einen Termin auszumachen, um Theresa, Avery und ihren Männern die Academy zu zeigen. Avery hatte ganz aufgeregt geklungen bei dem Gedanken, dass endlich etwas in greifbare Nähe rückte, wovon sie und Theresa schon so lange träumten. Und sie hatte es auch gar nicht erwarten können, Cam zu erzählen, dass er mit seinem Idol zu Abend essen würde. Termine mit Leuten zu machen, die Kinder hatten oder im Begriff waren eins zu bekommen, war ziemlich schwierig. Ausgemacht hatten wir den Freitag in der zweiten November Woche. Jetzt war ich unterwegs zu einem Abendessen mit potenziellen Investoren und wünschte mir immer noch nichts mehr als eine Tüte Erdnuss Flips zu essen, während ich zusammengerollt auf der Couch liegen und eine Folge von Supernatural nach der anderen anschauen könnte. Aber das war reines Wunschdenken. Geht es dir gut da drüben? Ich riss meinen Blick vom Fenster los und ließ ihn über das Innere des teuren Sportwagens gleiten. Ich hatte eigentlich nie auf die Wagen auf dem Parkplatz geachtet und da ich für gewöhnlich vor Brock bei der Arbeit auftauchte und auch vor ihm ging, hatte ich nicht gewusst, was für ein Modell er fuhr. Doch es hatte mich nicht überrascht, am Mittwochmorgen zu sehen, dass ein schicker schwarzer Porsche vor meinem Haus auf mich wartete. Der Anblick des Autos hatte dafür gesorgt, dass sich das ganze Geld, das er mit seinen Kämpfen und Sponsoren Verträgen verdient hatte, bereits ausgegeben hatte, wie es bei so vielen Sportlern der Fall war. Ich sah Brock an und spürte ein unsicheres Flattern in der Brust. Seine Augen waren auf die Straße gerichtet, als er nach links abbog, auf die Route 45. Ich hatte nie eine besondere Schwäche für Bärte gehabt, doch der Drei-Tage-Bart stand ihm gut. Sehr gut. Ich konnte nicht anders, als darüber nachzudenken, wie es sich wohl beim Küssen anfühlen würde. Okay. Darüber musste ich wirklich nicht nachdenken. Schlechte Entscheidung. Ja, antwortete ich und sah ebenfalls auf die Straße, wobei ich mit der Hand den Bleistiftrock gerade strich, für den ich mich heute Morgen entschieden hatte. Habt nur viel im Kopf. Zum Beispiel? Meine Augen wurden groß. Ich würde ihm kaum erzählen, was mich gerade beschäftigte, also antwortete ich, ich bin nervös. Wieso? fragte er. Als ich zu ihm hinüber sah, bemerkte ich, dass er den Blick kurz auf mich richtete, bevor er sich wieder auf die Straße konzentrierte. Geschäftsessen sind wirklich nicht unbedingt meine Stärke, gab ich zu. Oh, ich denke, sie sind genau dein Fall. Ich schnaubte wie ein Ferkel, eines dieser kleinen fetten Ferkel. Ich glaube, du irrst dich. Und ich glaube, du traust dir einfach nicht genug zu, antwortete er. Du bist mit den Kerlen aufgewachsen, die die Academy besucht haben. Du weißt, wie man mit ihnen spricht. Du weißt, wie man mit ihnen umgeht. Ich wandte mich wieder dem Beifahrerfenster zu, weil ein fast widerwilliges Lächeln meine Lippen verzog. Heute ist es aber nicht mehr so wie damals. Warum? fragte er herausfordernd. Ich spielte an meinem Gurt herum und entschloss mich, auf die Frage ehrlich zu antworten. Es fiel mir nicht leicht. Sobald ich den Mund öffnete, wurden meine Wangen heiß. Du erinnerst dich, dass ich auf dem rechten Ohr taub bin. Ich sprach weiter, um ihm keine Chance zu geben, etwas zu erwidern. In größeren Menschengruppen fällt es mir manchmal schwer, Gesprächen zu folgen, besonders wenn es viele Hintergrundgeräusche gibt. Die Sitzungen im Büro sind nicht so schlimm, fügte ich schnell hinzu. Dort ist es ruhig, also komme ich gut klar, aber in Restaurants ist es manchmal wirklich schwierig für mich. Ich weiß, meinte Brock nach einem Augenblick. Ich habe neulich im Restaurant, als ich rechts von dir stand, nicht daran gedacht. Tut mir leid. Ich warf ihm meinen Blick zu, weil ich ganz vergessen hatte, dass er das getan hatte. Ist schon okay. Leute sind vergesslich. Sowas passiert. Das war nicht okay, fuhr er fort, eine Hand am Lenkrad. Deswegen habe ich heute daran gedacht. Wir sitzen in einer der Tischnischen im hinteren Teil des Restaurants, wo es ruhiger sein sollte. Ich werde links von dir sein, also sitzen unsere Gäste dir gegenüber. Ich öffnete den Mund, wusste aber nicht, was ich sagen sollte. Eine Hälfte von mir war erleichtert, dass er meine einseitige Taubheit bei der Platzwahl einkalkuliert hatte, sodass dieses Problem kaum auffallen würde. Die andere Hälfte war einfach nur verlegen. Hauptsächlich war ich genervt, weil ich so verlegen war. Mein schlechtes Gehör war jetzt Teil meines Lebens. Ich sollte mich dessen nicht schämen. Ich umfasste den Gurt fester. Ich hasse es, dass es mir peinlich ist, dass ich so schlecht höre, gab ich zu, obwohl ich es eigentlich nicht hatte sagen wollen. Das sollte es nicht sein. Ich weiß, ich weiß, dass es mir nicht peinlich sein sollte. Ich nehme an, du magst die Aufmerksamkeit nicht, die damit einhergeht, sagte er und überraschte mich damit, weil er den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Du standest noch nie besonders gerne im Mittelpunkt. Ich lachte trocken. Ich nehme lieber die Rolle des Beobachters ein. Als ich seine Hand auf meiner spürte, brach ich ab seine Finger lösten sanft meine vom Gurt. Ich atmete zitternd ein und blickte ihn an. Brock war immer noch auf die Straße konzentriert. Wenn du den Gurt weiter so fest hältst, wird er noch reißen. Tut mir leid, murmelte ich, weil mir einfach nichts anderes einfiel. Brock legte meine Finger auf meinem Oberschenkel ab, ließ sie aber nicht los. Seine große Hand bedeckte meine vollkommen und seine Finger ruhten auf meinem Bein. Mein Herz machte einen Sprung und hämmerte gegen meine Rippen, als ich sein Profil musterte, das halb im Schatten lag. Mein Mund wurde trocken, aber ich zog meine Hand nicht weg. Mein Körper schien wie eingefroren, abgesehen von meinen Lippen, unglücklicher Weise. Bist du noch mit Kristen zusammen? Kaum hatte die Frage meinen Mund verlassen, wollte ich eigentlich gar nicht hören wollte. Ich habe dir doch gesagt, dass wir nicht mehr verlobt sind. Brock warf mir ein Grinsen zu. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht noch zusammen seid. Du bist letztes Wochenende zurück nach Philly gefahren und ich war dort, um Papierkram für den Verkauf des Hauses zu unterschreiben, erklärte er. Ich habe Kristen gesehen. Sie hatte noch eine Menge Sachen, bis zu diesem Wochenende verschwunden sein, würde ich alles der Wohlfahrt spenden. Oh, ich riss die Augen auf. Darüber war sie nicht gerade glücklich. Sein Daumen glitt über meinen kleinen Finger, bewegte sich langsam auf und ab. Es war eine so winzige Bewegung, aber ich spürte plötzlich nichts anderes mehr. Es war ein langes Wochenende. Ich erinnerte mich daran, wie müde er am Montagmorgen gewirkt hatte. Warum ist sie dann hier aufgetaucht? Das wüsste ich auch gern. Keiner der Gründe, die sie mir genannt hat, ergab auch nur ein Fünkchen Sinn. Sein Daumen streichelte immer noch meine Hand. Merkte er überhaupt, was er da tat? Ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht zu den Dingen gehörte, die ein Chef mit seiner Angestellten oder einer guten Freundin machte, denn das wäre wirklich seltsam. Aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich bin nicht mehr mit ihr zusammen, egal auf welche Art. Okay, flüsterte ich. Der Porsche hielt an einer roten Ampel an. Brock sah zu mir, seine Augen im dunklen Innenraum des Autos fast unsichtbar. Ich gehe mit niemandem aus, Jillian. Meine Lippen öffneten sich, aber ich konnte einfach keine Worte bilden und mein Herz pochte inzwischen schneller, als es gesund sein konnte. Ich sah in seine Augen und war gefangen. Für einen kurzen Moment gab es keine Vergangenheit und keine Zukunft. Kein Gestern und kein Morgen. Es gab nur das Jetzt. Nur Brock und mich in diesem Auto. Während sein Daumen kleine Kreise auf meine Hand malte. Dann schaltete die Ampel auf grün. Das Auto hinter uns hupte. Ein jungenhaftes, fast verlegenes Lächeln verzog Brocks Lippen und er trat aufs Gaspedal. Ich sah auf unsere Hände. Was tat er da? Was erlaubte ich ihm da? Ich biss mir auf die Lippe und entzog ihm meine Finger. Für einen kurzen Augenblick lag seine Hand schwer auf meinem Oberschenkel. Das Gewicht schien mich durch den dünnen Stoff des Rockes zu verbrennen. Etwas sehr Warmes sammelte sich tief in meinem Bauch. Seine Hand blieb nur ein paar Sekunden so liegen, doch die Reaktion meines Körpers war heftig und eindeutig. Erregung stieg in mir auf. Dann merkte Brock, dass seine Hand tatsächlich noch auf meinem Schenkel lag und er riss sie zurück. Ich atmete leise auf und sah wieder aus dem Fenster. Häuser sausten vorbei, als wir die Hauptstraße von Marginsburg entlang fuhren. Ich konzentrierte mich darauf, meinen Körper wieder unter Kontrolle zu bekommen. Dillian? Hm? Triffst du gerade jemanden? fragte er. Die Frage erwischte mich unvorbereitet. Ich wollte schon Nein sagen, als mir klar wurde, dass das nicht so ganz stimmte. Irgendwie schon. Sein Grinsen wurde ein wenig breiter. Bist du dir da sicher? Ich antwortete nicht. weil ich mir keines wegs sicher war. Während des drei Stunden dauernden Abendessens, dem längsten Abendessen meines Lebens, gab es nur zwei Momente, in denen es mir schwer fiel, den Worten der schnell sprechenden Männer aus dem Westen zu folgen. Brock bemerkte sofort, dass ich sie nicht verstanden hatte. Ich hatte keine Ahnung, ob ich einen was-zum- Teufel- Ausdruck zur Schau trug, oder ob er mich Anschluss ihrer Aussagen und Fragen einfach sehr geschickt und ich kam wieder mit. Den zwei Männern fiel offenbar nicht auf, dass ich Probleme damit hatte, sie zu verstehen. Und nach den anfänglichen erstaunten Blicken, die ich immer registrierte, wenn jemand mein Gesicht betrachtete, starrten sie mich nicht weiter an. Das hätten sie sich niemals getraut. Sie respektierten meinen Vater zu sehr, um mich anzustarren und ehrlich, sie waren viel zu begeistert von Brock, um auch nur zu bemerken, dass ich anwesend war. Also bestellte ich mir ein Glas Wein. Oder auch zwei? Tyler James, der ältere der zwei Männer, war besonders scharf darauf, die Niederlassung in Martinsburg zu sehen. Wir haben morgen definitiv noch etwas Zeit. Unser Flieger geht erst am Nachmittag. Brock, der nur Wassertrank, nahm einen Schluck, sah dann zu mir. Das wäre perfekt. Ich umklammerte den Stil meines Weinglases und nickte. Vormittags finden zwei Mixed Martial Arts Kurse für Fortgeschrittene statt, wenn sie sich so etwas einmal ansehen wollen. Beide erklärten, dass es sie sehr interessieren würde, live bei einem Training dabei zu sein. Doch die große Überraschung folgte erst, als Brock ihnen von meiner Idee erzählte, das Angebot der Lima Academy auch auf Tanzen und eventuell sogar Toren auszudehnen. Da gibt es noch eine Menge ungenutztes Potenzial, sagte Mr. James, als die Rechnung gebracht wurde. Wir sind definitiv daran interessiert, in der Zukunft mit ihnen zusammen zu arbeiten. Nach der Überraschung, dass Brock das Thema überhaupt angesprochen und sogar gesagt hatte, dass es meine Idee gewesen sei, war ich richtig überwältigt, dass die Männer, deren Firma auf Proteinshakes und Riegel spezialisiert war, über die weiteren Entwicklungen informiert werden wollten. Es war fast halb zehn, als wir in die kühle Nachtluft traten. Die beiden Geschäftspartner verabschiedeten sich von Brock und mir und schüttelten uns die Hand. Dann sagte Tyler James noch, Ich bin schon gespannt zu hören, wie es mit der Leimer Academy weitergeht. Er lächelte. Ich glaube, Sie sind da etwas sehr Interessantem auf der Spur. Danke, sagte ich überglücklich. Wenn Brock mich unterstützte und selbst mögliche Investoren interessiert waren, dann sollte es mir nicht schwerfallen, auch meinen Vater zu überzeugen. Das glaube ich auch. Ich konnte meine Aufregung nicht verbergen, als die zwei Männer in ihren Mietwagen stiegen. Es war lange her, dass ich das letzte Mal bei der Arbeit das Gefühl gehabt hatte, tatsächlich etwas zu bewegen. Ohne nachzudenken, wirbelte ich herum, sprang nach vorn und warf Brock die Arme um den Hals. Erst als ich ihn schon umarmte, fiel mir auf, was ich da eigentlich tat. Er stand einfach nur da, die Arme an den Seiten, unbeweglich wie eine Statue und offensichtlich schockiert von meinem plötzlichen Überschwang. Okay, wir waren jetzt befreundet und auch wenn sich Brock mir gegenüber nicht benahm wie ein Chef, hatten wir die Knuddelfase offenbar noch nicht erreicht. Ich fühlte mich wie eine Riesenidiotin, also machte ich Anstalten, mich von ihm zu lösen. Allerdings kam ich nicht besonders weit, weil sich Brock in diesem Moment doch bewegte und die Arme um meine Talie schloss. Ein Keuchen drang über meine Lippen, als er mich fester an sich zog. Plötzlich war das keine einfache glückliche Umarmung mehr. Oh nein, es war viel mehr. Meine Brüste wurden gegen seinen Oberkörper gedrückt, mein Unterleib an seine Hüften. Es gab keinen Millimeter Luft mehr zwischen uns. Als Brock tief einatmete, fühlte ich, dass er bebte. Seine Finger glitten in meine Haare und er ließ das Kinn sinken, bis es auf meinem Kopf ruhte. Brock erwiderte nicht einfach nur die Umarmung, er drückte mich an sich und nein, das war nicht dasselbe wie eine Umarmung, das war etwas vollkommen anderes. Autos fuhren auf der Straße an uns vorbei. Gespräche näherten sich auf dem Gehweg und wanderten wieder davon. Ein wildes rohes Gefühl übernahm in mir die Kontrolle, ließ die Erinnerung an alte Emotionen aufsteigen, daran, wie es einmal gewesen war. Ein Wirbelsturm aus Verlangen und Sehnsucht durchfuhr mich, als ich mich fester an ihn drückte, bis ich sein Herz spürte. Fast hätte ich vorgeben können, wie er nein, ich durfte mir nichts vormachen. Diesen Weg hätte nur jemand mit einer masochistischen Ader eingeschlagen. Ich zog mich zurück und sah zu Brock auf. Er stand still, scheinbar vollkommen entspannt, doch der Blick, mit dem er mich betrachtete, war unglaublich intensiv, zermürbend und provokant. Er löste den Drang in mir aus, mich auf die Zehenspitzen zu stellen und ihn zu küssen. Oh mein Gott, was denke ich da? Ich entzog mich ihm ganz und war froh um die Dunkelheit, die die Röte meiner Wangen verbarg. Ich werde uns morgen ein paar Teilchen mitbringen, verkündete ich, schlang die Arme um mich selbst und zitterte. Eine Windwürfer wirbelte mein Haar und peitschte die Strähnen um meine Schulter. Brock stand nur schweigend da. Ich atmete tief durch. Außerdem sollten wir Paul informieren, weil er die Kurse gibt, die sie sich anschauen wollen. Stimmt, Brock zog seinen Sakko aus und legte es mir um die Schultern, offensichtlich nicht im geringsten berührt von dem, was gerade zwischen uns stattgefunden hatte. Wir haben drei mögliche Kandidaten in den Kursen. Ich weiß, dass dein Vater sie gern einmal in Philadelphia sehen würde, um sie einschätzen zu können. Danke. Ich zog das Sakko vor der Brust zusammen und hielt es fest, als wir die Straße überquerten. Um wen geht es? Brock nannte drei Namen, als er die Autoschlüssel hervorzog. Er drückte den Knopf zum Aufschließen und öffnete mir die Beifahrertür. Ich glitt in den Wagen, wobei ich das Sakko anbehielt. Hauptsächlich weil es warm war, aber wenn ich tief einatmete, konnte ich den erdigen Geruch seines Parfums riechen. Wir haben uns heute Abend sehr gut verkauft, sagte Brock, als er eingestiegen war und gerade den Startknopf drückte. Die Lüftung sprang an und heizte das Auto schnell auf. Ja, ja, haben wir. Ich warf ihm einen schnellen Blick zu. Er lehnte sich im Sitz zurück und beäugte mich. Wir sind ein gutes Team. Sind wir? Ein Lächeln verzog meine Lippen, also wandte ich den Kopf nach rechts. Warum tust du das? Was? Mein Lächeln verblasste, als ich ihn wieder ansah. Er beugte mein Atem stockte und ich riss die Augen auf. Jedes Mal, wenn du lächeln willst, unterdrückst du es entweder oder wendest den Kopf ab. Warum? Ich ... Unsere Blicke trafen sich und plötzlich hatte ich dieses seltsame Gefühl zu ertrinken. Ich hatte keine Ahnung, was dafür sorgte, dass meine Lippen sich bewegten. Ich kann nicht richtig lächeln. Er musterte mich und schieg einen langen Moment. Nervenschäden? Ja. Mit Mühe gelang es mir, den Blick abzuwenden. Es ist seltsam. Man sollte meinen, es wäre links, da, dort, da dort die Kugel eingetreten ist, aber es ist die rechte Seite. Ich nehme an, es wurden einfach ein paar Nerven zerstört. Brock betrachtete meinen Mund. Ich kann, ich kann mich nicht erinnern, wann ich dich das letzte Mal richtig lächeln gesehen habe. Ich erstarrte. Naja, eigentlich schon, fuhr er fort und strich mit dem Daumen über meine Unterlippe, was eine Welle aus Schaudern über meine Haut jagte. Ich erinnere mich. Ich schloss die Augen, als sich seine Daumen erneut bewegte. Diese Berührung traf mich mehr, als es sein sollte. Und ich weiß, dass dein Lächeln jetzt genauso schön ist, wie es früher war, erklärte er leise. Versteck es nicht, Jillian. Dann spürte ich, immer noch mit geschlossenen Augen, seine Lippen auf meiner Wange, genau auf der tiefen Narbe. Ich schnappte überrascht nach Luft, gerührt bis ins Mark. Es war ein solch zärtlicher Kuss. Es war definitiv nicht das erste Mal, dass Brock Mitchell mich auf die Wange küßte, doch es fühlte sich vollkommen anders an. Die sanfte Berührung seiner Lippen und das Kitzeln seiner Barthaare sorgten dafür, dass ich Wärme auf meiner Haut ausbreitete. Seine Nase glitt kurz über meine Wange, als er sich zurückzog. Und das raubte mir fast die Sinne. Es war nur ein Kuss auf die Wange, keusch und harmlos, und ich wollte, dass es so blieb, dass alles so blieb, wie es war. Doch mein Herz raste und mein Puls hämmerte und nichts, absolut gar nichts an meinen Gefühlen in diesem Moment wirkte harmlos. Brock legte den Gang ein und fuhr vom Parkplatz, während ich mich in den Sitz zurücksinken ließ. Meine Finger schmerzten fast, weil ich sein Sakko so fest umklammerte. Auf der Fahrt zu meiner Wohnung schwiegen wir beide. Ich bringe dich noch nach oben, verkündete er, als er in eine Parklücke direkt vor dem Gebäude einbog. Das ist nicht... Meine Worte erstarben, als seine Finger meine Hüfte berührten. Er hatte meinen Gurt gelöst. Ich blinzelte, aber Brock war bereits aus dem Auto gestiegen und lief um die Motorhaube. Okay. Er öffnete die Beifahrertür und streckte mir die Hand entgegen. Ich musterte ihn neugierig, dann schnappte ich mir die Handtasche aus dem Fußraum und stieg aus. Du musst das wirklich nicht machen, betonte ich. Ich will aber. Mit den Händen in den Hosentaschen vergraben, stieg Brock neben mir die Treppe nach oben. Glücklicherweise wohnte ich nur im zweiten Stock. Eine Wohnung weiter oben hätte ich nicht gemietet. Viel zu anstrengend. Brock sah sich um und ließ das Licht leuchtete. Sehr ruhig hier. Ist es. Ich hielt sein Sakko mit einer Hand geschlossen. Die andere ruhte auf dem Handlauf, während wir die Außentreppe nach oben stiegen. Ich nehme an, du wohnst wirklich ruhig. Das Einzige, was man hört, sind Vögel und etwas, das ein Luchs oder etwas in der Art sein muss. Ich lachte. Ein Luchs? Glaub mir, manchmal hört man dort mitten in der Nacht wirklich seltsame Geräusche. Davon abgesehen ist es ziemlich fantastisch. Er zögerte, als wir den Treppenabsatz im ersten Stock erreichten. Du solltest es dir mal anschauen. Ich warf ihm einen kurzen Blick zu, weil ich einfach nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte. War das ein freundliches Angebot oder mehr? Und wieso sollte ich denken, dass es mehr bedeuten könnte? Ich hatte keine Ahnung, Er sagte nichts mehr. Wir erreichten den zweiten Stock und gingen den breiten Flur entlang. Meine Wohnung lag ganz hinten an der Ecke. Wir hielten vor der Tür an und aus irgendeinem Grund raste mein Herz plötzlich, als wären wir viel höher gestiegen als zwei Stockwerke. Naja, also danke, dass du mich hochgebracht hast. Ich sah nach unten und grub den Schlüssel aus meiner Tasche aus, weil Brock näher an mich herangetreten war. So nah, dass unsere Schuhspitzen sich berührten. Und dafür fragte er leise nach. Ich hatte keine Ahnung mehr, was ich hatte sagen wollen. Ein wenig benommen schüttelte ich den Kopf, um wieder auf andere Gedanken zu kommen, als die, die gerade durch mein Hirn geisterten. Dafür, dass du mich heute herumkutschiert hast, wie ein meiner Tür sah. Dann hoben sich seine Schultern in einem tiefen Atemzug. Ich glaube, ich habe meinen Beruf verfehlt. Wirklich? fragte ich trocken. Ja, ich könnte meine Stelle als Geschäftsführer kündigen. Das kann ja einer deiner Onkel machen. Stattdessen widme ich mein gesamtes Leben der Aufgabe, dich herumzufahren. Ich kicherte. Das klingt gar nicht so schlecht. Ich hasse Autofahren. Er hob eine Augenbraue. Ich dachte, du fährst gern. Früher schon, aber inzwischen fahre ich eigentlich nur noch zur Arbeit und zurück und das macht die ganze Sache ziemlich unspektakulär. Das verstehe ich, er zögerte. Bist du müde? Ähm, ich war ja so schlagfertig. Sein Grinsen kehrte zurück. Falls nicht, dachte ich, wir könnten vielleicht noch etwas trinken. Ich habe eigentlich kein Alkohol im Haus. Ich meine, ich habe noch eine Flasche Wein, aber der ist wirklich billiger Wein, von dem man eigentlich nur Kopfweh bekommt, faselte ich. Mein Puls raste. Außerdem hätte ich Cola und Kaffee, aber Wasser oder Cola wären in Ordnung, meinte er lächelnd. Ich öffnete den Mund, doch für ein paar Sekunden drang kein Laut zwischen meinen Lippen hervor. Willst du, willst du noch hereinkommen? Er, ich will noch hereinkommen, Jillian. Er wollte hereinkommen. Sofort stürzten meine Gedanken in bodenlose Tiefe. Ich sah zu Brock auf, wobei ich den Kopf in den Nacken legen musste, weil er mir so nahe war. Plötzlich knisterte die Luft zwischen uns. Erneut saugten sich unsere Blicke aneinander fest. Keiner von uns bewegte sich oder sagte etwas. Seine Lippen öffneten sich. Meine Brust hob sich, als ich nach Luft schnappte. Brock sah mich auf eine Weise an, wie er es in meiner Jugend nie getan hatte. Und das ergab einfach keinen Sinn. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ich anfangen würde, einiges in einem neuen Licht zu betrachten, wenn ich Brock in die Wohnung ließ. Und das wäre gefährlich für uns. Für mich. Ich leckte mir über die Lippen und wandte den Kopf ab, als sein Blick noch intensiver wurde. Es ist schon spät. Eigentlich nicht, nein, sagte er mit einem Tonfall in der Stimme, der all meinen Nerven gleichzeitig zu berühren schien. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Ich glaube, ich zuckte, die besten Dinge der Welt erscheinen am Anfang oft nicht besonders klug. Wie zum Beispiel, dass ich einmal versucht habe, deinen Vater auszurauben. Ich musste lachen. Das war allerdings nicht klug. Du hattest Glück, dass sich die Situation zu deinen Gunsten entwickelt hat. Wie wahr. Er senkte den Kopf. Ich spannte mich an, weil ich fast vermutete, dass er vorhatte, etwas absolut Unkluges zu tun. Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Das war ganz sicher nichts, was ein Chef tun sollte, aber das war mir vollkommen egal und ich hielt still. Sein warmer Atem tanzte über meine Wange und bewegte die Strähnen an meiner Schläfe. Trotzdem hast du recht, es wäre nicht klug. Erleichterung und Enttäuschung kämpften in mir, als ich nickte. Wohnung trat und die Tür wieder schloss. Erst dann, als ich die Stirn von innen gegen das Holz lehnte, stellte ich fest, dass ich immer noch seinen Sakko über den Schultern trug. Mist, murmelte ich. Irgendwo hinter mir miaute Rage jämmerlich. Ich bewegte mich nicht, weil ein Teil von mir immer noch dort draußen im Flur stand und ernsthaft darüber nachdachte, Brock in meine Wohnung einzuladen. Dieser Teil von mir war unglaublich dämlich, weil er unbedingt wissen wollte, was passierte, wenn ich ihn hereinließ. Mein Magen war vor Nervosität ganz verkrampft, als ich am Donnerstagmorgen das Büro betrat und mich hinter meinem Schreibtisch niederließ. Ich wusste nicht, wie Brock sich heute benehmen würde, nachdem er gestern gefragt hatte, ob er noch mit in meine Wohnung kommen dürfe. Ich hatte gestern ewig gebraucht, um einzuschlafen, weil meine Gedanken einfach keine Ruhe gegeben hatten. Es war denkbar, dass ich viel zu viel in seine Frage hinein interpretierte. Es war sogar ziemlich wahrscheinlich. Früher war ich die Königin dieser Disziplin gewesen, sinnloses Heruminterpretieren. Vielleicht hatte er einfach nur Durst gehabt und noch ein wenig mit mir abhängen wollen, wie Freunde es eben taten. Und erst meine Reaktion hatte alles merkwürdig werden lassen. Ich machte immer alles merkwürdig. Aber das war keine normale Umarmung gewesen. Außerdem hatte sich Brock nicht wie ein guter Freund benommen. Nicht als er erst meine Wange und dann meine Stirn geküsst hatte. Freunde küssten sich nicht ins Gesicht. Okay, im Fernsehen taten sie das ständig, aber das galt glücklicherweise nicht für das normale Leben. Denn hello, es gab sowas wie eine Komfortzone, in die bitte niemand einfach so eindringen sollte. Außerdem hatte er mir zugestimmt, dass es nicht klug gewesen wäre, noch in meine Wohnung zu kommen. Letzte Nacht hatte ich wieder und wieder über alles nachgedacht, bis ich mich selbst so genervt hatte, dass ich mich gezwungen hatte, nach meinem E-Reader zu greifen und mich in einen Liebesroman über den unehelichen Sohn eines Herzogs zu vertiefen, der zum Piraten geworden war. Doch jetzt war ich wieder nervös und durcheinander, wahrscheinlich ohne Grund, während ich auf eine E-Mail starte, die mich erreicht hatte. Sie enthielt eine Liste von Angestellten, deren Leistungsbeurteilung anstand. Mehrere Minuten vergingen, ohne dass ich eine Ahnung hatte, was ich da las. Also musste ich mich um Input bat. Guten Morgen. Ich riss den Kopf hoch und entdeckte Brock, der in mein Büro stiefelte. Sofort spannten sich meine Muskeln an. Als erstes bemerkte ich, dass er eine schwarze Nylonhose und ein altes Leimert-Shirt von einem seiner Kämpfer angezogen hatte, was sich vollkommen von seiner Kleidung unterschied, die er für gewöhnlich trug. Als nächstes bemerkte ich den weißen Pappbecher in seiner Hand. Starbucks. Guten Morgen, murmelte ich. Grinsend stellte Brock den Becher auf meinen Tisch. Pumpkin Spice Latte, frisch gezapft. Er ist sogar noch heiß. Ich sah zwischen dem Becher und ihm hin und her. Für mich? Sehe ich aus, als würde ich so etwas trinken? Langsam schloss ich Ich gehe zu den Kursen in den ersten Stock. Hol mich, sobald unsere Gäste angekommen sind. Okay. Ich beobachtete, wie er davonging. Dann musterte ich den Pumpkin Spice Latte. Sehe ich aus, als würde ich so etwas trinken? Ein Grinsen verzog meine Lippen. Dann lachte ich. Die zwei potenziellen Investoren erschienen, kurz nachdem er gegangen war. Sie waren beeindruckt von sobald wie möglich vermieten wollten. Nach Möglichkeit an Unternehmen und Dienstleister, die mit uns zusammen arbeiten wollten, wie die Tanzschule von Avery und Theresa. Nach ihrem Besuch vermuteten sowohl Brock als auch ich, dass wir bald von ihnen hören würden. Bisher hatten wir noch nicht mit meinem Vater gesprochen. Diese Unterhaltung würden wir wahrscheinlich in ein paar Wochen führen, wenn wir ihn an Thanksgiving trafen. Am Freitag brachte mir Brock einen weiteren Latte zusammen mit zwei Stückchen Kürbisbrot, bevor er erneut verschwand und einen Großteil des Tages im ersten Stock verbrachte. Am Sonntag fuhr ich zum nächstgelegenen Möbelhaus, um mir endlich ein Bücherregal zu besorgen. Natürlich begeisterten mich sofort die coolen Leiterregale, aber sie waren nicht tief genug, um Bücher in zwei Reihen zu stellen. Letztendlich kaufte ich zwei Standardregale und brauchte Ewigkeiten dafür, sie aus meinem Auto in den zweiten Stock zu schleppen. Das waren die Momente, in denen ein Mann im Haus wirklich praktisch gewesen wäre. Doch ich schaffte es auch allein. Ich öffnete die Pakete, baute die Regale jedoch nicht zusammen, denn mir fiel ein, dass ein Walking Dead Marathon lief. Da es in meinem Gästezimmer kein Fernseher gab, pflanzte ich mich nur kurz darauf mit Essen vom chinesischen Lieferdienst auf die Couch und bewegte mich den Rest des Abends so gut wie nicht mehr. Am Montagmorgen kam Brock spät zur Arbeit. Es gab kein Latte und auch kein köstliches Kürbisbrot. Zugegeben, ich war enttäuscht, bis er gegen halb zwölf mit einer Papiertüte auftauchte, aus der es verdächtig gut duftete. Vielleicht habe ich dir was zum Mittagessen mitgebracht, sagte er, als er mein Büro betrat und die Tüte in die Luft hielt. Wenn ich mich richtig erinnere, konntest du Käsepommes noch nie widerstehen. Noch nie, hauchte ich, mein Magen knurrte. Ich hatte mir eines dieser Fertiggerichte für die Mikrowelle mitgebracht, die gar nicht so schlecht schmeckten. Aber auf keinen Fall würde ich Käsepommes ausschlagen. Brock setzte sich vor meinen Schreibtisch und zog einen weißen Karton und eine kleine Plastikschale aus der Papiertüte und Sourcream. Ich zog die Augenbrauen hoch. Dein Gedächtnis ist beeindruckend. Brock lachte leise, als er einen Salat aus der Tüte beförderte. Einen verdammten Salat! Wie sollte ich das vergessen, wo du doch jedes Mal, wenn sie die Sourcream vergessen haben, einen Nervenzusammenbruch erlitten hast? Mein Mundwinkel zuckte. Nichts trieb mich schneller in den Wahnsinn, als keine Dips zur Verfügung zu haben. Ich hatte gerade gut gelaunt das Döschen geöffnet, als ich sah, wie Paul am Büro vorbeiging. Er schien zu Brocks Büro zu wollen, doch dann hielt er an und spähte in meines. Als er Brock dort entdeckte, schüttelte er leicht den Kopf. Ich konnte es nicht genau erkennen, aber ich hatte das Gefühl, dass er auch die Augen verdrehte. Was war das Problem dieses Kerls verdammt noch mal? Brock sah stirnrunzelnd über die Schulter nach hinten, doch Paul war bereits verschwunden. Er drehte sich wieder zu mir um. Worauf bezog sich diese Miene? Nichts, murmelte ich und stopfte mir mehrere Käsepommes gleichzeitig in den Mund. Nach dem Mittagessen brummte mein Handy auf dem Tisch. Ein Blick aufs Display verriet mir, dass es Grady war. Meine Finger schwebten über dem Gerät, weil ich darüber nachdachte, ob ich abheben oder ihn lieber auf die Mailbox sprechen lassen wollte. Schuldbewusst ging ich dran, bevor sich die Mailbox einschalten konnte. Hallo? Hey, tut mir leid, dich bei der Arbeit zu stören, sagte Grady. Ist okay. Ich warf einen Blick zur offenen Tür. Ich habe ein paar Minuten. Was ist los? Ich tue das wirklich ungern, aber ich rufe an, um unser Date zu verschieben, sagte er und klang dabei ernsthaft zerknirscht. Ich habe gerade von meinen Eltern gehört. Mein Großvater ist krank und meine große Eltern brauchen meine Hilfe. Oh, ich spielte an einem Stift herum. Ich hoffe, es ist Grady lachte. In den nächsten Wochen dürfte alles ziemlich irre werden, mit den Zwischenbewertungen und den Examina, aber sobald es sich ein wenig beruhigt hat, möchte ich auf jeden Fall mit dir Abend essen gehen. Na klar, ist okay. Der Stift rutschte aus meinen Fingern, rollte über den Tisch und fiel auf der anderen Seite zu Boden. Ich seufzte. Bist du dir sicher? Ich fühle mich schlecht, weil ich dir absage. Das ist absolut okay. Ich musste unser Date am Mittwoch verschieben, also mach dir bitte keine Gedanken. Ich stand auf und ging um den Tisch herum, um den Stift aufzuheben. Ich würde gern mit dir essen gehen, sobald sich die Dinge beruhigt haben. Ich nehme dich beim Wort. Ich zog die Augenbrauen hoch, weil ich mir nicht sicher war, ob er es wirklich ernst meinte. Irgendwie kam mir das komisch vor. Er war von jetzt an bis zu irgendeinem Zeitpunkt in der unbestimmten Zukunft zu beschäftigt für ein Date? Okay, sagte ich, als ich mich wieder auf meinen Stuhl fallen ließ. Wir hören uns. Ciao, Jillian. Als ich auflegte, hatte ich keine Ahnung, was ich von dem Anruf halten sollte. Um ehrlich zu sein, war ich weder besonders enttäuscht noch erleichtert. Ich nahm Grady's Absage einfach hin. Aber ich rechnete nicht damit, dass er noch mal anrief. Wahrscheinlich suchte er nach einer Möglichkeit, sich aus der Affäre zu ziehen, weil ich bei unserem ersten Date den Kopf weggedreht hatte. Und das konnte ich ihm nicht mal übel nehmen. Am Dienstag gab es wieder einen Pumpkin-Spice-Latte. Mittwoch und Donnerstag vereinten sich diese Lattes in meinem Magen mit Kürbisbrot und einem leckeren Freitag ging ich mit Brock Mittagessen in einem neuen Sushi-Laden in der Stadt. Brock fragte mich nach dem nächsten Wochenende und erzählte mir, dass er in seinem neuen Haus noch einiges zu tun habe. Wir sprachen weder über die Arbeit noch über unsere Vergangenheit. Ich erzählte ihm von den Bücherregalen, die ich gekauft, aber immer noch nicht aufgebaut hatte. Er bot mir an, sie für mich zusammen zu schrauben, aber ich an. Da er meinte, er brauche nicht lange, blieb ich im Wagen sitzen, als er über den Kies ging und das Gebäude betrat. Ungefähr fünf Minuten später kehrte er mit zwei großen Pflanzen zurück, eine mit orangefarbenen, eine mit violetten Blüten. Er stellte sie hinter den Sitz auf den Boden. Chrysanthem? fragte ich, als er wieder auf den Fahrersitz glitt. Ja? Was ist damit? Wieso hast du Chrysanthem gekauft? so nicht. Ein verlegener Ausdruck huschte über sein Gesicht. Ich mag sie. Brock war absolut die letzte Person, von der ich erwartet hätte, dass sie Chrysanthem mochte, oder Blumen im Allgemeinen, wenn ich ehrlich war. Aber jetzt standen zwei davon hinter mir und bewiesen, wie falsch ich gelegen hatte. Und sie bewiesen auch, dass es noch Neues über Brock zu erfahren gab, was ich bisher nicht gewusst hatte. Etwas fast Lächerliches und so Niedliches. Er sah zu mir, als er rückwärts aus dem Parkplatz gefahren war. Fast hätte ich es geschafft. Ich sah ihn verwirrt an und fragte, was denn? Ein Lächeln, sagte er und beobachtete mich ein paar Sekunden lang, bevor er den Porsche auf die Straße lenkte. Fast hätte ich es geschafft, dich lächeln zu sehen. Liebe ist ein Feuer. Doch ob die Flammen dein Herz wärmen oder dein Haus niederbrennen, weiß man vorher nie. Joan Crawford Einige Wochen verstrichen. Halloween kam und ging und der November hielt Einzug. Die Luft wurde mit jedem Tag kälter und der Wettermann im lokalen Radiosender warnte, dass es ein Rekord Winter werden würde mit fast einem Meter Schnee in den kommenden Tagen. Einem Meter, nicht ein paar Zentimetern. Ich hatte meine Bücherregale immer noch nicht zusammengebaut. Ich hörte nichts von Grady, abgesehen von einer SMS dann und wann, wenn er sich nach der Lage erkundigte. Ich antwortete immer. Er sprach nicht mehr vom Abendessen, was meine Vermutung bestätigte, er würde sich über kurz oder lang aus der Sache zurückziehen. Beim Gedanken an Grady wünschte ich mir, dass ich mich aufregen könnte, weil ich dann zumindest gewusst hätte, dass ich mehr als flüchtiges Interesse für ihn empfand. Aber anscheinend sollte es einfach nicht sein, denn ich hegte keinerlei Hoffnung in Bezug auf unser gemeinsames Abendessen. Ja, ich bedauerte noch nicht einmal besonders, dass es nicht stattfand. Allerdings verbrachte ich eine Menge Zeit mit Brock und es lief wirklich ganz gut. Wir kamen super miteinander aus, sowohl während der Arbeitszeit als auch davor und danach. Es hatte keine weiteren Abendessen oder überraschenden Besuche in meiner Wohnung gegeben, doch er tauchte jeden Tag entweder mit Kaffee, Mittagessen oder Dessert in meinem Büro auf und manchmal gab es auch alle drei Dinge an einem Tag. Langsam fing ich an, mich zu fragen, ob er mich mästen wollte. Nicht, dass das nötig gewesen wäre, das erledigte ich von allein. Doch es war süß von Brock. Ich ging davon aus, dass es sein Weg war, wieder gut zu machen, was in der Vergangenheit geschehen war. Oder er wollte die verlorene Zeit aufholen, denn sowas hatte er auch vor Jahren schon getan, nicht so oft wie jetzt, aber wenn er beim Haus meiner Eltern vorbeigeschaut hatte, hatte er mir oft ein Stück Kuchen aus der Bäckerei neben der Leimer Academy Smoothies oder Milchshakes mitgebracht. Es war wie früher, aber gleichzeitig auch nicht. Brock flirtete, wie er es immer getan hatte, und er hatte die Fähigkeit, fast jedem Kommentar eine anzügliche Note zu verpassen. Möglicherweise fand das auch nur in meinem Gehirn statt. Denn mal unter uns, ich saß seit mehreren Jahren sexmäßig vollkommen auf dem Trockenen. Also gab es Momente, in denen ich fast alles in etwas Sexuelles verwandeln konnte. Wirklich. Manchmal schaute ich The Walking Dead und konzentrierte mich plötzlich viel zu lang auf Daryls Bizeps oder Ricks babyblaue Augen. Doch der Unterschied zu früher lag darin, dass ich mich weigerte, mich in die Sache hinein zu steigern, wenn ich glaubte, ihn dabei ertappt zu haben, dass er mich ansah. Ich dachte nicht stundenlang darüber nach, dass es irgendwie wirkte, als würde er jedes Mal zufällig meine Hand berühren, wenn wir gemeinsam zum Konferenzsaal gingen. Ich weigerte mich zu beachten, wie seine Finger über meine glitten und kurz innehielten, wenn er mir einen Kaffee oder ein anderes Mitbringsel überreichte. Und das passierte oft. Was ich an diesen Momenten hasste, war die Tatsache, dass selbst eine leichte Berührung von ihm bei mir sofort eine berauschende, ja fast überwältigende Reaktion auslöste. Mein Körper registrierte den Kontakt und sofort brannte mein Gesicht. Eine drängende, schwere ergriff Besitz von meinen Brüsten und ich blieb zurück mit dem Wunsch nach so viel. Denn etwas in mir öffnete sich, merkte ungeduldig auf. Ich muss wohl kaum erwähnen, dass Flipper, mein hellblauer Vibrator in Form eines Delfins, in dieser Zeit oft zum Einsatz kam. Mehrmals in den letzten Wochen hatte ich feststellen müssen, dass ich, wenn überhaupt, nur unruhig schlief. Entweder wurde ich von Albträumen geplagt oder ich konnte überhaupt nicht einschlafen. Stattdessen dachte ich darüber nach, wie sich zwei bestimmte Arme angefühlt hatten, als sie mich gehalten hatten, wie stark sie gewesen waren und wie hart seine Brust unter meiner Wange gewesen war. Und diese Gedanken verwandelten sich in Fantasien. Fantasien, in denen ich bemühte, mir niemand bestimmten vorzustellen, Fantasien, in denen ich mir vorstellte, meine Finger oder Flipper wären in Wirklichkeit die Hand oder der Mund eines anderen Menschen. Fantasien, in denen ich mir ausmalte, an die Wand gedrückt zu werden, flach auf dem Rücken oder auf dem Bauch auf meinem Bett zu liegen oder leicht vorgebeugt vor einer Kommode zu stehen oder einem polierten Kirschholz Schreibtisch. Irgendwann gab ich in der Regel auf und ließ meine Hand oder den Vibrator unter die Bettdecke gleiten. Wenn das Kribbeln begann und die Spannung in mir anstieg, versuchte ich stets nicht an Brock zu denken. Doch das klappte nicht immer. Kurz bevor mich der Höhepunkt überwältigte, gerade als sich die Spannung löste und dafür sorgte, dass die Muskeln meiner Beine sich anspannten, sah ich dunkle Augen und volle zu einem Lächeln verzogene Lippen. Ich kam mit Brocks Gesicht vor meinem inneren Auge. Wenn mein Herzschlag sich wieder beruhigt hatte, wollte ich mich hinterher am liebsten ohrfeigen. Mir ihn vorzustellen, während ich mich selbst befriedigte, kam mir einfach falsch vor. Gleichzeitig fühlte es sich unglaublich gut an. Auch wenn ich es nicht wollte, war es jedes Mal ein fantastisches Gefühl. Am Mittwoch, bevor Avery und Teresa samt Anhang zur Academy kommen wollten, erfuhr ich in einem kurzen Telefonat mit Avery, dass die Jungs gern eine neue Bar in Shepherdstown ausprobieren wollten, in der man auch essen konnte. Ich war deswegen schrecklich nervös, versuchte allerdings es zu verbergen, weil es einfach dämlich war. So lahm es auch klingen mochte, ich war seit diesem Abend vor langer Zeit in keiner richtigen Kneipe mehr gewesen. Das Wissen, dass ich bald zum ersten Mal wieder eine Bar betreten würde, sorgte dafür, dass ich über mein letztes Mal nachdenken musste. Ich saß in meinem Büro und wurde zurückkatapultiert zu diesem Abend. Katie erwiderte für eine Sekunde meinen Blick, dann ließ sie die schlanken Arme sinken, die sie vor ihren unglaublichen Brüsten verschränkt hatte. Sie griff nach dem Drink, den sie sich von der Bar mitgebracht hatte. Wieso bist du überhaupt hier? Du bist doch erst, was, 18? 20, stellte ich mit einem Seufzen richtig. Meistens sah ich eher aus wie 16, aber heute Abend, heute Abend war mein wahres Alter meiner Meinung nach zu erkennen. Ich bin tatsächlich schon 20. Trotzdem nicht alt genug, um zu trinken. Die kleinen Pailletten und Perlen an ihrem Oberteil klimperten, als sie ihren doppelten Tequila in einem eindrucksvollen Zug lehrte. Wenn Jax oder Keller dich hier erwischen, flippen sie aus. Keller arbeitete heute Abend nicht, zumindest hatte ich sie noch nicht entdeckt. Und Jax hatte mich noch nicht bemerkt, was kaum überraschte. Ich neigte dazu, mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Die Tür schwang auf und irgendein Kerl betrat die Bar, wobei er Brocks Namen brüllte. Ich erstarrte und fiel dann in mich zusammen, als sich Brock von der Bar löste. Hey, schrie er als Antwort, wo warst du so lange, Mann? Genau, Katie schüttelte den Kopf. Bist du dir sicher, dass ich dich nicht doch zu deinem Auto bringen soll? Ich nickte, weil ich nicht sprechen konnte, was vielleicht besser so war. Denn es war gar nicht unwahrscheinlich, dass ich anfangen würde, alles und jeden zu verfluchen, sobald ich den Mund öffnete. Katie trat neben mich. Ihr fruchtiges Parfum erinnerte mich an die Cocktails, die meine Mom trank, wann immer wir zum Strand fuhren. Katie küsste mich kurz auf die Wange. Heute Abend wird es nicht anders sein als sonst, Jelly. Ich weiß sowas. Sie richtete sich auf und tippte sich mit einem Finger an die Schläfe. Es ist eine Gabe, doch im Moment ist es ein Fluch. Er sieht dich immer noch so wie an dem Abend, als du ihn mit zum Abschlussball gebracht hast. Daran wird sich heute nichts ändern. Du solltest nach Hause gehen. Ich schnappte nach Luft. Das tat weh, richtig weh. Ihre Worte trafen mich tief im Herzen und der Schmerz strahlte bis in meine Knochen aus. Katie verschwand. Ich blieb noch einige Augenblicke lang auf meinem Hocker sitzen, ohne mich zu bewegen. Ich atmete nicht mal, als ich Brock beobachtete. Ich hatte mich kaum mit ihm unterhalten, seitdem ich angekommen war, und er hatte mich durchaus gesehen. Er hatte mich überrascht angeguckt und gemustert von oben bis unten. Brock hatte mich umarmt und mir dann gesagt, dass wir bald aufbrechen würden. Dann waren Colt und Reese aufgetaucht und ich hatte mich an diesen Tisch zurückgezogen, bevor ihnen auffiel, dass ich noch nicht 21 war. Ich schnappte mir meine Handtasche vom Tisch, öffnete sie und zog mein Handy heraus, nur um festzustellen, dass es schon kurz vor neun war. Oh Gott, konnten wir überhaupt noch ins Steakhouse? Ich war mir nicht sicher, wann das Restaurant schloss. Ich sah auf, während banger Angst drohte, ein Loch in meinen Magen zu brennen. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich dort saß, doch als ich wieder auf die Uhr sah, war es bereits nach neun. Das Abend sollte anders sein, etwas Besonderes. Ich durfte das nicht zulassen. Ich kehrte jeden Krümel meines Mutes zusammen, glitt vom Barhacker und setzte mich in Bewegung. Aber im letzten Moment bog ich nach links ab. Bevor ich wirklich wusste, was ich tat, betrat ich bereits die Damentoilette. Oh Gott, ich war wirklich jämmerlich. In dem fast klinisch sauberen Raum grub ich in meiner Tasche herum, bis ich meinen roten Lippenstift gefunden hatte. Mit zitternder Hand zog ich mir die Lippen nach und sagte mir, dass ich toll aussähe. Ich würde die Toilette verlassen und direkt zu Brock gehen. Genau. Es war egal, ob ich störte. Ich würde fragen, ob wir bald aufbrechen und dann würde ihm auffallen, wie spät es war und wie lange ich schon wartete. Ich kramte nach dem kleinen Flakon in der Tasche, trug ein wenig Parfum auf und lächelte mein Spiegelbild an. Mein Pony fiel mir wieder über die Stirn verdammt noch mal, aber daran konnte ich jetzt nichts mehr ändern. Ich schob mir den Riemen der Tasche über die Schulter und ging zurück in die Bar. Ich passierte die Gruppe Mädchen. Glücklicherweise klebte Kristen nicht flüsterten und kicherten über irgendwas. Reese entdeckte mich als erster. Er zog die Brauen hoch. Mit klopfendem Herzen berührte ich Brocks Arm. Er drehte sich um und sah zu mir herunter. Er war weit über 1,80m groß und ich gerade mal 1,62m. Er ragte hoch über mir auf, während mein Gesicht auf Höhe seiner Brust schwebte. Jelly Bean, sagte er mit seiner tiefen, rauen Stimme. Wo in aller Welt warst du? Ich habe mich mit Katie unterhalten, antwortete ich, aber sie musste zurück zur Arbeit. Grinsend griff er hinter sich und schnappte sich seine Bierflasche vom Tisch. Sie hat mich nicht mal begrüßt. Naja. Brock legte einen Arm um meine Schultern und zog mich an sich. Er roch wundervoll. Ein frischer Duft, der mich an die Schauer ergriffen. Ich wollte schon nach dir suchen, sagte er. Dachte du wärst ohne mich abgehauen. Nein, ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Schön das zu hören. Er drückte meine Schulter, denn das hätte mich sehr verletzt. Colton wandte sich von Reese ab. Er hatte diesen Ausdruck auf dem Gesicht, den Ausdruck eines Polizisten in seiner Freizeit. Hey, Jillian. Hi, presste ich hervor, weil Brocks Hand langsam über meinen Arm strich. Naja, es war nicht seine gesamte Hand, sondern nur der Daumen. Er zeichnete kleine Kreise auf meine Haut. Colton hob die Flasche. Ich wusste gar nicht, dass du schon 21 bist. Ähm, murmelte ich. Genau in diesem Moment erschien Jax hinter der Bar. Er riss die Augen auf, als er mich neben Brock entdeckte. Hey, sagte er und verschränkte die Arme vor der Brust. Du weißt, dass ich dich schrecklich mag, Süße, aber du darfst nicht hier drin sein. Unter 21 erlauben wir nur an Mittwochabenden, Gott sei Dank, fügte er leise hinzu. Wann bist du überhaupt aufgetaucht? Ich seufzte innerlich. Irgendwie war es in Anbetracht der Tatsache, dass ich mich schon seit Stunden hier aufhielt, ziemlich erbärmlich, wie leicht man mich übersah. Wahrscheinlich hätte ich mich nackt ausziehen können und trotzdem hätte mich niemand bemerkt. Oh, verflucht nochmal. Brock nahm den Arm von meiner Schulter und stellte sein Bier auf die Bar. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mein Gesicht brannte, als er auf mich heruntersah. Ist schon okay. Wir wollten sowieso gerade aufbrechen, richtig? Brock runzelte die Stirn. Was? Oh, wie viel Uhr ist es? Ähm, ich wollte mein Handy herauskramen, aber er hatte seines bereits aus der hinteren Hosentasche gezogen. Hier, unterbrach uns eine sanfte Stimme. Ich sah auf. Es war Kristen. Sie hielt zwei Schnapsgläser in der Hand. Trink mit mir, Brock. Brock sah mich an, sein Handy noch zwischen den Fingern. Komm schon, drängte sie. Ich umklammerte den Riemen meiner Handtasche. Du hast es versprochen, schnurrte Kristen. Das stimmt, er nahm das Glas, trank aber nicht. Seine Augen so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten, suchten meine. Verdammt, Jellybean, tut mir leid. Ich habe nicht mitbekommen, dass es schon so spät ist. Ich war mir der wartenden Kristen direkt neben uns unglaublich bewusst, als ich sagte, schon okay. Sein Blick glitt über meine Schulter und ein seltsamer Schauder ergriff mich. Er sah Kristen an, dann sagte er an mich gewandt, was machst du morgen Abend? Morgen Abend? Ich blinzelte langsam. Ich hatte vor, zurück nach Shepardstown zu fahren und er würde morgen mit meinem Vater und dem Leimer-Team zu einem Kampf aufbrechen. Also wieso? Wie wäre es, wenn wir morgen etwas essen gehen? Brocks Lächeln hätte einen Auffahrunfall verursachen können, so einnehmend war es. In diesem Moment hörte mein Herz auf zu schlagen. Das würde mir besser passen als heute. Was? hauchte ich. Ich musste ihn falsch verstanden haben, denn er wäre morgen überhaupt nicht mehr hier. Er hätte keine Zeit. Wir gehen morgen etwas essen, fuhr er fort, bevor er mit einem trägen lächeln das Schnapsglas an die Lippen hob. Hängen ab, du weißt schon. Mir wurde erst heiß und dann kalt, als ich es endlich kapierte. Er servierte mich ab. Er servierte mich ab für seine Freunde und für Kristen. Morgen Abend würde es kein Essen geben, weil er nicht mal mehr in der Stadt wäre. Er stieg morgen mit Dad in einen Flieger. Jillian, sagte Jackson, zog die Augenbrauen hoch. Mein Gesicht nahm die Farbe des Lippenstifts an, als mein Blick verzweifelt über die Gruppe huschte. Reese hatte sich abgewandt, er sah seine langjährige Freundin Roxy an, die am anderen Ende der Bar stand. Colton starrte auf seine Schuhspitzen. Der Kerl, den ich nicht kannte, lächelte die Gruppe von Mädchen an und registrierte nichts anderes. Und Kristen? Sie glotzte mich an, wie man dieses Mädchen ansah, das keinen Schimmer hatte, das Mädchen, das einen spontanen Fremdschämreflex auslöste. Oh Gott! Ja, sicher, geht klar. Ich wich langsam zurück, wobei ich gegen die plötzlichen Tränen in meinen Augen anblinzelte. Das war so beschämt. Ich musste hier weg. Ich musste sofort hier verschwinden. Morgen ist okay, krächzte ich, obwohl ich morgen nichts passieren würde. Der heutige Abend unterschied sich in nichts von jedem anderen Abend. Es war unglaublich dämlich gewesen, mir etwas anderes einzureden. Jellybean? Brock stellte das Schnapsglas auf die Bar. Seine Lippen waren zu einer flachen, harten Linie zusammengepresst. Hey, lass mich dich hinausbringen. Ich lächelte, lächelte einfach weiter, obwohl mein Blick inzwischen Tränen verhangbar. Nein, nicht nötig. Schon okay. Ich muss sowieso los. Brock kniff die Augen zusammen und runzelte die Stirn. Jillian, tschüss, flötete ich, wobei ich Colton und Reese kurz zuwinkte. Man sieht sich. Vielleicht verabschiedeten sie sich, vielleicht schwiegen sie, ich wusste es nicht. Blut rauschte in meinen Ohren und ich konnte nichts mehr hören, als ich durch die Bar eilte, vorbei an Gruppen von lachenden, sich unterhaltenden Menschen. Meine Hände zitterten, als ich die Tür öffnete und in die milde Nachtluft rannte. Ein leises Klopfen an der Tür riss mich aus meinen Erinnerungen. Ich war aufgewühlt und mir war schlecht, als ich aufsah und Brock entdeckte, als wäre er aus dem Nebel der Vergangenheit getreten. Warum musste er genau jetzt auftauchen? Warum? Denn wie ihm zu begegnen, kurz nachdem ich mit seinem Gesicht vor Augen masturbiert hatte. Absolut und total peinlich. Er sah mich an und sofort verzog er besorgt das Gesicht. Hey, war dir alles in Ordnung? Ja. Ich schluckte den Kloß in meiner Kehle hinunter, als ich beobachtete, wie er mein Büro betrat. Ich war... Ich verstummte, weil mir einfach keine gute Ausrede dafür einfiel, wieso ich am Schreibtisch saß und die Wand anstarrte. Ich hob die Hand und strich mir die Haare zurück. Du stehst noch nicht lange dort, oder? Lang genug. Ich erstarrte. Brocks dunkler Blick glitt über mein Gesicht und übersah dabei nichts. Schweigend trat er vor und setzte sich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. Manchmal bekommst du diesen Gesichtsausdruck. Als wärst du tausende Kilometer entfernt. einem ganz anderen Ort. Und ich glaube, ich weiß, wo das ist. Oh Gott! Ich riss die Augen auf. Ich habe diesen Blick schon öfter gesehen. Fuhr er fort und sah mich eindringlich an. Seine breiten Schultern hoben sich angespannt. Weil ich diesen Ausdruck auch früher schon verursacht habe. Ich schnappte nach Luft, stieß mich vom Schreibtisch ab und umklammerte die Armlehnen meines Bürostuhls. Daran habe ich nicht gedacht. Absolut nicht. Ich war einfach nur in Gedanken. Ehrlich. Er zog überrascht die Augenbrauen hoch und starrte mich an, als hätte ich gerade gestanden, dass ich in Wahrheit Bad Girl war. Dann sagte er, du überraschst mich immer wieder. Ich lachte nervös. Ich bin mir nicht sicher, ob das was Gutes ist. Er schüttelte Dann lehnte er sich vor und verschränkte die Finger ineinander. Du schützt mich. Wie bitte? Du hast mich damals beschützt, sagte er und seine Stimme war seltsam rau. Und du tust es auch heute noch, nicht wahr? Du willst nicht, dass ich an diese Nacht denke, weil du nicht willst, dass ich mich aufrege. Mein Gott, bin ich wirklich so leicht zu durchschauen? Obwohl ich weiß, dass es dich immer noch mitnimmt. Mich auch. Das wird es immer tun. Aber du bist diejenige, die verletzt wurde. Ich bin derjenige, der Scheiße gebaut hat und du versuchst immer noch mich zu beschützen. Ich würde die Armlehnen meines Stuhls zerquetschen. Ich habe das nicht verdient. Ein Muskel an seinem Kind zuckte. Ich habe es schon damals nicht verdient und heute verdiene ich es immer noch nicht. Ich schloss fest die Augen und kämpfte darum, Luft in meine Lunge zu bekommen. Brock! Aber das werde ich ändern, versprach er. Ich riss die Augen auf. Eines Tages in naher Zukunft werde ich das ändern. Das wäre so perfekt! Mit einer Hand auf dem prallen Bauch drehte sich Theresa in einem langsamen Kreis um die eigene Achse. Ich kann förmlich den Spiegel sehen, dort drüben an der Wand, mit den Stangen direkt gegenüber. Avery, die neben ihrer Freundin stand, nickte. Gott, das ist noch viel besser, als wir erwartet haben. Ich erlaubte mir ein kleines Lächeln, als sie den Raum mit der Halogenbeleuchtung durchstreiften. Die Jungs waren bereits verschwunden. Jace Ich zog mich ein wenig zurück und ließ Theresa und Avery gucken. Es gab noch ein paar andere leerstehende Räume, aber ich hatte das Gefühl, dass dieser hier besonders gut geeignet sein könnte, weil er groß genug war, um noch mal unterteilt zu werden. Ich hatte bereits einen Großteil der Informationen eingeholt, die Brock verlangt hatte, hatte andere Studios in der Gegend und ihre ungefähre Größe recherchiert. Wie ich Brock bereits erklärt hatte, gab es nicht besonders viel Konkurrenz. Also glaubt ihr, dieser Raum wäre geeignet? Avery sah über die Schulter zurück. Ihre Augen strahlten. Ja, er ist definitiv geeignet. Ein paar der anderen Räumlichkeiten, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, waren einfach Hallen über Geschäften, mal mit, mal ohne Klimaanlage, erklärte Theresa, und über den Zustand der Böden in diesen Dingern will ich gar nicht reden. In Ordnung, also wissen wir jetzt, dass die Räumlichkeiten in Betracht kommen. Ich schlug die Hände zusammen und tippte mit einer Schuhspitze auf den Boden. Der nächste Schritt besteht darin, so genau wie möglich abzuschätzen, was es kosten würde, diesen Raum in ein Tanzstudio zu verwandeln. Und da kommt ihr ins Spiel, erklärte ich. Ich habe eine Weile damit verbracht, Grundrisse und Materialkosten zu studieren, aber ich gehe davon aus, dass ihr beide viel genauer wisst, was nötig ist. Also möchte ich euch um eine diesbezügliche Kalkulation bitten. Sie wechselten einen Blick, dann meinte Theresa, das kriegen wir hin. Locker, stimmte Avery zu, dann brauchst du die Informationen. Wir haben Zeit. Das Ende des Jahres rückt näher, also sprechen wir bereits vom Frühjahrsbudget. Sollten wir dem Projekt grünes Licht geben, brauchen wir erst mal die Genehmigung. Sobald wir die Kalkulation haben, können wir den nächsten Schritt machen. Averys Augen leuchteten vor Aufregung. Glaubst du, das könnte wirklich funktionieren? fragte sie mich. Ich glaube, Brock steht hinter der Idee. Er hat zwar Bedenken wegen der Kosten und der Rentabilität, aber wir sind davon überzeugt, dass das Projekt eine Menge Wachstum Chancen bietet, antwortete ich ehrlich. Wir müssen nur noch meinen Vater dazu bringen, der Sache zu zu stimmen. Er ist neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen, aber er hat noch nie in diese Richtung gedacht. Ich will alles vorbereitet haben, bevor wir mit ihm sprechen. Wir wollen ihm die Sache so präsentieren, dass ihm nicht mal die Idee kommt abzulehnen. Aber ja, ich denke, wir können euer nach links, was wohl ihre Version eines glücklichen Tänzchens war. Kichernd hob Teresa die Arme und reckte die Fäuste in die Luft, bevor sie zu mir herüber watschelte. Danke! Sie trat neben mich und legte mir eine Hand auf den Arm. Ehrlich! Ich weiß, dass noch nichts in trockenen Tüchern ist, aber danke dir, dass du uns helfen willst und versuchst, es möglich zu machen. Tanzen war ein so großer Teil unseres Lebens, dass für uns ein echter Traum wahr werden würde, wenn wir endlich wieder in diese Welt eintauchen können. Kein Problem, ich errötete leicht, dann sah ich zu Avery, die uns anlächelte. Also, wie schätzt ihr die weitere Zeitplanung ein? Es ist gut, wenn wir erst im Frühjahr alles in die Wege leiten, sagte Avery und warf einen Blick auf Theresa. Du entbindest Ende Dezember. Gott sei Dank, murmelte Theresa. Bis wir tatsächlich Kurse anbieten können, wäre es wahrscheinlich Sommer, richtig? Theresa nickte. Plötzlich hörten wir Gelächter, gefolgt von dem Geräusch eines Körpers, der auf eine Matte knallte. Theresa sah stirnrundelnd zur Tür. Ich hoffe wirklich, dass Brock ihnen keine Kampfmoves zeigt. Gott, hoffentlich nicht. Ich habe Hunger und will den Abend nicht in der Notaufnahme verbringen, stimmte Avery zu. Ich lachte. Falls er wirklich mit ihnen kämpft, wird er ganz sanft sein. Bestimmt, fügte ich im Kopf hinzu. Averys Gesichtsausdruck verriet mir, dass sie es besser wusste. Vielleicht sollten wir sie suchen gehen. Nicht nötig, verkündete eine Männerstimme. Ich drehte mich um. Jace den Blick unverwandt auf seine Frau gerichtet. Ich weiß, ohne uns war euer Leben sinnentleert, aber jetzt sind wir wieder da. Theresa schnaubte. Ich glaube nicht, dass sinnentleert der richtige Ausdruck ist. Eine Sekunde später erschienen auch Cam und Brock. Ich sah Averys Erleichterung, dass Cam aufrecht ging und nicht humpelte. Er kam auf sie zu und legte von hinten seine Arme auf ihre schlanken Schultern. Dann sagte er etwas zu leise, als dass ich es hätte verstehen können. Doch die Röte, die Averys Wangen aufblühen ließ, ließ mich vermuten, dass ich es auch gar nicht hören wollte. Jace ging ebenfalls zu seiner Frau und schlang die Arme um sie, so dass seine Hände auf ihrem kugelrunden Bauch lagen. Alles gut? fragte er sie nach einem Kuss auf die Wange. Sie nickte, schloss die Augen und lehnte sich gegen ihn. Ich fühlte ein Ziehen in der Brust und schaute weg, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich sollte sie nicht so anstarren. Die Liebe, die sie füreinander empfanden, war fast mit Händen greifbar, genau wie bei Avery und Cam. Es war schön, von so glücklichen Paaren umgeben zu sein, aber manchmal fiel es mir schwer, nicht eifersüchtig zu werden. Ich fühlte mich schlecht deswegen, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie ich jemals so glücklich werden konnte wie Avery und Theresa. Okay, ich konnte es mir vorstellen, aber das war es dann auch schon. Reines Wunschdenken. Ich spälte zu Brock. Er sah gerade mit zusammengebissenen Zähnen auf sein Handy. Sofort rutschte mir das Herz in die Hose. Er war am Donnerstag und heute kaum im Büro gewesen, sondern immer bei irgendwelchen Terminen, also hatte ich ihn seit dem Nachmittag kaum gesehen, als er mir dieses Versprechen gegeben hatte. Ein Versprechen, das ich nicht ganz verstand. Er hatte mich heute Morgen abgeholt mit derselben Ausrede wie beim letzten Mal und ich war jetzt schon nervös wegen der Heimfahrt. Herrje, nervös wegen jeder Fahrt mit ihm, denn die paar Male, die wir uns in den letzten Tagen gesehen hatten, war er nicht besonders gesprächig gewesen. Und wie sieht es aus? fragte Brock, als er sein Handy wegsteckte. Die enthusiastische Zustimmung, die aus Theresa und Avery herausbrach, zauberte ein kleines Lächeln auf Brocks Lippen, während die jeweiligen Ehemänner breit grinsten. Gut, Brock sah mit undeutbarer Miene zu mir, dann lasst uns aufbrechen. Ich starrte auf mein zweites Glas James Nowiski und fragte mich, wie es dazu gekommen war, dass mein Bauch voll war, dass Blut warm durch meine Adern floss und alle Muskeln in meinem Körper absolut entspannt waren. Es hatte mit Wein angefangen. Sobald wir in der kleinen Bar mit Restaurant angekommen waren, hatten wir eine große Sitznische direkt am Fenster in Beschlag genommen. Theresa, die aus offensichtlichen Gründen nichts trinken durfte, hatte mich irgendwie dazu überredet, für sie mitzutrinken. Wie sie das angestellt hatte, hatte ich vergessen. Gewöhnlich gehörte ich zu dem Typ Frau, der ein Glas Wein trank und es dann gut sein ließ. Nur sehr selten genehmigte ich mir zwei Gläser oder vier und garantierte niemals, wenn andere Leute dabei waren. Wenn man angetrunken war, vergaß man manchmal Dinge über sich selbst. Natürlich konnte das auch toll sein, aber ich mochte es lieber, wenn ich mir meiner Umgebung bewusst war und mein loses Mundwerk unter Kontrolle hatte. Doch bevor ich wusste, wie mir geschah und ohne, dass ich wirklich etwas dafür konnte, hatte ich schon ein paar Gläser Wein und einen Whisky getrunken. In diesem Moment dachte ich nicht mehr über mein Mundwerk oder meine Narben nach oder das Gespräch, das Brock und ich am Mittwoch geführt hatten oder den Abend, an dem Brock mir das Herz gebrochen und er damit geendet hatte, dass ich besagte Narben bekommen hatte. Ich dachte über diesen ganzen Unsinn einfach nicht nach und es war fantastisch. Ich sollte öfter trinken. Jetzt starrte ich den zweiten Whisky an und fragte mich, wie er vor mir aufgetaucht war. Mein gesamter Körper kribbelte, als ich meinen Blick von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit zu Jays gleiten ließ. Moment, war das der zweite Whisky oder schon der dritte? Mist, es war der dritte. Ich war es nicht, erhob die Hände. Avery, die ebenfalls ein wenig getrunken hatte, kicherte. Ihr Gesicht war so sehr gerötet, dass ich ihre Sommersprossen kaum noch erkennen konnte. Cam trank nichts, also bestellte er stattdessen immer für sie. Zugegeben, sie hatte es verdient, mal Spaß zu haben, Kinder groß zu ziehen musste. Meine Gedanken schweiften ab, aber dann fiel mir wieder ein, dass ich hatte herausfinden wollen, wie dieser Whisky vor mir gelandet war. Ich drehte den Kopf und sah Brock an. Er saß links von mir, die Arme auf den Tisch gestützt. Er zuckte nur mit einer Schulter, als er nach seinem Wasserglas griff. Du sahst aus, als könntest du noch einen gebrauchen. Ich musterte ihn eine Sekunde lang. Versuchst du mich abzufüllen? Das würde ich niemals, wirklich nicht. Er riss unschuldig die Augen auf. Ich griff nach dem Glas. Total entspannt, murmelte ich. Gewöhnlich bist du so angespannt wie eine verdammte Kobra, gab er zurück. Ich hatte keine Ahnung, ob Kobras angespannt waren, also musste ich ihm wohl glauben. Tränk aus. Ich leerte mein Glas. Die Flüssigkeit brannte in meiner Kehle und trieb mir Tränen in die Augen. Ich schnappte nach Luft und kniff die Augen zu. Oh lachte leise und lehnte sich an mich, sodass ich sein rechter Arm gegen mich drückte und ich mochte es sehr sogar. Aber es ist ein gutes Brennen, meinte er, lässt die Brustbehaarung sprießen. Das ist heiß, antwortete ich und ließ meinen Blick von seinem Gesicht auf seine Brust wandern. Du hast eine breite Brust. Wieder lachte Brock. Also vielen Dank auch. Irgendwo in meinem Hinterkopf mahnte eine Stimme, dass ich mich gerade der schlimmsten Art von Logorö hingab. Aber ich konnte mich einfach nicht zurückhalten oder auch nur weiter darüber nachdenken. Hast du immer noch Tätowierungen auf der Brust? Breit lächelte er mich an. Da ich nicht bereit bin, mich stundenlang Sitzungen mit einem Laser zu unterziehen. Ja, ich habe noch Tattoos auf der Brust, Jelly. Ich nickte, froh das zu hören. Ich mochte sie immer sehr. Besonders dieses Kreuzding, genau. Ich hielt inne und stellte es mir vor. Es ist so keltisch und Zeug. Keltisch und Zeug, Jace lachte. Das klingt gut. Finde ich auch. Ich schenkte ihm das anerkennende Nicken, auf das er es meines Erachtens abgesehen hatte. Guck mal, plötzlich schlug Theresa Jace auf den Arm. Ich bin ja so froh zu sehen, dass ich nicht die einzige Schwangere hier bin. Jace gluckste. Es ist eine Bar mit Restaurant. Als ich das letzte Mal nachgelesen habe, durften schwangere Frauen noch in Läden die Essen servieren. Schon, aber es ist trotzdem seltsam, gab sie zurück. Ich habe ständig das Gefühl, dass die Leute mich anstarren oder über mich tuscheln. Scheiß auf sie, du kennst sie nicht, sie kennen dich nicht, sagte ich. Dann blieb mir der Mund offen stehen. Tut mir leid, die Sache mit dem Scheiß auf sie war irgendwie unhöflich, ich bin nicht mehr ganz nüchtern. Sie riss die Augen auf, dann grinste sie. Ich mag die angeheiterte Jillian. Die angeheiterte Jillian mochte sie auch. Ich konzentrierte mich wieder auf Brock. Du weißt du was? Er nippte an seinem Wasser, dann lehnte er sich wieder gegen mich und das gefiel mir wirklich sehr. Außerdem mochte ich, dass seine dunklen Augen wärmer wurden, sobald er mich ansah. Was? Du wirkst so locker. Locker? Er ließ den Kopf sinken und etwas glitzerte in seinen dunklen Augen. Wann war mit den Achseln? Meine Schulter stieß gegen seine. Vorhin hattest du eine ganz versteinerte Miene. Du weißt schon, zusammengebissene Zähne und so. Versteinerte Miene? Das ist mal eine neue Beschreibung. Sein Blick wanderte einmal um den Tisch, bevor er wieder auf mir landete. Ich musste mich einfach um etwas kümmern. Oh, das klang dramatisch. Warum? Etwas, wiederholte er, und irgendwie endete das damit, dass sein Mund ganz nah vor meinem schwebte. So nah, dass ich seinen Atem auf meinen Lippen spüren konnte. Ich werde es dir später erzählen, okay? Ich starrte auf seinen Mund. Okay. Ich hatte keine Ahnung, wozu ich gerade meine Zustimmung gegeben hatte, aber Brocks Lippen waren voll und sinnlich und zu einem Lächeln verzogen. Er gluckste und das tiefe Geräusch sorgte dafür, dass mir ganz schwindelig wurde. Schwindeliger als mir sowieso schon war. Moment, war schwindeliger ein Wort? Es wird Zeit, dass wir aufbrechen. Cam hob die Hand und sah sich nach dem Kellner um. Theresa zog eine Augenbraue hoch, während Avery wieder kicherte. Ich konnte nur daran denken, dass irgendwer heute Abend wohl noch Sex haben würde. Welch ein Glück. Der Kellner erschien und ein paar Minuten später lagen Avery und ich uns in den Armen, um uns zu verabschieden. Ich versuchte noch Theresa zu umarmen und dann saß ich auch schon in Brocks Wagen. Dein Auto ist so schick, erklärte ich, als ich nach dem Gurt griff. Ich Brock lachte und schloss meine Tür. Bis er auf dem Fahrersitz saß, hatte ich es geschafft, mich anzuschnallen. Bei dir alles okay da drüben? fragte er. Alles prima. Ich ließ die Handtasche auf meinen Schoß fallen und zog sie eng an mich. Avery und Theresa sind wirklich begeistert von den Räumen. Ich verbrachte die gesamte Fahrt zu meiner Wohnung damit, ihm genau zu beschreiben, wie aufgeregt meine Freundinnen gewesen waren. Brock hörte zu. Wann immer ich zu ihm hinüber sah, sah er zwar auf die Straße, grinste aber über das gesamte Gesicht. Es kam mir vor, als bräuchten wir nur Sekunden für die Fahrt. Ich blinzelte, dann standen wir schon auf dem Parkplatz und ich starrte zu den dunklen Fenstern der oberen Etage hoch. Es war noch früh, nicht mal zehn Uhr und das einzige lebende Wesen in meiner Wohnung war der Kater. Heute war Freitag. Am Wochenende allein zu sein stank zum Himmel, vor allem wenn alle anderen unterwegs waren. Ich wusste nicht genau wo sie waren, aber ich war hier und tat nichts. Ich bringe dich noch hoch, verkündete Brock und machte den Motor aus. Er drehte sich Beleidigt riss sich den Kopf herum. Ich kann laufen. Selbst im dunklen Innenraum konnte ich die Erheiterung in seiner Mine erkennen. Willst du mir wirklich erklären, du wärst nicht betrunken? Ich bin ein wenig angeheitert. Niemals, antwortete er trocken. Das ist deine Schuld, krummelte ich, als sich die Tür öffnete. Ich wollte aussteigen, nur um mich fast selbst mit dem Gurt zu erwürgen. Verdammt! Brock lachte. Alles klar. Ich brauchte einen Moment, um aus dem Auto zu steigen. Aber die Stufen komme ich allein hoch. Ich deutete auf die Treppe nur für den Fall, dass Brock nicht verstanden hatte, wovon ich sprach. Ich brauche deine Hilfe nicht. Grinsend kam er näher. Okay, du brauchst meine Hilfe nicht. Aber was, wenn ich sie dir trotzdem anbiete? Ich starrte mit zusammengekniffenen Augen zu ihm auf. Wann hast du dich zu so einem Gentleman entwickelt? Ich bin kein Gentleman, er nahm meine Hand. Glaub mir. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich ließ mich von ihm über den Parkplatz führen. Moment, weißt du, was toll wäre? Eis. Ich entzog ihm meine Hand, wirbelte herum und wanderte zurück zu seinem schicken Auto. Wir können Eis kaufen gehen. Komm zurück, sagte er lachend. Dann schlang er einen Arm um meine Taille und drehte mich wieder um. Lass uns mit dem Eis noch ein bisschen warten und schauen, ob du es später auch noch willst. Warum? Könnte sein, dass es deinem Magen nach dem ganzen Alkohol nicht gut tut. Das klingt vernünftig. Dann hörte ich auf zu reden, weil ich feststellen musste, dass wir direkt vor der Treppe standen und ich all meine Konzentration brauchte, um sie hochzusteigen. Die Stufen entpuppten sich als anspruchsvoller als erwartet. Als wir die Wohnungstür erreicht hatten, ließ ich meine Tasche von der Schulter gleiten und fand meine Schlüssel, obwohl der Flur leicht schwankte. Ich zog sie heraus und sie glitten mir prompt aus den Fingern. Rock hob sie pfeilschnell vom Boden auf. Hab sie. Ja. Ich beobachtete, wie er die Eingangstür aufschloss. Ja, stimmt. Er schüttelte den Kopf und schob die Tür auf. Hinein mit dir. Ich stolperte durch den Türrahmen, dann riss ich den Arm herum und ließ meine Hand auf den Schalter an der Wand knallen. Sanftes Licht erhellte das Wohnzimmer. Mein Blick landete sofort auf Rage. Er saß auf dem Couchtisch, die gelben Katzenaugen missbilligen zugekniffen. Hör auf, mich anzustarren, murmelte ich und stampfte vorwärts. Doch ich hielt an, weil mir eingefallen war, dass Brock noch da war. Er stand immer noch vor der Tür. Kommst du herein? Willst du, dass ich das tue? Ja. Dann nickte ich, nur um sicher zu gehen, dass er mich verstanden hatte. Er beobachtete mich mit diesem Grinsen auf dem Gesicht, trat in meine Wohnung und schloss die Tür hinter sich. Dann ging er zur Kücheninsel und legte meinen Schlüssel Bund darauf. Hast du Wasser im Kühlschrank? Ich habe auch Wasser in den Hänen. Ich schleuderte die Pumps von mir, so heftig, dass sie gegen die Wand knallten. Seufzend bewegte Warum hast du Kopfweh? Mir war warm, zu warm. Also ging ich zum Fenster. Ich war kurz davor, es zu öffnen, als mir klar wurde, wie viel Mühe das bedeutet hätte. Dann sah ich an mir runter und mir fiel ein, dass ich ein Tanktop unter dem Pulli trug. Hinter mir hörte ich das Geräusch von Schranktüren, die geöffnet und geschlossen wurden. Ich zog mir den Pulli über den Kopf, um ihn anschließend auf den Boden fallen zu lassen. Kühle Luft glitt über meine Arme und sofort fühlte ich mich tausendmal besser. Dann drehte ich mich um. Brock hatte meine Medikamentenvorräte in dem Schrank neben dem Kühlschrank gefunden und schüttelte gerade Aspirin in seine Handfläche. Mit der Wasserflasche in der anderen Hand drehte er sich zu mir um und erstarrte. Ich wollte etwas sagen, vergaß aber sofort, was es gewesen war, als sein Blick über mein Gesicht glitt, um dann nach unten zu wandern über die dünnen Träger meines Tops. Es lag eng an, wie eine zweite Haut, und war schmal geschnitten, sodass die Rundung meiner Brüste zu sehen war. Ich wusste das, weil er genau dorthin sah. Angenehme Wärme verdrängte die fast unerträgliche Hitze, die ich noch vor ein paar Sekunden empfunden hatte, und ich wollte dieses Gefühl festhalten. Brock kam langsam auf mich zu, seine Augen noch dunkler als zuvor, wie ein brennender Nachthimmel. Ich schluckte schwer und legte den Kopf in den Nacken, als Brock vor mir anhielt. Ich habe keine Ahnung, wieso ich sagte, was ich als nächstes sagte, es kam einfach über meine Lippen. Grady hat mich nie zum Abendessen ausgeführt. Brocks linke Augenbraue wanderte nach oben. Er musste absagen, er ist sehr beschäftigt auf der Farm seiner Großeltern und dann sind da noch die Zwischenprüfungen und Examen und ich zuckte mit den Achseln und wieder legte sich Brocks Blick auf mein Dekolleté. Ich glaube nicht, dass es mir etwas ausmacht. Natürlich tut es das nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass du etwas Besseres verdient hast. Nimm die hier und trink das Wasser, sagte er. Morgen früh wirst du dankbar dafür sein. Da ich wusste, dass er Erfahrung mit solchen Dingen hatte, tat ich, was er angeordnet hatte, während er an mir vorbeiging und nach der Fernbedienung griff. Rage sprang auf den Boden und tänzelte auf Brocks zu, Fernseher an und seppte durch die Kanäle, bis er bei einem Film mit Jason Statham hängen blieb, in dem Jason Statham anscheinend Jason Statham spielte. Er legte die Fernbedienung wieder weg, ging zur Wand und schaltete das Licht aus. Dann setzte er sich auf die Couch, nein, er legte sich auf die Seite. Anscheinend hatte ich verpasst, wie er seine Schuhe und Socken ausgezogen hatte, er stemmte den Kopf auf die Faust und sah mich an. Komm her. Eine Sekunde lang blieb ich unbewirklich stehen. In meinem Hinterkopf mahnte eine kleine, aber immer lauter werdende Stimme nicht zu ihm zu gehen, ihn stattdessen zum Gehen aufzufordern und einfach ins Bett zu kippen. Doch ich verbot der Stimme den Mund und ging zu Brock. Er streckte mir die Hand entgegen. Mir war ein wenig schwindelig, als ich meine Finger in seine schob. Schaust du noch den Film mit mir? Danach werde ich gehen. Ein Film mit ihm schauen? Das konnte ich machen. Er zog mich nach unten, sodass ich ausgestreckt neben ihm auf der Couch lag. Er ließ meine Hand los und drehte mich, sodass ich zum Fernseher schaute. Ich wandte ihm den Rücken zu, aber es war noch ein winzig kleiner Abstand zwischen unseren Körpern. Das erinnerte mich an andere Abende vor langer Zeit, als wir zu Hause so dargelegen hatten, uns fast, aber nicht wirklich berührt hatten. Mehrere Augenblicke vergingen, dann fühlte ich, wie seine Hand auf meiner Hüfte landete. Ich zuckte bei der Berührung zusammen und Biss mir auf die Lippe. Mein Herz schlug im schnellen Rhythmus der Schüsse im Film. Brocks Hand bewegte sich nicht, sein Daumen aber schon. Mein Körper konnte sich auf nichts anderes konzentrieren, während ich auf den Fernseher starrte, ohne wirklich etwas zu sehen. Ich wollte mich bewegen. Jillian, stöhnte er, als ich mich wand und vergrub für einen Moment seine Finger an meiner Hüfte. Bleib still liegen und schau dir den Film an. Schmollend seufzt dich. Ich wollte nicht liegen, nicht wenn er hier war, nicht wenn sein Körper so warm und hart hinter mir lag. Brock? Ich drehte den Kopf, damit ich ihn hören konnte. Was, Baby? Ich starrte an die Decke. Ist es seltsam, dass wir hier sind, jetzt gerade? Seltsam? Ich fühlte, wie er sein Gewicht verlagerte und plötzlich starrte er auf mich herunter. Das Flackern des Fernsehers ließ Schatten auf seinem Gesicht tanzen. Daran ist nichts seltsam. Wenn überhaupt, dann ist es richtig. Richtig? Das hier war richtig. Ich sah ihm tief in die Augen. Hast du, hast du mich manchmal vermisst? Ich holte zitternd Luft. Ich habe dich vermisst. Oft. Brock erwiderte meinen Blick. Ich habe dich an jedem verdammten Tag vermisst, Jillian. Mit jeder Faser meines Körpers. Ich erwachte und träumte doch. Wie sonst ließ ich erklären, dass ich an einem warmen männlichen Körper geschmiegt lag? Einen Körper, den ich sofort und instinktiv als den von Brock identifizierte. Es war seine Hand, die unter meinem Oberteil lag, flach auf meinem Kreuz. Es war seine Brust, auf der meine Wange ruhte und sein breites Bein, das unter meinem lag. Ich erwachte und stand in Flammen. Mein Körper war überhitzt und mein Blut hatte sich in Lava verwandelt. Mein Trägerpulsschlag beschleunigte sich und meine Hüfte bewegte sich, um meine intimste Körperstelle gegen ihn zu drücken. Sofort verspürte ich Reibung, wie es auch der Fall war, wenn ich mich selbst berührte und dabei an ihn dachte. Ich rieb mich an ihm, suchte Erleichterung, während sich meine Finger im Stoff seines Hemdes vergruben. Ich hatte von ihm geträumt, davon, wie sich sein großer Körper über meinem bewegte, wie er mich küsste und an meiner Haut knabberte. Und auch das jetzt fühlte sich an wie ein Traum und in dem Nebel, der meine Gedanken verschleierte, konnte ich nicht erkennen, was real war und was nicht. Doch jetzt spannte er sich unter mir an und seine Hand bewegte sich auf meinem Rücken. Jillian? Seine Stimme, sie klang so echt, dass ich stöhnte und meinen Oberkörper gegen seinen presste. Sein Gesicht kam näher und ich führte meine Hand von seiner Brust zu der rauen Kontur seines Kiefers. Ich küßte ihn. Ich küßte ihn, als ich mich an ihm rieb, suchend und forschend. Der Arm um meine Hüfte umfasste mich fester. Dann erwiderte er meinen Kuss, hart und leidenschaftlich. Nichts an diesem Kuss war verspielt oder langsam. Unsere Zähne stießen aneinander, unsere Zungen verschlangen sich ineinander und alles, was gerade passierte. Es ist kein Traum, kein Traum, vermittelte mir ein unwirkliches Gefühl. Brocks Mund bewegte sich auf meinem, während ich meinen Schritt an seinem Bein rieb. Die Spannung in mir nahm zu, doch es reichte nicht. Es reichte nicht aus, um mir Erleichterung zu verschaffen. Ich keuchte an seinem Mund, bewegte mich in hektischer Verzweiflung. Brocks schien zu wissen, was ich brauchte. Ich will dich. Er zog sich ein wenig zurück und sprach mit tiefer, heiserer Stimme. Dann schob er mit einer schnellen Bewegung seine Hand zwischen uns. Seine Finger fanden den Knopf an meiner Hose und öffneten ihn, bevor er den Reißverschluss nach unten zog. Kein Traum, kein Traum. Ich keuchte und mein Herz raste, als seine große Hand unter den Stoff und den Gummi meiner Unterhose glitt. In dem Moment, in dem seine Finger das Bündel empfindlicher Nerven berührten, schrie ich auf und warf den Kopf in den Nacken. Mir war egal, was der Morgen bringen würde. Bitte flehte ich und drückte mich seiner Hand entgegen. Bitte Brock! Verdammt! stöhnte er, sein Mund heiß an meinem Hals, als ich fühlte, wie sich seine Finger in mir vergruben. Verdammt! Du bist eng! Mein Körper war vollkommen außer Kontrolle. Ich umklammerte seinen Arm, drängte mich seiner Hand entgegen, als er mit den Fingern in mich stieß. Meine Hüften bewegten sich immer schneller, dann tat er etwas mit seiner Hand, drehte die Handfläche und es war diese Verbindung aus allem, sein Mund an meinem Hals, seine Hand zwischen meinen Beinen, seine Finger in mir. Ich verkrampfte mich und explodierte dann in tausend Stücke, schrie auf, als reine Wonne meine Sinne überschwemmte. Mein Körper wurde schlaff und ich sank nach unten, halb auf ihn, halb neben ihn. Mein Herzschlag beruhigte sich und ich bekam nur am Rande mit, wie er seine Finger aus mir zog. Schweißtropfen standen auf meiner Stirn, als ich die Augen schloss. Verdammt, hörte ich Brock sagen und das war das Letzte, was ich mitbekam. Ich wachte mit hämmernden Kopfschmerzen und eingeschlafenem linken Arm auf. Außerdem war mir heiß, als hätte ich mitten im August unter einer dicken Winterdecke geschlafen. Etwas pelziges glitt über meine Fußsohle, kitzelte mich und sorgte dafür, dass mein Bein zuckte. Mühsam öffnete ich die Augen und verzog sofort das Gesicht, weil helles Licht ins Wohnzimmer fiel. In meinem Kopf hatte ein Schlagzeug sogar sein Instrument aufgebaut. Mein Mund war trocken wie die Wüste und ich war nicht allein. Als erstes entdeckte ich Rage auf der Armlehne der Couch, der mich mit peitschendem Schwanz anstarrte. Langsam glitt mein Blick an meinen Beinen nach oben und blieb dann an der sehr großen Hand hängen, die auf meiner Hüfte lag. Mehrere Sekunden lang konnte ich die Information nicht zuordnen. Dann drehte ich den Kopf und entdeckte Brock. Sein Gesicht wirkte entspannt. Seine Haare waren verwuschelt und seine Lippen standen leicht offen. Sein weißes Hemd war verknittert und leicht nach oben gerutscht, sodass ich einen unglaublich flachen und muskulösen Bauch erkennen konnte. Mein Blick schoss zurück zu seinem Gesicht und dann fiel mir alles siebend heiß wieder ein. Das Abendessen gestern, die zwei oder drei Gläser Whisky zu den drei Gläsern Wein, meine Heimkehr und wie ich neben Brock eingeschlafen war, um mitten in der Nacht wieder aufzuwachen und oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, was hatte ich getan? Mir wurde erst heiß, dann kalt und ich wusste sofort, dass ich aufstehen musste, nur weg von hier. Vorsichtig und um einiges geschickter, als ich mir selbst zugetraut hätte, entwandte ich mich Brocks lockerer Umarmung, sprang von der Couch, als wäre sie vergiftet und eilte den Flur entlang. Ich erreichte das Bad, rannte hinein und schloss eilig die Tür hinter mir. Ich wich zurück, bis ich gegen den Rand der Badewanne stieß, auf dem ich mich niederließ. Oh mein Gott! Ich kniff die Augen zusammen und stieß ein jämmerliches Stöhnen aus. Ich hatte mich an Brocks Bein geschubbert. Das hatte ich getan. Ich hatte mich mitten in der Nacht an seinem Bein gerieben, halb betrunken und halb im Schlaf. Und ich hatte mehr getan als nur das. Er hatte mehr getan als nur das. Als ich an mir herunter sah, wurde mir klar, dass meine Hose immer noch offen stand. Die Ich konnte immer noch seine Finger an mir spüren, die in mich stießen und wieder aus mir hinaus glitten. Ich hörte meine eigenen atemlosen Schreie. Ich sprang auf, machte eilig die Hose zu und drehte mich einmal im Kreis, um anschließend irgendwo zwischen Toilette und Tür anzuhalten. Heilige Scheiße, keuchte ich, heilige Scheiße. Ich würde nie wieder trinken, niemals. Jetzt ernsthaft, mich durfte man betrunken einfach nicht auf die Menschheit loslassen. Okay, flüsterte ich, okay, konzentrier dich, Jillian. Brock war immer noch im Wohnzimmer. Ich würde mich ihm stellen müssen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das hinkriegen sollte, weil ich wirklich nicht wusste, wie man jemandem in die Augen sah, nachdem man ihn im Schlaf quasi angesprungen hatte. In der Nacht hatte er sich als durchaus williger Partner herausgestellt, trotzdem würde es peinlich werden, so unglaublich peinlich. Ich drehte den Wasserhahn auf, füllte meine hohle Hand und benetzte mir das Gesicht. Als ich den Kopf wieder hob, brannten meine Wangen immer noch. Was sollte ich tun? Ich fuhr mir mit feuchten Händen durch die Haare und kämpfte gegen den Drang an, einfach auf Ich löste mich vom Waschbecken und verriegelte eilig die Tür. Dann starrte ich sie mit angehaltenem Atem an. Jillian? Brocks Stimme klang verschlafen. Ich drehte den Kopf, sodass mein linkes Ohr zur Tür gerichtet war. Bist du da drin? Ich verschränkte die Finger ineinander und dachte darüber nach, was ich tun sollte. Ich hoffe es, fuhr er fort, weil dein Kater mich anstarrt, als wollte er gefüttert werden. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich ihn füttere, wildere ich in deinen Hoheitsgebieten, fügte er mit einem Lachen hinzu. Damit wilderte er in meinen Hoheitsgebieten? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich bei ihm gewildert hatte, als ich mich erst an seinem Bein und dann an seiner Hand gerieben hatte. Jelly? sagte Es folgte ein kurzes Schweigen. Alles okay bei dir? Nein, nein, ist es nicht. Klar, brauchst du irgendwas? Nein! Dann keimte Hoffnung in mir auf. Vielleicht, nur vielleicht konnte ich ihn dazu bringen, einfach zu gehen. Ich komme schon klar, du kannst ruhig gehen. Was? Ich fuhr mir wieder durch die Haare. Danke, dass du mich letzte Nacht heimgefahren und dafür gesorgt hast, dass ich gut ankomme. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ich werde dich sehen. Wir sehen uns am Montag. Wieder folgte ein Moment der Stille. Ich strengte mich an, um zu hören, was er tat, und hatte das Gefühl, Rage im Hintergrund jämmerlich miauen zu hören. Jillian? Diesmal klang Brock weder locker noch neckend. Komm da raus. Ich rümpfte die Nase. Nein, Du wirst dich nicht in diesem verdammten Bad verstecken, fiel er mir ins Wort. Du wirst die Tür öffnen, herauskommen und mit mir reden. Nein, das würde ich nicht tun. Als ich nicht antwortete, sah ich, wie sich der Türknauf drehte. Brock fluchte. Jillian, jetzt komm schon. Nein. Okay, sagte er, wenn du nicht herauskommen willst, dann werden wir eben durch die Tür reden. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß, warum du dich im Bad versteckst. Jillian, bitte. Ich starrte aus zusammengekniffenen Augen auf die geschlossene Tür. Es gibt keinen Grund, dich wegen dem zu schämen, was gestern Nacht passiert ist, setzte er an. Ich tickte augenblicklich aus. Ach wirklich? Ich glaube, es gibt eine Menge Gründe, sich zu schämen, sagte ich und hob in einer verzweifelten Geste die Hände. Ich habe mich voll laufen lassen und ich verstummte. Du hast mich benutzt, um zu kommen, bot er an. Oh mein Gott, ernsthaft? Ich kann nicht glauben, dass du es so unverblümt aussprichst. Mir hat es nichts ausgemacht. Mir blieb der Mund offen stehen. Ich starrte die Tür an. Mir fehlten einfach die Worte. Mir fiel nichts dazu ausmachen. Ich habe dich quasi überfallen. Brocks tiefes Lachen drang ins Badezimmer. Erstens, wenn ich das, was du gestern getan hast, nicht gewollt hätte, hätte ich dich davon abgehalten. Ich hätte dir keinen Höhepunkt verschafft. Ich schlug mir die Hände vor den Mund und klappte fast zusammen. Höhepunkt verschafft. Oh Gott, das hatte er wirklich getan. Mein Kopf war immer noch vernebelt von diesen Teufelsgetränken, die sich Whisky und Wein nannten. Ich brauchte Kaffee und wollte, Brock verschwand. Okay, sagte ich nach einem Augenblick, können wir einfach so tun, als wäre es nicht passiert? Meinst du das ernst? fragte Brock und klang dabei vollkommen schockiert. Ja, ich meine das ernst. Ich will nicht darüber reden. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Das kriegen wir hin. Es ist sogar besser so. Dann musst du nicht darüber nachdenken oder dir Sorgen machen, dass es wieder passieren könnte oder dass ich mir im Anschluss irgendwas einbilde. Ich holte zitternd Luft. Alles wird wieder normal. Mach die Tür auf, sagte Brock ruhig. Viel zu ruhig. Ich schüttelte den Kopf. Du kannst gehen. Jillian, ich glaube, du solltest gehen. Mach diese verdammte Tür auf oder ich trete sie ein. Ich richtete den Blick an die Decke, stieß einen Fluch aus und entriegelte die Badezimmertür, weil ich Brock durchaus zutraute, seine Drohung wahrzumachen. Besser, blaffte ich, als ich sie aufgestoßen hatte. Brock starrte mich an. Seine Kieferknochen malten und verdammt, er sah so verknittert und sexy aus mit seinem verwuschelten Haar, das in alle Richtungen abstand und dem Hemd, das teilweise aus seiner Hose hing. Wusstest du gestern wirklich überhaupt nicht, was du tatest? Ich brauche eine ehrliche Antwort, Jillian. Warst du dir deiner Handlung überhaupt nicht bewusst? Ein Teil von mir wollte behaupten, dass es so gewesen war, doch das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Ich hatte es gewusst. Ich war aus einem Traum erwacht und hatte ihn gewollt und er war da und ich wusste, dass du angetrunken warst, aber ich hatte keine Ahnung, dass du so... So betrunken war ich nicht, flüsterte ich, weil ich ihn nicht aus reiner Verlegenheit in dem glauben lassen wollte, er hätte die Situation ausgenutzt, wenn er das doch gar nicht getan hatte. Ich wusste, was vor sich ging, aber ich... Ich habe einfach nicht nachgedacht. Ich wusste es. Ehrlich. Er musterte mich, dann ließ er die Schultern nach unten fallen. Dann möchte ich, dass du mir jetzt zuhörst, und zwar sehr genau. Wenn du auch nur eine Sekunde lang glaubst, dass ich herumlaufen und so tun kann, als hätte ich nicht meine Finger in dir gehabt und als wärst du nicht durch meine Hand gekommen, dann irrst du dich aber gewaltig. Oh mein Gott! entsetzt schlug ich die Hände auf die Wangen. Kannst du es noch detaillierter beschreiben? Dann verschränkte er die Arme vor der Brust. Du hattest gestern Nacht überhaupt kein Problem damit, dich von mir ... Ich war betrunken, unterbrach ich ihn, bevor er den Satz zu Ende sprechen konnte. Ich dachte, ich würde noch träumen. Also träumst du manchmal von mir? Meine Nasenflügel blähten sich, als ich tief einatmete und bis fünf zählte. Ich habe nicht von dir geträumt. Er setzte ein selbst gefälliges Lächeln auf, das ich ihm schrecklich gern aus dem Gesicht geschlagen hätte. Na klar doch, das ist Bullshit. Bullshitte dich doch selbst, gab ich erbost zurück. Seine Augenbrauen schossen nach oben. Selbst in meinen Ohren klang der Spruch lahm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist folgendes. Ich habe das, was letzte Nacht passiert, ist nicht Ein Muskel an Brocks Kiefer zuckte, als er mich beugte. Ich weiß, dass du es nicht geplant hast, aber es ist passiert. Vielleicht hätte es nicht passieren dürfen, aber es ist passiert. Ich schnappte nach Luft und blinzelte schnell. Tränen stiegen in meine Augen, gepaart mit dem Kopfweh, das vom fehlenden Kaffee und viel zu viel Alkohol kam. In Anbetracht dessen, was gestern Nacht geschehen war, würde ich gleich zusammenbrechen. Bitte, sagte ich, eigentlich flehte ich sogar, bitte, können wir das einfach vergessen? Kannst du einfach gehen? Für einen Moment glaubte ich schon, Brock würde nicht gehen. Ich glaubte, er würde bleiben und für immer im Türrahmen meines Bades stehen bleiben. Doch dann huschte etwas über sein Gesicht. Sein Kiefer entspannte sich und seine dunklen Augen wurden wärmer. Okay, sagte er, stieß sich vom Türrahmen ab und ließ die verschränkten Arme sinken. Für den Moment lasse ich es gut sein. Aber ich will nicht, dass du dich deswegen schämst. Ich schäme mich nicht und du solltest es auch nicht tun. Er hielt inne und holte Tiefluft. Lass es nicht alles kaputt machen, was zwischen uns ist. Okay? Ich wollte ihn fragen, was genau zwischen uns war, doch ich schaffte es nur, ein Wort über meine Lippen zu zwingen. Okay. Irgendwann im Laufe des Wochenendes wurde mir klar, dass etwas geschehen war, wovon ich geträumt hatte, seitdem ich alt genug gewesen war, um zu verstehen, was die Sexszenen in meinen Büchern wirklich bedeuteten. Brock hatte mich geküsst. Naja, ich hatte ihn geküsst und er hatte den Kuss erwidert. Es war kein langer, zärtlicher Kuss gewesen, dieser Kuss war brutal und schnell gewesen. Und nicht nur das, Brock hatte mich auch berührt. Ein Teil von ihm war tatsächlich in mir gewesen. Ich konnte das einfach nicht begreifen, denn es zählte nicht. Es war nicht real. Ich war quasi weggetreten gewesen und er war davon geweckt worden, dass ich mich an ihm rieb wie eine rollige Katze. Und Brock? Er hatte reagiert, wie die meisten Männer es getan hätten. Dabei hatte er nicht mal etwas davon gehabt. Ich war quasi sofort wieder eingeschlafen. Was geschehen war, bedeutete gar nichts. Es durfte nichts bedeuten, denn so etwas hatte zwischen uns schon einmal in einem Desaster geendet und diesmal konnte es nur in eine echte Katastrophe münden. Es stand zu viel auf dem Spiel, um erneut diesen Weg mit Brock einzuschlagen. Mein Job, das, was ich für Avery und Theresa tun wollte, und am wichtigsten mein Glück. Ich musste mich von Brock fernhalten. Als also am Sonntagabend mein Handy klingelte und Grady dran war, war ich nicht nur überrascht, sondern fast begierig darauf, mit ihm zu sprechen. Bist du beschäftigt? fragte er, als ich abhob. Nein, ich habe gelesen, erklärte ich ihm mit einem kurzen Blick auf den E-Reader, der neben mir auf der Couch lag. Der Bildschirm hatte sich schon vor langer Zeit ausgeschaltet, und im Moment hatte Rage eine Pfote darauf, als wollte er mich davon abhalten, danach zu greifen. Weißt du, ich werde nächsten Samstag wieder am Lande sein, sagte er. Ich konnte den Gedanken nicht unterdrücken, dass sogar Brock nachgefragt hätte, was ich gerade las. Kaum hatte ich das gedacht, wollte ich mir auch schon selbst den E-Reader über den Kopf ziehen. Und ich habe gehofft, dass du Zeit hast und wir endlich unser Abendessen nachholen können. Wirklich? fragte ich, um dann das Gesicht zu verziehen. Grady lachte. Ja, du klingst schockiert. Dachtest du, ich würde mein Versprechen nicht halten? Naja, das hatte ich wirklich nicht geglaubt. Er hatte sich seit letztem Mittwoch nicht mehr bei mir gemeldet und selbst diese SMS war eine »Hey, wie geht's dir?« Nachricht gewesen. »Ich dachte, du bist einfach ziemlich beschäftigt«, murmelte ich. »Das bin ich, aber Samstagabend habe ich Zeit. Also, was hältst du davon?« Ein bitterer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Demselben Mund, der vor über 24 Stunden auf Brox gelegen hatte. Nach alledem, mit Grady auszugehen, kam mir falsch vor, als sollte ich... Moment. Moment mal. Ich ging nicht mit Brox aus. Zwischen uns gab es nichts. Es war ja nicht so, als hätte er mir irgendwelche lang gehegten Gefühle gestanden. Was zwischen uns geschehen war, war ein Fehler gewesen. Er hatte gewusst, wie ich früher in Bezug auf ihn empfunden hatte, und das hatte ihn nicht davon abgehalten, seinen Finger in mich hinein zu stecken. Es war absolut nichts Falsches daran, mit Grady auszugehen, nicht das Geringste. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich sogar genau das Richtige. Also holte ich Tiefluft und sagte, ich würde gerne am Samstag mit dir ausgehen. Am Montagmorgen tat ich mein Bestes, mich so normal wie möglich zu benehmen, als ich Brox begegnete. Ich hatte beschlossen, dass ich keine weitere Sekunde über die Sache nachdenken wollte. Wir waren Erwachsene. Sexuell aktive Erwachsene. Okay, ich war eigentlich nicht sexuell aktiv, aber er doch sicher. Auf jeden Fall waren wir groß genug, um damit umzugehen. Solche Dinge passierten manchmal. Der Vorfall vom Wochenende hatte weder etwas mit unserer Vergangenheit noch mit unserer Zukunft zu tun. Ich war mit Brock befreundet. Und er war mein Chef. Ich konnte die Sache wegstecken, ohne ein riesen Terz deswegen zu machen. Doch als Brock in mein Büro stiefelte, um mir ein Pumpkin-Spice-Latte zu bringen, konnte ich nur daran denken, wie sich seine Hand an meiner Haut angefühlt hatte. Sofort brannte mein Gesicht heiß wie die Hölle. Seine Lippen zuckten, als er den Becher vor mir auf den Schreibtisch stellte. Guten Morgen, Jelian. Guten Morgen. Ich konzentrierte mich auf seine Brust, nur um sofort daran zu denken, wie ich darauf geschlafen hatte. Ich richtete meinen Blick auf seine Hände, aber das war ganz falsch, denn jetzt dachte ich über seine Fingerfertigkeit nach. Meine Güte, ich konnte nirgendwo hinsehen. Natürlich ging er nicht sofort wieder. Wie war dein Wochenende? Gut, ich habe es mir zu Hause gemütlich gemacht. Ich starrte auf sein Schlüsselbein. Das schien mir sicher. Und du? Ziemlich langweilig, sagte er. Bis auf Freitagabend und Samstagmorgen. Das war alles andere als langweilig. Oh Mann, konnte er nicht einfach die Klappe halten? Ich schnappte nach Luft und Ziem ins Gesicht. Über diesen Kommentar würde ich einfach hinweggehen. Schön zu hören. Ich habe ein paar Telefonate zu erledigen, also... Brock verschränkte die Arme vor der Brust und dehnte damit die Ärmel seines Hemds, bis ich dachte, es müsste platzen und von seinem Körper gleiten. Sieh zu, dass du gegen Mittag Zeit hast, meinte er gelassen. Wir gehen essen. Mein Magen verkrampfte sich. Die Vorstellung, mit ihm Mittagessen zu gehen, erfüllte mich mit einer Mischung aus Grauen und Vorfreude. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass ich Abstand halten wollte. Ich würde zur Abwechslung mal das Richtige tun. Und Zeit, mit ihm allein zu verbringen, war im Moment einfach nicht clever. Ich habe heute viel zu tun. Er zog eine Augenbraue hoch. Du hast Zeit für ein Mittagessen. Ich habe mir etwas mitgebracht. Er beugte sich vor und stemmte die Hände auf den Tisch. Du kannst dein mitgebrachtes Essen morgen essen. Kann ich nicht, erklärte ich. Es ist ein Salat, er wird sonst schlecht. Er knifft die Augen zusammen. Seit wann isst du Salat? Seit Ewigkeiten. Er schwieg einen Moment lang. Wenn ich jetzt in den Pausenraum gehe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Kühlschrank einen Salat finde? Verdammt, da wäre keiner, oder? Doch natürlich wäre da ein Salat. Irgendwo in diesem Kühlschrank müsste ein Salat stehen. Ich arbeitete mit massenweise Fitnessbesessenen zusammen. Du wirst einen Salat finden. Der dir gehört? Ich presste die Lippen aufeinander. Brock feigste. Was, wenn ich als Chef anordne, dass wir Mittagessen gehen. Ich umklammerte den Stift so fest, dass ich schon glaubte, er müsste jeden Moment zerbrechen. Dann würde ich sagen, du missbrauchst deine Position. Er lachte. Das ist albern. Ich zwang mich zu einem lässigen Achselzucken. Ich fände es nicht richtig. Und wieso? Mein Herz schlug wie wild gegen meine Rippen. Ich habe einfach viel zu tun. Es geht um Freitagnacht, unterbrach er mich, obwohl ich dir gesagt habe, dass es nichts verändern soll, was zwischen uns ist. Mein Blick schoss zur Tür. Sie stand offen, aber glücklicherweise hielt sich niemand in der Nähe auf. Trotzdem sprach ich leise. Zwischen uns ist nichts. Außerdem hat das hier gerade nichts mit dem Wochenende zu tun, sagte ich. Es war eine Lüge. Also lieferte ich ihm eine kleine Wahrheit in der Hoffnung, dass er es damit kapieren würde. Außerdem gehe ich am Samstag mit Grady aus, also... Brock starrte mich einen Moment lang nur an. Dann sagte er. Mit dem Kerl, von dem du mir am Freitag gesagt hast, dass er zu beschäftigt ist, um mit dir essen zu gehen und dass es dich nicht interessiert? Das habe ich nicht gesagt. Verflucht doch, hast du. Ich war nüchtern. Ich erinnere mich daran, was du gesagt hast. Seine Mitternachtsschwarzen Augen suchten meine. Ich erinnere mich an alles, was du gesagt und getan hast. Hitze explodierte in meinen Wangen. Gratulation. Wohin geht ihr? Ich nehme an ins Steakhouse, meinte ich lapidar. Brock schürzte die vollen Lippen. Also willst du am Samstag wirklich mit ihm ausgehen? Ja. Ich warf einen Blick auf meinen Computer. Gibt es noch etwas, was du brauchst? Sein Blick wurde hart, seine Miene ungläubig. Du willst das wirklich durchziehen? Was durchziehen? So soll es also laufen. Ich hielt seinem starren Blick stand. Ich verstehe weder, was du mit dieser Frage meinst, noch mit der davor. Brock stieß sich von meinem Schreibtisch ab und richtete sich zu voller Größe auf. Oh, das glaube ich schon. Damit wirbelte er herum und stiefelte aus meinem Büro. Den gesamten Rest der Woche über bekam ich ihn kaum zu Gesicht. Am Samstagabend stand ich vor dem Spiegel an der Innenseite meiner Schranktür. Letztendlich hatte ich mir kein neues Kleid gekauft. Stattdessen hatte ich eines herausgezogen, das ich gekauft hatte, als ich noch mit Ben zusammen gewesen war. Es war ein einfaches, hübsches, schwarzes Kleid, das ich eigentlich zu unserem Jahrestag hatte tragen wollen. Zu einem Abendessen, zu dem er nicht aufgetaucht war. Er hatte behauptet, er hätte noch gearbeitet und einfach die Zeit vergessen. Doch wenn ich jetzt zurückblickte, war ich mir sicher, dass er mit einer anderen Frau unterwegs gewesen war. Ich versuchte nicht mehr über diese Beziehung nachzudenken, sondern sie nur als Weckruf zu sehen. Als ziemlich schmerzhaften und peinlichen Weckruf. Ich dachte nicht oft an Ben, aber in dem Kleid, das ich für unseren Jahrestag gekauft hatte, konnte ich einfach nicht anders, als mich zu fragen, was er wohl inzwischen so trieb. Dann wurde mir klar, dass es mich nicht im Geringsten interessierte. Das Kleid saß um meine Brüste herum ein wenig enger als in meiner Erinnerung. Aber der herzförmige Ausschnitt betonte mein Dekolleté sehr vorteilhaft. Die Ärmel waren drei Viertel lang, was mir gut gefiel, weil ich meine Oberarme noch nie gemocht hatte. Der eng anliegende Rock folgte der Rundung meiner Hüfte und endete kurz über dem Knie. Es war lange her, seitdem ich das letzte Mal ein Kleid getragen hatte. Es war sogar noch länger her, seitdem ich ein enges Kleid getragen hatte. Aber heute Abend tat ich es. Und ich fand, dass ich ziemlich gut aussah. Vielleicht sogar heiß. Vielleicht sogar sexy heiß. Meine Haare lagen in großen Wellen auf meinen Schultern. Der Eyeliner war ordentlich aufgetragen und der mattrote Lippenstift versprach, die nächsten hundert Jahre zu halten. Ich fühlte mich gut. Sogar toll. Ich trat vom Spiegel zurück und ging in mein Schlafzimmer. Das einzige Problem war, dass ich, wenn ich an mein Date heute Abend dachte, überhaupt nichts empfand. Keine Nervosität, keine Unruhe, nicht mal einen Funken Vorfreude. Es war, als machte ich mich bereit, super schick herausgeputzt zum Einkaufen zu gehen. Und das war wirklich mies von mir. Aber wenn ich an diese Nacht mit Brock dachte, flatterte es in meinem Bauch, als hätte ich einen Schwarm Vögel verschluckt. Und das war falsch. Total falsch. So falsch, dass ich am liebsten den Kopf gegen die Wand geschlagen hätte. Ich gab Grady keine Chance. Dessen war ich mir bewusst, als ich mir ein einfaches Goldarmband um das Handgelenk band. Ich hatte sogar geglaubt, er wäre nicht länger interessiert und würde nur noch mit irgendeiner Entschuldigung anrufen. Aber offensichtlich hatte er doch Interesse. Und heute Abend würde alles anders sein, weil ich mich hundertprozentig auf ihn konzentrieren würde. Wenn er versuchte, mich zu küssen, würde ich es zulassen. Und das wäre kein betrunkener Kuss mitten in der Nacht. Ich schnappte mir die schwarze Handtasche vom Bett und ging am niedrigen Stuhl vorbei zur Tür. Dabei ließ ich meine Hand über Brocks Sakko gleiten wie Himmel wie ein totaler Freak. Ich hatte ihm das Sakko immer noch nicht zurückgegeben. Letzten Freitag hatte ich es vollkommen vergessen und er hatte nicht danach gefragt, also hatte ich es behalten. Nicht mein bester Moment. Ich schnappte mir die schwarze Jacke aus dem Flurschrank, dann beugte ich mich vor und kraulte Rages Kopf. Ich werde bald zurück sein. Ich zog mich zurück, bevor er mich beißen konnte. Vielleicht komme ich heute Nacht auch gar nicht nach Hause. Rage legte die Ohren an. Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass genug Futter in der Küche stand, verließ ich die Wohnung. Grady wartete bereits in genau dem Steakhouse auf mich, in dem Brock und ich uns mit den potenziellen Investoren getroffen hatten. Es gab nicht allzu viele schicke Restaurants in der Gegend. Ein breites Grinsen erhellte sein Gesicht und er breitete die Arme aus. Du siehst toll aus. Danke. Ich umarmte ihn kurz, dann trat ich zurück. Du aber auch. Er sah mit einem Achselzucken auf seine lockere Kakihose herunter. Es war eine Hose, die ich mir an Brock einfach nicht vorstellen konnte. Moment mal. Was denke ich da verdammt noch mal? Grady griff nach meiner Hand, als eine Kellnerin erschien, um uns durch den schmalen Gang zu unserer Tischnische in der Nähe eines knisternden Kamins zu führen. Der Tisch war groß genug, um vier Leuten Platz zu bieten und trotzdem sehr elegant mit der weißen Stofftischdecke, den flackernden Kerzen und den langstieligen Weingläsern. Als ich mit Brock hier gewesen war, hatten wir auf der anderen Seite des Kamins im größeren Raum gesessen. Ich setzte mich Grady gegenüber. Er bestellte eine Flasche Wein, was sich für eine gute Idee hielt. Während der Fahrt hierher hatte eine seltsame Anspannung von mir Besitz ergriffen. Ich bin froh, dass wir es endlich geschafft haben, sagte er. Ich war so enttäuscht, als ich unser Date absagen musste. Ich wollte dich wirklich gern sehen. Mir hat es auch leid getan, als ich verschieben musste. Dieses Geschäftsessen kam ganz plötzlich. Erzähl mir davon, bat er mit echtem Interesse in der Stimme. Also tat ich das, bis der Wein gebracht wurde und wir unsere Bestellung aufgaben. Als unser Essen kam, Hähnchenbrust für ihn und ein Filetsteak für mich, schaffte ich es, die seltsame Spannung abzuschütteln, die von mir Besitz ergriffen hatte, nur um festzustellen, dass ich mich auch amüsieren konnte, ohne mir eine halbe Flasche Wein hinter die Binde zu kippen. Grady war mehr als nett. Er war klug und freundlich. Ich würde mich heute Abend von ihm küssen lassen, entschied ich, als ich einen Schluck Wein trank. Das Kerzenlicht flackerte auf Grady's Gesicht, als er nach seinem Weinglas griff. Was hast du für Thanksgiving geplant? Ich fahre am Mittwoch nach Hause, um meine Familie zu besuchen. Unser Büro schließt am Dienstagabend und öffnet erst wieder am nächsten Montag, erklärte ich und in diesem Moment wurde mir klar, dass nächste Woche schon Thanksgiving war. Heiliger Mist, wo ist die Zeit bloß hin? Das klingt gut. Bleibst du die ganze Zeit über bei Ihnen? Ich nickte, weil ich gerade ein Stück Steak kaute. Ich besuche meine Familie nicht so oft, wie ich eigentlich sollte, also werde ich die freien Tage mit Ihnen verbringen. Was auch bedeutete, Rage einzufangen und ihn in den Katzenkorb zu stopfen, was ungefähr so angenehm war, wie sich die Bikini-Zone mit einer rostigen Pinzette zu zupfen. Gehst du am Black Friday zum shoppen? Ich lachte. Nein, meine Mom gehört zu der Sorte Frau, die in der Nacht auf diesen Tag nicht schlafen kann. Sie dobt sich mit jeder Menge Koffein und dann zieht sie los und kauft, naja, überwiegend Zeug für sich selbst. Ich meine, natürlich besorgt sie auch Geschenke für uns, aber ich weiß, dass gut die Hälfte der Tüten, die sie nach Hause schleppt, Sachen für sie selbst enthalten. Ich lächelte bei dem Gedanken, wie Mom, Dad anschrie, dass er die Einkäufe aus dem Auto holen solle, während ich auf der Veranda stand, um herauszufinden, ob ich Barnes & Noble Tüten entdecken konnte. Ich wandte den Kopf ab, um mein Lächeln zu verbergen, wobei mir wieder einfiel, was Brock an diesem Abend in seinem Auto zu mir gesagt hatte. Er hatte nicht gewollt, dass ich mein Lächeln versteckte. Aber er verstand das nicht. Vielleicht könnte Grady es verstehen, doch eine sechsjährige Gewohnheit war schwer abzuschütteln. Ich unterdrückte ein Seufzen. Ich wollte den Blick wieder auf ihn richten, doch etwas am Empfangstresen hinter Grady zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Mann stand davor, mit dem Rücken zu uns. Er war groß und hatte breite Schultern, und irgendetwas an seiner Haltung sorgte dafür, dass mein Magen sich anhob wie in einer Achterbahn, die jeden Moment steil nach unten sausen würde. Ich kniff die Augen zusammen, während Grady mir irgendwas über das Melken von Kühen erzählte. Der Mann vor dem Tisch, er wirkte so vertraut. Nein, auf keinen Fall. Ich fühlte, wie mein Herzschlag aussetzte, als sich die Kellnerin mit großen Rehaugen dem Tresen näherte und sich der Mann zur Seite drehte. Jetzt sah ich ihn im Profil. Fast wäre ich von meinem Stuhl gekippt. Es war Brock. Es war wirklich Brock. Oh Gott, im Himmel, flüsterte ich. Grady riss den Kopf hoch, doch ich beachtete ihn kaum. Entschuldigung? Gewöhnlich missbrauchte ich den Namen des Herrn nicht, aber ich hatte so ein Gefühl, dass er meine Reaktion im Moment absolut verstand. Was wollte Brock hier? Hatte ich erwähnt, wo ich mit Grady zum Essen hinging? Eventuell. Vielleicht hatte ich es ganz beiläufig erzählt. Musste ich wohl getan haben, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass Brock als Stalker unterwegs war, auch wenn er auf der Stalking-Skala gerade nach oben geklettert war. Jillian? Blinzelnd konzentrierte ich mich wieder auf Grady, auch wenn mir das Herz bis zum Hals schlug. Entschuldige? Er lehnte sich stirnrunzelnd vor. Geht es dir gut? Ich räusperte mich, nickte und hoffte inständig, dass Brock uns nicht entdeckte. Sicher, tut mir leid. Mir ist nur gerade, ähm, etwas eingefallen, was ich noch für die Arbeit erledigen muss. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Scheint wichtig zu sein. Ich sah über seine Schulter zum Eingang und entdeckte, dass Brock mit der Kellnerin sprach. Ja, wirklich wichtig. Ich war sehr wichtig. Hoffentlich nicht ein weiteres Geschäftsessen, das du vergessen hast. Hatte ich das? Denn das war definitiv Brock und er war allein hier. Oh mein Gott! Drehte er sich in unsere Richtung? Am liebsten wäre ich unter den Tisch gekrochen. Aber das hätte ziemlich seltsam ausgesehen, also richtete ich den Blick hastig auf meinen Teller und betete noch inständiger als vorher darum, dass er nicht zu unserem Tisch kam. Auf keinen Fall würde Brock... Ich linste durch halb geschlossene Augen zur Tür und erkannte Brock's dunklen Kopf über der Trennwand zwischen den Tischen. Er kam näher und näher. In diesem Moment wurde mir klar, dass Brock auf unseren Tisch zuging. Wie ein Kleinkind bildete ich mir ein, dass Brock uns nicht sehen würde, wenn ich ihn nicht anstarrte. Als wäre er gar nicht da. Also richtete ich meinen Blick unverwandt auf den leeren Teller vor meiner Nase und betete, dass er nur eine Halluzination war. Hey, hallo! erklang seine tiefe Stimme, die jedes Mal wie Seide über meine Haut glitt, wenn ich sie vernahm. Was für eine Überraschung! Gott verdammt! Ich hob den Kopf im selben Moment wie Grady. Daher sah ich, wie sich die Überraschung auf seinem attraktiven Gesicht ausbreitete, als er Brock erkannte, der neben unserem Tisch stand. Hi! presste ich hervor. Brocks volle Lippen verzogen sich zu einem halben Lächeln, als er auf Grady heruntersah. So trifft man sich wieder. Ja! Grady nickte, wobei er zwischen Brock und mir hin und her guckte. Was für eine Überraschung! Ich weiß. Brocks dunkle Augen glitzerten. Was für ein Zufall! Ich kniff die Augen zusammen und griff nach meinem Weinglas. Zufall von wegen! Also was, was tust du hier, Brock? wollte ich wissen. Oh, ich war gerade in der Gegend und dachte, ich fahre mal vorbei und esse etwas. Allein? fragte ich, weil das hier einfach nicht die Art von Restaurant war, in das man allein ging. Was in aller Welt hatte er vor? Ich mache eine Menge allein, Jillian. Er musterte mich amüsiert. Ich riss die Augen auf und trank einen Schluck Wein, weil meine Gedanken gerade eine Richtung einschlugen, die angesichts der Tatsache, dass ich mich auf einem Date mit einem anderen Mann befand, absolut unangemessen war. Plötzlich hörte ich wieder Brocks raue Stimme an meinem Ohr. Ich will dich. Und das ließ mich daran denken, wie sich seine Hand zwischen meine Beine geschoben hatte. Grady räusperte sich. Kommen Sie oft hierher? Ich war vor nicht allzu langer Zeit schon mal hier. Brock starrte immer noch mich an, seine Lippen zu einem ziemlich frechen Grinsen verzogen. Erinnerst du dich? Unser Dinner? Dinner, wiederholte Grady. Er klang verwirrt und seine hellen Augen richteten sich auf mich. Ich wäre fast an meinem Wein erstickt. Eilig stellte ich das Glas wieder ab, bevor ich es nach Brock werfen konnte. Das Geschäftsessen, erinnerte ich Grady. Der Grund, warum ich unser Date verschieben musste. Brock, mein Chef und ich haben hier mit zwei potenziellen Investoren gegessen. Sie sind Jillians Chef, murmelte Grady und lehnte sich zurück. Seine Verwirrung schien nachzulassen, aber die Lippen waren immer noch nur ein dünner Strich. Und ein Kindheitsfreund, richtig? Wir sind zusammen aufgewachsen. Brock lachte, als er eine Hand auf die Rückenlehne meiner Bank legte. Uns als Kindheitsfreunde zu bezeichnen, verharmlost, was wir einander bedeuten. Was zur Hölle soll das? Das klingt richtig. Ich starrte Brock böse an, doch der war inzwischen damit beschäftigt, Grady auf unheimliche Art zu taxieren. Er ignorierte meinen Kommentar einfach. Hat sie Ihnen je erzählt, wie wir uns das erste Mal getroffen haben? Das will er nicht hören, schaltete ich mich ein, wobei ich anschließend auf eine Art lachte, die ein wenig irre klang. Tatsächlich, antwortete Grady kühl, würde ich das sehr gern hören. Mir blieb der Mund offen stehen. Bevor ich wusste, wie mir geschah, schob sich Brock neben mir in die Bank, so nah, dass ich seine gesamte rechte Seite an meinen Körper presste. Also, ich war vierzehn, glaube ich, und du warst acht. Er stieß mich sanft mit dem Ellbogen an. Richtig? Hm, murmelte ich. Gleichzeitig beäugte ich mein Weinglas und dachte darüber nach, wie diese ganze »Ich werde mich nie wieder betrinken«, Sache im Moment irgendwie dämlich war. Ich hing schon eine Weile in der Nähe der Academy ihres Vaters ab. Jeder Junge, der in dieser Gegend aufwuchs, wusste, wer die Leimers sind. Wir lungerten draußen herum, um einen Blick auf ihren Vater oder einen seiner Brüder zu erhaschen. »Also ist dein Vater berühmt?« fragte mich Grady. »Offensichtlich hatte er Cam's Reaktion auf Brock bei unserem ersten Treffen vollkommen vergessen.« So in der Art. Ich war mir Brocks Körpers, der so eng neben meinem saß, unglaublich bewusst und starrte inbrünstig in mein Weinglas. »Sie ist nur bescheiden. So ist Jillian nun einmal,« erklärte Brock auf übermäßig vertraute Weise. Ich unterdrückte ein Stöhnen. »Auf jeden Fall könnte man sagen, dass ich damals ein ziemlicher Rabauke war.« »Wahr?« murmelte ich leise. Brock grinste, weil er mich offensichtlich gehört hatte. Und ich hasste dieses Grinsen. Es war weder süß noch sexy noch charmant. Absolut nicht. Es war einfach nur nervig. Eines Abends habe ich versucht, Andrew, ihren Vater, zu überfallen. Was? In Grady's Augen flackerte echtes Interesse auf und sein Armer starrte in der Luft, sodass das Weinglas mehrere Zentimeter vor seinem Mund schwebte. »Jep.« Ich war von zu Hause weggelaufen. Hatte Hunger und Fror, brauchte Geld und außerdem war ich ein verdammter Arsch, erklärte Brock. Grady zuckte bei dem Schimpfwort zusammen. »Also habe ich versucht, einen Mann auszurauben, der meinem Leben auf 600 verschiedene Arten hätte ein Ende setzen können.« Mit einem leisen Lachen schüttelte Brock den Kopf. »Aber Andrew hat mich nicht umgebracht oder windelweich geprügelt, wie er es jederzeit hätte tun können. Er hat auch nicht die Polizei gerufen. Er hatte mich bereits vor der Academy herumlungern sehen und wusste, dass ich an illegalen Kampfwettbewerben teilnahm.« »Mit vierzehn?« Grady klang fassungslos. »Dieser arme Landjunge hatte ja keine Ahnung.« »Sie wären überrascht, was in den Städten so läuft, ohne dass jemand davon weiß,« antwortete Brock und lehnte sich in der Bank zurück. »Ich erstarrte.« Er legte seinen Arm auf die Rückenlehne direkt hinter mir. Ich drehte den Kopf ein Stück, hin und her gerissen zwischen dem Drang laut über seine Frechheit zu lachen und ihm meine Faust in die Eingeweide zu rammen. »Andrew hat mich an diesem Abend mit nach Hause genommen und mir eine warme Mahlzeit und ein Bett angeboten.« »Wow!« Grady lächelte sanft, während er mich ansah. »Dein Vater ist toll.« »Mein Vater erkennt Talent und das von Brock hat ihn interessiert,« erklärte ich, auch wenn das sicherlich nicht der einzige Grund gewesen war. Mein Vater war auf den Straßen von Natal in Brasilien aufgewachsen. Brock hatte eine harte Kindheit gehabt, doch im Vergleich zu der meines Vaters und meiner Onkel war sie ein Klacks gewesen. Mein Dad hatte in Brock eine verwandte Seele gesehen und den Sohn, den er nie bekommen hatte. Es war schon ziemlich spät, als ihr Dad mich ins Haus gebracht hat. Dort hat er mich kurz allein im Wohnzimmer zurückgelassen. Ich war zuvor noch nie, noch nie in einem solchen Haus gewesen. Er wirkte für einen Moment abwesend. Es lag außerhalb der Stadt, war riesig und wirkte doch irgendwie warm. Keine Kakerlaken an den Wänden oder Ratten in dunklen Ecken. Ich hatte nicht mal davon geträumt, ein solches Haus je zu betreten. Grady schien vollkommen fasziniert, als er langsam sein Glas abstellte. Ich schluckte schwer und dachte an die vielen schlechten Erinnerungen, die Brock gesammelt hatte, bevor mein Vater ihn bei uns aufgenommen hatte. Ich wollte ihm gerade in die Küche folgen, als ich Richtung Treppe sah. Wissen Sie, dort gibt es dieses Treppenhaus, das ins riesige Wohnzimmer führt. Es war dunkel, aber da drückte sich ein kleiner Schatten an der Wand entlang und spähte um die Ecke. Langsam breitete sich ein Lächeln auf Brocks Gesicht aus. Alles, was ich sah, waren Haare, dunkelbraune Haare und große Augen. Ich rutschte nach vorn, stemmte meinen Ellbogen auf den Tisch und ließ meinen Kopf in die Hand sinken. Es war die kleine Jellybean. Brock lachte, während ich die Augen verdrehte. Sie hat uns belauscht, ohne dass ihr Vater etwas davon mitbekommen hatte. Unsere Blicke trafen sich. Ich rechnete damit, dass sie die Treppe nach oben rennen würde, weil ich, naja, bevor ich ihrem Vater begegnet war, hatte ich in einem Kampf etwas abbekommen. Ich sah ziemlich übel aus. Ich saß da und fragte mich, was hier gerade passierte. Brock hatte erfolgreich mein Date in Beschlag genommen und umgarnte Grady mit Geschichten aus unserer Kindheit. Ich würde ihn umbringen. Du bist nicht weggelaufen? fragte mich Grady. Ich antwortete nicht. Stattdessen lehnte ich mich zurück, ließ meine Hände in den Schoß sinken und atmete tief durch. Plötzlich fühlte ich Brocks Finger, die sich in meine Haare schoben. Was tat er da? Nein, sie hat mich angelächelt und mir kurz zugewunken. Brock sah mich von der Seite an. Unsere Blicke trafen sich und die Luft um uns wirkte plötzlich elektrisch aufgeladen, als er seine Finger tiefer in meinem Haar vergrub, ohne dass Grady etwas davon mitbekam. Es war ein unglaublicher Moment. Oh Himmel! Nachdem ich etwas gegessen hatte, brachte mich Andrew in einem Gästezimmer unter und ging schlafen. Als hätte der Mann beschlossen, dass ich vertrauenswürdig genug war, um mich einfach so in sein Haus zu lassen. Ich finde das immer noch unglaublich. Brocks Finger hatten sich ihren Weg durch mein Haar gebahnt und beschrieben jetzt kleine Kreise auf meinem Rücken. Plötzlich konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Das haut mich heute noch um. Ich kann es nicht glauben, murmelte Grady. In diesem Moment hoffte ich inständig, dass Brock einfach den Mund halten und die Geschichte nicht weitererzählen würde, aber dieses Glück war mir nicht vergönnt. Na klar, Gott hasste mich. Es war ungefähr eine Stunde vergangen und ich konnte nicht schlafen. Meine Gedanken rasten. Im Haus war es viel zu ruhig. Das war ungewohnt für mich. Ich war einfach nicht daran gewöhnt, dass die Leute nachts tatsächlich schliefen, dass niemand brüllte oder auf der Straße Autos hupten, fuhr er fort. Ich wollte mich wieder nach vorn lehnen, um seinen verdammten Fingern zu entkommen, doch er ergriff eine dicke Strähne meiner Haare und hielt mich sanft fest. Ich stellte das Atmen ein. Ich erinnere mich daran, wie ich in diesem Zimmer saß, dem schönsten Zimmer, das ich in meinem Leben gesehen hatte, und darüber nachdachte er einfach wieder zu verschwinden. Sie verstehen, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich in diesem Haus nichts zu suchen hatte. Fuhr er fort, als würde er im Moment nicht gerade mein Haar als verdammte Leine benutzen. Dann hörte ich ein leises Klopfen an der Tür. Ich hatte keine Ahnung, wer das sein konnte. Das warst du, meinte Grady und sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an. Ich schloss die Augen, als Brock seine Finger erneut durch meine Haare schob, um dann leise über den Stoff meines Kleides zu streichen. Alles in mir konzentrierte sich auf die brennende Wärme seiner Fingerspitzen. Sie hatten mir ihren Teddybären gebracht, verkündete Brock. Ich öffnete die Augen und seufzte. Was hast du noch mal gesagt, als ich die Tür geöffnet habe und du mir dieses flauschige alte Ding in die Hände gedrückt hast? Ich konnte einfach nicht glauben, dass er das auch noch erwähnte. Ich konnte nicht einmal glauben, dass er sich tatsächlich daran erinnerte. Ich habe gesagt, du siehst aus, als bräuchtest du einen Freund. Brock lächelte nicht, als er mich ansah. Dann ist sie davon gelaufen, wahrscheinlich zurück ins Bett. Ein Lächeln verzog seinen Mund. Ich hatte gewusst, dass Andrew eine Tochter hat, hatte sie sogar ein paar Mal aus der Ferne gesehen, aber ich habe nie damit gerechnet, dass sie mir, einem vollkommen Fremden, einen verdammten Teddy schenken würde. Er sah Grady an. Von diesem Moment an standen wir uns nahe. Ich musste wirklich dringend dafür sorgen, dass er nicht länger meinen Rücken streichelte. Das kann ich mir vorstellen, kommentierte Grady trocken. Seitdem bin ich ihr Schatten. Ich riss den Kopf herum. Das war nicht die Version, die die meisten Leute erzählten. Ich war sein Schatten, nicht andersherum. Ich ließ meine Hände unter den Tisch verschwinden, streckte die Linke aus und umklammerte seinen Oberschenkel, um ihn so lange zu kneifen, bis er endlich den Arm vor meinem Rücken nahm. Seine Mundwinkel zuckten, als er mich ansah. Zufrieden, dass er seine Hände wieder bei sich behielt, ließ ich los. Er hat mich zum Abschlussball ausgeführt, weil die Jungs in meinem Alter zu viel Angst vor meinem Vater hatten. Oh, Grady spielte am Stiel seines Weinglases herum. Muss ich Angst vor deinem Vater haben? Nein, erklärte ich entschieden. Ja, antwortete Brock. Verflucht, ich habe heute noch Angst vor ihm. Grady nickte, als hätte er verstanden, doch seine Verwirrung war offensichtlich. Ein wirklich unangenehmes Schweigen breitete sich aus. Ich war nur Sekunden davon entfernt, mich unter dem Tisch zu verkriechen, als Grady sich für einen Moment entschuldigte. Als er aufstand und sich entfernte, fürchtete ein Teil von mir, dass er nicht zurückkommen würde. Gleichzeitig spürte ich auch eine gewisse Erleichterung, denn das wäre an diesem Punkt vielleicht das Beste gewesen. Doch jetzt waren Brock und ich allein, also wirbelte ich zu ihm herum. Was tust du da verdammt noch mal? zischte ich. Er schaute unschuldig rein. Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Warum bist du hier? Hm. Er legte die Hände aneinander. Für einen Moment huschte mein Blick zu der silbernen Kette um seinen Hals. Ich war einfach in der Stimmung für ein saftiges Steak. Genau, und ich war in der Stimmung, mir Nadeln unter die Fingernägel zu schieben, blaffte ich. Wieso tust du das? Brock zog eine Augenbraue hoch. Du versuchst, mein Date zu manipulieren, beschuldigte ich ihn. Ich glaube nicht, dass ich mich da groß anstrengen muss, schoss er mit einem Grinsen zurück. Ich sah in die Richtung, in die Grady verschwunden war. Mir wurde heiß vor Wut. Was willst du damit sagen? Er schmunzelte. Die Chemie stimmt nicht. Selbst Leitungswasser knistert mehr als die Stimmung zwischen euch. Das ist nicht wahr. Ich zog mich von ihm zurück und mein Atem stockte, weil mir im ersten Moment der Gedanke durch den Kopf geschossen war, dass er recht hatte. Mein zweiter Gedanke erklärte, dass Brock keine Ahnung hatte, wovon er sprach. Wirklich? Ja, schrie ich fast. Dann atmete ich tief durch. Grady ist attraktiv. Und so süß, Brock wackelte mit den Augenbrauen. Ich kochte vor Wut. Und er ist witzig und klug und nett. Nett, Brock lachte. Genau, das beweist, dass ich richtig liege. Und womit genau? Ich ballte die Hände zu Fäusten. Dass nette Leute schlecht sind? Brock schob sich näher an mich heran und tippte mir mit dem Finger auf den Nasenrücken. Ich schlug seine Hand zur Seite, als er sagte, du hast deine Vorteile aufgezählt, als hättest du eine Stelle als Kindergärtner zu vergeben. Habe ich nicht. Ich atmete tief durch, um mich zu sammeln. Was tust du, Brock? Das hier ergibt keinen Sinn. Tut es nicht? Seine Augenbrauen wanderten nach oben. Willst du wirklich so tun, als hättest du keine Ahnung, wieso ich hier bin? Ich schüttelte den Kopf. Ich weiß es nicht. Er musterte mich einen langen Moment. Dann sagte er, er ist nicht das, was du willst. Oh mein Gott, ich konnte es einfach nicht glauben, dass wir dieses Gespräch führten. Ich starrte ihn wütend an. Du musst verschwinden. Sofort. Ein Mundwinkel hob sich. Wenn ich nicht ganz falsch liege, weißt du genau, was du willst und das wird dir noch vor Ende dieser Nacht klar werden. Mir fehlten die Worte. Tatsächlich gibt es aber noch einen anderen Grund, warum ich mit dir reden wollte. Ich wollte mit dir über Thanksgiving sprechen. Da wir beide zu deinen Eltern wollen, sollten wir gemeinsam fahren. Oh, heilige Scheiße, was? Ich brauche eine Sekunde, um das zu verarbeiten, er grinste. Lass dir Zeit. Und diese Sache hätte natürlich nicht warten können, bis, naja, irgendwann anders? Und außerdem, wieso feierst du Thanksgiving bei meinen Eltern? Das hast du seit Jahren nicht getan. Um den ersten Punkt abzuhaken, mir stand einfach der Sinn danach, jetzt darüber zu reden, antwortete er glatt. Und was die Frage angeht, wieso ich dieses Jahr bei deinen Eltern feiere, dieses Jahr ist anders. Aber darüber reden wir später noch. Ich öffnete den Mund. Ich werde dich jetzt wieder deinem aufregenden Date überlassen. Er glitt von der Bank und sein Blick wanderte über mich. Ich wünsche mir wirklich, ich könnte den Rest des Kleides zu Gesicht bekommen, denn das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist wirklich unglaublich schön. Du siehst wunderschön aus. Meine Kinnlade klappte noch weiter nach unten. Ich wünsche dir einen netten Abend. Mit einem Zwinkern schlenderte Brock den Gang entlang und begegnete dabei Grady. Sie hielten an, wechselten ein paar Worte, die ich wahrscheinlich gar nicht hören wollte, dann kam Grady zurück zum Tisch. Mit einem seltsamen Lächeln im Gesicht setzte er sich. Also, das war ja mal unerwartet. Ich konnte nur hilflos den Kopf schütteln. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ihn geritten hat. Ich glaube, er wollte nach dir schauen. Grady rieb sich die Brust. Er wollte uns im Auge behalten. Ich öffnete den Mund, doch dazu hatte ich nichts zu sagen. Denn sowas hatte Brock noch nie getan. Niemals. Nicht einmal bei den seltenen Gelegenheiten in meiner Jugend, als ich Dates gehabt und ihm davon erzählt hatte, in der Hoffnung, er würde eifersüchtig werden und verstehen, dass er mich wollte, bevor jemand anders mich bekam. Doch damals hatte er nicht mal mit der Wimper gezuckt. Woher wusste er, dass wir hier sind? Fragte Grady. Zufall, antwortete ich dumpf. Bist du dir da sicher? Denn er ist gerade verschwunden, ohne etwas zu essen mitzunehmen. Oh mein Gott, das stimmte. Kann sein, dass ich erwähnt habe, dass wir hierher gehen, aber er ist einfach... Ich meine, er ist wirklich... Ich schluckte schwer, darum bemüht, die Situation zu erklären, ohne dabei allzu hässlich zu fluchen. Er will auf mich aufpassen. Grady nickte langsam. Darf ich dir eine Frage stellen? Oh bitte, nein. Sicher? Hattet ihr beide mal was miteinander? Was? Ich zwang mich zu einem Lachen. Nein, hatten wir nicht. Das war eigentlich keine Lüge, weil ich das, was letzten Freitag passiert war, nicht in die Wertung aufnahm. Und es zählte nicht, dass ich ungefähr zehn Jahre lang in ihn verliebt gewesen war. Grady sah über die Schulter zurück, dann wieder zu mir. Vielleicht steht er auf dich. Ich lachte wieder, doch diesmal klang es nicht gezwungen, weil diese Aussage einfach so lächerlich war. Aber war sie das wirklich? Ich dachte an den Abend, als er noch auf einen Drink in meine Wohnung hatte kommen wollen. Dann an all die vorbeigebrachten Kaffees und Mittagessen, wie er mir gesagt hatte, ich sei wunderschön. Und dass er mich an Thanksgiving nach Hause fahren wolle und ich. Und dann war da noch das, was Freitagnacht zwischen uns geschehen war. Ich wollte nicht darüber nachdenken, hatte es die ganze Woche über erfolgreich geschafft, gegenzusteuern, wann immer meine Gedanken in diese Richtung tendierten. Aber es war passiert. Brock wollte ganz offensichtlich nicht so tun, als wäre es nicht passiert. Er hatte gesagt, er werde es nicht bereuen. Konnte er. Mein Herz schlug plötzlich schneller, viel zu schnell. Allein bei dem Gedanken, dass jemand glauben könnte, Brock wäre an mir interessiert, wurde mir ein wenig schwindelig. Ich war so daran gewöhnt, dass mir jeder versicherte, dass er sich nicht für mich interessierte. Grady trank seinen Wein aus. Ab diesem Zeitpunkt, naja, lief der Abend nicht mehr so gut. Wir tauschten nur mehr stumpfsinnige Allgemeinplätze aus und als die Rechnung kam, zahlte er mit einer Geschwindigkeit, die ein Ninja stolz gemacht hätte. Er brachte mich noch zu meinem Auto, das ich um die Ecke geparkt hatte, hinter einer Bank. Er hielt nicht meine Hand, aber er umarmte mich zum Abschied. Keine richtige Brust-an-Brust-Umarmung, die mich zitternd und sehnsuchtsvoll zurückließ. Ein Kuss stand definitiv nicht zur Diskussion. »Ich werde mich melden«, sagte er, als er zurücktrat. Ich nickte. »Ich... ich hatte Spaß.« »Ich auch.« Er wartete noch einen Augenblick und musterte mich. Dann wandte er sich ab. »Gute Nacht, Jillian.« Ich blieb einen Moment lang stehen und sah ihm nach. Ich wusste genau, dass er nicht wieder anrufen würde. Und auch ich würde nicht anrufen. Avery würde so enttäuscht sein. Da ich aus offensichtlichen Gründen gewisse Vorbehalte dagegen hatte, mich nachts allein an dunklen Orten aufzuhalten, verriegelte ich die Autotüren kaum, dass ich im Wagen saß, und ließ den Motor an. Dann schickte ich Brock eine kurze, knackige Nachricht. »Komm zu meiner Wohnung.« »Sofort!« Ja, es war eine ziemlich radikale Aufforderung, und ich hätte mir nie vorgestellt, einmal so an Brock zu schreiben. Aber ich war sauer. Ich hatte keine Ahnung, was er damit bezweckt hatte, im Restaurant aufzutauchen. Er wollte über Thanksgiving reden? Was für ein Quatsch! Ich umklammerte das Lenkrad fest, als ich vom Parkplatz auf die Straße fuhr, nur um sofort von einer roten Ampel gestoppt zu werden. Ich hörte kein Piepen meines Handys, und ich schaute auch nicht nach, ob er reagiert hatte, weil ich fürchtete, einen Unfall zu bauen, wenn seine eventuelle Antwort irgendeine Ausrede enthielt. Ich kochte die gesamte Fahrt nach Hause vor mich hin. Der winzige Teil von mir, der vorhin so begeistert davon gewesen war, dass jemand glaubte, Brock könne an mir interessiert sein, war von brennender Irritation vertrieben worden. Was er heute Abend getan hatte, war nicht in Ordnung. Ich fuhr auf den Parkplatz vor dem Wohnkomplex, in dem mein Apartment lag, stieg aus und knallte die Tür zu. Ich sah mich um, konnte Brocks Porsche aber nirgendwo entdecken. Also eilte ich unter sternenbedecktem Himmel durch die kühle Nachtluft, wobei ich mein Handy aus der Tasche riss. Natürlich keine Antwort. Arschloch, murmelte ich, als ich die Treppe nach oben stampfte. Sicher, zwischen Grady und mir hatte es nicht gerade geknistert, aber das ging Brock nichts an, nicht das Geringste. Vielleicht wäre heute Abend der Abend gewesen, an dem sich etwas zwischen Grady und mir entwickelt hätte. Aber das war nicht geschehen. Brock war aufgetaucht, hatte uns mitgenommen auf einen kurzen Trip in die Vergangenheit und Grady so den Eindruck vermittelt, dass das, was zwischen uns lief, es nicht wert war, vertieft zu werden. Ich erreichte meine Wohnungstür, rammte den Schlüssel ins Schloss und schloss sie wütend auf. Dann stieß ich sie mit so viel Schwung auf, dass sie an die Wand dahinter knallte. Fast wünschte ich mir, sie würde aus den Angeln fliegen. Ich warf die Jacke auf die Couchlehne und schnappte mir eine gekühlte Flasche Wein aus dem Kühlschrank. Ich zog den Korken heraus und setzte mir die Flasche direkt an den Mund, ohne mich mit einem Glas aufzuhalten. Die Sache mit der alkoholischen Enthaltsamkeit konnte ich im Moment vergessen. Ein kleiner Teil von mir wusste natürlich, dass zwischen Grady und mir selbst dann kein heißes Knistern entstanden wäre, wenn Brock nicht wie der personifizierte Feuerlöscher aufgetaucht wäre. Weil ich massenweise Liebesromane gelesen hatte und genau wusste, was ich einmal für Brock empfunden hatte, glaubte ich fest daran, dass dieses mysteriöse Etwas entweder schon beim ersten Date zu spüren war oder nie entstehen würde. Trotzdem, ich war sauer. Erneut setzte ich die Flasche an die Lippen, nur um mir selbst Wein über das Gesicht zu gießen, als es leise an der Tür klopfte und ich zusammenzuckte. Mein Herz sprang in der Brust herum wie auf einem Trampolin, gleichzeitig verengte ich die Augen zu schlitzen. Ich wischte mir das Kinn ab, stellte die Flasche auf die Kücheninsel und stiefelte zur Tür, um sie aufzureißen. Brock stand vor meiner Wohnung und sah mich mit Schlafzimmerblick an. Das ging schnell, blaffte ich. Seine Lippen zuckten. Man könnte sagen, ich habe geahnt, dass du mich heute Abend noch sehen willst, also habe ich mich in diesem Teil der Stadt herumgetrieben. Ist das so? Bist du jetzt auch noch Hellseher? Brock sah mich an und seine Lippen öffneten sich. Verdammt, hauchte er und sein Blick wanderte an meinem Körper entlang. Ein seltsamer Ausdruck huschte über sein kantiges Gesicht, als hätte er zum ersten Mal etwas Verborgenes gesehen. Etwas, von dessen Existenz er immer gewusst hatte, das sich jedoch außerhalb seiner Reichweite befunden hatte. Du in diesem Kleid. Er trat in meine Wohnung und zwang mich so zum Zurückweichen, bis er die Tür hinter sich schließen konnte. Ich wusste, dass du wunderschön aussehen würdest. Wunderschön? Es war wieder dieses Wort. Ein Wort, dessen Bedeutung er sicherlich kannte. Mir wurde heiß, als ich ihn böse anstarrte. Ich will nicht, dass du das sagst. Ich will nicht mal wissen, dass du das denkst. Brock ignorierte meine Aussage einfach, denn er fragte. Wann hast du diese aufregenden Kurven bekommen, Jelly? Mein Zorn verlieh mir Mut, also ließ ich mich nicht unterkriegen. Oh, ich weiß nicht, als ich 19 war ungefähr, aber damals hast du das nicht bemerkt, nicht wahr? Nein. Er schüttelte fast verwundert den Kopf. Ich wollte es nicht bemerken. Ich zog die Augenbrauen hoch. Du wolltest nicht? Das ergibt keinen Sinn. Tut es nicht? Seine dunklen Augen bohrten sich in meine. Du warst Andrew Limers kleines Mädchen. Das letzte Mal, als ich nachgesehen habe, war ich immer noch seine Tochter. Stimmt, murmelte er. Dann glitt sein Blick wieder über meinen Körper. Seine Musterung begann an meinem Scheitel und endete erst bei den spitzen Pumps. Dann hob er den Kopf wieder, um schließlich meine Brüste zu mustern. Aber du bist nicht mehr so klein. Trotz meiner Wut spürte ich, wie meine Brustwarzen hart wurden. Ich verschränkte die Arme vor dem Oberkörper und schob das Kinn vor. Bist du betrunken? Brock blinzelte und sah mir in die Augen. Ich habe seit diesem Abend nie wieder Alkohol angefasst. Ich schnappte nach Luft. Kein einziges Mal seit damals. Naja, in Ordnung. Die Verlegenheit sorgte dafür, dass ich nicht mehr ganz so angriffslustig auftrat. Hör mal, ich habe dich nicht hierher beordert, um über mein Kleid zu sprechen oder darüber, dass dir plötzlich aufgefallen ist, dass ich kein Kind mehr bin. Was verdammt nochmal sollte das vorhin? Er antwortete nicht, sondern sah sich stattdessen in meiner Wohnung um. Als er Rage auf der Armlehne der Couch entdeckte, drängte er sich an mir vorbei. Dabei schob er sich die Ärmel seines Pullovers nach oben, sodass ich die leuchten, bunten Tätowierungen auf seinem Unterarm sehen konnte. Klar, immer rein in die gute Stube. Das ist nicht... Ich verstummte, als Rage aufstand, um Brocks großer Hand den Kopf entgegen zu strecken und sich an ihm zu reiben. Angewiedert schüttelte ich den Kopf. Der Kater war ein Mistvieh. Das ist doch scheiße! Brock kraulte Rage hinter den Ohren, dann sah er sich zu mir um. Deine Ausdrucksweise sorgt dafür, dass ich mich vor dem Kater schäme. Oh, halt die Klappe! Du fluchst schlimmer als ein betrunkener Leichtmatrose! Ich ließ die Arme sinken und ging Richtung Weinflasche. Brock zog eine Augenbraue hoch, als ich einen tiefen Schluck aus der Flasche nahm. Dann murmelte er... Also entscheidest du dich mal wieder für den Alkohol. Gut, dass ich hier bin. Mit zusammengekniffenen Augen drückte ich mir die Flasche an die Brust. Okay. Es wird Zeit, dass wir Tacheles reden. Was war der Zweck dieser Aktion heute Abend? Und erzähl mir nicht, es hätte etwas mit Thanksgiving zu tun. Du hattest diese Woche jede Menge Gelegenheiten, um mit mir darüber zu reden. Es gab keinen Grund, mich auf einem Date aufzuspüren und es zu ruinieren. Ich habe dein Date ruiniert? Lachend richtete er sich auf und drehte sich zu mir um. Dieser Kerl hatte bei dir nie auch nur den Hauch einer Chance. Woher willst du das wissen? Feuerte ich zurück. Er trat einen Schritt auf mich zu und ich wich zur Seite aus, um ihn nicht zu nahe kommen zu lassen. Doch er näherte sich mir weiterhin mit langsamen, entschlossenen Schritten, was dafür sorgte, dass ich ein Flattern in der Brust spürte. Ich weiß es einfach, murmelte er. Das ist lächerlich. Ich ging rückwärts, während er mir folgte. Du hast selbst zugegeben, dass du mich nicht mehr kennst. Das ist nicht genau das, was ich gesagt habe, Jillian. Seine Augen glitzerten, als er das Kinn senkte. Nenn mir eine Sache an, Grady, die dich begeistert. Begeistert? Mein Pulsschlag raste und das hatte nichts mit Grady oder dem Wein zu tun, den ich gerade geäxt hatte. Ich werde mit dir nicht darüber reden. Warum? Ein weiterer Schritt und er war nur noch ungefähr 30 Zentimeter von mir entfernt. Meine Wohnung war nicht allzu groß, also stand ich inzwischen fast mit dem Rücken zur Wand. Weil das, weil das unpassend ist. Unpassend? Sein Lachen war tief und rau. Sexy. Gänsehaut bildete sich auf meinen Armen. Wieso ist das Verflucht nochmal unpassend? Weil, weil du mein Chef bist. Ich bin nicht einfach nur dein Chef. Hast du vergessen, dass ich dich nach oben getragen und ins Bett bringen musste, als du dich an der Hausbar deines Dads bedient hast und zum ersten Mal in deinem Leben betrunken warst? fragte er. Oder, dass du für mich da warst in den dunkelsten Stunden meines Lebens? Mir dabei geholfen hast, saubere Kleidung anzuziehen, weil ich zu sehr mit Schmerzmitteln und Alkohol zugedröhnt war, um auch nur zu wissen, welches Jahr wir hatten. Ich holte zitternd Luft. Um Luft, als Sprock, als Sprock den verbliebenen Abstand zwischen uns überwand. Er ragte hoch über mir auf und stand so nahe vor mir, dass sein rechtes Bein mein linkes berührte. Es hat nichts damit zu tun, dass ich dein Chef bin. Dass wir zusammenarbeiten, hat rein gar nichts damit zu tun, sagte er. Du willst diese Frage nicht beantworten, weil du keine Antwort darauf hast. Das stimmt nicht, verkündete ich, nur um mich anzuspannen, als er mir die offene Weinflasche aus den Fingern zog und auf den kleinen Tisch neben uns stellte. Was tust du da? Er stemmte die Hände rechts und links von mir an die Wand und ließ den Kopf sinken, bis sich unsere Augen fast auf einer Höhe befanden. Sag mir eine Sache, die dich an ihm begeistert. Warum? flüsterte ich. Meine Brust hob und senkte sich in schnellen Atemzügen, als mein Blick auf seinen Mund fiel. Weil ich wissen will, eine seiner Hände löste sich von der Wand und legte sich auf meine Schulter. Ein Schauder lief über meinen Körper. Er legte den Kopf schräg. Ich will wissen, wieso du nach dem, was zwischen uns passiert ist, trotzdem mit einem anderen Mann ausgehst. Mein Herz schlug so heftig, dass ich es im gesamten Körper spüren konnte. Ich war vollkommen überwältigt und hatte keine Ahnung, wie ich hier gelandet war, während Brocks Hand über meinen Arm und bis hinunter zu meiner Hüfte glitt. Ich hatte auch keine Ahnung, wieso seine andere Hand plötzlich ebenfalls auf meiner Taille lag. Mein gesamtes Sein konzentrierte sich auf die Wärme seiner Hände, die sich durch das Kleid brannte. Ein scharfes Brennen entstand zwischen meinen Schenkeln, pulsierend und intensiv. Jillian. Die Sanftheit in seiner Stimme, als er meinen Namen aussprach, stellte verrückte Dinge mit meinen Hirnzellen an, ließ sie schmelzen, als wären sie aus Butter. Ich leckte mir über die Lippen. Er ist nett. Grady ist wirklich nett. Nett. Seine Hände glitten höher und mein Körper reagierte instinktiv. Mein Rücken drückte sich durch und ich erstarrte, als Brock den Kopf zu meinem Ohr herunterbeugte. Sein Atem glitt warm über meine Haut, als er sagte, Du willst nicht, Nett. Nett begeistert dich nicht. Meine Hände fanden ihren Weg zu seiner Brust. Ich drückte sie gegen ihn, doch gleichzeitig vergruben sich meine Finger im Stoff seines Pullis und hielten ihn fest. Ich bin mir sicher, dass Grady ein netter kleiner Mann ist, fuhr Brock fort. Seine Hände setzten sich wieder in Bewegung. Eine glitt an meiner Hüfte nach unten. Die andere fand meinen unteren Rippenbogen und begann zu kreisen, sodass jede Bewegung seines Daumens meine Brust berührte. Ich habe absolut nichts gegen ihn. Aber kann er dich erregen? Kann er diese Röte auf deine Wange zaubern? Sein heißer Mund glitt über besagte Wange. Seine rauen Bartstoppeln auf meiner Haut entlockten mir ein Keuchen. Wenn er dich begeistern würde, wenn du wirklich auf ihn stehen würdest, dann hätte ich euer Date nicht ruiniert, denn du wärst jetzt bei ihm, und ich wüsste verdammt nochmal nicht, wie du dich anfühlst, wenn du kommst. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das wirklich logisch war, aber mein Hirn hatte sich abgemeldet, denn hier ging es nur noch um Gefühle. Eine träge Lust breitete sich in meinem Körper aus. Das Pulsieren an gewissen Körperstellen verstärkte sich. Meine Brüste fühlten sich plötzlich fast schmerzhaft schwer an. Dieses Gefühl verstärkte sich noch, als ich Brocks Atem auf meinen Lippen spürte. Plötzlich ran glühende Lava durch meine Adern. Er drängte mir sein Unterleib entgegen. Ich keuchte, als ich ihn an meinem Bauch spürte. Dick und hart. Heiliger Mist, es ließ sich nicht verleugnen, dass er erregt war. Diese Reaktion ließ sich nicht verbergen. Sie sorgte dafür, dass sich all meine Muskeln gleichzeitig anspannten. Unsere Münder schwebten genau auf einer Höhe. Seine Lippen waren meinen so nah. So etwas hatte ich noch nie empfunden. Niemals. Brock würde mich küssen, und diesmal wäre es richtig. Ich würde den Kopf nicht abwenden. Ich hatte so ein Gefühl, dass Brock um einiges mehr tun wollte, als nur küssen. Diese Erkenntnis, das Wissen, dass ich mich von ihm küssen lassen würde, dass ich ihn alles mit mir anstellen lassen würde, was er wollte, vertrieb ein Teil des Nebels aus meinem Kopf. Was geschieht hier? Es war gerade mal zwei Monate her, seitdem sich unsere Lebenswege wieder gekreuzt hatten. Zwei Monate nach Jahren ohne Kontakt. Jahre, in denen mein Leben in Stücke gerissen worden war, während sein Leben nur einen Weg kannte. Steil bergauf. Brock hatte sich sogar verlobt und wieder entlobt, und er... Er hatte mir das Herz gebrochen. Doch jetzt war er wieder Teil meines Lebens. Als mein Chef. Mein verdammter Chef. Und ich fand gerade erst heraus, wer ich eigentlich war. Ich legte meine Handflächen auf seine Brust. Was... was tun wir hier? Brock erstarrte. Für einen Moment war ich mir nicht mal sicher, ob er noch atmete. Dann bewegte er sich leicht und drückte seine Stirn gegen meine. Ich... ich weiß es nicht. Erneut stieg diese bittere Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung in mir auf. Ich schluckte schwer und drückte meine Hände gegen seine starken Muskeln, obwohl ich eigentlich jede Vernunft in den Wind schießen und ihn anspringen wollte wie ein Klammeraffe. Aber... presste er hervor, wobei die Hand an meinem Rücken zu meiner Hüfte glitt und sie umfasste. Aber ich weiß, Jillian, dass ich dich will. Brock wollte mich. Er hatte die Worte tatsächlich ausgesprochen. Das war nicht nur Wunschdenken und ich hatte es mir auch nicht eingebildet. Da konnte ich nicht zwischen den Zeilen lesen oder falsch interpretieren. Er hatte es ausgesprochen und ich konnte fühlen, dass er mich wollte. Das allein stellte schon seltsame Dinge mit meinem Körper an. Die Hand an meiner Hüfte drückte noch fester zu, die unter meinen Brüsten blieb still liegen. Seine Stirn war an meine gedrückt. Dann gab er ein männlich tiefes Geräusch des Verlangens von sich und ich wurde von einem Schauder gepackt. Er drängte sich gegen mich, drückte mich mit dem Rücken gegen die Wand. Er wollte mich. Aber war es nicht sechs Jahre zu spät? Nach der Art, wie mein Körper auf seinen reagiert hatte, als er mich noch kaum berührte, musste ich wohl Nein antworten. Nein, es war nicht zu spät. Doch war es klug, diese Vorstellung auch nur zuzulassen? Das war die große Frage. Brock zitterte. Dann spürte ich seine Lippen auf meinem Mundwinkel. Auf der Seite, die ich wegen des Nervenschadens nicht mehr kontrollieren konnte. Ich keuchte bei der Berührung, während mir erst kalt wurde, dann heiß. Blind drehte ich den Kopf. Seine Lippen glitten über meine. Es war eine weiche Berührung, sanft wie eine Brise. Es lag kein Druck darin und der Kuss, den wir mitten in der Nacht geteilt hatten, war um einiges leidenschaftlicher gewesen. Doch die Berührung seines Mundes ließ mich schmelzen, wie es noch nie einem Kuss zuvor gelungen war. Brock zog sich ein kleines Stück zurück. Unsere Blicke trafen sich, und wir sahen einander tief in die Augen. Dann nahm er meine Hand und zog mich von der Wand weg. Er führte mich zur Couch, setzte sich und zog mich so nach unten, dass ich auf seinem Schoß saß. Meine Beine hingen seitlich über seine. Die Pumps fielen von meinen Füßen zu Boden. Das Geräusch erstreckte Rage, der von der Armlehne sprang und durch den Flur in Richtung Schlafzimmer lief. Vielleicht wollte er auch ins Bad. Aus irgendeinem Grund hatte Rage vor kurzem begonnen, dort zu schlafen. Ich musste schmunzeln. Doch bald schon dachte ich nicht mehr über den seltsamen Kater nach. Mein Herz schlug wie wild, als Brock mich mit einem Arm um die Taille auf seinem Schoß festhielt. Dann hob er eine Hand, fing eine Haarsträhne ein und schob sie mir hinters Ohr. Er berührte mein Kinn, sah mir in die Augen und musterte jeden Zentimeter meines Gesichts. Ich verstehe nicht, was hier geschieht, brach es aus mir heraus. Ich auch nicht. Er streichelte meine Wange, ließ seinen Daumen unter meiner Narbe entlang gleiten. Das ist nicht sehr beruhigend. Ich drückte eine Hand an seine Brust, weil ich ein wenig Abstand zwischen uns brauchte. Er ließ den Arm zwar sinken, mich aber nicht von seinem Schoß aufstehen. Das ist, das ist verrückt. Verrückt kann gut sein, antwortete er mit einem schiefen Lächeln. Verrückt kann aber auch die Art von Wahnsinn bedeuten, die wirklich übel endet, argumentierte ich in dem Versuch, vernünftig zu sein. Wir können das einfach nicht tun. Und warum nicht? Er legte seine andere Hand auf mein nacktes Knie. Die Berührung sorgte dafür, dass ich zusammenzuckte. Ich fand, dass es eine Menge Gründe gab. Wir, wir arbeiten zusammen, Brock. Wenn wir das jetzt tun und uns die Sache um die Ohren fliegt, dann müssen wir weiter zusammenarbeiten. Ich kann meinen Dad nicht enttäuschen, sagte ich. Ich, ich kann mich selbst nicht enttäuschen. Wieso denkst du, dass uns die Sache um die Ohren fliegen wird? Seine Frage klang ernst gemeint. Glaubst du tatsächlich, dass ich hier wäre, wenn ich glauben würde, dass ich dich am Ende verletzen würde? Ich starrte ihn an. Ich wollte ihm so dringend glauben. Aber ich hatte auch früher nicht gedacht, dass er mich so übel verletzen könnte. Warum, fragte ich, warum jetzt, nach all der Zeit? Es, es hat sich etwas verändert. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, sagte er. Seine Stimme war so rau wie Schmörgelpapier. Ob es an dem Abend geschehen ist, als ich dich im Restaurant getroffen habe, oder an deinem ersten Arbeitstag, als du so angriffslustig warst, das war nicht die Jilly, die ich kannte. Und das hat mich vollkommen umgehauen, weil es so heiß war. Ich weiß nicht, ob es passiert ist, als du mich nach dem Abendessen umarmt hast, denn das war die Jilly, die ich kannte. Doch du hast dich in meinen Armen nicht wie sie angefühlt. Ich konnte nicht denken, konnte kaum atmen, als seine Worte über mich hinweg glitten und er die Augen schloss. Die Hand an meinem Bein rutschte höher, über meinen Bauch zu meinen Brüsten. Ich seufzte leise, als seine Handfläche über meine aufgerichtete Brustwarze glitt, doch er hob die Hand noch weiter, bis seine Finger meinen Nacken umfassten und seinen Daumen auf meinem wild rasenden Puls lag. Vielleicht ist es auch passiert, bevor ich dich überhaupt wiedergesehen habe, sagte er. Es war, als spräche er mit sich selbst, doch diese Aussage ergab keinen Sinn. Er öffnete die Augen wieder, und sie leuchteten wie polierte Obsidian. Vielleicht ist es passiert, als du dich an diesem Abend mit deinen Freunden endlich entspannt und gelacht hast. Es kann auch geschehen sein, als ich mit dir in meinen Armen eingeschlafen bin. Verflucht, was wir in dieser Nacht getan haben, hat eine Menge damit zu tun. Mein Blick glitt suchend über sein angespanntes Gesicht. Es kann an all diesen Minuten und mehr liegen. Aber an diesem Morgen, als ich aufgewacht bin und festgestellt habe, dass du dich im Bad versteckst, wusste ich, dass ich dich will. Und es ist in den vergangenen Jahren kein einziger verdammter Tag vergangen, an dem ich nicht an dich gedacht hätte, Jillian. Das hätte ich dir schon bei unserer ersten Begegnung im Restaurant sagen müssen. Mir stockte der Atem. Ich habe immer über dich nachgedacht, habe mich gefragt, was du gerade tust, wie es für dich läuft. Seine dunklen Augen waren unverwandt auf mein Gesicht gerichtet. Ich habe mich gefragt, ob du jemanden gefunden hast. Und ich habe mich nach dir erkundigt. Sehr oft sogar. Was? Hauchte ich. Deine Mom. Sie hat mich, naja, informiert von Zeit zu Zeit. Wusstest du das nicht? Nein. Wut flackerte in meiner Brust auf. Weil Mom Brock wirklich nichts über mich hätte erzählen dürfen. Und besonders nicht, ohne mir davon zu erzählen. Ich wusste, dass du das College geschmissen hast. Ich wusste, dass du den Job in der Versicherungsfirma angenommen hast, erklärte er, und ich schnappte nach Luft. Ich wusste, als du angefangen hast, mit jemandem auszugehen. Ich wusste auch, dass du ihn nicht nach Hause gebracht hast, um ihn deinen Eltern vorzustellen. Also war mir auch bewusst, dass es nicht allzu ernst sein konnte. Heiliger Strohsack! Meine Wut löste sich in Überraschung auf. Wieso hat sie mir nichts davon erzählt? Ich habe sie gebeten, es nicht zu tun. Ich war mir sicher, dass du nicht willst, dass ich all diese Dinge erfahre. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du deutlich klargemacht, dass du mich nicht mehr in deinem Leben haben willst. Ich spürte einen Stich des Bedauerns in meiner Brust. Es war beim letzten Feiertag gewesen, den ich mit ihm und meiner Familie verbracht hatte. Du hast sie mit ins Haus gebracht. Ich glaube, das war es, womit Brock mich damals am meisten verletzt hatte. Das Mädchen, mit dem er geflirtet hatte, das Mädchen, für das er mich versetzt hatte, war nicht einfach nur ein One-Night-Stand gewesen, den er am nächsten Morgen sofort wieder vergaß, sondern das Mädchen, mit dem er eine Beziehung anfing, das Mädchen, mit dem er endlich eine Familie gründen wollte, das Mädchen, dem er einen Antrag machte. Er drehte leicht den Kopf und wandte den Blick ab, als könnte er mir nicht länger in die Augen sehen. Ich habe einfach nicht nachgedacht. Meine Kehle war wie zugeschnürt, als die Erinnerungen an die Nacht aufstiegen. Es war das erste Weihnachten nach dem Angriff gewesen, und Brock war zum Festessen gekommen, und zwar nicht allein. Ungefähr vier Monate, nachdem er mir das Herz gebrochen hatte und mein Leben quasi in sich zusammengebrochen war, hatte er Kristen mit zu meiner Familie gebracht. Und ich? Ich war ausgetickt. Mein Gesicht immer noch zerstört, meine Psyche weit von jeder Stabilität entfernt, war das eine der seltenen Gelegenheiten gewesen, zu denen ich nach unten gekommen war, um Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich konnte mich so genau daran erinnern, als wäre es erst gestern gewesen. Ich hatte das große Esszimmer betreten, hatte meinen müden Blick über die vertrauten Gesichter gleiten lassen und zuerst Brock gesehen. Er starrte Richtung Tür, und für einen Moment dachte ich schon, er warte auf mich, halte nach mir Ausschau. Obwohl er meinen Gefühlen für ihn an diesem Abend im Monas den Todesstoß versetzt hatte, war doch bei seinen zahlreichen Besuchen seitdem ein kleiner Funken Hoffnung aufgekeimt. Doch dann sah ich, wer neben ihm stand. Sie dort zu entdecken, zu wissen, dass er sie zum Abendessen brachte, bedeutete, dass sie ihm wichtig war. Kein One-Night-Stand, keine im Suff entstandene Affäre, er hatte noch nie, niemals ein Mädchen ins Haus meiner Eltern gebracht. Kristen war seine Freundin, nicht ich, niemals ich. Ich machte sofort auf dem Absatz kehrt und ging wieder nach oben. Es gelang mir nicht, vor meiner gesamten Familie auszuticken und meine Haltung zu bewahren. Aber das spielte keine Rolle. Alle wussten es. Alle. Und die tiefe Kränkung und der Schmerz, den ich an diesem Abend im Monas empfunden hatte, explodierten einfach in mir. Brock folgte mir, wie er es schon hunderte Male vorher getan hatte. Wie er es an diesem Abend im Monas nicht getan hatte. Er kam in mein Schlafzimmer und ich schrie ihn an. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich ihn irgendwann als selbstsüchtigen, eingebildeten Casanova beschimpfte. Auf jeden Fall teilte ich ihm mit, dass ich ihn nie wiedersehen wolle. Ich sagte noch andere Dinge, schreckliche Dinge. Ich sehe auch heute noch sein Gesicht vor mir und den Schmerz, der seine Miene erfüllt hatte. Diesen Schmerz, den ich nicht sehen wollte und besonders seine Schuldgefühle, die mich nicht interessiert hatten. Es war fast, als hätte ich wieder mit dem Tod gerungen. Doch wenn ich nun zurückblickte, wusste ich, dass es nicht seine Schuld gewesen war. Er konnte sein Leben nicht von der Angst bestimmen lassen, die Gefühle zu verletzen, die ich für ihn hegte. Das war ihm gegenüber nicht fair. Es hatte mich viel Zeit gekostet, das zu verstehen. Schmerzvolle, brutale Zeit. Sein Daumen glitt über meinen Puls und riss mich damit aus der Vergangenheit. Jillian? Ich, ich habe überreagiert. Ich war, verdammt, sagte ich und ließ dann alles raus. Ich war eifersüchtig. Ich war so unglaublich eifersüchtig, Brock, weil ich an ihrer Stelle sein wollte. Ich habe dich ge... Ich brach ab, weil sich mein Magen nervös verkrampfte. Dann zog ich an seiner Hand, bis sie nicht länger an meinem Hals lag. Ich war einfach furchtbar durch den Wind. Gib dir nicht die Schuld. Das tue ich nicht. Naja, ich übernehme einen Teil der Schuld für... das Chaos, das wir verursacht haben. Ich brauchte Abstand, um Clara denken zu können. Also glitt ich von seinem Schoß. Ich stand auf, schob mir die Haare aus dem Gesicht und wich zurück, bis meine Beine an den Couchtisch stießen. Ich war jung und... Ich wollte einfach nicht sehen, was direkt vor meiner Nase war. Er rutschte vor an die Sofakante und sah zu mir auf. Ich wollte, dass du mich siehst wie ein Bruder. Die Richtung, die dieses Gespräch einschlug, war mir unangenehm. Ich schob mich um den Couchtisch herum, bis ich auf der anderen Seite stand, mit dem Rücken zum Fernseher. Brock, aber ich wusste, dass das nicht der Fall war. Ich war ja kein Volltrottel. Ich erstarrte. Seine Hände hingen schlaff zwischen den Knien. Ich wollte dich als eine kleine Schwester betrachten. Das hast du. Kein einziges Mal hast du mich behandelt, als wäre ich etwas anderes. Das habe ich dir doch schon erklärt. Ich durfte nichts anderes zulassen. Du warst sechs Jahre jünger als ich. Heute spielt das keine Rolle mehr. Damals? Mal abgesehen davon, dass du noch minderjährig warst, hätte mich dein Vater umgebracht, brummte er mit einem leichten Grinsen. Er könnte mich immer noch umbringen. Du warst so jung und ich war zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Ich hatte nur meine Träume. Der große UFC-Star werden. Jene Menge Anerkennung bekommen. Hart arbeiten und noch heftiger Party machen. Und du? Ich habe nicht zu diesem Leben gepasst, sagte ich ohne Bitterkeit in der Stimme, denn es stimmte. Im Vergleich zu ihm war ich ein kleines Mädchen gewesen, voller närrischer Träume und Hoffnungen. Es gab einen Teil in mir, der sich immer noch so fühlte, der jederzeit wieder von den Beinen gerissen werden konnte, um in Brocks Leben gesaugt zu werden. Und zwar ausgerechnet jetzt, wo ich endlich, endlich wieder begann zu leben. Ich wusste es immer, sagte er und ließ den Kopf sinken, bevor er tief durchatmete. Ich wusste genau, was du für mich empfindest. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und spürte ein Zittern in mir hochsteigen. Ich wusste nicht, was ich mit diesem Geständnis anfangen sollte, was ich mit dieser ganzen Situation anfangen sollte. Ein großer Teil von mir stand unter Schock. Wenn man die meiste Zeit seines Lebens damit verbracht hatte, sich nach jemandem zu verzehren und die restliche damit zu akzeptieren, dass man ihn nie bekommen würde, fiel es schwer zu verstehen, dass sich genau diese Person jetzt plötzlich in Reichweite befand. Ich sah zu Brock, und mein Magen hob sich auf wunderbare Weise. Wie wäre es wohl, mit ihm zusammen zu sein, ohne dass die Vergangenheit noch zwischen uns stand? Nur im Jetzt zu existieren. Freudige Erwartungen erwärmte meine Haut, doch gleichzeitig hielt mich etwas zurück. Etwas in mir wollte schreiend davonlaufen. Ich, ich muss einfach darüber nachdenken, meinte ich. Ich meine, ich weiß nicht mal, was du wirklich willst. Ob du es nur auf Sex abgesehen hast? Wenn ich einfach nur Sex wollte, hätte ich bereits irgendwen in meinem Bett. Das wäre einfach. Wow, murmelte ich. Ich sage das nicht, um das Arschloch zu spielen. Es stimmt. Aber das will ich nicht. Offensichtlich. Er biss die Zähne zusammen. Wenn ich das wollte, wäre ich nicht hier. Ich sah ihn an. Was, was willst du mir damit sagen? Ich sage, dass ich dich will, sagte er. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde auf keinen Fall leugnen, was ich fühle und was ich mir wünsche. Nur weil es eventuell schief gehen könnte. Wenn es schief ging, würden wir uns jeden Tag begegnen. Wie sollten wir es dann schaffen, die Vergangenheit ein zweites Mal hinter uns zu lassen? Wie sollte ich das schaffen? Brock atmete tief durch, stand von der Couch auf und kam auf mich zu. Ich beäugte ihn wachsam, als er um den Sofatisch herumging und vor mir anhielt. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte er mein Gesicht schon mit seinen großen Händen umfasst. Diese Wohnung zu verlassen ist nicht das, was ich will. Er neigte den Kopf, bis seine Lippen direkt vor meinen schwebten. Eigentlich will ich dich ins Schlafzimmer bringen, dich splitterfasernackt ausziehen und dich überall spüren. Oh, Himmel! Aber ich verstehe das. Du musst erst mal verarbeiten, wie die Dinge jetzt stehen, fuhr er fort. Ich werde dir Zeit geben. In Ordnung? In Ordnung, flüsterte ich, denn was hätte ich auch sonst sagen sollen? Sein Mund schwebte so nah von meinem und ich konnte kaum denken. Und dann küsste Brock mich, küsste mich richtig. Seine Lippen bewegten sich auf meinen, als wollte er sich genau einprägen, wie sie sich anfühlten. Meine Arme fielen herunter. Dann lagen meine Hände plötzlich wieder auf seiner Brust. Er knabberte leicht an meiner Unterlippe und überraschte mich damit. Ich keuchte und in diesem Moment glitt seine Zunge in meinen Mund. Also, das war mal ein Kuss. Heiß, hart, feucht, seine Zunge glitt über meine. Fast schien es, als wolle er mich nicht küssen, sondern verschlingen. Das Kratzen seiner Bartstoppeln und die Weichheit seiner Lippen. Diese Gegensätze verbanden sich in einem unwiderstehlichen Wirbel, der meiner Kehle ein kurzes Stöhnen entriss. Verdammt, knurrte er und hob den Kopf. Dieses Geräusch. Ich konnte nicht reden. Ich öffnete die Augen und starrte wie betäubt zu ihm auf. Ich würde das offiziell als unseren ersten Kuss in die Geschichtsbücher eintragen. Jepp, klang gut. Brock erwiderte meinen Blick. Dann ließ er mich los. Jetzt zu gehen ist das Schwerste, was ich je tun musste, murmelte er. Träum heute Nacht von mir. Und dann ging er, verließ meine Wohnung und schloss die Tür unter sich. Ich blieb zurück. Meine Lippen kribbelten von seinem Kuss und mein Körper war ein einziges Kuddelmuddel unerfüllten Verlangs. Renn ihm nach. Doch ich wollte es schon tun, doch dann hielt ich an, weil ich Angst hatte. Ich war vollkommen verängstigt von dem, was hier geschah. Weil ich so lange damit verbracht hatte, die Hoffnung niederzuknüppeln, dass Brock eines Tages aufwachen und mich begehren würde. Doch genau das war jetzt geschehen. Was er wirklich für mich empfand und wie tief seine Gefühle gingen, hatte ich nicht erahnen können und war mir nicht einmal sicher, ob er selbst es wusste. Aber ich wollte ihn. Wollte ihn dringender als jemals jemanden in meinem Leben, weil ich ihn schon immer begehrt hatte. Und er mich nie. Bis jetzt. Doch am meisten Angst machte mir das Wissen, wie tief ich fallen würde, wenn ich mich auf ihn einließ. Ich würde mich nie davon erholen. Wenn ich die Liebe zu ihm erneut zuließ, wäre ich für immer verloren. Es fiel mir schwer einzuschlafen, weil sich mein Körper immer noch wünschte, zwischen Brock und der Wand eingeklemmt zu sein. Meine Gedanken kamen einfach nicht zur Ruhe. Erst gegen drei Uhr morgens gelang es mir, in einen unruhigen Schlaf zu fallen. Doch ich stand bei Sonnenaufgang wieder auf und störte damit einen schlecht gelaunten Rage. Ich kochte eine Kanne Kaffee, duschte und ließ meine Haare an der Luft trocknen. Dann schnappte ich mir eine Dose teures Katzenfutter, um mich beim Kater dafür zu entschuldigen, dass ich ihn so früh geweckt hatte. Rage schien mein Friedensangebot zu akzeptieren, indem er sein gesamtes Gesicht in der Schüssel versenkte. Ich zuckte leicht zusammen, als ich ihn beobachtete, weil ich genau wusste, dass er hinterher nach dem stinken würde, was sich im Futter befand. Falscher Fisch oder so. Mit einer Tasse Kaffee in der Hand rollte ich mich auf der Couch zusammen, wobei ich mich bemühte, nicht darüber nachzudenken, wie Brock mich gestern auf seinem Schoß gehalten hatte. Ich griff nach dem Handy. Es war noch sehr früh, aber ich wusste, dass Mom bereits wach war. Sie hob beim zweiten Klingeln ab und ging sofort davon aus, dass der Himmel einstürzte. Ist alles okay? Ja, das war nicht notwendigerweise eine Lüge. Ich weiß, dass es noch sehr früh ist, aber ich habe gestern mit Brock gesprochen. Es folgte ein Moment der Stille, währenddem ich an meinem Kaffee nippte. Dann sagte sie, Naja, Liebes, ich nehme an, du redest inzwischen recht regelmäßig mit ihm. Ich ließ die Tasse sinken und verdrehte wegen ihrer vorgespielten Ahnungslosigkeit die Augen. Mom, er hat mir gesagt, dass du ihm in den letzten Jahren alles über mich erzählt hast. Ich habe ihm nicht alles erzählt, gab sie spitz zurück. Das ist eine Übertreibung. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Da ich Kaffee brauchte, um dieses Gespräch durchzustehen, nahm ich noch einen Schluck. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Er meinte, er habe dich gebeten, es nicht zu tun, aber Mom, jetzt komm schon. Ich hielt es nicht für klug, es dir zu sagen. Warum? Weil du dachtest, ich würde wieder eine Obsession für ihn entwickeln, wenn ich wüsste, dass er sich nach mir erkundigt? Obsession? Liebes, bleib eine Sekunde dran. Dein Vater kommt gleich herunter und ich glaube nicht, dass er dieses Gespräch hören sollte, sagte sie. Mit hochgezogenen Augenbrauen trank ich noch einen Schluck von meinem Kaffee. Okay, sagte sie schließlich mit einem schweren Seufzen. Ich ging davon aus, dass sie sich im Wintergarten befand, umgeben von unzähligen Pflanzen. Mom hatte einen grünen Daumen, während ich für jedes Gewächs den sicheren Tod bedeutete. Wieso in aller Welt sollte ich glauben, dass du eine Obsession für Brock entwickeln könntest? Mom, stöhnte ich, komm schon, du hast doch Augen im Kopf. Ja, ich habe zwei funktionierende Augen. Du warst in deiner Jugend in den Jungen verschossen, Jillian. Verschossen schien mir nicht ganz das richtige Wort für das, was ich für ihn empfunden hatte, aber bitte. Ich habe dir nichts davon erzählt, weil du sehr deutlich gesagt hast, dass du nichts mehr mit ihm zu tun haben willst. Meine Tasse war leer, also stand ich auf, um mir Nachschub zu holen und kam dabei an Rage vorbei, der sich neben dem Couchtisch die Pfote ableckte. Wenn du das wusstest, warum hast du ihm dann so viel von mir erzählt? Weil du ihm wichtig warst. Er hat nie aufgehört, sich für dich zu interessieren. Weil er über zehn Jahre lang Teil deines Lebens war und für uns zur Familie gehört, antwortete sie, als ich mir frischen Kaffee eingoss. Jillian, tut mir leid, wenn du der Meinung bist, ich hätte nicht mit ihm reden dürfen. Aber als er sich nach dir erkundigt hat, meinte er es immer gut. Ich drehte mich um, lehnte mich gegen die Arbeitsfläche und ließ meiner neugierfreien Lauf. Wonach hat er sich denn erkundigt? Ich wusste, was Brock mir gesagt hatte, aber ein kleiner Teil von mir wollte, dass Mom seine Aussage bestätigte. Er wollte wissen, ob es dir gut geht. Die meisten seiner Fragen bezogen sich darauf, wie es im College läuft. Als du aufgehört hast, wollte er wissen, was du jetzt vorhast. Er hat immer mal wieder gefragt, ob du einen Freund hast, sagte sie. Meine Kehle brannte und ich sog scharf die Luft ein. Er wollte sich einfach davon überzeugen, dass es dir gut geht und du nicht alleine bist. Ich drückte mir das Telefon fester ans linke Ohr und schüttelte langsam den Kopf. Ehrlich, ich war nicht wütend auf Mom. Ich verstand, warum Brock sich nach mir erkundigt hatte. Ich hatte ihn mit einem rostigen Buttermesser aus meinem Leben geschnitten. Ich verstand auch, warum meine Mutter mit ihm geredet hatte. Brock war für sie wie ein Sohn. Und wieso habt ihr beide so ein Gespräch an einem Samstagabend geführt? Fragte Mom verschlagen. Denn ich bin mir sicher, dass ihr nicht mehr in der Arbeit wart. Er hat gestern mein Date gekapert. Er hat was getan? Sie stieß ein überraschtes Lachen aus. Ich seufzte. Du erinnerst dich an den Kerl, von dem ich dir erzählt habe? Grady. Naja, wir hatten ein weiteres Date und Brock ist aufgetaucht und hat es gesprengt. Oh nein, murmelte Mom, doch ihre Stimme verrät sie. Ich konnte förmlich sehen, wie sie von einem Ohr bis zum anderen grinste. Naja, er hat es eigentlich nicht ruiniert, ich meine, wenn ich ehrlich bin. Und das solltest du immer sein. Ich rümpfte die Nase und schlang mir einen Arm um den Bauch. Auf alle Fälle ist Grady sehr nett, aber es hätte sowieso nicht funktioniert. Natürlich nicht, antwortete Mom. Was soll das bitte bedeuten? Lass mich dir eine Frage stellen, Jillian. Wieso erkundigst du dich bei mir nach Brock? Mal abgesehen davon, dass er dir erzählt hat, dass er offensichtlich nach all der Zeit noch an dich denkt. Ich trat von einem Bein auf das andere. Weil er gestern Abend vorbeigekommen ist und... Hattet ihr Sex? Oh mein Gott, Mom, kreischte ich. Womit ich Rage so sehr erschreckte, dass er einen Buckel machte wie diese Halloween-Gruselkatzen. Was? Wiederholte ich wie betäubt. Okay, ich möchte auf keinen Fall, dass du mir diese Frage nochmal stellst. Nie wieder. Sie seufzte schwer. Es liegt in der menschlichen Natur, Jillian. Dein Vater und ich haben ein sehr aktives... Stopp! Bitte hör auf! Ein seltsamer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ich will das nicht hören. Schön! Also hat Brock vorbeigeschaut und es gab keinen Sex. Habt ihr ein Quilt genäht? Euch den Film Freundinnen angeschaut? Habt ihr miteinander gekuschelt? Denn ich glaube, dass Brock ein Kuscheltyp ist. Oh mein Gott, stöhnte ich und war kurz davor, einfach aufzulegen. Du musst dich zusammenreißen, Mom. Ich bin vollkommen zusammengerissen. Wir haben nur geredet, über einiges geredet und er... Er scheint daran interessiert, mehr als eine Freundschaft zu mir zu haben. Aber er macht sich überhaupt keine Sorgen, weil wir zusammenarbeiten. Naja, wieso sollte er sich deswegen auch Sorgen machen? Es ist ja nicht so, als hätten die Leimers jemals Familie und Arbeit voneinander getrennt. Gab Mom trocken zu bedenken. Brock erkundigt sich seit sechs Jahren nach dir, Liebes. Genau, und den Großteil dieser Zeit war er mit jemandem zusammen. Verlobt sogar. Also sag das mal überhaupt nichts aus. Wenn du meinst... Ich seufzte. Mom! Wenn du denkst, es würde nichts bedeuten, dann bin ich mir sicher, dass es Dinge gibt, über die er noch nicht mit dir geredet hat. Was zum Beispiel? Ich habe nicht das Recht, dir das zu sagen, Liebes. Ach! Ich riss einen Arm in die Luft. Du hast nicht das Recht, mir von seinen Angelegenheiten zu erzählen, aber du hast ihm von meinen erzählt? Das ist nicht dasselbe, erklärte sie. Egal! Also kommt ihr beide jetzt endlich zusammen? Ich holte tief Luft und zählte bis zehn, bevor ich antwortete, Nein, Mom, tun wir nicht. Das verstehe ich nicht. Mit einem Stöhnen ließ ich den Kopf in den Nacken sinken. Warum? Du liebst ihn doch. Ich sog scharf die Luft ein. Ich war in ihn verliebt, Mom, aber das ist schon lange her. Ich bin kein kleines Mädchen mehr. Du magst jetzt eine Frau sein, aber das bedeutet nicht, dass sich deine Gefühle für jemanden ändern müssen. Mein Blick wanderte hilfesuchend zur Decke. Und dieser Grady, mit dem du ausgegangen bist, ich nehme an, er war ein guter Kerl, attraktiv, klug, an dir interessiert, aber du hast nichts für ihn empfunden und es konnte deswegen zu nichts führen? Ja, ich runzelte die Stirn. Ich glaubte zu wissen, wo das hinführen würde. Dieses Gespräch war nicht im geringsten so, wie ich es erwartet hatte. Bist du nicht immer noch in Brock verliebt? Und selbst wenn es keine Liebe mehr sein sollte, bist du wirklich nicht mehr an ihm interessiert? Du denkst nicht an ihn? Mom hielt inne. Ich will eine ehrliche Antwort. Ich löste mich von der Arbeitsfläche und schlurfte ins Wohnzimmer. Ich, ich weiß es nicht. Das ist nicht ehrlich. Als ich nichts dazu sagte, meinte sie, Jillian, du hast eine Menge durchgemacht. Ich weiß das. Du bist verletzt worden. Könnte ich dir den Schmerz nehmen, würde ich es tun. Ich weiß. Ich wanderte zum Fenster und zog den Vorhang zurück, um auf den Wald hinter dem Wohnhaus zu starren. Dein Liebeskummer von damals, das, was Brock dir angetan hat, und die körperlichen Qualen, die du durchlitten hast, sorgen natürlich dafür, dass du zögerst, sagte sie, während ich beobachtete, wie sich die bereits kahlen Zweige im Wind hin und her bewegten. Das halte ich dir nicht vor. Das würde niemand tun. Aber es sollte dich trotzdem nicht davon abhalten, Risiken einzugehen. Ich kaute schweigend auf meiner Unterlippe. Mit Brock ausgerechnet diesen Weg einzuschlagen bedeutete ein großes Risiko. Leben bedeutet Risiken einzugehen, Jillian. Und versuchst du nicht gerade genau das, endlich wieder zu leben? Ein Teil von mir wünschte sich, ich hätte ihr nie davon erzählt. Denn sie hatte recht. Verdammt! Magst du ihn noch? Fragte sie wieder. Ich, ich weiß es nicht, flüsterte ich ziemlich lahm. Morm lachte leise. Liebes, ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst. Das nahm mich auch an, denn die Wahrheit lautete, dass ich Brock, sogar als ich ihn und alles, was wir je geteilt hatten, von Herzen gehasst hatte, trotzdem gemocht hatte. Ich hatte nie aufgehört, ihn zu mögen. Kommst du an, fängst du? Giving zusammen mit ihm zu uns? Ich weiß es nicht, Morm. Ihr Lachen sorgte dafür, dass ein Schmunzeln meine Lippen umspielte. Ich werde euch beide bald wiedersehen, und ich habe so ein Gefühl, dass ihr gemeinsam hier auftauchen werdet. Als ich auflegte, nachdem ich ihr von meinen Plänen für den Tag erzählt hatte, die den Aufbau meiner Bücherregale beinhalteten, die ich mir vor Wochen gekauft hatte, zog ich den Vorhang wieder vors Fenster. Bei Mom klang alles so einfach. Und das war es nicht. Aber sie hatte recht. Leben bedeutete, Risiken einzugehen. Kurz nach drei am Nachmittag, als ich endlich anfangen wollte, die Regale zusammenzubauen, hörte ich ein Klopfen an der Wohnungstür. Nervös trat ich in den Flur. Ich erwartete niemanden, aber meine Intuition meldete sich sofort zu Wort. Ich eilte zur Tür, wo ich mir die Mühe sparte, durch das Guckloch zu sehen. Stattdessen öffnete ich die Tür einen Spalt breit. »Brock?« »Flüstert dich?« »Hey«, antwortete er mit einem Grinsen. »Was tust du hier?« fragte ich und sah mich im Hausflur um, als könnte ich dort Antworten auf meine Frage finden. »Ich besuche dich.« Ich zog die Augenbrauen hoch. »Eigentlich bin ich hier, um die gute Tat des Tages zu vollbringen.« Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber ich trat zur Seite. »Und wie soll diese gute Tat aussehen?« Brock betrat meine Wohnung. Als er an mir vorbeiging, lehnte er sich vor und küsste mich, bevor ich begriffen hatte, was er beabsichtigte. Es war ein süßer, viel zu kurzer Kuss, trotzdem konnte ich danach nur verwirrt dastehen. »Mich zu küssen ist deine gute Tat?« fragte ich schließlich und schloss die Tür. Er sah über die Schulter zu mir zurück. »Mir gefällt die Art, wie du denkst, aber nein. Ich bin hier, um deine Bücherregale zusammenzubauen, weil ich mir absolut sicher bin, dass du das nicht getan hast, seitdem du sie gekauft hast.« »Habe ich nicht«, gab ich zu. »Daran hast du dich erinnert?« Brock drehte sich zu mir um. »Ich erinnere mich an alles, Jilly.« Ein Schauder lief mir über den Rücken und ich wandte den Blick ab. »Du bist wirklich hier, um meine Bücherregale zusammenzubauen?« »Jep«, er zögerte kurz, »und ich wollte dich sehen.« Ich musterte ihn aus dem Augenwinkel, ohne zu wissen, was ich dazu sagen sollte. »Ich weiß, dass ich gesagt habe, ich würde dir Zeit lassen«, meinte er nach einem Augenblick. »Und so sieht das aus, wenn du mir Zeit lässt?« Er, sein schiefes Grinsen, war zurück und richtete seltsame Dinge mit meinem Magen an. »Also, wo sind die Regale?« »Im zweiten Zimmer links.« Ich beschloss, dass er die Regale gern zusammenbauen durfte, wenn er denn so scharf darauf war. Ich hatte kein Problem damit, nur die Aufsicht zu spielen. Und ich war irgendwie, naja, ziemlich begeistert davon, dass er hier war. »Ich besorge uns, was zu trinken«, bot ich an. Dann wirbelte ich herum und eilte davon, bevor ich meine Meinung ändern und ihn aus der Wohnung schmeißen konnte, obwohl ich doch eigentlich wollte, dass er blieb. Herrje, manchmal verstand ich mich selbst nicht, überhaupt nicht. Mit zwei Flaschen Wasser in der Hand führte ich ihn kurz darauf ins Gästezimmer. Es war ziemlich spartanisch eingerichtet. Es gab nur ein schmales Einzelbett, das quasi unbenutzt war, einen Schreibtisch in einer Ecke und einen Nachttisch. Brock kommentierte die Karkheit des Raumes nicht, sondern ging direkt zu den ausgepackten Regalteilen. Wo ist der Kater? Wahrscheinlich im Schlafzimmer unter der Decke. Dort hält er gern ein Nachmittagsschläfchen. Brock lachte. Ich mag ihn. »Na ja, er mag dich auch. Was seltsam ist, weil er wirklich jeden hasst. Er hat einen guten Geschmack. Brock warf mir einen langen Blick zu. Allerdings mag mich eigentlich jeder. Aha! Ich starrte seinen Rücken an und Misstrauen stieg in mir auf. »Hast du heute mit meiner Mom gesprochen?« »Nein«, er sah mich erstaunt an. »Warum hätte ich das tun sollen?« Ich schüttelte den Kopf und griff nach einem Beutel mit Schrauben. Dann setzte ich mich aufs Bett und beobachtete, wie Brock die Regalteile ordnete. Mir gefiel, wie er gekleidet war, ganz lässig in Jeans und einem engen Shirt. Mein Blick blieb an den definierten Muskeln seiner Brust und seinen Armen hängen. Dann fing ich an nachzudenken, was wahrscheinlich wirklich übel war, aber egal. Brock schnappte sich die Anleitung und setzte sich links von mir aufs Bett. »Na ja, das sollte nicht allzu schwierig werden.« Ist es nicht, ich bin einfach nur faul. Einer seiner Mundwinkel hob sich. Um ehrlich zu sein, überrascht es mich, dass hier nicht überall Regale herumstehen, die vor Büchern überquellen. Ich drehte das Päckchen Schrauben in meinen Fingern und zuckte mit den Achseln. »Ich, ich bin einfach noch nicht dazu gekommen.« »Wie lange wohnst du jetzt schon hier?« »Lass gut sein«, murmelte ich, unterdrückte aber gleichzeitig ein Grinsen. »Aber jetzt ziehst du es durch.« Er ließ die Anleitung aufs Bett fallen und stand auf. »Sehr interessant.« Ich hatte keine Ahnung, was er daran so interessant fand. »Ich habe vor, nach Thanksgiving eine Menge Bücher von zu Hause mitzubringen«, erklärte ich. »Wie viel ist eine Menge?«, fragte er, als er die glänzenden grauen Regalbrette herumhob. »Massen.« Sein Grinsen wurde breiter und verdammt, es war ein sexy Grinsen. Wen hatte ich verarschen wollen, als ich mir das Gegenteil eingeredet hatte? »Naja«, meinte er, »ich kann nur hoffen, dass Massen von Büchern in den Porsche passen.« Ich kniff die Augen zusammen. »Ich habe nie zugestimmt, mit dir zusammenzufahren.« »Wirst du noch?« »Du bist dir deiner selbst sehr sicher?« Der Blick, den er mir zuwarf, machte deutlich, dass er gute Gründe dafür zu haben glaubte. Ein wenig durcheinander hörte ich schließlich auf, ihn nur zu beaufsichtigen und half ihm beim Zusammenbau der Regale, während er mir von seiner Küchenrenovierung erzählte. »Du hast kein neues Haus gekauft? Oder dir eins bauen lassen?« fragte ich. »Ich hatte schon mal ein neues Haus. Diesmal wollte ich mal was anderes. Außerdem gab es in der Gegend, die ich mir ausgesucht hatte, nicht viel Auswahl«, erklärte er, wobei er den Sechskantschlüssel wie ein Profi schwang. Außerdem wollte ich mir die Hände dreckig machen. Ich zog eine Augenbraue hoch, als ich nach einem Regalbrett griff, um es für ihn festzuhalten. »Ehrlich? Seit wann stehst du auf Heimwerkern?« »Hey, ich weiß, wie man diese Hände benutzt.« Er warf mir unter gesenkten Wimpern einen Blick zu. »Vertrau mir.« Meine Wangen wurden heiß und mein Magen verkrampfte sich. »Ja, das wusste er.« Ich fragte, »wieso musst du immer alles so pervers klingen lassen?« Brock lachte. »Das hältst du für pervers? Das war noch gar nichts.« »Yippie, da kann ich mich ja schon auf etwas freuen.« Er schüttelte den Kopf und schraubte zwei Bretter zusammen. »Manches werde ich nicht selbst machen können. Ich habe die Küche bereits abgebaut, also lebe ich momentan von Lieferessen und Gegrilltem.« »Zum Grillen ist es eigentlich ein wenig kalt, oder?« »Stört mich nicht.« Er stellte das Regal aufrecht und stand auf. »Wo soll das hin?« Ich zeigte es ihm. »Also ist die Küche vollkommen entkernt?« »Fast.« Er trug das Regal zu der Wand gegenüber dem Bett, dann machte er sich ans Zweite. »Die Schränke will ich wiederverwenden, also muss ich sie vorsichtig abnehmen.« Das überraschte mich wirklich. Ich entdeckte vollkommen neue Seiten an ihm. »Warum wirkst du so baff?« »Tut mir leid.« Ich setzte mich wieder auf die Bettkante. Ich wusste nur nicht, dass du dich mit solchen Dingen beschäftigst. »Es gibt viel, was du nicht über mich weißt.« Er griff nach einer Schraubentüte und riss sie auf. »Es ist nicht das erste Mal, dass ich meine Hände richtig einsetze.« Und schon tat er es wieder. Er sagte etwas, was nicht nach einem normalen Kommentar klang. Ich wurde rot. »Du bist wirklich ein schlüpfriges kleines Ding.« Er lachte. »Ich dachte eigentlich daran, wie ich dir beigebracht habe, Schlösser zu knacken.« Da er vollkommen auf das Bücherregal konzentriert war, grinste ich breit. »Ja, das hast du getan, als ich zwölf war. Wirklich nützliche Fähigkeit für ein Kind.« Er lachte. »Man weiß nie, wann man es brauchen kann.« Ich sah ihn an. »Danke.« »Wofür?« »Dass du mir die Regale zusammenbaust.« Er lächelte. »Es ist das Mindeste, was ich für dich tun kann.« Ich beugte mich vor und griff nach dem Brett, das mit einem A gekennzeichnet war. »Wieso?« Rock schwieg einen Moment lang, dann sah er vom Boden zu mir auf. Nachdem ich mich verletzt hatte, war ich verdammt. Durch den Wind bot ich an. Er grinste leicht und nickte. Ich dachte, meine Karriere wäre vorbei. Ich war vollkommen fertig. Oh ja, er war wirklich vollkommen fertig und durch den Wind gewesen. Aber du warst die ganze Zeit für mich da. Als niemand anders meine Gegenwart ertragen hat, warst du da, sagte er. Bevor er tief durchatmete. Ich kann gar nicht sagen, wie oft du am Tag oder mitten in der Nacht aufgetaucht bist und mir ins Bett geholfen hast, als ich bewusstlos irgendwo auf dem Boden lag. Du hast hinter mir sauber gemacht, wenn ich zu viel getrunken habe. Ekel schwang in seiner Stimme mit. Du hast mir Essen gebracht und dafür gesorgt, dass ich auch wirklich esse. Du bist sogar geblieben, wenn ich sturzbetrunken war, mir selbst auf die Nerven gegangen bin. Also ja, die Regale zusammenzubauen, ist wirklich das Mindeste, was ich tun kann. Ich wandte den Blick ab und kaute auf der Unterlippe. War er deswegen hier? Wollte er mich deswegen, um etwas aus der Vergangenheit wieder gut zu machen? Aber das kam mir irgendwie blöd vor. Brock, weißt du, es gibt da etwas, was ich dir sagen muss. Etwas, worüber wir sprechen müssen, okay? Er wartete, bis ich ihm in die Augen sah. In dieser Nacht, in der du verletzt wurdest, als du fast gestorben wärst, da war ich nicht für dich da. Das ist dir meinetwegen zugestoßen. Stopp! Mein Herz verkrampfte sich schmerzhaft in meiner Brust. Ich rutschte näher an ihn heran. Er hielt immer noch ein Brett in den Händen. Du hast nicht, aber weiter kam ich nicht. Ich habe nicht versucht, dich auszurauben. Ich habe nicht auf dich geschossen. Ein schwacher Trost. Die Worte ausgesprochen zu hören, Worte, die ich mir kaum erlaubte zu denken, sorgte dafür, dass ich zusammenzuckte, weil mich die Erinnerung sofort verschlang. Es war, als hätte jemand einen Stöpsel aus einem wassergefüllten Becken gezogen. Ich konnte die Flut nicht aufhalten. Ich konnte mich nicht erinnern, über den vollen Parkplatz gegangen zu sein. Ich wusste nur, dass ich mit vor das Gesicht geschlagenen Händen vor meinem Auto dastand. Oh Gott, er hatte mich wirklich versetzt. Brock hatte mich den ganzen Weg hierher fahren lassen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Nur er und ich. Und jetzt war er im Monas mit allen anderen. Und den Mädchen. Es war tatsächlich gerade geschehen. Brock hatte mich sitzen gelassen. Meine Schultern zuckten und ein Schluchzen stieg in meiner Kehle auf. Brock fand nicht mal etwas Falsches daran, mich einfach so zu versetzen. Keinen einzigen Augenblick hatte er sich dafür geschämt. Ich war suchtdumm, so unglaublich dumm, in meinem dämlichen Kleid und mit meinem blöden Make-up. Kein Wunder, dass er mich anfangs so seltsam angeschaut hatte. Das hatte er nicht getan, weil er mich endlich als jemand anderen betrachtete als seine Jillybean, sondern weil ich lächerlich aussah. Verglichen mit den Mädchen da drinnen, die hautenge Jeansröcke und knappe Tops trugen, sah ich aus wie ein Kleinkind, das sich verkleidet hatte. Tränen rannen mir übers Gesicht, als ich die Hände sinken und die Tasche von meinen Schultern gleiten ließ. Katie hatte recht gehabt. Brock würde heute Abend Sex bekommen. Er würde nicht allein nach Hause gehen, während ich... Entschuldigung? Ich kämpfte gegen die Tränen an und drehte mich um. Hinter mir stand ein Mann. Nah, viel zu nah. Ich trat einen Schritt zurück und stieß sofort gegen mein Auto. Glücklicherweise war der Parkplatz nicht gut genug erleuchtet, dass er meinen Tränen überströmtes Gesicht sehen konnte. Aber ich konnte auch den Mann kaum erkennen, und was ich sah, war nicht gut. Seine Wangenknochen traten weit aus dem eingefallenen Gesicht heraus. Seine Augen lagen im Schatten, und als ich tief einatmete, roch ich den durchdringenden Gestank von Schweiß und fettigem Essen. Seine Hände steckten tief in den Taschen von etwas, was ich als dunkle Arbeiterhose identifizierte. Unbehagen stieg in mir auf. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Er drehte den Kopf ein wenig zur Seite und hustete trocken. Hast du einen Dollar? Keine Ahnung, wieso ich den Kopf schüttelte. Ich hatte einen Dollar, aber ich sagte, tut mir leid, habe ich nicht. Dann wandte ich mich wieder dem Auto zu. Der Mann bewegte sich schnell. Eine Hand schoss nach vorn, und er vergrub seine Finger in meinem Haar. Ich stieß einen überraschten Schrei aus, als mein Kopf nach hinten gerissen wurde. Ich reagierte instinktiv und versuchte mit meiner Tasche nach ihm zu schlagen, doch dann erstarrte ich, stellte jede Bewegung ein, stellte das Atmen ein. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Ich konnte den Anblick einfach nicht verarbeiten, aber er war real und direkt vor meinen Augen. Der Mann hielt mir eine Pistole an die Schläfe. Oh mein Gott, flüsterte ich mit trockenem Mund. Beweg dich nicht, befahl der Mann. Gib mir einfach deine Handtasche, dann passiert dir nichts. Sofort hob ich meine Tasche, bereit, ihm jeden Cent zu geben, den ich dabei hatte. Schmerzen schossen durch meinen Kopf, als er mich an den Haaren nach vorne zog. Aus dem Gleichgewicht gebracht stolperte ich und fiel zu Boden, weil ich zu durcheinander war, um mich aufzufangen. Meine Knie knallten auf den harten Asphalt und fingen an zu bluten. Ein Stöhnen drang über meine Lippen, und die Panik explodierte in mir wie eine Bombe. Verdammt noch mal, blaffte der Mann. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht bewegen. Ich, das wollte ich nicht. Ich griff nach meiner Tasche. In meiner Eile rutschte der gesamte Inhalt heraus und verteilte sich auf dem Boden. Ich griff nach dem Geldbeutel. Hier, nehmen Sie ihn, Sie können ihn haben. Mit einer Hand hielt er die Pistole, mit der anderen riss er mir den Geldbeutel aus der Hand. Ich blieb, wo ich war, wagte nicht, mich zu bewegen. Galle stieg mir in die Kehle. Mir wurde schlecht. Ich würde mich... Nur 60 Dollar? Das ist alles Miststück? Ich schloss fest die Augen. Es, es tut mir leid, mehr habe ich nicht dabei, das ist... Gib mir deinen Autoschlüssel! Das Ende des Pistolenlaufs stieß gegen meine Wange, und fast hätte ich mich übergeben. Jetzt! Ich fiel nach vorn und tastete über den Asphalt, stieß die kleine Plastikflasche mit Parfum genauso zur Seite wie die perlenbesetzte Tasche, die mir meine Großmutter vor einem Jahr zu Weihnachten geschenkt hatte, bevor sie gestorben war. Dann glitten meine Finger über die Kette, die ich in meiner Tasche dabei gehabt hatte, das Geschenk, das ich Brock nicht gegeben hatte. Ich fand die Schlüssel und riss sie vom Boden hoch. Mit zitternder Hand und rasendem Herzen hob ich sie dem Mann entgegen. Hier! Er riss mir den Schlüsselbund aus der Hand und wich eilig zurück, die Pistole immer noch auf mich gerichtet. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Ich hielt den Atem an, betete, dass er einfach verschwand, dass ich heil aus der Sache rauskomme. Dann geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Die Tür zur Bar schwang auf und Musik ergoss sich in die warme Nacht. Der Mann fluchte, ein Auto hupte und es gab einen ohrenbetäubenden Knall. Rot glühender Schmerz durchfuhr für eine Sekunde, meinen gesamten Körper nur für eine Sekunde. Dann wusste ich nichts mehr. Brock sah mich gequält an und ich wusste, ich wusste einfach, dass er gerade genau wie ich diese Nacht nochmal durchlebt hatte. Du hättest nicht mal dort sein sollen, Jillian. Glaubst du, ich würde mich nicht jeden Tag an dieses gesamte Wochenende erinnern? Ich wollte dich ausführen, um ein großes Comeback zu feiern. Er stieß ein harsches Lachen aus. Das hatte ich auch vor. Hatte ich wirklich. Aber dann war ich im Monas. Und ich habe keine gute Ausrede. Glaub mir, ich habe nach einer gesucht. Wieder und wieder habe ich versucht zu erklären, warum ich beschlossen habe, dort zu bleiben und dich allein nach draußen gehen zu lassen. Warum ich dir nicht gefolgt bin. Keiner der Gründe ist gut genug. Wird jemals gut genug sein. Brock legte das Regalbrett auf den Boden und fuhr sich mit den Händen durch die Haare. Die weichen Strähnen fielen nach vorn. Ich weiß, dass ich dir das alles nie gesagt habe. Das hätte ich tun sollen. Du wolltest nicht, dass ich deinen Eltern erzähle, wieso du dort warst. Und das habe ich akzeptiert. Aber ich muss dir sagen, dass mich dieser Dreck von innen aufgefressen hat. Ich war dort draußen, trat in Kämpfen an, gewann Geld und sah deinen Dad. Nach allem, was er für mich getan hat und heute noch tut. Und du lagst in einem Krankenhausbett, weil ich ein egozentrisches Arschloch war. Ich habe dich im Stich gelassen. Und das ist etwas, was ich mir niemals... Sag das nicht, flehte ich, weil ich es einfach nicht ertragen hätte, wenn er erklärte, er könnte sich selbst nie vergeben. Ja, du hast mich versetzt. Das hat wehgetan, wirklich wehgetan. Aber du bist nicht für das verantwortlich, was mir zugestoßen ist. Ich gebe dir nicht die Schuld dafür. Wie kannst du das nicht tun? fragte er mit kalter Stimme. Es hatte eine Zeit gegeben, als ich Brock durchaus für mein Elend verantwortlich gemacht hatte. Diese Phase hatte allerdings nicht lange angehalten. Ich gab ihm nicht die Schuld für den Vorfall. Und mir war egal, dass manche Leute dachten, ich sollte es tun. Aber Brock hatte mit der Drogensucht des Mannes nichts zu tun. Dann traf mich die Erkenntnis wie ein Vorschlaghammer. Brock hatte das Entsetzen dieser Nacht nie ganz verarbeitet. Genauso wie ich. Wie konnten wir immer noch so leben? Ich hatte Angst davor, erneut verletzt zu werden. Er fühlte sich schuldig, weil er meine Gefühle nicht erwidert hatte, als ich ein Teenager gewesen war. Und er dachte, er sei verantwortlich für mich. Dafür, dass ich angeschossen worden war. Er machte sich Vorwürfe für etwas, das er nicht einmal getan hatte. Die Konsequenz. Keiner von uns lebte wirklich. Was verdammt noch mal taten wir uns eigentlich an? Wir müssen das endlich abhaken, flüsterte ich. Und in diesem Moment, als ich die Worte aussprach, hallte eine Wahrheit darin wieder, die mich bis ins Mark erschütterte. Brock musste diese Nacht hinter sich lassen. Und das war die bittere Pille, die ich schlucken musste. Auch ich musste es tun. Denn das hatte ich nicht getan. Sechs Jahre lang hatte mich diese Nacht nie wirklich losgelassen. Wie sollte ich weitermachen, wirklich glücklich werden und mein Leben zurückerobern, wenn ich dieses furchtbare Unglück nicht endlich hinter mir ließ? Wie sollte die Sache zwischen mir und Brock jemals funktionieren, wenn wir beide das nicht taten? Ich schnappte nach Luft. Wie betäubt hob ich die Hände an mein Gesicht und drückte einen Finger an die tiefe Narbe auf meiner Wange. Niemand würde vermuten, dass eine Kugel meine linke Wange durchschlagen hatte und dann auf der anderen Seite meines Mundes wieder ausgetreten war. Irgendwie hatte sie meine Zunge und den Gaumen verfehlt, doch sie hatte meinen rechten Kiefer durchschlagen, ihn quasi in Stücke zerfetzt und beim Austritt ein paar wichtige Teile zerstört, die zum Hören nötig waren. Nur Gott wusste, wie viel Glück ich gehabt hatte. Mal abgesehen davon, dass ich nicht vollkommen entstellt war, hatte ich tatsächlich überlebt. Ich erinnerte mich an kaum etwas nach dem Schuss. Es gab kurze Erinnerungsschnipsel an Panik und meine Unfähigkeit zu atmen, an den metallischen Geschmack von Blut, das sich in meine Kehle ergoss und aus meiner Nase lief. Ich erinnerte mich an Rufe und Schreie. An mehr konnte ich mich nicht erinnern, bis ich mit einem Beatmungsschlauch in der Kehle, unfähig zu sprechen und taub auf dem rechten Ohr, im Krankenhaus wieder aufgewacht war. Es hatte lange Zeit gedauert, bis ich mich wieder erholte. Ich blieb neun Wochen lang im Krankenhaus und kehrte auch danach unzählige Male für die schönheitschirurgischen Eingriffe dorthin zurück. Es dauerte ein Jahr, bis ich nach Shepardstown zurückkommen konnte. Und es brauchte weitere sechs Jahre, um mich verstehen zu lassen, dass Brock und ich auf eine gewisse Art immer noch im Monas standen, gefangen in dem Moment, in dem ich gegangen und er mir nicht gefolgt war. Dieser Moment hatte inzwischen viel zu lange gedauert. Was denkst du gerade? Wortlos starrte ich ihn an, weil mir klar wurde, dass wir an der Schwelle zu etwas standen, was ich nie für möglich gehalten hatte. Es war, als wäre ich an den Rand einer Klippe getreten und starrte nach unten. Konnte ich diesen Sprung erneut wagen? Ich wollte es versuchen, weil ich einfach nicht verleugnen konnte, was ich empfand, wenn ich ihn ansah. Ich war es leid, dagegen anzukämpfen. Ich wollte... Ich will... Mit strahlenden Augen sah er zu mir auf. Was willst du? Meine Kehle war wie zugeschnürt. Ich will das alles hinter mir lassen. Und auch wenn mir dieser Gedanke immer noch unheimlich vorkommt, ich will wieder richtig leben. Ich will Risiken eingehen und ich... Ich will dich. Die Worte tatsächlich auszusprechen war, als hätte ich eine viel zu schwere, kratzige Decke abgeworfen, als würde ich die Augen öffnen und plötzlich feststellen, wie blau der tiefste Teil des Meeres war oder wie hell die Sonne leuchtete, wenn Eis und Schnee den Boden bedeckten. Tränen verschleierten meinen Blick, als ich die Worte flüsterte, bei denen ich mich unglaublich verwundbar fühlte. Ich will dich, Brock. Er bewegte sich schnell, riss mir das Regalbrett aus den Händen und ließ es zu Boden fallen. Er ergriff meine Hände, ließ sich vor mir auf die Knie sinken und zog mich auf seinen Schoß. Meine Beine glitten rechts und links um seine Hüften und als er mich küßte, als wie der Abschiedskuss gestern Abend. Ich konnte nicht mehr klar denken. In meinen Gedanken herrschte Chaos. Ich zitterte in seinen Armen, als er seine Lippen auf meinen Mundwinkel drückte und leicht daran knabberte. Dann ließ er seine Zunge über die Stelle gleiten. Sanft öffnete er meine Lippen, küßte und kostete mich, beanspruchte mich für sich. Doch ich gehörte ihm bereits. Ich hatte ihm immer gehört. Brock küßte mich leidenschaftlicher, als wollte er mich verschlingen, und für einen kurzen Moment flackerte die Angst in mir auf. Brock besaß die Macht, mich erneu zu verletzen. Doch die Furcht verklang, als ein tiefes Stöhnen aus seiner Kehle aufstieg. Er brach den Kuss ab. Meine Lippen fühlten sich auf wunderbare Weise geschwollen an. Ich will etwas wissen, sagte er und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Etwas, was ich mich schon viel länger frage, als dir bewusst ist. Länger, als es gut ist. Was? fragte ich, wobei ich mich bemühte, ruhig zu atmen. Diese Hände glitten an meinem Körper nach unten, landeten auf meiner Taille. Als er widersprach, bewegten sich seine Lippen an mein. Ich will wissen, wie du schmeckst. Wie ich schmeckte? Ich wusste, was er damit meinte. Gute Güte, ich wusste es. Seine Frage erschreckte mich irgendwie. Wir hatten noch kein richtiges Date gehabt und uns gestern zum ersten Mal richtig geküsst und jetzt... Wollte er das bereits tun? Ich wollte, dass er es tat. Mein Körper wollte es. Er war hundertprozentig einverstanden. Aber es war wirklich... Wirklich lange her, dass ich auch nur geküsst worden war. Plötzlich fühlte ich mich unglaublich naiv und vollkommen fehl am Platz. Mit den Händen auf seinen Schultern lehnte ich mich zurück, um etwas Abstand zwischen uns zu bringen. Brock, ich... Was, Baby? Er vergrub seine Hand in meinem Haar, bauschte es in meinem Nacken. Dann küsste er wieder meinen Mundwinkel. Ein Zittern ergriff Besitz von mir, als meine Hände zu seiner Brust glitten. Es ist... Mit brennenden Wangen versuchte ich es erneut. Es ist lange her, seitdem das jemand für mich getan hat. Die Hände an meiner Talja starrten. Dann lehnte sich Brock zurück, um mir in die Augen zu sehen. Wie lange? Wirklich, wirklich lange, wiederholte ich und wand mich innerlich. Es ist Jahre her, seitdem ich auch nur geküsst wurde, ganz zu schweigen von... mehr. Seine dunkelbraunen Augen wurden fast schwarz. Ich fühle mich wieder wie eine Jungfrau, sagte ich mit einem gezwungenen Lachen. Verdammt, knurrte er. Das sorgt nur dafür, dass ich es noch dringender will. Du hast ja keine Ahnung. Meine Finger krallten sich in den Stoff seines Shirts, während mein Herz wie wild raste. Lass mich das für dich tun. In Brocks dunklen Augen brannte Verlangen. Lass mich dich zum Höhepunkt bringen, Jillian. Bitte. Lass mich dir dabei helfen, wirklich zu leben. Mir stockte der Atem und erneut ergriff ein Schauder mein Körper. Wie sollte ich das ablehnen? Mal ehrlich. Ein Verlangen wie nach ihm hatte ich vorher noch nie empfunden. Mein Körper wollte ihn. Mein Herz und meine Seele wollten ihn. Es gab keinen Grund abzulehnen. Nichts außer vagen, zweifeln und tiefsitzenden Unsicherheiten. Im Leben geht es darum, Risiken einzugehen. Wie wahr, Leben bedeutete etwas zu wagen, zu springen, ohne zu wissen, wie tief man fiel. Aber ich hatte ein Sicherheitsnetz. Brock würde mich fangen. Daran zweifelte ich nicht. Okay, flüsterte ich, wobei ich mich fühlte, als hätte ich einem Fallschirmsprung zugestimmt. Er drückte seine Lippen auf meine Stirn. Gott sei Dank. Ich kicherte. Er war wirklich begeistert von der Vorstellung, mich mit der Zunge zu befriedigen. Mein Lachen erstarb, weil er erneut meinen Mund eroberte mit einem tiefen, heißen Kuss. Seine Zunge berührte meine und glitt über meine Zähne. Er küßte mich, bis ich die Welt um mich drehte und ich in seinen Armen dahin schmolz. Dann bewegte er sich. Seine Lippen glitten über meinen Kinn und dann über meinen Kiefer. Ich erstarrte, doch er ließ einfach seine Zunge über meine Haut gleiten. Meine Finger drohten, sein Shirt zu zerreißen, als sein Mund an der Seite meines Halses nach unten glitt, in einer Spur aus heißen Küssen. Er knabberte und leckte, wobei seine Hand gleichzeitig zu meinen Brüsten wanderte. Meine Brustwarzen verhärteten sich. Ich wollte mehr, wollte nackt vor ihm sein. Doch da bewegte er sich schon wieder. Seine Hände umschlossen meine Hüften und er hob mich hoch, wobei er mich mit seiner Stärke überraschte. Ich war wirklich kein Fliegengewicht, doch er schwang mich herum, als wäre ich leicht wie eine Feder. Mein Rücken berührte schon den Boden, bevor ich wusste, wie mir geschah. Ich lag neben dem Bett, mit Teilen eines halb zusammengebauten Regals um mich herum. Brock schob sich über mich. Ich starrte mit großen Augen zu ihm auf. Mein Puls raste. Das wollte ich schon seit... Seine Hände glitten über meinen dünnen Pulli. Er schob den Stoff nach oben, sodass mein nackter Bauch zum Vorschein kam. Herrje. Ermutigt von seinem Starren leckte ich mir die trockenen Lippen und fragte, »Wie lange willst du das schon?« »Lang genug, dass ich, als ich letzten Freitag aufgewacht bin, weil du dich an mir gerieben hast, sofort mit der Zunge zwischen deine Beine wollte,« murmelte Brock, als er seine Finger unter den Bund meiner Leggen schob und sie ein Stück nach unten zog. Er stöhnte leise. »Du trägst nichts drunter?« Mein Gesicht wurde heiß, doch trotzdem hob ich den Po, als er am Stoff zog. Er wich zurück, um die Hose an meinen Beinen nach unten zu ziehen. Ich hatte diese schreckliche Angewohnheit, zu Hause in Leggings oder Jogginghose keine Unterwäsche zu tragen. Die Leggings landete irgendwo hinter Brock. Und dann starrte er mich an, meine intimste Stelle. Der reine, brennende Ausdruck in seiner Miene raubte mir den Atem. Jeder Gedanke, ihn noch aufzuhalten, löste sich in nichts auf. »Du bist schön,« sagte er mit rauer Stimme, und ich glaubte ihm. So verdammt schön. Das Herz raste in meiner Brust, als er die Hände an meinen Beinen nach oben gleiten ließ. An meinen Knien schob er sie nach innen, um sie dann an meinen Oberschenkeln höher gleiten zu lassen. Er hielt an, kurz bevor er meine Hüften erreicht hatte, und schob sanft meine Beine auseinander. Kühle Luft glitt über mich. Mein Atem stockte. Alle Instinkte verlangten, dass ich die Beine zusammenpresste, doch in diesem Moment sah er mich mit brennenden Augen an. »Ich muss das tun.« Seine Stimme glitt warm über mich hinweg. »Das ist alles, was ich brauche.« Ich holte zitternd Luft, dann entspannte ich mich. Sein Blick versprach, dass ich diese Entscheidung nicht bereuen würde. Er senkte den Kopf, um mir einen Kuss kurz unter den Nabel zu drücken. Dann ging Brock weiter nach unten, drängte seine Schultern zwischen meine Beine, um sie noch weiter zu spreizen. Ich konnte weder schlucken noch atmen, als sein Mund an der Innenseite meines Oberschenkels nach oben glitt. Sich einen feuchten Weg bahnte, mein Lippen näher und näher kamen. Ich presste die Hände auf den Teppich, die Stoppeln an seinem Kinn kratzten auf unglaubliche Art über meine sensible Haut. »So verdammt schön«, murmelte er. Ich war ihm vollkommen ausgeliefert und zitterte, als seine Hand über mein Schambein glitt, um sich dann in mich zu schieben. Das war ganz anders, als das, was früher mit anderen Männern geschehen war. Das hier hatte ich bereits getan, zweimal. Es hatte mir nicht viel gegeben, und ich hatte nie verstanden, warum andere Frauen es so toll fanden. Doch die Art, wie Brock sich vollkommen auf mich konzentrierte, ohne mich bisher auch nur berührt zu haben, löste jetzt schon mehr in mir aus als alle Erfahrungen zusammen. Er leckte sich über die Lippen, sah zu mir auf, suchte meinen Blick. »Vertraust du mir, Jillian?« »Oh Gott, mein Herz hob sich auf eine Weise in meiner Brust, die mir das Gefühl vermittelte, ich müsste jeden Moment davon schweben.« »Ja.« Brock lächelte. Dann stürzte er sich auf mich. Einfach so, ohne Vorwarnung, ohne Zögern. Sein Mund landete auf meinen Lippen, und die Berührung ließ mich zusammenzucken. Mein Rücken verlor den Bodenkontakt, als Lust meine Adern erfüllte. Seine Zunge versenkte sich in mir. Die Art, wie er mich dort küsste, war heiß und feucht, allumfassend und überwältigend. Seine Zunge bewegte sich wie vorhin in meinem Mund, glitt vor und zurück. Irgendwann warf ich den Kopf in den Nacken, sodass ich Brock nicht länger beobachten konnte. Ich vergrub meine Finger in seinem Haar. Er stöhnte lustvoll, als ich die Hand zur Faust ballte. »Oh Gott!« Wilde, unkontrollierte Empfindungen überschwemmten mich, als ich die Hüfte bewegte. Ich den Berührungen seiner Zunge entgegendrängte. Als er aufhörte, schrie ich enttäuscht auf. Brock lachte leise. Ich dagegen stieß ein gepresstes Jammern aus, weil sich sein Mund in diesem Moment um das kleine Nervenbündel zwischen meinen Beinen schloss, während er gleichzeitig einen Finger tief in mich schob. »Goss!«, keuchte ich. Ich konnte kaum sprechen und zerrte an seinen Haaren. Mein Denken setzte aus, weil die Erregung die Kontrolle übernahm. Ich schob mich Burks Finger und Zunge entgegen. Als er einen weiteren Finger in mich schob, um mich noch mehr auszufüllen, fing ich an zu keuchen und seltsame Geräusche auszustoßen. Ein wimmerndes Stöhnen, wie ich es noch nie, niemals zuvor in meinem Leben von mir gegeben hatte. Es war ein Geräusch, das mir normalerweise peinlich gewesen wäre, doch nicht jetzt. Im Moment gab es keinen Raum für Verlegenheit oder Gedanken an unsere Vergangenheit. Ich brannte. Brannte für ihn, wie es in meiner Jugend nie der Fall gewesen war. Was ich jetzt empfand, ging über alles hinaus, was ich mir je vorgestellt hatte. »Brock!«, hauchte ich. Gott, er war unglaublich gut in dem, was er da tat. Ich erstarrte und riss die Augen auf. Verzweifelt wedelte ich mit der freien Hand, bis sie gegen die Seite meines schmalen Bettes knallte. Brock gab erneut dieses Geräusch von sich, dieses tiefe, lustvolle Knurren, und das katapultierte mich in andere Sphären. Ich schrie auf, jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an, und dann explodierte ich. Pures Vergnügen durchfuhr mich, ließ mein Körper dahin schmelzen. Ich war verloren, in einem Sturm aus pulsierender Lust. Unfähig, mich zu bewegen und mehr als befriedigt, ließ ich die Arme auf den Boden sinken und beobachtete Brock dabei, wie er den Kopf hob. Ein selbstgefälliges Lächeln umspielte seinen wunderschönen und sehr talentierten Mund. Ich keuchte, als er langsam die Finger aus mir zog und einen davon an den Mund hob. Er leckte seinen Finger ab. Oh, guter Gott! Ich riss die Augen auf und atmete stoßweise. Mir fehlten die Worte. Ich konnte nichts sagen. Brock stemmte sich hoch und schob sich über mich, bis er eine Hand neben meinen Kopf legte und sich darauf abstützte. Seine Lippen glänzten. Also, fahren wir an Thanksgiving zusammen nach Hause, richtig? Ich konnte einfach nicht anders. Ein Grinsen hob meine Mundwinkel an und ich lachte leise. Wie sollte ich jetzt noch Nein sagen? Ja, wir fahren gemeinsam nach Hause. Ein kleiner Teil von mir, okay, das stimmte so nicht. Ein ziemlich großer Teil von mir fragte sich, wie die Dinge jetzt auf der Arbeit laufen würden. Würde Brock sich benehmen, als hätte sich zwischen uns nichts geändert? Oder hätte er keine Probleme mit öffentlichen Zuneigungsbekundungen? Ich war mir nicht einmal sicher, ob ich wollte, dass die Kollegen von unserer Beziehung erfuhren. Allerdings hatte ich auch keine Ahnung, ob wir uns in einer Beziehung befanden. Dass er mich mit dem Mund befriedigt, mir den besten Orgasmus meines Lebens verschafft und mir darüber hinaus mitgeteilt hatte, dass er mich wollte, bedeutete noch nicht, dass wir jetzt eine Beziehung hatten. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich diesen Punkt besser bald klären sollte. Brock schaute am Montagmorgen in meinem Büro vorbei, das Handy mit einer Hand ans Ohr gedrückt, in der anderen ein Latte für mich. Er zwinkerte mir zu und verschwand wieder. Natürlich lief mein Kopf rot an, kaum dass ich ihn sah. Am Sonntag hatte er noch das zweite Regal zusammengebaut, dann hatten wir den Tag damit verbracht, uns zwei Will-Farrell-Filme hintereinander anzuschauen. Wir hatten nicht mehr über die Nacht vor sechs Jahren geredet oder über das, was mit mir geschehen war. Stattdessen hatten wir Pizza bestellt und gegen acht Uhr war er aufgebrochen. Sein Abschiedskuss hatte mich wünschen lassen, es wäre ein Begrüßungskuss. Nachdem er mir gestern die Sinne geraubt hatte, hatte er nicht zugelassen, dass ich ihm den Gefallen erwiderte. Er hatte sich von mir heruntergerollt, meine Leggings gefunden, mir mit einem Grinsen, das dem der Katze aus Alice im Wunderland in nichts nachstand, dabei geholfen, sie wieder anzuziehen und sich dann darauf konzentriert, das Regal fertig zusammenzuschrauben. Ich hatte ihm auch etwas Vergnügen bereiten wollen, aber da ich eine elende Idiotin war, hatte mir einfach der Mut gefehlt, die Initiative zu ergreifen. Bei Ben war ich niemals diejenige gewesen, die irgendetwas ins Rollen brachte. Und weil er bislang meine einzige Beziehung gewesen war, hatte ich noch nie jemanden aktiv verführt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie das vonstatten gehen sollte, aber ich wollte es unbedingt. Gegen zehn Uhr an diesem Montagmorgen schnappte ich mir ein Stapel Leistungsbeurteilungen der Mitarbeiter, die jüngst angefertigt worden waren, und begab mich zur wöchentlichen Sitzung in den Konferenzsaal. Den Papierstapel an die Brust gedrückt, trat ich genau in dem Moment aus meinem Büro, als Brock seines verließ. Ich wartete, wobei ich so nervös war wie eine Fünfzehnjährige. Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, als er näher kam. Ich liebe diesen Rock, sagte er leise, beugte sich vor, sodass er in mein linkes Ohr flüstern konnte, betont einen unglaublichen Hintern. Mit großen Augen sah ich mich um. Die Trennwände waren zu hoch, um darüber zu schauen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ihn jemand gehört hatte. Trotzdem stolperte ich danach fast über meine eigenen Füße. Brock lachte, als er eine Hand um meinen Unterarm legte, um mich zu stützen. Mit einem Kopfschütteln setzte ich an, ihm zu erklären, dass er aufhören solle, mein Hintern anzustarren, während ich mir diesen grauen Rock gleichzeitig als Kleidungsstück einprägte, das ich bald wieder anziehen musste. Doch genau in diesem Moment trat Paul hinter einer der Trennwände hervor. Er nickte in meine Richtung, bevor er Brock ansprach. Ich habe die Einschätzungen der Trainer über die Jungs, die wir ihm geschickt haben. Brock ließ meinen Arm los und nahm ihm die Akte ab. Danke, Mann. Paul lief neben uns her, als wir Richtung Konferenzsaal gingen. Wir werden deinem Vater einige talentierte Schüler vorstellen, wenn wir diese Woche in Philadelphia sind, erklärte mir Brock. Klingt gut. Ich warf einen kurzen Blick auf Paul, der ein paar Schritte rechts hinter mir ging. Er sah mich nicht an und ich fragte Brock, wie sieht die Strategie aus? Wenn deinem Vater gefällt, wie sie sich entwickeln, wird er sie in Philly behalten, erklärte Brock. Falls nicht, wird er sie für weitere Trainingseinheiten zurück nach Martinsburg schicken. Ich nickte, als sie ein paar Schreibtische umrundeten. Mehrere Mitarbeiter standen bereits vor der Tür und unterhielten sich. Ich fühlte Brocks Hand an meinem Ellbogen, also sah ich Fragen zu ihm auf. Er bedachte Paul gerade mit einem scharfen Blick. Der starrte mich an. Erst in diesem Moment wurde mir klar, dass er offensichtlich mit mir gesprochen hatte. Entschuldigung, sagte ich höflich. Überrascht, dass ich ihn nicht gehört habe, denn als er mit Brock gesprochen hatte, war es mir nicht schwergefallen, ihn zu verstehen. Hatte er absichtlich leise gesprochen? Nein, bestimmt nicht. Ich war mir nicht mal sicher, ob er von meinen Hörproblemen wusste. Aber wenn ja, dann wäre das eine wirklich miese Aktion gewesen. Ich habe sie nicht gehört. Paul wiederholte seine Worte mit stoischer Miene. Haben Sie die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter? Ich runzelte die Stirn, weil ich mich fragte, wieso er sie brauchte. Ja, gibt es einen Grund, warum Sie sie sehen wollen? Brock war bereits in den Konferenzsaal vorgegangen und ich sah ihm hinterher. Paul hielt an, während der Rest der Teilnehmer Brock folgte. Brauche ich einen Grund, sie einzusehen? Ich wollte gerade darauf hinweisen, dass es durchaus innerhalb meiner Autorität lag, zu hinterfragen, was auch immer mir einfiel, doch ich sprach die Worte nicht aus. Stattdessen atmete ich tief durch. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie sie sehen wollen, wenn das doch nicht in Ihren Aufgabenbereich fällt. Tatsächlich tut es das. Paul verschränkte die Arme vor der Brust und sah auf mich herunter. Chase Byers, einer der Jungs, die am Empfangstresen arbeiten, möchte den Trainerschein bei uns machen. Also muss ich seine vergangenen Leistungen einschätzen, um sicherstellen zu können, dass er die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Er hielt inne und musterte mich mit scharfem Blick. Ich bin mir sicher, dass Brock das Ihnen gegenüber erwähnt hat. Ich öffnete den Mund, während ich einen Blick in den Konferenzsaal warf. Ich war mir ziemlich sicher, dass er das nicht getan hatte. Jillian, sagte Paul und berührte mich am Arm, haben Sie mich verstanden? Ich riss den Kopf herum. War ich wirklich so vergesslich? Oder ich verlor gerade den Verstand. Was? Haben Sie seinen Bericht? Genervt von meinen brennenden Wangen, sah ich auf die Leistungsbeurteilungen in meinem Arm herunter und blätterte sie durch, bis ich den passenden Bericht gefunden hatte. Ich zog ihn heraus und übergab den schmalen Schnellhefter an Paul. Tut mir leid. Hier, bitte. Danke, sagte er. Doch er klang nicht, als meinte er es ernst. Kein Problem, antwortete ich, wobei ich mich mehr über mich selbst ärgerte als über ihn. Ich war seine Chefin und trotzdem hatte ich mich entschuldigt? Paul antwortete nicht, sondern ging in das Meeting. Ich verstand einfach nicht, was für ein Problem dieser Kerl mit mir hatte. Stirnrunzeln sah ich auf und fing Brocks Blick auf. Er hatte die Augenbrauen hochgezogen. Er wartete auf mich. Und ich stand einfach hier draußen herum und starrte auf den Boden. Wunderbar. Mit einem Seufzen verdrängte ich Pauls seltsames Verhalten aus meinen Gedanken und betrat den Raum. Als ich die Tür hinter mir schloss, nahm ich mir vor, dass ich Paul das nächste Mal in die Schranken weisen würde. Dienstagnachmittag, kurz vor drei, piepte mein Bürotelefon. Ein interner Anruf. Ich sah auf den Apparat und stellte fest, dass das Lämpchen des Geschäftsführerbüros leuchtete. Ein Lächeln umspielte meine Lippen, als ich den Hörer abhob. Ja? Musste ich sehen, sagte Brock und legte sofort wieder auf. Sofort stieg scharfes Verlangen in mir auf. Ich ermahnte mich selbst, ruhig zu bleiben. Erklärte mir, dass er mich sicherlich nur wegen irgendetwas sehen wollte, das mit der Arbeit zu tun hatte. Dann schlüpfte ich in die Pumps, die ich unter dem Schreibtisch ausgezogen hatte, und erhob mich, um den Rock des beigefarbenen Kleides glatt zu streichen, das ich ganz hinten in meinem Schrank gefunden hatte. Ich musste wirklich neue Klamotten kaufen gehen. Brock war gestern Abend lange in der Academy geblieben, also hatte ich ihn nach der Arbeit nicht mehr gesehen. Er hatte mir allerdings abends eine Nachricht geschickt, in der er mich anwies, nicht mich bat, schön von ihm zu träumen. Sie war so kitschig gewesen, dass ich beim Lesen laut gelacht hatte. Die Nachricht, der Kuss, den er sich gestern heimlich abgeholt hatte, als er kurz vor meinem Feierabend noch in mein Büro gekommen war, das gesamte Wochenende und alles, was er getan hatte, nichts davon fühlte sich real an. Daher hatte ich auch gestern, als ich mit Abby telefonierte und ein Treffen für die Zeit nach Thanksgiving ausgemacht hatte, nichts von alledem erwähnt. Vielleicht könnte ich darüber reden, wenn ich zu Hause war. Es war ruhig im Gebäude, als ich die kurze Strecke zu Brocks Büro ging. Zu dieser Tageszeit hielten sich die meisten Angestellten entweder im Fitnessstudio oder am zweiten Stock auf. Aber da heute nach der Arbeit das fünftägige, lange Wochenende begann, war ich mir sicher, dass sich einige schon davongeschlichen hatten. Ich schob mir eine Strähne hinters rechte Ohr und glitt in Brocks Büro. »Schließ die Tür hinter dir«, sagte er, als ich den Raum betrat. Mein Magen verkrampfte sich auf köstliche Weise, als ich tat, was er verlangte. »Was ist los?« Brock drückte ein paar Tasten auf seinem Keyboard, dann rollte er den Stuhl nach hinten. Sein Blick wanderte über meinen Körper. Und irgendetwas in seinen Augen vermittelte mir das Gefühl, als stände ich vollkommen nackt vor ihm. Er sagte nichts. Er saß einfach nur auf seinem Stuhl in einer Haltung arroganter Trägheit, während er mich beäugte. Ich hielt neben einem der Stühle vor dem Schreibtisch an und spürte, wie meine Wangen heiß wurden. »Gehst du heute noch mit den Jungs trainieren?«, fragte ich, als mir seine Trainingshose und das Leimershirt auffielen, die er trug. Als ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, hatte er das noch nicht angehabt. »Für ein Stündchen«, antwortete er, stützte die Ellbogen auf die Armlehne und verschränkte die Hände vor dem Bauch. »Aber darüber wollte ich nicht mit dir sprechen.« »Okay«, ein geheimnisvolles und ziemlich anzügliches Lächeln erschien in seinem Gesicht. »Komm her«, ich zögerte. »Ich bin hier.« »Näher«, sagte er und nickte in Richtung seines Schreibtisches. Mein Blick huschte zum Möbelstück. Wollte er, dass ich mich auf den Tisch setzte? Das kam mir vollkommen unpassend vor. Brock senkte das Kinn und wartete geduldig, bis ich entweder den Mut fand, auf ihn zuzugehen, oder aus dem Büro floh mit dem Kopf in der Farbe einer Tomate. »Ich werde dich nicht beißen«, er zögerte, dann fügte er hinzu, zumindest nicht sofort. Ich presste die Lippen aufeinander und schaute Richtung Tür. Sie war zu. Niemand würde einfach hereinkommen. Niemand würde es wagen, das Büro des Biestes zu stürmen. Brock wartete immer noch auf mich. Ich schluckte meine Angst herunter und zwang meine Beine, sich in Bewegung zu setzen. Für manche mochte das keine große Sache sein, doch ich fühlte mich bei Brock irgendwie unsicher. Verdammt, ich fühlte mich bei den meisten Männern unsicher. Mein Herz raste. Ich lief um den Schreibtisch herum und hielt vor ihm an. Dann sah ich nach unten und schnappte nach Luft. Brock hatte einen Ständer. Das konnte ich mühelos erkennen, weil seine enge Trainingshose nicht verbarg, was zwischen seinen Beinen abging. Eilig sah ich ihm ins Gesicht. Sein Grinsen wurde noch breiter. Also, ich habe über etwas nachgedacht. Hast du, fragte ich zweifelnd, mit dieser heftigen Erektion gab es wahrscheinlich nur eine Sache, an die er dachte. Ich habe den Großteil der Nacht wachgelegen und gegrübelt, erklärte er und ließ den Kopf nach hinten sinken. Es geht um etwas, was du dieses Wochenende zu mir gesagt hast. Ich hatte dieses Wochenende eine Menge Dinge gesagt. Ich lehnte mich an den Schreibtisch und legte die Finger über die Tischkante. Ich fürchte, du musst ein wenig mehr ins Detail gehen. Du hast gesagt, du willst wirklich anfangen zu leben. Und dabei will ich dir helfen. Bei diesen Worten machte mein Herz einen Sprung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das bereits getan hast. Ja, habe ich, aber das war nur eine Sache. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe es zu 100 Prozent genossen. Und ich kann es kaum erwarten, dich so bald wie möglich wiederzulecken, erklärte er mir. Mir fiel die Kinnlade runter. Heiliger Mist, er sagte das, als sprechen wir über das Wetter oder irgendwas. Er beugte sich vor und öffnete die Hände in einer geradezu harmlosen Geste. Was hast du getan, seitdem du mich verlassen hast? In den Jahren, in denen wir keinen Kontakt hatten, meine ich. Ihn verlassen? Dachte er wirklich, ich hätte ihn verlassen? So hatte ich es nie gesehen, aber wahrscheinlich hat es auf ihn so gewirkt. Ich weiß nicht, was du meinst. Du bist eine Weile lang aufs College gegangen und du hast gearbeitet, das weiß ich. Was hast du noch getan? Ich öffnete den Mund, um es ihm zu sagen, doch mir fiel nichts ein. Es gab nichts, was ich ihm erzählen konnte. Nichts. Es war, als wäre ich eine leere Leinwand. Meine Kehle wurde eng und plötzlich brannten meine Augen. Hey, sagte er leise, rollte ein Stück mit dem Stuhl auf mich zu und legte seine großen Hände auf meine Hüfte. Es ist okay. Ja, klar. Ich räusperte mich. Mir geht es gut. Er musterte mich ernst. Ich habe diese Frage nicht gestellt, um dich bloß zu stellen. Das weiß ich. Und das stimmte. Brocks Hände packten fest dazu. Erinnerst du dich daran, wie wir auf der Hollywood-Schaukel bei deinen Eltern saßen und du mir von all den Orten erzählt hast, die du besuchen willst? Da ich meiner Stimme nicht traute, nickte ich nur. Hast du dir diese Orte angesehen? Ich schüttelte den Kopf. Willst du immer noch hin? fragte er. Ich glaube, an einiges erinnere ich mich. Du wolltest den pazifischen Küstenhighway sehen und nach Europa reisen. Schattland, richtig? Richtig, flüsterte ich. Mein Herz vollführte Flickflacks und schlug Räder. Wenn ich mich richtig erinnere, wolltest du eine Tour auf der Route 66 machen. Es hatte irgendwas mit der größten Flasche der Welt zu tun. Ein leises, zittriges Lachen entkam meiner Kehle. Der weltgrößten Ketchupflasche der Welt. Er schüttelte den Kopf. Ich habe immer noch keine Ahnung, wieso du die sehen willst. Es ist eine riesige Ketchupflasche, erklärte ich ernst. Wer will sie nicht sehen? Es gibt sogar ein Festival dazu. Das Grinsen war zurück. Die Art von Grinsen, die immer, immer Macht über mein Herz besessen hatte. Du bist einfach umwerfend. Am liebsten hätte ich losgeheult. Das Risiko war gar nicht mal so klein, dass es wirklich passierte. Selbst wenn ein Ketchupfestival zu besuchen nicht unbedingt ganz oben auf meiner Prioritätenliste steht, werde ich gern mit dir dorthin fahren. Er sagte das, als wäre es bereits eine ausgemachte Sache. Wir haben eine Menge Zeit, um sowas zu tun. Und wir werden... Ich bewegte mich ohne nachzudenken. Mein Hirn schaltete sich einfach ab. Einmal in meinem Leben ging es nicht darum, zu denken. Schnell beugte ich mich vor, nahm sein Gesicht in meine Hände, wobei ich das stachelige Gefühl seiner Bartstoppeln unter meinen Handflächen genoss und drückte meine Lippen auf seine. Ich küßte Brock. Küßte ihn, wie ich es mit 18 hatte tun wollen. Küßte ihn auf eine Weise, wie ich es mir all die Zeit über nicht einmal hatte vorstellen können. Brock blieb nicht untätig sitzen. Er saß nicht einfach da und ließ sich von mir küssen. Das lag ihm einfach nicht im Blut. Sofort übernahm er die Führung. Seine Hand schloss sich um meinen Hinterkopf und er erwiderte den Kuss voller Leidenschaft. Augenblicklich verwandelte sich das Blut in meinen Adern in glühende Lava. Ich unterbrach den Kuss und zog mich weit genug zurück, um ihn ansehen zu können. Und in diesem Moment traf mich die Erkenntnis. Verdammt! Ich war sowas von wieder in Brock verliebt. Eine mächtige Flamme entsteht aus einem winzigen Funken. Dante Alighieri Oh Himmel! Ich war wirklich in ihn verliebt. Wenn ich ehrlich zu mir war, hatte ich wahrscheinlich nie damit aufgehört, in ihn verliebt zu sein. Nicht ganz. Das war der Grund, wieso er sich, kaum zwei Monate nachdem er wieder in mein Leben getreten war, wieder in mein Herz schleichen konnte, um sich dort häuslich niederzulassen. Die Stärke des Gefühls jagte mir unglaubliche Angst ein. Aber ich wollte nicht darüber nachdenken. Ich wollte nicht, dass meine Ängste und Unsicherheiten mich in diesem Moment zurückhielten, da ich etwas unglaublich Unartiges plante, wenn man bedachte, wo wir uns befanden. Ich habe keine Ahnung, woher die Idee kam. Gleich lag es daran, dass er bereits so erregt war. Es konnte auch an dem liegen, was er gesagt hatte, dass er mir dabei helfen wolle, wieder zu leben. Oder damit, dass er tatsächlich mit mir auf ein Festival fahren wollte, bei dem sich alles um eine riesige Ketchupflasche drehte. Das alles hätte ein Grund sein können. Denn was ich als nächstes tun wollte, sah mir überhaupt nicht ähnlich. Absolut nicht. Doch darüber wollte ich ebenfalls nicht nachdenken, denn es spielte keine Rolle, was mir ähnlich sah. Ich bewegte mich, bevor mein Gehirn mich aufhalten konnte oder meine Furcht, dass jemand irgendwer einfach durch die Tür stürmte. Ich bewegte mich, bevor ich wirklich begreifen konnte, dass ich mich einer ganzen Welt von möglichem Schmerz öffnete, indem ich zugab, mich wieder an Brock verliebt zu haben. Stattdessen ließ ich mich vor ihm auf die Knie sinken, legte meine Hände auf seine Oberschenkel und spreizte seine Beine. Sein tiefes, raues Einatmen heilte durch das Büro wie ein Donnerschlag, als ich meine Hand an der Innenseite seiner Schenkel nach oben gleiten ließ. Dann berührte ich ihn durch die Hose. Meine Erektion drängte sich heiß und hart gegen den Stoff. Verdammt, stöhnte Brock. Er ließ die Hände auf die Armlehnen sinken. Als ich zu ihm aufblickte, sah ich, dass die Knöchel seiner Finger weiß hervortraten, so fest hatte er sie um die Lehnen gelegt. Er atmete schwer, als ich ihn ansah und mich fragte, ob er mich wohl zurückhalten würde. »Ich gehöre dir allein«, presste er hervor. Diese Aussage erregte mich überallemaßen. Das Wissen, dass es meine Berührung war, die das mit ihm anrichtete und dafür sorgte, dass er die Zähne zusammenbiss und schwer atmete, begeisterte mich. Ich schlug die Augen nieder, liebkoste ihn mit der Hand durch den Stoff und genoss das lustvolle Stöhnen, das ich ihm damit entlockte. Eine seltsame, wunderbare Wärme ergriff Besitz von mir, als ich nach dem Saum der Trainingshose griff. Mit zitternden Händen zog ich sie nach unten. Brock hob das Gesäß an, um mir zu helfen, als ich die Hose mitsamt der schwarzen, engen Unterhose nach unten schob, um seine eindrucksvolle Erektion freizulegen. Er war perfekt, und ich, ich wollte ihn schmecken. Wenn du mich weiter so anstarrst, ist es vorbei, bevor wir auch nur angefangen haben. Mein linker Mundwinkel zuckte, und das wollen wir nicht, oder? Ich schloss meine Finger um ihn. Er pulsierte in meiner Handfläche, brannte heiß und fühlte sich glatt wie Seide an. Brock ließ den Kopf in den Nacken fallen und bewegte sich in meinen Fingern. Ich streichelte ihn, ließ meine Hand langsam nach oben und dann wieder zurück wandern. Ehrfurchtsvoll und fasziniert umfasste ich ihn in voller Länge. Er atmete schwer und keuchte, Jillian. Die winzigen Herrchen in meinem Nacken stellten sich auf, denn so etwas wie das hier hatte ich mir nie ausgemalt. Ich hatte mir nicht einmal vorstellen können, dass ich mal in einem Büro vor ihm knien würde, kurz davor zu tun, was ich gleich tun würde. Ich schob mich ein wenig nach vorn, dann beugte ich den Kopf nach unten und schloss meine Lippen um seine Spitze. Sein salziger Geschmack erreichte meine Zunge. Ich konnte nur hoffen, dass ich es richtig machte, als ich ihn tief in meinen Mund schob. Verdammt, stöhnte er leise. Seine Hüften hoben sich an, als ich die Zunge über seine breite Eichel gleiten ließ. Jillian, ich... Er schien nicht weitersprechen zu können, stattdessen fluchte er wieder und sein großer, muskulöser Körper spannte sich an. Ich ließ Kopf und Hand langsam nach oben gleiten, dann sah ich ihn an. Mach ich... Es richtig? Brocks Mitternachtsschwarze Augen brannten förmlich. Du könntest gar nichts falsch machen, Jillian. Auf keinen Fall könntest du gerade irgendetwas tun, was mich nicht aus den Socken haut. Meine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln und sofort pulsierte seine Erektion zwischen meinen Fingern. Himmel, du weißt gar nicht, was du gerade mit mir anrichtest. Mit klopfendem Herzen ließ ich meine Instinkte die Kontrolle übernehmen. Wieder zuckte Brocks Körper, als ich meinen Mund um ihn schloss. Hitze überschwemmte mich. Ich empfand Lust, als würde er gerade mich liebkosen, und die Erregung nahm noch zu, als ich spürte, wie eine Hand auf meinem Kopf landete und sich seine Finger an meinem Haar vergruben. Er krallte sich in meine Mähne und ein köstlicher Schmerz schoss über meine Kopfhaut, entriss mir ein Stöhnen, das auf ihn überging. Seine Hand erstarrte. »Merkst du das?« fragte er mich. »Mmm«, murmelte ich, weil ich in diesem Moment begriff, dass ein wenig schmerzerregend sein konnte. »Das, das werde ich mir merken«, sagte er. Seine Worte spornten mich an, seine Hüften kamen mir entgegen. Brock zitterte, als er meinen Nacken umklammerte und mich an Ort und Stelle hielt. Ich wusste nicht, ob er mich an sich ziehen oder festhalten wollte, aber auf jeden Fall blieb ich, wo ich war. Sein gesamter Körper wurde hart. Ich hörte ihn leise keuchen, bevor er in meinen Mund kam. Danach tat mein Kiefer ein wenig weh, aber das war es wert. Ich küßte seine Eichel, dann ließ ich ihn langsam los, griff nach Hose und Unterhose und zog alles nach oben, bis er wieder bekleidet war. Erst dann sah ich auf. Seine Augen waren halb geschlossen und seine attraktiven Gesichtszüge vollkommen gelöst. Ein langer Moment verging und mir wurde klar, dass es das erste Mal seit sehr langer Zeit war, dass ich ihn so sah. Er wirkte so schön, so entspannt. Dann öffnete Brock die Augen. Schon eine zehntel Sekunde später stand ich auf den Beinen und er schloss die Hand um meinen Nacken und presste seine Lippen auf meine. Brock küßte mich, brandmarkte mich mit seinem Mund und versenkte mir die Sinne. Dann zog er mich an seine Brust und schloss die Arme um mich. So sollte jeder Arbeitstag enden. Jeder? Jeder. Drei Stunden und zwanzig Minuten, nachdem ich Brocks Büro verlassen hatte, wurde mir bewusst, dass ich Brock, der eigentlich mein Chef war, einen geblasen hatte, auf den Knien in seinem Büro, das genau genommen Teil der Firma meines Vaters war. Mein Gott! Ich hatte drei Jahre lang das Sexleben einer Klosterschülerin gelebt und war innerhalb von gerade mal 48 Stunden von einer erotischen Nullnummer zur Pornoqueen aufgestiegen. Das war verrückt und irgendwie auch beeindruckend. Ein winziger, gut verborgener Teil von mir war stolz. Zu wissen, was ich heute getan hatte, vermittelte mir ein gutes Gefühl, als wäre ich sexy. Ich hatte mich seit, naja, einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr für sexy gehalten. Doch das war Brocks Einfluss. Er besaß diese magnetische Ausstrahlung, die eine Reihe von wirklich klugen Frauen dazu gebracht hatte, absolut unanständige unanständige und nicht allzu kluge Dinge zu tun. Was, wenn jemand in sein Büro gekommen wäre? Was, wenn es Paul gewesen wäre? Er besaß jetzt schon nicht den geringsten Respekt vor mir. Ich machte einfach Brock für mein irrationales und triebgesteuertes Verhalten verantwortlich. Das war eine gute Idee. Als ich Dienstagabend für die Reise nach Hause packte, war ich ein wenig nervös. Es war keine allzu lange Fahrt. Etwas über drei Stunden. Also war die Gefahr, dass Rage in Brocks Porsche irgendetwas Schreckliches anrichtete, relativ gering. Zumindest hoffte ich das. Aber eigentlich machte ich mir mehr Sorgen darum, wie meine Familie aufnehmen würde, was zwischen Brock und mir los war. Dass wir zusammen angefahren kamen, würde die gesamte Meute dazu bringen, zu tratschen wie alte Waschweiber. Meine Nervosität entsprang hauptsächlich der Tatsache, dass wir noch nicht klar benannt hatten, was wir jetzt eigentlich waren. Selbst wenn Brock offensichtlich Pläne für die Zukunft schmiedete, Pläne, die Festivals mit riesigen Ketchupflaschen beinhalteten. Also ging ich davon aus, dass wir es locker angehen würden. Momentan waren wir Freunde mit gewissen Vorzügen, sonst nichts. Vielleicht würde ich meiner Mom sagen, dass wir ab und zu miteinander ausgingen. Das klang nicht allzu ernsthaft. Ich wollte einfach nicht, dass meine Eltern dachten, wir wären so richtig zusammen. Nur für den Fall, dass die Sache noch auf spektakuläre Weise explodierte. Ich konnte einfach nicht anders, als genau damit zu rechnen. Ich hasste diesen Teil von mir, doch das änderte nichts an der Tatsache, dass es ihn gab. Und es änderte auch nichts an dieser kleinen, warnenden Stimme in meinem Hinterkopf, die immer wieder mahnte, dass das, was zwischen Brock und mir passierte, einfach nicht real sein konnte. Brock kam früh am Mittwochmorgen mit einer tief ins Gesicht gezogenen Baseballkappe in meine Wohnung, in den Händen eine Tüte mit frischen Donuts und Kaffee. Du bist fantastisch, erklärte ich verschlafen, als ich ihm die Tüte aus der Hand riss. Das weiß ich. Ich öffnete den Karton der Tüte und stöhnte fast, als der Duft der zuckrigen Köstlichkeiten in meine Nase stieg. Da ich so fantastisch bin, sollte ich einen Kuss bekommen. Er schob den Schirm der Kappe nach hinten. Findest du nicht auch? Ich fand, er brauchte eigentlich keinen Grund für einen Kuss. Ich legte den Kopf in den Nacken und wartete. Doch nichts geschah. Also öffnete ich die Augen. Lächle für mich. Ich biss mir auf die Unterlippe. Brock! Komm schon, drängte er grinsend. Ich habe dir Kaffee und Donuts gebracht. Ich kriege ein Lächeln und einen Kuss. Ich verdrehte die Augen. Ich verstand selbst nicht, warum das so eine große Sache war. Denn in den letzten paar Tagen hatte mich Brock schon einige Male lächeln sehen. Allerdings war ich in diesen Momenten kaum fähig gewesen, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich konnte das für ihn tun. Ich konnte für ihn lächeln. Dieser Mann kannte mich nackt, also durfte mir mein schiefes Lächeln eigentlich nicht mehr peinlich sein. Doch ich konnte nicht anders, als mich in diesem Moment an das Mädchen zu erinnern, das in einem Kurs am College neben mir gesessen hatte, nachdem ich dorthin zurückgekehrt war. Sie hatte mich gefragt, ob ich einen Schlaganfall erlitten hatte. Sie hatte es nicht böse gemeint. Die Frage war nicht aus ihr herausgebrochen. Es hatte eher gewirkt, als hätte sie wochenlang versucht, den Mut dazu aufzubringen. Sie hatte mir sogar anvertraut, wie ihr Großvater lächelte, nachdem er einen Schlaganfall erlitten hatte. Außerdem musste ich daran denken, dass Ben mich nie gebeten hatte, für ihn zu lächeln. Doch Brock war nicht das Mädchen in meinem Kurs und er war todsicher auch nicht Ben. Also tat ich es. Ich konnte fühlen, wie mein linker Mundwinkel sich hob, während die rechte Seite nur einmal zuckte und sonst nichts tat. Brocks Blick huschte über mein Gesicht und verweilte auf meinem Mund, während er eine Hand hob und ihn meinen Nacken legte. Sein Daumen massierte die Stelle direkt unter meinem Puls. Ich glaube, es gibt da etwas, was du verstehen musst, sagte er und sah mir in die Augen. Dein Lächeln war immer schön. Es konnte einen ganzen Raum erhellen und mir ein Grinsen ins Gesicht zaubern, kurz bevor ich das Oktagon betreten habe. Dein Lächeln mag jetzt anders aussehen, aber es ist sogar noch schöner. Komm schon, sagte ich trocken und wollte mich ihm entziehen. Mein Lächeln machte mich nicht zum Glöckner von Notre Dame, aber es war auch nicht schön. Es stimmt. Er ließ meinen Hals nicht los. Weißt du, warum? Es zeigt, was du durchgemacht und dass du überlebt hast. Dieses Lächeln ist ein verdammtes Wunder, genau wie jeder Atemzug, den du tust. Du solltest dich deswegen nicht schämen, sondern verdammt stolz darauf sein. Oh, wow! Das war mehr als süß. Seine Worte waren einfach wunderbar. Verstehst du? fragte er. Ja, flüsterte ich. Gut. Ich schlug die Augen niedert, hat aber nichts gegen das Lächeln, das meine Lippen verzog. Ich ließ es einfach geschehen, während ich gegen den Kloß in meiner Kehle ankämpfte. Schließlich räusperte ich mich. Zuerst die Donuts und jetzt die Sache mit dem schönen Lächeln. Versuchst du mich ins Bett zu kriegen? Erheiterung glitzerte in seinen Augen, aber da war noch etwas anderes, ein überschwängliches Versprechen. Funktioniert es? Ich musste lachen und schüttelte den Kopf. Dann ging ich auf die Zehenspitzen und küsste ihn. Er schlang einen Arm um meine Taille und hielt mich fest, als der Kuss intensiver wurde und mich vollkommen gefangen nahm. Eine wunderbare Wärme breitete sich in meiner Brust aus. Brock hob den Kopf und trat ein Stück zurück. Wir müssen damit aufhören. Warum? fragte ich atemlos. Weil wir sonst nie aus dieser Wohnung herauskommen. Ich wollte schon fragen, ob das wirklich so schlimm sei, doch dann löste ich mich grinsend von ihm. Nachdem ich zwei Donuts verschlungen hatte, suchte ich Rage. Er versteckte sich unter dem Bett. Es dauerte eine Weile, ihn herauszulocken. Letztendlich musste ich mit der Maus an der Kordel vor seiner Nase herumwedeln und ihm mir schnappmal sehr endlich unter dem Bett erschienen. Er war nicht glücklich und wehrte sich mit Händen und Füßen, als ich ihn ins Wohnzimmer trug. Doch ich ließ ihn nicht entkommen. Brock zog eine Augenbraue hoch, als er mich sah. Er hatte bereits meine superschicke Wochenendtasche mit dem Paisley-Muster in der Hand. War euch alles okay? Ja, seufzend ging ich zum Katzenkorb. Er benimmt sich einfach wie ein störrischer Esel. Brock lachte leise. Brauchst du Hilfe? Ich komme klar. Da ich jede Menge Erfahrung darin hatte, Rage in den Korb zu stopfen, wusste ich, dass ich ihn nur davon abhalten musste, sich in der Öffnung zu verkeilen. Sobald ich den Kater hineinbuchsiert hatte, warf ich seine Maus hinterher und schloss das Türchen. Eine Sekunde später presste Rage schlecht gelaunt sein Gesicht gegen die Gitter. Wie ein Katzengefängnis, kommentierte Brock. Da gehört er auch hin, meinte ich. Rage fauchte, als ich den Korb hoch hob. Bereit? Brocks Grinsen war nicht breit, trotzdem verkrampfte es mir die Eingeweide. Schon lange. Normalerweise wäre ich auf einer Fahrt von drei Stunden als Beifahrer sofort eingeschlafen. Aber diesmal hatte ich mehr Interesse daran, mit Brock zu reden, als zu dösen. Wir unterhielten uns darüber, wie wir das Thema ansprechen sollten, dass wir einen Teil unserer Lehrflächen in ein Tanzstudio verwandeln wollten, das wir an meine beiden Freundinnen verpachteten. Avery und Theresa hatten mir erste Schätzungen geliefert. Sie waren präzise genug, dass ich auf dieser Grundlage mit meinem Dad sprechen konnte. Anschließend sprachen wir über weniger ernste Themen. Brock bombardierte mich mit Fragen, die von meiner Arbeit in der Versicherungsfirma bis zum letzten von mir gelesenen Buch reichten. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke bekam ich eine Nachricht von Abby. Mein Magen verkrampfte sich, als ich sie las. Dann sah ich Brock an. Anscheinend gehen heute Abend und ein paar Leute zusammen ins Monas. Abby weiß, dass ich in der Stadt sein werde, also hat sie mich eingeladen. Brocks Gesicht war halb durch die Kappe verdeckt. Willst du hin? Ich war mir nicht sicher. Ich war seit der Schießerei nicht im Monas gewesen. Ich hatte keine Ahnung, wie es sein würde, wieder dort hinzugehen. Aber ich wollte Abby und die anderen sehen. Ich hatte sowieso vor, mich mit allen zu treffen, doch unter der Nervosität spürte ich auch eine gewisse Sorge. Willst du? Nicht meine Entscheidung, antwortete er. Sehr hilfreich. Einer seiner Mundwinkel zuckte. Baby, sagte er. Etwas tief in mir liebte es, wenn er mich so nannte, weil er das vorher nie getan hatte. Wenn du hingehen willst, können wir hingehen. Wenn du zu Hause bleiben und den Abend gemütlich mit deiner Familie verbringen willst, können wir das machen. Wenn du allein gehen willst, ich will nicht allein gehen, erklärte ich sofort. Er sah kurz zu mir. Aber wenn du das wolltest, wäre das auch okay. Mit einem Nicken sah ich auf mein Handy. Abby meint, Colton wird da sein, Roxy arbeitet, also wird auch Reese kommen, Jackson Keller sowieso. Cool. Meine Finger schwebten über dem Display. Ich glaube, Steph und Nick sind in Martinsburg bei ihrer Mom, aber alle anderen werden da sein. Sogar Katie. Ich hatte sie eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gesehen. Es wäre toll, sie mal wieder zu sehen. Es ist deine Entscheidung. Ich nagte an meiner Lippe und dachte noch eine Sekunde lang nach. Dann beschloss ich, lieber der Aufregung zu folgen, als der Angst. Ich denke, wir sollten gehen. Nur für eine Stunde? Ich meine, wenn du wirklich mitkommen willst. Musst du echt fragen, ob ich dich begleiten will? Ich sah ihn an. Naja, wenn wir zusammen auftauchen, könnten die Leute Schlüsse ziehen. Sehe ich aus, als interessierte es mich, was andere Leute denken? Nein, tat er nicht. Allerdings hatte ich keine Ahnung, was das in Bezug auf die Frage bedeutete, ob wir zusammen waren oder nicht. Also okay, mummelte ich und schickte Abby eine kurze Nachricht, dass ich vielleicht kommen würde. Ich erwähnte nicht, dass Brock mich begleitete, weil ich im Moment einfach keine Lust auf die Fragen hatte, die ich damit heraufbeschwören würde. Dann haben wir wohl Pläne für heute Abend. Anscheinend haben wir das. Ich steckte mein Handy wieder in die Tasche, bevor ich mich im Sitz umdrehte und nach Rayd schaute, der hinter uns im Körbchen saß. Ich habe mich etwas gefragt, sagte ich, um das Thema zu wechseln. Warum hast du dich aus dem Oktagern zurückgezogen? Du hättest noch ein paar Jahre kämpfen können. Er lachte leise. Bei dir klingt das, als wäre ich spätestens mit 40 vollkommen nutzlos gewesen und besser eingeschläfert worden. Weißt du, bis dahin ist es gar nicht mehr so lange hin. Naja, meinte ich gedehnt, um ihn aufzuziehen. Er zuckte mit den Schultern, eine Hand am Lenkrad. Ich wurde müde. Ich steckte einen Finger durch die kleinen Lücken in Rages Käfig und berührte seine Pfote. Sofort zog er sie zurück. Körperlich oder? Körperlich und mental. antwortete er. Ich gab es auf, den Kater trösten zu wollen und drehte mich wieder um. Du weißt ja, wie es ist, fuhr Brockford. Das Training dauert den gesamten Tag. Das Reisen war nicht so schlimm, aber die ständige Sorge, den Titel an den nächsten aufsteigenden Star zu verlieren oder eine Verletzung zu erleiden, nagt an einem. Was er sagte, war vollkommen verständlich. Ich war mir nicht sicher, ob sich die Fans bewusst waren, welch großen Teil ihres Lebens die Kämpfer ihren zwei oder vier Kämpfen im Jahr opferten. Selbst ohne ernsthafte Verletzung ist man es irgendwann leid, einmal jährlich eine gebrochene Nase zu haben. Er grinste, hob die Hand und ließ seinen Finger hinter dem rechten Ohr entlang gleiten oder ein halbes Ohr einzubüßen. Deines sieht nicht allzu übel aus. Ich hatte Glück. Er ließ die Hand sinken. Aber naja, weißt du, in meinem letzten Kampf habe ich es. Ich habe es hier gefühlt. Er drückte die Hand mitten auf die Brust. Es war ein scharfes, stechendes Gefühl. Ich habe mir den Muskel nicht erneut gerissen, aber verdammt, es gab da diese Sekunde, wo ich vor Angst kaum atmen konnte. Ich wollte das nicht nochmal durchmachen. Und selbst ein Funken Angst bedeutet, dass die Zeit gekommen ist. Man kann nicht ins Oktagon steigen, wenn ein etwas zurückhält. Sobald du anfängst zu zögern, ist es Zeit, dich zurückzuziehen. Die Vorstellung, dass er sich erneut einen Muskel reißen könnte, beängstigte mich. Es konnte immer noch passieren, besonders, weil er gern mit den neuen Schülern kämpfte. Vermisst du es? Manchmal. Aber ich war bereit für den Rückzug. Und auch heute ist es immer noch okay. Mir fiel etwas ein, als ich ihm zuhörte. Er hatte erklärt, dass er die Verlobung mit Christen vor ungefähr einem Jahr gelöst hatte. Sein letztes Match hatte vielleicht sechs Monate oder ein Jahr vorher stattgefunden. Christen zu erwähnen war irgendwie seltsam, aber ich konnte meine Neugier einfach nicht unterdrücken. Wie hat Christen dein Karriereende aufgenommen? Falls meine Frage ihn unerwartet traf oder er sich damit nicht wohlfühlte, verriet seine Miene zumindest nichts davon. Ich glaube, sie mochte die Vorstellung, dass ich öfter zu Hause sein würde und wir wirklich etwas miteinander unternehmen könnten. Als ich noch aktiv gekämpft habe, lief es sieben Tage die Woche auf einen zehn Stunden Arbeitstag hinaus, manchmal sogar zwölf. Ich habe ständig trainiert, also blieb uns nicht viel Zeit, irgendwas zu unternehmen. Ich musterte ihn genau. Es klingt so, als wären die Probleme erst mit dem Karriereende gekommen. Er grinste. Weißt du, Christen und ich waren lange zusammen, aber eigentlich haben wir uns selten am selben Ort aufgehalten. Man lernt sich gegenseitig erst richtig kennen, erfährt alles über die Wünsche und Träume eines Menschen, wenn man Zeit mit ihm verbringt. Also, seid ihr nicht mehr miteinander ausgekommen? Seine Schulter hob sich. Ich glaube nicht, nicht wirklich. Sie hat es aber anders gesehen. Ich wollte ihn fragen, was an Christen ihn dazu gebracht hatte, ihr die Ehe anzutragen, wenn er gar nicht das Gefühl gehabt hatte, sie wirklich zu kennen. Doch ich fand keinen Weg, die Frage zu formulieren, ohne dabei unglaublich verbittert zu klingen. Was ist mit dir und diesem Kerl, mit dem du damals ausgegangen bist? Wie ist er doch gleich? Ben. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich schob mir eine Strähne hinters Ohr und starrte auf den endlosen Asphalt der Schnellstraße vor uns. Wir haben uns am Shepard kennengelernt. Er hat mich um ein Date gebeten und ich... Was? fragte Brock einen Augenblick später. Es war einfach zu peinlich zuzugeben, warum ich mit Ben ausgegangen war. Aber da Brock so offen gewesen war, zwang ich mich zu einer ehrlichen Antwort. Ich war einfach... Ich war einsam. Ich wollte mit jemandem zusammen sein und er war an mir interessiert. Brock schwieg so lange, dass ich ihn einfach ansehen musste. Seine Miene wirkte stoisch, als bestände sie aus Marmor und Eis. Hat er dich gut behandelt? Ich wand mich in meinem Sitz. Das ist eine seltsame Frage. Du hast ihn nie deinen Eltern vorgestellt. Das ist kein Hinweis darauf, wie er mich behandelt hat, betonte ich. Wollte er deine Eltern kennenlernen? Ich wand den Blick ab. Eigentlich nicht. Also hat er dich nicht so behandelt, wie du es verdient hast. Unangenehm berührt verschränkte ich die Arme vor der Brust. Überwiegend war es weder gut noch schlecht. Es war einfach irgendwo in der Mitte. Ich bereue diese Beziehung nicht. Ich habe eine Menge daraus gelernt. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel... dass ich mich nicht noch mal einfach mit jemandem zufrieden geben werde. Es war kurz vor elf, als wir in die Einfahrt des Hauses meiner Eltern einfuhren. Mein Magen war ein einziger Knoten, doch gleichzeitig erleichterte es mich zu sehen, dass noch nicht 500 Autos vor dem Haus herum standen. Zumindest musste ich mich nicht gleich auch noch mit all meinen Onkeln und ihren Ehefrauen und ihren unzähligen Kindern auseinandersetzen. Ich starrte die Tür an, aufgeregt, meine Familie zu sehen, aber auch nervös. Sie konnten manchmal ziemlich einnehmend sein. Brock machte den Motor aus. Eine Sekunde später fühlte ich, wie sich seine Finger um mein Kinn schlossen. Er drehte meinen Kopf, sodass ich ihn ansehen musste. Dann lehnte er sich vor und küsste mich. Es war ein zärtlicher, süßer Kuss, in dem endliche Geduld mitschwang. Bist du bereit, da hineinzugehen? Als mir klar wurde, dass er mein Zögern gespürt hatte, zog ich mich zurück und starrte ihn an. Ich wollte ihm danken. Ich wollte ihn noch mal küssen. Rage auf dem Rücksitz miaute jämmerlich. Lachend ließ ich mich gegen die Lehne sinken und löste den Gurt. Ich weiß jedenfalls, als wer bereit ist. Wir stiegen aus dem Auto. Bevor ich nach dem Katzenkorb greifen konnte, hatte Brock ihn sich bereits geschnappt. Rage fand das wahrscheinlich toll. Wir liefen die Einfahrt hoch, wobei wir unsere Taschen im Auto ließen. Die Tür schwang auf, bevor wir sie erreicht hatten und meine Mom stürmte heraus. Ein Wirbelwind aus langen, braunen Haaren und großen Augen. In einer Sekunde stand ich auf der vorderen Veranda, in der nächsten schlang Mom ihre Arme um mich und drückte mich, als wollte sie mich zerquetschen. Mom, keuchte ich, wobei ich die Umarmung erwiderte. Ich kann kaum atmen. So ist das halt. Sie drückte mich noch fester. Ich stieß ein keuchendes Lachen aus, dann zog sie sich zurück und strich mir die Haare aus dem Gesicht. Ihre Augen waren feucht, aber sie lächelte. Ihr Blick glitt zu Brock. Ich verzog mitfühlend das Gesicht, als sie ihn in eine genauso heftige Umarmung zog. Irgendwie schaffte er es, Rages Katzenkorb nicht fallen zu lassen. Brock lachte über ihren Überschwang und erwiderte die Umarmung mit einem Arm. Süße, lass sie doch erst mal ins Haus kommen, erklang Dads Stimme irgendwo hinter der Tür. Sie saßen stundenlang im Auto. Sei still. Mom ließ Brock los, dann hängte sie sich bei mir ein und zog mich Richtung Haus. Man sollte meinen, inzwischen wüsste er, wie begeisterungsfähig ich bin. Sollte man meinen, kommentierte ich trocken. Mom lachte. Warme Luft umhüllte uns, als wir auf das dunkle Parkett des Foyers traten. Dad kam mit großen Schritten auf uns zu. Sein Haar war grauer als beim letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte. Und die Fältchen um seine Augen wirkten tiefer. Aber sonst war er immer noch fit wie ein Turnschuh. Hey, Dad! Ich löste mich von Mom und lief ihm entgegen. Dads Umarmung war genauso fest, aber immerhin hatte ich nicht das Gefühl, dass mir die Rippen brachen. Hattet ihr irgendwelche Probleme auf der Fahrt? Nein, ich trat zurück. Je weiter wir kamen, desto dichter wurde der Verkehr, erklärte Brock, als er den Katzenkorb auf den Boden stellte. Aber es war nicht schlimm. Mom starrte auf Rage herunter. Du musstest diesen Satansbraten mitbringen, oder? Ich konnte ihn ja schlecht zu Hause lassen. Er bleibt in deinem Zimmer, warnte sie. Natürlich. Ich bin wirklich die einzige Person, die diesen Kater mag, fragte Brock, als er sich vorbeugte und mutig die Finger durch das Gitter schob. Moms Blick schoss zwischen uns hin und her. Ich wusste in diesem Moment, dass sie sich fragte, wie oft Brock dem Kater eigentlich begegnete. Ja, antwortete ich, du bist so ziemlich der einzige Mensch, der ihn leiden kann. Dad legte einen Arm um meine Schulter und musterte Brock, der immer noch Rage zu streicheln versuchte. Es ist schön, wirklich schön, euch beide wieder zusammen zu sehen. Freut mich, das zu hören, antwortete Brock, sah auf und suchte meinen Blick. Weil Jillian und ich ein Paar sind, ich bin Nun, zumindest wusste ich jetzt, wie Brock und ich zueinander standen. Allerdings wünschte ich mir, er hätte die Bombe nicht auf diese Art platzen lassen. Mir wäre es in einem privaten Rahmen lieber gewesen, vielleicht nicht unbedingt im Foyer bei meinen Eltern und direkt nach dem Reinkommen. Und ich wünschte mir, ich hätte es nicht gleichzeitig mit Mom und Dad erfahren, weil danach alles ein wenig seltsam wurde. Mein Vater wirkte selbstgefällig und schlug Brock auf den Rücken, als hätte er gerade einen schweren Kampf gewonnen. Dann verschränkte er die Arme hinter dem Rücken und nickte weise, als hätte er immer schon gewusst, dass es dazu kommen würde. Und meine Mutter? Gute Güte, Mom, sah aus, als wollte sie jeden Moment losheulen. Und ich rede nicht von ein paar Tränchen. Oh nein, sie sah aus, als wollte sie das Schluchzen anfangen, als hätte Brock den Jungenbrunnen entdeckt und wäre kurz davor, ihr eine Wegbeschreibung zu liefern. Doch die Wahrheit lautete, es freute mich, dass sie sich freuten. Sie waren wirklich glücklich. Ich musste den Blick abwenden und mich auf das neue Bild eines goldenen Strandes in der Abenddämmerung konzentrieren, das im Flur hing, damit niemand sah, wie feucht meine Augen wurden. Besonders als Brock einen Arm um meine Schulter legte und mich an sich zog, während Mom sich darüber ausließ, wie glücklich sie sei. Es war ganz offensichtlich eine große Sache für sie. Wir waren zu Thanksgiving hier und morgen würde das erste echte Familienessen seit langer Zeit stattfinden. Brock flüsterte mir ins linke Ohr. Bei dir alles okay? Ich nickte, dann sah ich auf den Katzenkorb hinunter. Rach fauchte und tobte darin herum, während Mom verzückt Brock anstarrte, als gestaltete sie bereits die Hochzeitseinladungen, während eine Parade von Babystramplern durch ihren Kopf tanzte. Rach wich von meiner Hand zurück und ich seufzte. Ich bringe ihn nach oben, er wird. Die Eingangstür schwang auf und ein ganzer Schwarm kleiner Menschen ergoss sich in den Raum. Eine Flut aus Kindern. Ich blinzelte und verlor den Überblick, als die sechste dunkelhaarige Gestalt erschien. Ich wusste in diesem Moment, dass Onkel Julio angekommen war, denn er konnte tatsächlich eine ganze Baseballmannschaft mit seinem eigenen Nachwuchs besetzen. Julios Ehefrau tauchte auf. Das jüngste Kind auf der Hüfte und erstaunlicherweise sah sie nicht schwanger aus. Ich hab dir doch gesagt, dass Brock hier ist, rief Heather über die Schulter. Das ist sein Auto vor dem Haus. Ich weiß, dass das sein Auto ist, brüllte mein Onkel von draußen. Und Jilly ist bei ihm. Heather hielt abrupt inne. Ihr Blick wanderte von mir zu Brock, dann über seinen Arm, der auf meiner Schulter lag. Brock hat den Arm um sie gelegt. Ich zog die Augenbrauen hoch. Brock lachte leise. Neben mir brannte Mom förmlich, darauf alles zu erklären. Oh, Heather, liebes, Brock und mein kleines Mädchen sind ein Paar. Was? brüllte Julio da. Heather, die beiden haben seit Jahren... Seine Stimme verstummte und ich hörte ein kindliches, hohes Quieken. Ah, ein Paar? Heather legte den Kopf schräg. Das kleine Kind auf ihrer Hüfte, keine Ahnung, ob es ein Junge oder ein Mädchen war, zog an ihren langen, blonden Haaren. Wir sind zusammen, erklärte Brock, während ich nur dastand wie ein Idiot. Mom stieß ein Geräusch aus, das mich an die Muppet-Show denken ließ, dann rief Heather nach hinten, Brock und Jilly sind zusammen. Oh mein Gott, murmelte ich. Brock drückte meine Schulter. Eine Sekunde später kam das letzte ihrer Kinder durch die Tür gerannt. Zumindest vermutete ich, dass es das letzte war. Es war Hannah, glaube ich, und sie rannte direkt auf Rages Katzenkorb zu, ließ sich davor auf den Boden fallen und streckte einen kleinen Finger durchs Gitter. Das würde ich nicht tun. Ich bückte mich nach dem Kind. Lass auf keinen Fall den verdammten Kater frei, Hannah, meckerte Julio, der in diesem Moment ins Haus polterte und mein Blick schoss zur offenen Tür. Du erinnerst dich doch noch, was beim letzten Mal passiert ist, Hannah Banana? Dein Finger war fast ab und der Kater ist ausgebüxt. Hat uns einen halben Tag gekostet, das Vieh wieder einzufangen. Das ist total übertrieben, meinte ich trocken. Julio sah genauso aus wie immer, wie eine jüngere Version von Dad, nur ohne graue Haare oder Fältchen in den Augenwinkeln. Er war ein wenig größer als ich, nur ein paar Zentimeter und in die schwarze Trainingshose und das Leimerhemd gekleidet, die er stets trug. Das war alles. Draußen war es gerade mal vier Grad und es blies ein heftiger Wind. Aber Julio schien vollkommen kälteresistent. Schaut euch die beiden an! Mein Onkel durchquerte grinsend das Foyer, wobei er mühelos Kindern auswieg, die gerade an allem hochkletterten, was sie finden konnten. Möbeln, Mom, Dad, den Wänden. Julio blieb vor Brock stehen und tätschelte seine Brust. Wer nennt euer erstes Kind nach mir? Oh mein Gott, sagte ich wieder. Ich bin mir sicher, dass ihr erstes Kind meinen Namen tragen wird, schaltete Dad sich ein und grinste mit funkelnden Augen. Und was, wenn es ein Mädchen wird? fragte Mom ganz ernsthaft, als Heather auf uns zukam und Brock mich mit einem Arm knuddelte. Das Kind auf ihrer Hüfte verhedderte sich in meinen Haaren und es dauerte ein paar Augenblicke, das arme Kleine zu befreien. Können wir bitte über etwas anderes reden als Babys? fragte ich, als sich dem unerbittlichen Griff des Kleinkindes die letzte Haarsträhne entriss. So weit sind wir noch nicht. Ich will aber, Kinder, verkündete Brock und sah auf mich herunter. Mir blieb die Luft weg. Vielleicht nicht ganz so viele, um ein eigenes Fußballteam zu bilden. Aber es macht Spaß, dieses Fußballteam zu produzieren, Julio grinste. Heather sah mich an. Du wirst keinen Spaß dabei haben, dieses Fußballteam zu entbinden. Okay, sagte ich langsam und löste mich von Brock. Mein Gesicht brannte. Ich muss jetzt. Das Kind am Katzenkorb fiel nach hinten um und Rage wie ein Blitz aus braunem und weißem Fell schoss davon. Krallen kratzten über den Holzboden, als er im Wohnzimmer verschwand. Mom schrie. Kinder kreischten und stoben auseinander. Verdammt, fluchte ich und atmete tief durch, als irgendetwas nebenan auf den Boden fiel. Nicht schon wieder. Dad lachte, trat neben mich und drückte mir einen Kuss auf die Schläfe. Willkommen zu Hause, Jelly. Später, nachdem Brock den verdammten Kater aus seinem Versteck hinter einem großen Farn im Wintergarten gezerrt und in mein Zimmer gebracht hatte, saß ich auf einer Ecke meines alten Bettes und wartete auf Brock. Er war in seinem alten Zimmer verschwunden, um sich für den Kneipenabend fertig zu machen. Wir hatten früh zu Abend gegessen, dann hatten Julio und Heather ihre Kinderschar eingesammelt. Sie würden morgen zusammen mit allen anderen wiederkommen. Das würde sicherlich interessant werden oder vollkommen unerträglich. Brock und ich hatten vor, die Sache mit dem Tanzstudio entweder Donnerstagabend oder Freitag anzusprechen. Ich hatte geduscht und mir die Haare so gekämmt, dass sie in lockeren Wellen bis auf meinen Rücken fielen. Ich hatte mein Haar nicht seitlich gescheitelt, wie ich es gewöhnlich tat. Stattdessen ließ ich es natürlich fallen, mit dem Scheitel in der Mitte. Ich trug lediglich einen dünnen, engen Pullover mit V-Ausschnitt in tiefem Rot, weil ich wusste, dass es im Mohnhaus warm sein würde. Dazu hatte ich mich für eine dunkle Jeans entschieden, die ich in dieselben Stiefel gesteckt hatte, die ich schon bei meiner ersten Wiederbegegnung mit Brock in Martinsburg getragen hatte. Seit Minuten dachte ich nun schon über diesen Abend vor so langer Zeit nach, als ich auf diesem Bett gesessen hatte, in dem kaum zwei Leute schlafen konnten und sah mich in meinem Zimmer um. Ich konnte nicht anders, als darüber nachzudenken, wie viel sich seit diesem Abend verändert hatte, wie sehr ich mich verändert hatte. Manchmal fühlte ich mich, als wäre ich immer noch dieses Mädchen, das ich an einem Samstagabend schick machte, getrieben von kindlicher Hoffnung. Und zu anderen Zeiten kannte ich dieses Mädchen kaum noch. Doch als mein Blick über die Hunderte von Büchern in den Regalen glitt, hatte ich das Gefühl, dass ich mich gar nicht zu weit von diesem Zimmer entfernen wollte. Ich spürte keinen brennenden Schmerz im Magen oder eine beklemmende Enge in meiner Brust. Es gab Erinnerungen, aber sie verfolgten mich nicht. Mein Mundwinkel hob sich, als ich an den heutigen Abend dachte. Ein unruhiges Flattern bildete sich in meinem Magen und stieg höher. Ich war nervös, aber auf gute Art. Ich würde heute Abend ausgehen. Ich würde ins Monas gehen. Ich würde meine Freunde treffen. Wieder spürte ich diesen Stich der Aufregung. Ein Klopfen riss mich aus den Gedanken. Komm herein! Die Tür schwang auf und Brock streckte seinen Kopf in den Raum. Ist es sicher oder wird Rage einen Fluchtversuch starten? Ich sah zum offenen Schrank und stand auf. Er versteckt sich im Schrank, also mach einfach die Tür zu, bevor er doch beschließt, einen Ausbruchsversuch zu starten. Brock glitt in den Raum und schloss leise die Tür hinter sich. Als ich ihn betrachtete, verstärkte sich das Flattern in meiner Magengrube, bis es sich anfühlte, als würde in mir ein ganzer Schwarm Kolibris herumschwirren. Der Bart war verschwunden. Brocks Kinn war glatt, sodass die harten, wie gemeißelten Linien seines Gesichts klar zu erkennen waren. Genauso wie die helle Narbe an seiner Unterlippe. Ich wollte sie berühren, küssen. Brock trug ein schwarzes Shirt und Jeans, womit er irgendwie wirkte, als gehörte er in einen Privatflieger. Er trug diese Kleidung, sie trug nicht ihn. Er sah fantastisch aus. Ich liebe dein Oberteil, sagte er. Blinzeln sah ich ihm in die Augen. Er hatte mich genauso abgecheckt, wie ich ihn. Er kam zu mir. Seine Finger glitten über den Ausschnitt meines Pullis, über die Rundung meiner Brüste. Ich liebe dein Oberteil wirklich. Perversling, murmelte ich, als ich die Hand hob und sie an seine Wange legte. Du hast dich rasiert. Ja, ich fand, es wurde Zeit. Gefällt es dir? Du gefällst mir immer. Ich biss mir auf die Lippe, als ich meine Hand über sein Kinn gleiten ließ. Die Haut war unglaublich glatt. Brock senkte den Kopf und meine Finger glitten in seinen Nacken. Der Kuss, mit dem er mich bedachte, war süß und fühlte sich ohne Bart ganz anders an. Bist du dir sicher wegen heute Abend? fragte er. Ein Lächeln umspielte meinen Mundwinkel, als ich meine Wange an seine Brust drückte und tief einatmete. Ich meine, wir können auch hier bleiben. Eine Hand glitt an mein Kreuz, dann auf meinen Po. Wir können warten, bis deine Eltern ins Bett gehen, und dann kann ich mich in dein Schlafzimmer schleichen, als wären wir Teenager, um dich ganz für mich zu haben. Ich lachte. Ich bin mir sicher, ich möchte gehen. Ich sah auf und suchte in seinen Augen nach Anzeichen von Zweifeln. Vielleicht wollte er nicht mit mir gehen. Willst du lieber Baby? Seine Finger gruben sich in meinen Hintern. Falls du gerade fragen willst, ob ich lieber hier bleiben möchte, dann lege ich dich übers Knie. Ich zog die Augenbrauen hoch. Ich würde gern sehen, wie du das versuchst. Ich wette, du würdest es lieben. Vielleicht, aber darum ging es nicht. Ich atmete tief durch. Wenn du gehen willst und ich gehen will, worauf warten wir dann noch? Er grinste träge. Dann lass uns los. Mein Magen machte einen Hüpfer, als ich aus dem Auto stieg. Die schicke kleine Handtasche von Coach baumelte an meinem Handgelenk. Der Parkplatz war voll, nicht überraschend, da es der Abend vor Thanksgiving war und viele Leute morgen frei hatten, was bedeutete, dass die meisten den Festtag mit einem üblen Kater verbringen würden. Doch ich dachte nicht daran, Alkohol zu trinken und den Morgen mit schrecklichem Kopfweh zu verbringen. Ich atmete tief durch, trat vor und ertappte mich dabei, wie mein Blick ohne mein Zutun fast gegen meinen Willen in Richtung der einen Parkplatzseite gezogen wurde, wo die Müllcontainer standen und die Angestellten für gewöhnlich parkten. Dort hinten gab es nicht besonders viel Licht. Dort hatte ich das letzte Mal geparkt, als ich hier gewesen war. Ein kalter Wind peitschte über den Parkplatz, hob mein Haar und klatschte mir Strähnen ins Gesicht. Eine eisige Kälte ergriff Besitz vor meinem Körper und mein Magen verkrampfte sich zu einem harten Knoten. Ich wollte den Blick abwenden. Ich wollte direkt in die Bar gehen und mich nicht von diesem Ort beeinflussen lassen. Doch ich konnte es nicht. Jillian? Ich riss den Kopf herum, weil ich gar nicht gemerkt hatte, dass Brock sich mir angeschlossen hatte. Tut mir leid, murmelte ich. ist okay. Das gelbe Licht einer Laterne beleuchtete sein Gesicht. Sorge stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er meine Hand ergriff. Was denkst du gerade? Mein Mund wurde trocken. Die Tür des Monas öffnete sich und Gelächter hallte über den Parkplatz. Ich denke an den Abend. Brock drückte meine Hand und zog sie an seine Brust. Das ist verständlich. Es ist okay, wenn du das tust. Ich leckte mir über die Lippen, dann nickte ich langsam. Ich bin hier nie wieder vorbeigefahren. Ich bin nicht mal in die Nähe gekommen. Ich bin einfach... Brock legte den freien Arm um meine Schultern und zog mich an sich. Mehrere Sekunden lang standen wir unbeweglich da. Dann sagte er, weißt du was, ich war nie wieder in der Nähe der Wohnung meiner ihn überrascht an. Nein? Er schüttelte den Kopf. Nur einmal seit meiner Kindheit. Ich konnte ihn nur anstarren. Brock sprach selten über seine Vergangenheit, so war es schon immer gewesen. Ich dachte, du wärst zurückgegangen irgendwann mal. Nur dieses eine Mal. Habe meinen Vater gesehen. Er atmete tief durch. Er trank immer noch und er wollte Gespräche nach wie vor mit den Fäusten Du hast mir nie erzählt, dass du deinem Vater danach noch einmal begegnet bist. Er hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. Weißt du, es gab nichts zu erzählen. Dem Mann war egal, dass ich vor ihm stand. Er hat nur gesehen, dass ich ordentliche Kleidung trug und einen schicken Wagen fuhr. Er hat mich gesehen und darin seine nächste Flasche Whisky gewittert. So war mein Vater. Trauer erfüllte mich. Und deine Mom? Er schüttelte langsam den Kopf. Sie war nicht da, aber das war ja nichts Neues. Sie war nie da. Brocks Eltern gehörten wirklich zum Schlimmsten, was man sich vorstellen konnte. Sein Vater war ein Säufer, der es nie geschafft hatte, irgendeinen Job zu behalten, und auch wenn Brock es nie offen zugegeben hatte, hatte er doch seinen Sohn immer wieder als Sandsack missbraucht, genau wie er es auch mit Brocks Mutter getan hatte. Darin lag wohl der Grund, warum sie sich so selten in der Wohnung aufgehalten hatte. Doch wer konnte einfach so verschwinden, ohne zu wissen, was in der Zwischenzeit mit dem eigenen Kind geschah? Das würde ich nie verstehen. Niemals. Ich fahre heute nicht mehr die Straße entlang, in der meine Eltern wohnen. Ich halte mich von diesem Viertel fern. Er legte eine Hand auf meine Wange und ließ seinen Daumen über die Narbe gleiten. Ich verstehe, wieso du hier nie vorbeigekommen bist. Und ich verstehe auch, warum das für dich eine große Sache ist. Ich riss den Blick von Brock los, richtete ihn wieder auf den Parkplatz. Es geht mir gut. Es ist nur, ich weiß nicht, ich wäre hier fast gestorben. Ich holte zitternd Luft und ging tief in mich, um herauszufinden, wie ich mich fühlte. Doch ich fand eigentlich nichts. Ich nehme an, keine Ahnung, ich dachte, die Rückkehr hierher würde mir eine Offenbarung verschaffen. Aber ich eigentlich fühle ich mich nur wie betäubt. Wie auch immer du empfindest, ob alles ist okay. Ich nickte und sah erneut Brock an. Willst du sie jemals wiedersehen, deine Eltern? fragte ich, als ein kalter Windstoß dafür sorgte, dass ich zitterte. Weißt du, wahrscheinlich sollte ich mich deswegen schlecht fühlen, aber nein, will ich nicht. Er drehte sich so, dass mir sein Rücken als Windschutz diente. Das Einzige, was mir diese Leute beigebracht haben, war überleben. Und selbst dabei waren sie nicht besonders gut. Aber du hast überlebt. Glück, sagte er und lächelte. Ich schüttelte den Kopf. Nein, kein Glück. Du trägst ein Feuer in dir, Brock. Du warst entschlossen, mehr zu tun, als nur zu überleben. Warst entschlossen, etwas aus deinem Leben zu machen, Erfolg zu haben und und du glaubst, du besitzt dieses Feuer nicht? Er sah mich forschend an. Nach allem, was du überlebt hast? Trotzdem, wo du heute stehst? Ich schlug die Augen nieder, unsicher, wie ich auf diese Frage antworten sollte, denn ich war mir keineswegs sicher, ob ich dieselbe Art von Feuer besaß wie Brock, weil ich so viel aufgegeben hatte, während er um so viel gekämpft hatte. Und eigentlich wollte ich darüber im Moment auch gar nicht nachdenken. Lass uns hineingehen, bevor die anderen denken, hätten sie versetzt. Er schwieg einen Moment lang. Wir können wieder gehen, wann immer du willst. Lass es mich einfach wissen und wir verschwinden. Okay. Weil ich der Meinung war, dass er sich dafür einen Kuss verdient hatte, stellte ich mich auf die Zehenspitzen und drückte meine Lippen auf seine. Trotz des kalten Windes wärmte mich der Kuss von innen. Meine Lippen öffneten sich, der Kuss wurde inniger und unendlich heiß. Brock küsste mich, als wollte er mich in sich aufnehmen. Mein Körper schmolz an seinem und die Belohnung war ein kehliges, lustvolles Stöhnen. Bist du dir sicher, dass wir da hinein müssen? fragte er, als er seine Stirn gegen meine drückte. Ich stieß ein Lachen aus. Ja, dann sollten wir jetzt besser gehen, bevor ich meine Meinung ändere und eine ganz andere Art finde, den Abend zu verbringen. Er drückte seine Hüfte gegen meine und ich riss die Augen auf, als ich ihn an meinem Bauch fühlte, dick und hart. Rot wie eine Tomate wollte ich mich von ihm lösen, doch er hielt mich fest und drehte uns in Richtung Eingang des ersten Mal Seite an Seite Das Monas hatte sich seit damals wirklich unglaublich verändert. Verschwunden war der alte Bodenbelag, der immer dreckig und klebrig gewirkt hatte, egal wie oft er geputzt wurde. Er war ersetzt worden durch schicke Fliesen, die ein wenig an Schieferplatten erinnerten. Auch die Bar war ganz neu. Sie war immer noch geformt wie ein Hufeisen mit zwei Zapfstationen, doch das Flaschenregal sah jetzt ganz anders aus, mit hellem weißem Licht und blau leuchtenden Röhren, die sich unter den Glasbrettern hindurch zogen, um die teuren Alkoholiker ins rechte Licht zu setzen. Flachbildfernseher hingen von der Decke und an einigen Wänden. Die runden Bartische waren vollkommen schwarz und die Hocker frisch bezogen. Eine Menge Leute standen an der Bar und um die Tische herum. Ich konnte nicht in den hinteren Teil des Raumes sehen, wo neben den Billardtischen Sitznischen und größere Tische verteilt waren. Der Laden war einem kompletten Makeover unterzogen worden und sah nicht länger aus wie eine Spelunke um die Ecke. Das musste bedeuten, dass das Geschäft gut lief für Jackson Keller, die Besitzer. Ich hatte Keller über die Jahre hin und wieder getroffen, aber wir hatten uns nie wirklich über die Bar unterhalten. Also freute ich mich sehr, das Monas im neuen Gewand zu erblicken. Brock führte mich um ein älteres Paar herum. Die ersten vertrauten Gesichter, die wir entdeckten, gehörten Reese und Colton Anders. Sie lehnten an der Bar und schauten auf einen der Fernseher an der Wand. Reese und sein älterer Bruder Colton waren von Beruf Polizisten und beide hätten mit ihrem dunkelbrauen Haar den ebenmäßigen Gesichtszügen und den leuchten blauen Augen die Stars eines Pin-up Kalenders mit Cops sein können. Im Ernst, man hätte nur die beiden Brüder ablichten können, immer abwechselnd und niemand hätte sich beschwert. Keine Menschenseele. Ich war ihnen seit der Schießerei durchaus mal begegnet, vor allem seitdem Colton mit Abby zusammen war. Ich hatte keine Erinnerung daran, was nach dem Schuss mit mir geschehen war, nur flüchtige Eindrücke, aber ich wusste, dass Colton und Reese dort gewesen waren. Aufgrund ihrer schnellen Reaktion und ihrer Erfahrung war ich heute noch am Leben. Deswegen würden sie immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. Colton entdeckte uns als erstes und sofort breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus. Hey, ihr seid endlich da! Er stieß sich von der Bar ab und kam auf uns zu. Wirklich schön euch zu sehen! Reese folgte ihm und bemerkte sofort Brocks Hand um meine. Sein brennen, als die Männer dieses seltsame einarmige Umarmungsritual durchzogen. Dann wurde ich richtig umarmt von beiden. Es ist ja ewig her, seitdem ich dich gesehen habe, sagte mir Reese ins gute Ohr, bevor er mich wieder los ließ. Du siehst toll aus. Danke. Colton kam als nächster. Ich hörte, wie Brock leise etwas vor sich hin brummte, was Reese zum Lachen brachte. Geht es dir gut? fragte Colton. Abby meinte ja, aber du weißt ja, wie sie ist. Sie macht sich ständig um alle Sorgen. Mir geht es prima, ehrlich, sagte ich und löste mich verlegen aus seiner Umarmung. Es hatte eine Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich nicht mit Abby geredet hatte, eigentlich mit gar niemandem. Ich wusste, dass sie sich Sorgen gemacht hatte. Wo ist Abby? Colton sei bei die Schulter zurück und hob den Kopf. Die Mädels sitzen irgendwo da hinten. Da! Mit einer Hand auf meiner Schulter deutete er auf einen der großen Tische im hinteren Teil. Siehst du sie? Als ich mich auf die Zehenspitzen stellte, glaubte ich, Abbys Hinterkopf zu erkennen. Ich drehte mich zu Brock um. Ich gehe mal nach hinten und sage mein Hand landete auf seiner Brust. Aber zuerst ich öffnete den Mund, doch was auch immer ich hatte sagen wollen, wurde von seinem Kuss erstickt. Es war ein schneller Kuss, so leidenschaftlich, als ständen nicht eine Menge Leute um uns herum. Als Brock mich losließ, schwankte ich leicht und er grinste selbst gefällig. Ich bin eine Weile an der Bar, erklärte er. Okay, Es war so, dass ich im Moment zu allem Ja gesagt hätte. Brock legte seinen Mund an mein linkes Ohr und flüsterte, du bist süß wie Zuckerwatte. Was? Dann wurde mir klar, dass er sich darauf bezog, dass ich immer noch nur dastand und ihn anstarrte wie ein Trottel. Wie ein Trottel, den Brock süß wie Zuckerwatte fand, aber trotzdem ein Trottel. Ich werde jetzt gehen. Brock lachte leise. Ich drehte mich um, winkte dem unheimlich scharfen Cop-Duo kurz zu und drängte mich durch die Menge. Ich umrundete eine Gruppe Bartische und dann entdeckte ich sie. Abby saß am Tisch und spielte an dem Strohhalm in ihrem Drink herum. Neben ihr stand Roxy, eine Barkeeperin im Monas, die mit Reese verheiratet war. Ich kannte Roxy nicht allzu gut, aber sie war urkomisch, extrem schlagfertig und sehr talentiert. Diese Frau konnte wirklich alles zeichnen. Neben Abby saß Keller. Die große Blondine trug ihr Haar zurückgebunden. Die blassen Narben auf ihrem Gesicht waren kaum zu bemerken. Sie lachte über etwas, was die atemberaubende Brünette ihr gegenüber gerade gesagt hatte. Überraschung stieg in mir auf, als mir klar wurde, dass das Steph war und Nick hinter ihrem Stuhl stand, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Ich hatte gedacht, sie wären bei ihrer Mom in Martinsburg. Roxy wollte sich gerade umdrehen, da entdeckte sie mich. Hey, oh mein Gott, schau dich an! Begeistert hüpfte sie auf mich zu und zog mich in eine feste Umarmung. Du bist tatsächlich gekommen! Es ist wirklich schön, dich zu sehen. Als sie sich von mir löste, lachte ich. Brille und Haarfarbe gefallen mir gut. Mir auch! Sie hob die Hand und berührte die tannengrüne Strähne in ihrem Haar, die zum Gestell ihrer Brille passte. Ich weiß, dass wir erst Thanksgiving haben, aber ich fühle mich bereits sehr feierlich. Grün erinnert mich an Weihnachten. Reese meinte, ich solle lieber rot nehmen, aber ich denke, das bewahre ich mir für den Valentinstag auf. Zu Weihnachten könntest du dich auch für weiß entscheiden, meinte ich. Du weißt schon, Schnee und der Bad des Weihnachtsmanns. Ihre Augen hinter den Brillengläsern wurden groß. Verdammt, die Idee ist mir noch nicht gekommen. Weiß hatte ich tatsächlich noch nie. Ich konnte kaum glauben, dass es eine Farbe gab, die Roxy noch nicht ausprobiert hatte. Abby stieß einen Schrei aus, streckte mir die Arme entgegen, doch sie saß inmitten der anderen Mädels und konnte nicht heraus. Jillian, endlich! Tut mir leid, wir sind ein bisschen spät dran. Dieser Wir-Teil ist ziemlich interessant. Roxy stieß mich mit der Hüfte an. Sehr, sehr interessant. Steph hob mir ebenfalls von ihrem Sitz die Arme entgegen. Schau dich an! Himmel, du siehst fantastisch aus! Deine Brüste sind toll! Ich wurde rot. Nick dagegen senkte den Kopf. Seine Schultern zuckten vor Lachen. Was? Steph drehte sich, um ihrem dunkelhaarigen Freund einen Blick zuzuwerfen. Sie sieht scharf aus. Frauen sollten anderen Frauen sagen, wenn sie scharf aussehen. Das sollte gesetzlich so geregelt werden. Danke, sagte ich wahrscheinlich eine der atemberaubendsten Frauen, die mir je begegnet waren. Sie war mutig und selbstbewusst, sagte meistens, was sie dachte und war eine der loyalsten und nettesten Personen, die ich kannte. Ich beugte mich vor, um sie zu umarmen. Ich dachte, du wärst in Martinsburg. Oh mein Gott, du bist schwanger! Ich erstarrte in der Bewegung, als mir klar wurde, dass sie eine hübsche kleine Kugel mit sich herum schleppte. Steph lachte. Ja, bin ich. Sechster Monat. Sie hat es uns allen sehr lange Zeit verschwiegen, meinte Abby. Verdammt, irgendwann hat sie angefangen, locker fallende Oberteile zu tragen. Was sie sofort hätte verraten müssen, warf Keller trocken ein. Steph verdrehte nur die Augen. Und aufgehört zu trinken, fuhr Abby fort. Da habe ich sie gefragt, was los sei, aber sie hat einfach zugenommen und wäre auf Diät. Steph warf sich lachend die dunklen Haare über die Schulter nach hinten. Wir wollten einfach nicht, dass jemand davon weiß, bevor wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, es bleibt, meinte sie. Wir wollten einfach wissen, dass wir das Schlimmste hinter uns haben. Deswegen sind wir dieses Thanksgiving auch hier, erklärte Nick, während er gleichzeitig seine Hände auf Stephs Schultern fallen ließ und anfing sie zu massieren. Ihre Mom besucht uns und wir werden das große Essen hier veranstalten. Ich freue mich sehr für euch beide, sagte ich. Am liebsten hätte ich in die Hände geklatscht wie ein Seehund. Gratulation! Wo ist Brock? fragte Nick, wobei er laut sprach, um sicher zu gehen, dass ich ihn über den Hintergrund Lärm und die Musik hören konnte. Ich deutete Richtung Bar. Bei Reese und Colton. Ich habe ihn seit Ewigkeiten nicht gesehen. Er beugte sich vor und küsste Steph auf den Scheitel. Ich geh mal rüber, okay? Sie nickte. Grüß ihn von mir. Keller sprang von ihrem Stuhl auf, dann umarmten wir uns kurz. Schön, dich zu sehen, meinte sie, als sie sich mit einem sanften Lächeln von mir löste. Ist eine Weile her. Ja, schon ein paar Jahre. Ich sah mich um. Der Laden sieht toll aus. Danke, sie nickte stolz. Es hat lange gedauert und es gibt immer noch ein paar Dinge, aber eigentlich wollen wir das Monas erweitern. Hinten gäbe es noch Platz, aber während der Umbauarbeiten müssten wir schließen. Also warten wir auf den richtigen Zeitpunkt. Wow, das klingt toll, meinte ich. Was wollt ihr mit dem zusätzlichen Platz anfangen? Keller warf einen aufgeregten Blick zu Roxy. Wir denken darüber nach, einfach mehr Tische aufzustellen und vielleicht noch ein paar Billardtische, aber es soll auch eine Bühne geben. Das wäre ja super, meinte ich. Roxy nickte. Verdammt, ja, das wäre es. Nimm meinen Stuhl, Keller trat zur Seite. Ich muss an die Bar, weil jemand gerade Pause macht. Roxy nickte. Das wäre dann ich. Ich setzte mich neben Abby, sodass ich endlich die Gelegenheit fand, sie zu umarmen. Ich bin so froh, dass du da bist, sagte sie. Dann flüsterte sie mir ins linke Ohr. Später musst du mir unbedingt berichten, was da mit dir und Brock abgeht. Das werde ich, versprach ich. Lächelnd ließ sich Abby nach hinten gegen die Lehne fallen und sagte, weißt du, Steph ist nicht die Einzige, die ein Baby bekommt. Mein Blick schoss zwischen den drei verbliebenen Frauen hin und her. Wer von euch? Ich nicht, Keller hob die Hände. Jax und ich sind im Moment sehr glücklich mit den Rollen von cooler Onkel und coole Tante. Ich sah Abby an. Sie runzelte die Stirn. Glaubst du nicht, dass ich dir das erzählt hätte? Das will ich hoffen. Damit bleibt... Roxy lachte mit einem Kopf schütteln. Wer dann? fragte ich. Steph lachte. Die Antwort sitzt direkt vor dir und sie hat gelogen. Okay, ich bin es. Roxy rückte ihre Brille zurecht. Anfang des dritten Monats. Mir fiel die Kinnlade nach unten. Ich kann es selbst noch nicht glauben, meinte sie, als sie ihren kaum merklichen Bauch tätschelte. Wir hatten es eigentlich nicht darauf angelegt, weißt du? Es ist einfach so passiert. Mit anderen Worten, sie hat einmal zu oft vergessen, die Pille zu nehmen, erklärte Keller, nur um zu lachen, als Roxy sie auf den Arm schlug. Abby schüttelte den Kopf. Ich traue mich kaum, hier auch nur ein Wasser zu trinken. Es ist, als würden alle plötzlich schwanger aufwachen. Ich habe gehört, man kann sich eine Schwangerschaft auch auf der Toilette einfangen, meinte Steph trocken. Ich lachte. Memo an mich? Hier nicht aufs Klo gehen. Genau, aber ein Brock Jillian Baby wäre bestimmt süß, meinte Abby. Halt die Klappe, meinte ich und hob die Hände, als könnte ich so eine Schwangerschaft abwehren. Nicht, dass ich bis jetzt irgendetwas zu befürchten hätte. Ich nahm die Pille und wir hatten noch nicht einmal miteinander geschlafen. Beschwör nichts hoch. Oh, schaut mal, wer da ist, meinte Keller. Ich drehte mich auf meinem Stuhl um, sah durch die Bar und sofort blieb mir der Mund offen stehen. Zuerst war ich mir nicht ganz sicher, ob meine Augen wirklich funktionierten. Doch dann blinzelte ich, sah sie immer noch und wusste, dass ich nicht durch ein Wurmloch in die 70er Jahre katapultiert worden war. Katie! kreischte ich. Die Blondine hatte sich kein bisschen verändert, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen hatte. Sie trug die Haare in einem hochgebundenen strengen Pferdeschwanz und hatte untenrum ein glitzerndes Irgendwas an, das mich irgendwie an Schlaghosen erinnerte. Dazu trug sie Plateauabsätze und ein fuchsierfarbenes Oberteil, das ihr ständig über die Schulter nach unten rutschte. An ihrem Arm klimperten ungefähr ein Dutzend Armringe. Hey, Süße, hey! Sie Flüssigkeit in der anderen. Für dich Cola, weil ich weiß, dass du heute nicht trinken wirst. Ich starrte sie an, als sie die prickelnde Cola vor mir abstellte, ein wenig vor den Kopf geschlagen von der Tatsache, dass sie gewusst hatte, dass ich an diesem Abend keinen Alkohol trinken würde. Danke. Grinsend beugte sie sich vor und umarmte mich fest. Ich habe dir etwas zu sagen, Jelly, erklärte sie. Alle am Tisch wurden still, denn wenn Katie einem etwas zu sagen hatte, hörte man zu. Ich hoffe, diesmal hörst du auf mich. Jeder Muskel in meinem Körper spannte sich an, weil ich genau wusste, worauf sie sich bezog und weil ich das letzte Mal tatsächlich besser auf sie gehört hätte. Ich schluckte und spitzte die Ohren. Es wird auch jetzt nicht immer einfach werden, aber inzwischen ist er es wert, sagte sie, als sie mich mit ihren Augen taxierte, die die Farbe des Meeres hatten. Du musstest einfach eine Weile warten, um das zu erkennen. Ähm, ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Sie sprach offensichtlich über Brock. Sie hatte mir einmal gesagt, dass er es noch nicht wert sei, und ich hatte gedacht, sie wolle mir weismachen, er wäre es gar nicht wert. Heilige Scheiße, schrie Steph plötzlich und beugte sich aufgeregt nach vorn. Ist das ein Ehering an deinem Finger? Ihre Hand schoss vor, um Katies Finger zu ergreifen. Das ist ein Ehering. Was? verlangte Abby zu wissen. Wann hast du geheiratet? Wen hast du geheiratet? fragte Roxy. Keller, die immer noch nicht zur Bar zurückgekehrt war, schüttelte ungläubig den Kopf. Und kennen wir ihn? Katie kicherte. Ja, ich habe letztes Wochenende geheiratet. Wir sind nach Vegas gefahren. Sie wich einen Schritt zurück und wedelte mit den Fingern. Und ihr kennt ihn nicht, erklärte sie, noch nicht, aber ihr werdet ihn kennenlernen und ihr werdet ihn lieben. Keine von uns zuckte auch nur mit der Wimper. Wann werden wir ihn kennenlernen? fragte Keller. Bald, sie tippte Keller auf die Nase, sehr bald. Tut mir leid, warte mal einen Moment, ich schüttelte den Kopf, wie hast du den Mann überhaupt kennengelernt? Naja, meinte Katie und hob ihr Schnapsglas, lasst mich einfach sagen, dass er ein sehr entschlossener Gast des Clubs war. Sie zwinkerte uns zu, eckste ihren Schnaps und ließ das Glas wieder sinken. Wir sind seit ungefähr acht Jahren zusammen, also wurde es langsam Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Stephs Kinnlade knallte fast auf den Tisch. Was? Du bist schon so lange mit dem Kerl zusammen? Katie zuckte mit einer Schulter. Ja. Wieso hast du uns nichts erzählt? Roxy sah aus, als wollte sie Katie jeden Moment eine reinhauen. Wann hätte ich denn Gelegenheit gehabt, über meinen Mann zu sprechen? Ihr seid ein Haufen Drama Queens, die ständig meine weisen Ratschläge benötigen. Sie stemmte eine Hand in die Hüfte. Und es ist ja nicht so, als würde ich je eine von euch um Beziehungs Ratschläge bitten. Ehrlich nicht? Aus irgendeinem Grund fand ich das unglaublich witzig. Vielleicht weil sie recht hatte. Ich warf den Kopf in den Nacken und lachte. Hose machen. Und dann erzählte uns Katie von ihrem Mann, dem offensichtlich keine von uns je begegnet war, während ich an meiner Cola nippte. Die Zeit verging. Keller und Roxy kehrten an die Bar zurück. Katie holte sich einen Stuhl und trug ihn an unseren Tisch. Dann sah ich, wie sich die Menge vor Brock teilte, als wäre er ein besonders attraktiver Moses. Innerhalb von wenigen Augenblicken wirkten die meisten Männer in der Bar halb benommen, halb schockiert, als ihnen klar wurde, dass sie sich in der Gegenwart von Brock Mitchell befanden. Hätte ich ein normales Gehör gehabt, hätte ich wahrscheinlich das Murmeln und Keuchen gehört. Brock nickte den Mädels zu, ergriff meine Hand und zog mich hoch. Dann trat er näher und flüsterte mir ins Ohr. Ich hab dich vermisst. Lachend schlang ich meine Arme um seine Taille. So lange war ich gar nicht weg. Lang genug. Er küsste erst mein Hals, dann mein Kinn. Ihr beide seid wirklich zuckersüß, meinte Steph, als Nick hinter ihr auftauchte. Das sind wir. Brock legte einen Arm um meine Taille und zog mich an sich. Ich ließ es zu und drückte die Hände gegen seine Brust, als er den Kopf nach unten beugte. Seine Lippen glitten über meine. Dann drehte er den Kopf und sprach direkt in mein linkes Ohr. Bei dir alles okay? Ja. Ich ließ eine Hand auf seine Schulter gleiten. Ich bin froh, dass wir beschlossen haben, herzukommen. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, herzukommen. Mit einem Lächeln kuschelte ich Bevor er sich wieder aufrichtete. Dann entdeckte ich Reese und Roxy. Sie stand wieder hinter der Bar, doch sie hatte die Arme über den Tresen gestreckt und umklammerte den Rand, um sich Reese entgegen zu strecken. Er beugte sich ihr entgegen, um sie zu küssen. Keller lächelte über etwas, was Jax gesagt hatte. Die beiden standen in der Mitte der Bar hinter dem Tresen. Sie wollte sich umdrehen, doch Jax fing erst ihren Körper, dann ihre Lippen ein. Die Jungs vor der Bar jubelten. Als Jax Keller wieder losließ, war ihr Kopf rot wie eine Tomate. Nick hatte wieder angefangen, Staffs Schultern zu massieren und sie trug eine verträumte, friedvolle Miene zur Schau. Man hätte glatt vergessen können, dass sie im Epizentrum einer lauten und gut besuchten Bar saß. Sie hob eine Hand, legte sie über seine Finger und drückte kurz. Alle Mädchen, alle Paare hatten ihre jeweiligen Schwierigkeiten gehabt, hatten ihre Geschichte zu erzählen und alle hatten es bis hierher geschafft, glücklich und verliebt. Ich sah nach rechts und stellte fest, dass Katie mich aus strahlend blauen Augen ansah. Sie zog eine musste nicht sagen. Ich wusste, was dieser Blick und das Nicken zu bedeuten hatten. Die Worte, die sie früher am Abend gesagt hatte, halten in meinem Kopf wieder. Es wird auch jetzt nicht immer einfach werden, aber inzwischen ist er es wert. Ich drückte mich fester an Brock und schlang meine Arme um seine Taille. Ich fühlte, wie sich sein Kinn auf meinen Scheitel senkte. Dann drückte er mich fest an sich, während Colton irgendetwas rief. Manchmal, wie in diesem Moment, glaubte ich wirklich, dass Katie übersinnlich begabt war. Ich stieß ein glückliches Seufzen aus. Es war ein großer Schritt für mich gewesen, hierher zu kommen, aber bis zu diesem Moment hatte ich nicht geahnt, wie wichtig das gewesen war. In gewisser Weise hatte ich meine Schritte zurück verfolgen müssen, ohne zu wissen, wie sehr mich das treffen würde. Endlich war mir eine Last von den Schultern genommen worden. Meine Gedanken waren leichter, mein Herz um einiges voller. Zwei Finger hoben meinen Kopf. Brocks warme, braune Augen suchten meinen Blick. Bist du noch bei mir? Ich bin immer bei dir. Ich wachte mitten in der Nacht auf, überrascht einen anderen Körper neben mir zu spüren. Meine Schläfrigkeit verschwand, als ich mich umdrehte. Was hast du denn hier verloren? Ich habe dich vermisst. Brock legte einen Arm um meine Taille. Außerdem habe ich mich letzte Nacht schon benommen und bin nicht in dein Zimmer gekommen. Das hatte er tatsächlich nicht getan, sehr zu meiner Enttäuschung. Ich hatte gehofft, er würde sich in mein Zimmer schleichen. Doch als wir von Monas zurückgekehrt waren, hatten sich unsere Wege nach einem ziemlich keuschen Kuss getrennt. Thanksgiving war in einem chaotischen, verrückten Wirbel aus Großartigkeit an uns vorbeigezogen. Meine Familie hatte sich benommen wie erwartet. Sie waren neugierig, fordernd und einfach nur unfassbar liebenswert gewesen, als sie uns eine Frage nach der anderen stellten. Danach sprachen Brock und ich mit meinem Vater und meinen Onkeln über unseren Vorschlag, zwei der leerstehenden Räume zu einem Tanzstudio umzubauen und an Theresa und Avery zu verpachten. Mein Vater und meine Onkel taten die Idee nicht sofort ab, aber Andrew wirkte als hätte er Zweifel. Wir diskutierten alle Vor- und Nachteile und glichten die Kosten mit den möglichen Profiten ab. Als wir fertig waren und die Hälfte der Leimer Bande verschwunden war, um Football zu schauen, hatte ich ein ziemlich gutes Gefühl. Dad hatte die Papiere mit einem Glitzern in den Augen studiert, demselben Glitzern, das man in seinem Blick sah, wenn er einen neuen Rekruten entdeckte, der sich zum Sieger entwickeln konnte. Wenn meine Eltern dich hier drinnen erwischen! Ich hielt inne und dachte noch dann wäre es egal. Wahrscheinlich würden sie applaudieren. Leise lachend riet Brock seine Nase an meinem Hals. Da hast du recht. Ist das nicht irgendwie seltsam? Er küsste die Stelle unter meinem Ohr. Ein wenig. Ich drehte mich, bis ich ihn ansehen konnte und legte einen Arm über seinen Körper. Für dich ist dieses Bett nicht breit genug. Du passt kaum hinein. Ich komme schon klar. Er küsste meine Nasenspitze. Außerdem werden wir sowieso nur schlafen. Echt jetzt? fragte ich trocken. Jepp, seine Nase glitt über meine Wange. So dringend ich auch meine Zunge zwischen deine hübschen Beine bringen will. Wir befinden uns im Haus deiner Eltern. Es wird nichts passieren. Ich stieß ein überraschtes Lachen aus. Also ich habe nachgedacht. Oh nein. Ich dachte, die Mädels würden dieses Wochenende den üblichen Sonntagsbrunch abhalten, aber sie sind alle mit Familienzeugs beschäftigt. Was für eine Schande, murmelte er und knabberte an meinem Kiefer. Ich grinste in der Dunkelheit. Ich dachte, wir könnten schon am Samstag nach Hause fahren. Einen Tag früher, damit wir ein wenig Zeit für uns haben. Ja, flüsterte ich. Was hältst du davon? Du könntest mir morgen dabei helfen, die Bücher einzupacken, die ich mitnehmen will, und dann verbringen wir noch ein bisschen Zeit mit meinen Eltern, bevor wir zurückfahren. Ich finde, seine Hand glitt über meine Taille nach unten zu meiner Hüfte. Das ist eine wunderbare Idee. Ich dachte schon, dass sie dir gefallen könnte. Er legte seine Hand auf meinen Hintern und drückte zu. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Keine Ahnung. Als wir am Samstagabend aus Brocks Auto stiegen, begrüßte uns als erstes der Nebel, der vom Fluss aufstieg, der Martinsburg durchquerte. Auf der Heimfahrt hatte Brock gefragt, ob ich sein Haus mal sehen wolle, und wir hatten entschieden, dass ich dort schlafen würde. Ich hatte noch Wechselkleidung dabei und war mehr als scharf darauf, sein Brock unsere Taschen schnappte, während ich nach Rages Katzenkorb griff. Der Kater fauchte. Ich verdrehte die Augen und folgte Brock über die breite Treppe auf eine weitläufige schmucklose Veranda. Geht sie ums ganze Haus herum? Fragte ich. Die Veranda? Fast. Er fischte die Schlüssel aus der Tasche. Sie hört an der Glastür im Esszimmer auf und geht in murmelte ich. Das Haus lag ungefähr eine Viertelstunde außerhalb von Shepherdstown, am Ende einer dunklen gewundenen Straße, die dem Fluss folgte. Alle Häuser, an denen wir auf dem Weg vorbeigekommen waren, waren riesig gewesen. Also war ich nicht gerade überrascht gewesen, als ein massives zweistöckiges Gebäude vor uns aufgetaucht war. Brock öffnete die Tür. Irgendwo im Haus piepte eine Alarmanlage. Das Licht schaltete sich ein und erhellte das Erdgeschoss. Die Räumlichkeiten waren sehr offen gestaltet. Ich konnte bis nach hinten in die Küche sehen. Brock stellte die Taschen neben die Treppe und drehte sich zu mir um. Denk daran, in der Küche herrscht Chaos. Ich bin mit dem Umbau noch nicht wirklich vorangekommen. Ist okay. Das sagst du jetzt. Grinsend wanderte er in den hinteren Teil des Hauses, wobei er im Vorbeigehen seinen Schlüssel in eine Schale auf einem Beistelltisch warf. Ich sah nach oben, um die offen liegenden Dachbalken zu mustern und stellte fest, dass das Haus ziemlich rustikal wirkte. Doch obwohl Brock in der Stadt aufgewachsen war, passte diese maskuline Bauart irgendwie zu ihm. Er schaltete das Licht in riesig, so groß wie meine mit Wohnzimmer und Schlafzimmer zusammen. Die Arbeitsflächen waren zwar weg, doch der bereits aufgestellte gigantische Kühlschrank und die noch in Plastikfolie verpackten Öfen an den Wänden verrieten mir, wo alles stehen sollte, wenn es fertig war. Die Hälfte der Schränke war vor der Wand aufgestapelt, wo wohl normalerweise der Tisch gestanden hätte. Über der Spüle gab es ein großes Panoramafenster. Ich stellte Rages Katzenkorb ab und ging zum Fenster. Der Ausblick über den Fluss ist einfach fantastisch, meinte ich. Einer der Gründe, warum ich das Haus gekauft habe, erklärte Brock, man sieht fast von jedem Fenster aus, entweder den Fluss oder den Wald. Eigentlich gehört nicht viel Grund zum Haus, aber so fühlt es sich nicht an. Nein, ich ging zu der Glastür, die auf die Terrasse führte. Man kann die Nachbarn nicht mal sehen, nur die Lichter der Häuser auf der anderen Flussseite. Es ist wunderschön. Die Küche allerdings macht noch nicht viel her, meinte er. Ich drehte mich zu ihm um. Aber der Raum ist riesig und sobald er mal fertig ist, wird er toll. Ein Lächeln breitete sich auf Brocks Gesicht aus. Du bin ich mir nicht so sicher. Er baute Rages Näpfe und das Katzenklo in der Küche auf, neben der Tür zur Terrasse, während ich den Kater freilies. Er schlich aus der Transportbox und musterte mit angelegten Ohren die neue Umgebung. Rage kam vielleicht einen halben Meter weit, dann ließ er seinen pelzigen Hintern mit peitschendem Schwanz auf den Boden sinken. Ich muss Brock schüttelte den Kopf, wandte sich dem Kühlschrank zu und schenkte mir etwas zu trinken ein. Wir blieben eine Weile in der Küche und beobachteten den Kater dabei, wie er jeden Winkel des Raums erkundete. Irgendwann gab Brock mir eine Führung, beginnend beim Esszimmer, in dem bereits ein großer Tisch stand, der offensichtlich noch nicht benutzt worden war. Es gab zwei Wohnzimmer. Naja, laut Brock waren es ein Wohnzimmer und ein Medienzimmer, was auch immer das bedeuten sollte. Ich sah, dass in einem Raum ein riesiger Flachbildfernseher an der Wand hing, während der andere nur mit Sesseln und Pflanzen eingerichtet war, die auch aus dem Wintergarten meiner Mom hätten stammen können. Er hatte sich ein Arbeitszimmer eingerichtet. Bilder von seinen Kämpfen hingen an den Wänden neben einem weiteren großen Fernseher. Du hast immer noch nicht alles ausgepackt, oder? Ich deutete auf zwei große Kisten in einer Ecke. Auch im Wohnzimmer hatten noch Kartons gestanden. Er lachte, als er mich aus dem Arbeitszimmer führte. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber ehrlich gesagt konzentriere ich mich momentan vollkommen auf die Küche. Er warf mir einen Blick zu und auf dich. Ein erfreutes Lächeln verzog meine Lippen. Ich sollte mich schlecht fühlen, weil ich dir die Zeit stehle. Aber das tust du nicht. Nö. Brock schnappte sich unsere Taschen und führte mich nach oben. Es gibt vier Schlafzimmer. Ich habe ein Gästezimmer eingerichtet, aber das ist ziemlich langweilig. Irgendwann wird mir auch etwas für die anderen Räume einfallen. Als ich ihm durch einen breiten Flur zu einer offenstehenden Doppeltür folgte, dachte ich darüber nach, dass dies ein Haus für eine große Familie war. Und Brock wollte Kinder. Keine Fußballmannschaft wie mein Onkel, aber er wollte Babys. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass Brock vielleicht wirklich bereit war, sich niederzulassen und eine Familie zu gründen. Er ging vor, um eine Nachttischlampe anzuschalten. Dann sah ich zum ersten Mal sein Schlafzimmer. Wie der Rest des Hauses wirkte auch dieser Raum ein wenig karg. Es gab eine breite Kommode mit Spiegel neben zwei Türen, die entweder ins Bad oder in einen begehbaren Schrank führten. Eine weitere Kommode stand gegenüber der Glastür, die auf die Dachterrasse führte. Und es gab zwei Nachttische. Bis auf ein paar Holzkisten auf einer der Kommoden, die aussahen, als könnten sie Zigarren enthalten, gab es kaum persönliche Gegenstände. Der Raum wirkte nicht richtig bewohnt. Bei jedem anderen hätte mir das vielleicht Sorgen bereitet. Aber Brock hatte nie viel von Dekoration gehalten. Sein Zimmer im Haus meiner Eltern und seine erste Wohnung hatten ähnlich ausgesehen. Mein Blick glitt durch den Raum und blieb dann an einem Möbelstück hängen. Ich starrte das riesige Bett in der Mitte des Raums an. Mein Magen verkrampfte sich. Die heutige Nacht war etwas Besonderes. Das wusste ich. Keine Ahnung woher. Vielleicht war es einfach Instinkt. Wer wusste das schon? Aber die heutige Nacht würde ganz anders werden als jede andere. Nervosität stieg in mir auf, als ich das große Schlafzimmer durchquerte und auf eines der Erkerfenster zuging. Ich zog den Vorhang zurück und spähte nach draußen. Jenseits der Bäume konnte ich die Spiegelung des Mondlichts auf dem langsam fließenden Potomac erkennen. Ich sah über die Schulter zurück und beobachtete Brock dabei, wie er eine kleine Kerze von der Kommode holte und anzündete. Mit einem Grinsen in meine Richtung stellte er sie auf einen Nachttisch. Nach ein paar Sekunden stieg mir der Duft von Äpfeln in die Nase. Bist du dir sicher, dass es okay ist, wenn Rage überall herumrennt? Nervös spielte ich am Vorhang herum, ließ meine Finger immer wieder über den Stoff gleiten. Er benutzt das Katzenklo, aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht irgendwo hineinkriechen wird. Ist okay. Er wird irgendwas kaputt machen, da bin ich mir sicher, er kommt schon klar. Ich drehte mich zu Brock um und beobachtete, wie er seinen Pulli auszog und über einen Stuhl in der Ecke warf. Als nächstes verschwand das einfache weiße T-Shirt und dann lag sein wunderbarer Oberkörper frei, sodass ich ihn bewundern konnte. Mein Mund wurde trocken, als ich den Blick langsam über ihn wandern ließ, um die definierten Muskeln und die Vertiefungen neben seinen Hüftknochen zu betrachten. Wieso war jemand mit einem Körper wie seinem an jemandem mit einem Körper wie meinem interessiert? Eine Frage, auf die ich wohl nie eine Antwort bekommen würde. Brock trug keinen Gürtel, also hing seine Hose fast schon unanständig tief auf seinen Hüften, so tief, dass ich den Bund seiner engen Boxershorts erkennen konnte. Mein Blick wanderte über seine Tätowierung. Auf einer Seite der Brust prangte ein Wolfskopf. Auf der anderen Seite begannen ausgebreitete Flügel, die sich bis über seine Schulter zogen und auf dem Arm in die verschiedensten anderen Muster übergingen. Ein Erzengel mit erhobenem Schwert umgeben von Flammen. Darunter auf seinem Unterarm ein Totenschädel. Rote und schwarze Bänder umschlangen ein Auge über seinem Handgelenk. Brock drehte sich leicht, um sein Handy aus der Hosentasche zu ziehen und auf den Nachttisch zu legen, was mich den Phönix erkennen ließ, der sich aus Feuer und Asche erhob. Die Tätowierung war riesig und bedeckte die oberen zwei Drittel seines Rückens. Ich fragte mich, ob er sich noch mehr stechen lassen würde. Gefällt dir, was du siehst? Errötend sah ich ihm ins Gesicht. Musst du diese Frage wirklich stellen? Ein Mundwinkel hob sich. Ich betrachtete die silberne Kette, die Brock um den Hals trug. Ich wollte meinen Blick bereits weiter wandern lassen, zurück zu seinen unglaublichen Bauchmuskeln, doch dann sah ich, was an der Kette baumelte. Mein Atem stockte. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Meine Lippen öffneten sich in einem scharfen Atemzug und ich schlug die Hand vor den Mund. Sorge huschte über Brocks attraktives Gesicht. Jillian, alles okay? Ich konnte nicht sprechen, während ich das winzige Medaillon anstarrte, das um seinen Hals hing. Mir war schwindelig, als müsste ich jeden Moment umfallen. Ich erkannte den Anhänger, obwohl ich ihn seit sechs Jahren nicht gesehen hatte. Jillian? Brock kam auf mich zu. Was ist? Die Kette. Ich atmete zitternd ein. Du hast die Kette. Für einen Moment wirkte er verwirrt, dann hob er die Hand und schloss sie um das Medaillon. Verständnis breitete sich auf seinem Gesicht aus. Das wusstest du nicht? Nein, flüsterte ich und blinzelte gegen Tränen an. Ich habe es in dieser Nacht gefunden, erklärte er nach einer kurzen Pause. Nachdem sie dich im Krankenwagen weggefahren haben. Es herrschte absolutes Chaos. Colton hat dich auf die Seite gedreht, um zu verhindern, dass das Blut um dafür zu sorgen, dass du weiter atmest, bis die Ambulanz kommt. Und dann waren sie da und du warst weg. Ich habe deine Tasche auf dem Boden entdeckt und dachte darüber nach, wie sehr du es gehasst hättest, dass deine Tasche auf dem Boden lag, im Dreck und so. Oh Gott! Ich presste meine Finger fester gegen meine Lippen, als Brock die Hand vom Anhänger nahm und ich erneut das silberne Medaillon sah. Ich habe deine Sachen eingesammelt und die Kette auf dem Boden gefunden, sagte er. Ich wusste, dass sie für mich bestimmt war. Du hast mir sowas immer geschenkt. Ich wollte dir erzählen, dass ich sie gefunden habe, aber er beendete den Satz nicht. Aber dann war alles plötzlich anders gewesen. Alles war explodiert und wir waren auseinander getrieben. Doch er hatte das Medaillon mit dem heiligen Sebastian drauf gefunden, das ich für ihn gekauft hatte und ihm eigentlich an dem Abend beim Essen hatte schenken wollen. Er sah mich an. Seitdem trage ich es. Er hatte es gefunden und es getragen. Seitdem. Für lange Zeit war das der einzige Weg, wie ich mich dir nahe fühlen konnte. Gefühle schnürten mir die Kehle zu. Ich ließ meine Hand sinken und dann setzte ich mich in Bewegung, ohne wirklich darüber nachzudenken. Ich ging auf Brock zu, griff nach der Kette und schloss meine Finger um das Medaillon. Ich hatte es vollkommen vergessen. Keine Ahnung, wie das möglich gewesen war, aber ich hatte die Kette und das Medaillon vergessen. Er nicht. Brock stieß ein Geräusch aus, das tief aus seiner Kehle aufzusteigen schien. Warum weinst du? Tue ich das? fragte ich, um mich anschließend zu räuspern. Ja. Er umfasste meine Wangen und fing die Tränen mit seinen Daumen auf. Wie kannst du nicht merken, dass du weinst? Keine Ahnung. Ich ließ den Kopf hängen, wobei ich gern mein Gesicht gegen seine warme Brust gelegt hätte. Brock lachte leise, als er die Arme um mich schloss. Hätte ich gewusst, dass die Kette dich zum Weinen bringt, hätte ich sie nicht angezogen. Das ist es nicht. Ich hielt immer noch das Medaillon fest. Wahrscheinlich erwürgte ich ihn gerade fast mit der Kette, doch ich konnte einfach nicht loslassen. Ich habe den Anhänger vollkommen vergessen, aber du nicht. Nein, er schob mich ein wenig von sich und hob meinen Kopf, sodass ich ihn ansehen musste. Mein tränenverhangender Blick fand sein. Ich habe dich nie vergessen. Ich habe nie irgendetwas vergessen, was du getan hast. Er würde noch dafür sorgen, dass ich richtig heulte. Brock ließ die Hand sinken und löste sanft meine Finger vom Medaillon. Dann hob er meine Hand an seinen Mund und drückte einen Kuss auf meine Handfläche. Ich habe alle Anhänger behalten, die du mir geschenkt hast. Sie liegen in der Kiste auf meiner Kommode. Du kannst gern nachschauen. Ich entzog ihm die Hand, stellte mich auf die Zehenspitzen und schlang einen Arm um seinen Hals, um nicht umzufallen, als ich ihn küßte. Ich war ziemlich ungeschickt dabei, aber Brock schien es nichts auszumachen. Er bemerkte es offenbar nicht mal. Stattdessen zog er mich enger an sich, bis unsere Körper sich vollständig berührten. Der Kuss begann sanft, wie eine langsame Erkundung unserer Lippen. Wir hätten uns hundert Jahre lang küssen können, ohne dass ich je das Interesse verloren hätte. Niemals. Und als der Kuss leidenschaftlicher wurde, erwachte mein gesamter Körper zum Leben. Meine Haut kribbelte. Brocks Zunge glitt über meine und gleichzeitig spürte ich an meinem Bauch, dass er hart wurde. Tief in mir baute sich pulsierende Lust auf, als ich mich ein wenig zurückzog und ihm in die Augen sah. Ich konnte spüren, wie die Hitze in mir brannte noch heißer. Seine Augen verdunkelten sich, als er auf mich herabstarrte. Er schluckte schwer. Dann löste er den Arm um meine Hüfte und schob seine Hand unter den Saum meines Oberteils. Darf ich? Das Herz schlug mir bis zum Hals, als ich nickte. Sein typisches halbes Grinsen kehrte zurück, als er den Saum meines Shirts ergriff und es mir über den Kopf zog. Ich habe keine Ahnung, was er hinterher mit dem Shirt tat, denn ich war viel zu sehr auf die Tatsache konzentriert, dass ich in einem einfachen schwarzen BH und einer Jeans vor ihm stand. Sein Blick glitt über meinen Körper, verweilte auf der Rundung meiner Brüste. Wärme breitete sich über meine Kehle nach unten aus. Meine Brustwarzen wurden hart und drängten sich gegen den Stoff meines BHs. Ich will dich sehen. Alles. Ich atmete zitternd ein. Ich gehöre dir. Verdammt, fluchte er, dann küßte er mich auf eine Art, die mich atemlos und lusterfüllt zurückließ. Ich war mir kaum bewusst, dass seine geschickten Finger über meinen Rücken glitten und mühelos den winzigen Verschluss des BHs öffneten. Er öffnete sich. Brock drehte den ein wenig, küßte mich noch inniger und schob gleichzeitig die Träger des BHs über meine Arme nach unten. Er fiel zu Boden. Brock küßte mich immer noch, als seine Finger zum Saum meiner Jeans glitten und den Knopf öffneten. Als nächstes folgte der Reißverschluss, dann schoben seine Hände die Hose über meine Hüften nach unten. Der Stoff rutschte ein Stück, bevor er an meinen Oberschenkeln hängen blieb. Brock hob den Kopf und trat gerade weit genug zurück, um den Kopf zu senken und mich zu betrachten. Ich spürte seinen intensiven Blick fast wie eine Liebkosung auf meinen Brüsten. Dann ließ er sich auf die Knie fallen und zog meine Jeans mit sich nach unten. Meine zitternden Hände fanden seine Schultern. Ich stützte mich ab, um erst ein Bein, dritten über meine Schenkel. Seine Finger fanden den Saum meines Lips. Ich wollte nicht hinsehen, weil ich nicht wissen wollte, was ich gerade trug. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich eine gestreifte Baumwollunterhose anhatte. Ich hätte wirklich etwas Hübscheres anziehen können. Brock drückte einen Kuss auf den Stoff meines Lips, dann ließ er eine Hand zwischen meine Beine gleiten. Er legte den Kopf in den Nacken und öffnete die Augen. Das sagte er, als er mich berührte. Ich keuchte und wurde sofort rot, weil ich genau wusste, dass er spüren konnte, wie erregt ich war. Ich war unglaublich feucht. Das ist ebenfalls wunderschön. Ich wollte lachen, doch dann stockte mir der Atem, als er seinen Daumen über meinen Venushügel gleiten ließ, um kurz darauf, das kleine Bündel aus Nerven ein Stück weiter unten zu umkreisen. Ein sündhaftes Lächeln verzog seine Lippen, als er den Kopf nach vorn beugte, um seine Lippen die Stelle seines Daumens einnehmen zu lassen. Brock keuchte ich, als er daran saugte und meine Schamlippen durch den dünnen Stoff in seinen Mund sog. Heilige! Er lachte leise und das Gefühl seines heißen Atems raubte mir für einen Moment die Sinne. Das mochtest du richtig? Er schob seine Finger langsam unter den Stoff. Ich wette, wenn das hier nicht mehr im Weg ist, wirst du es noch mehr lieben. Oh Gott! Ich musste nicht antworten, denn wir beide kannten die Antwort auf die Frage bereits. Ich keuchte leise, als er seine Hände ausstreckte, die dünne Unterhose nach unten zog und mich damit vollkommen entblößte. Dann ließ ich Brock auf die Fersen zurücksinken und sah zu mir auf. Ich kämpfte gegen den Drang, mir die Hände vor den Körper zu schlagen. Er hatte schon so viel von mir gesehen, aber noch nicht alles. Und das war eine Premiere mit ihm, mit jedem. Ben und ich hatten uns nie wirklich ganz ausgezogen. Ich hatte noch ein BH getragen oder getan. Und er hatte mich nie, niemals so angesehen, wie Brock es jetzt tat. Als wollte er mich verschlingen. Ich war überall da weich, wo er hart war, viel weicher. Wenn ich mich hinsetzte, entstanden definitiv Falten an Stellen, über die ich gar nicht nachdenken wollte. Doch als Brock seine Hände über meine Arme und meine Taille bis zu meiner Hüfte gleiten ließ, schien ihr das weder zu bemerken noch sich dafür zu interessieren. Du bist wunderschön, sagte er und klang dabei, als würde er es wirklich ernst meinen. Verdammt, ich könnte allein bei deinem Anblick kommen. Das bezweifelte ich, trotzdem hörte ich das gern. Nein, ich liebte es, das zu hören. Brock erhob sich in einer geschmeidigen Bewegung, gleichzeitig glitten seine Hände wieder an meinem Körper nach oben. Bleib stehen. Ich folgte seiner Aufforderung und beobachtete, wie er langsam zurückwich. Er wandte den Blick keinen Moment von mir ab, als er eine Nachttischschublade öffnete und eine kleine Verpackung herauszog. Er warf sie aufs Bett. Ohne den Blickkontakt abzubrechen, öffnete er seine Hose, zog sich genauso nackt aus und oh mein Gott, mir wurde ein wenig schwindelig. Sein Körper war schön, ein Kunstwerk aus Farben und Mustern, aus Vertiefungen und glatten Flächen. Ich hatte Brock schon gefühlt, wusste, dass er gut ausgestattet war. Seine Erektion zuckte, als ich sie anstarrte. Das gefällt mir, sagte Brock heiser. Ich mag es, wenn du mich ansiehst. Ich rang um Luft, als ich ihm wieder in die Augen sah. Du sagst, ich wäre wunderschön, aber du... Ich bin was? Mir fehlten die Worte. Er kam zu mir und legte seine Hände an meine Taille. Seine tiefbraunen Augen glitzerten und seine sinnlichen Lippen waren zu einem Lächeln verzogen. Die Spitzen meiner Brüste rieben sich an seinem Oberkörper. Er beugte sich zu meinem linken Ohr hinunter und sagte, ich kann es nicht erwarten, in dir Augen schloss. Dann komm! Sein Schwanz zuckte an meinem Bauch. Gleichzeitig ließ Brock die Daumen über meinen Kiefer gleiten und schob meinen Kopf in den Nacken. Ermutigt von seiner Reaktion sagte ich, ich will keinen Moment länger warten. Er gab ein unglaublich erregendes Geräusch von sich und seine Finger vergruben sich in meinen Hüften. Verdammt! Brock küsste mich. Langsam und tief befeuerte damit noch das Brennen zwischen meinen Beinen. Langsam schob er mich rückwärts bis meine Beine gegen das Bett stießen. Dann schob er mich in eine sitzende Position. Ich öffnete die Augen, als er seinen Mund von meinem löste. Atemlos starrte ich zu ihm auf. Lächelnd umfasste er meine Brust und ließ seinen Daumen über die rosige Spitze gleiten. Mein Herz raste, als er ein Knie aufs Bett stemmte. Ich hob die Hand, um den Schaft seines Penis zu umfassen. Er fühlte sich an wie heißer Stahl. Ich erkundete ihn, genosse es ihn in meiner Handfläche zu spüren. Brock griff stöhnt nach dem Kondom. Ich liebkoste ihn, bis er mein Handgelenk einfing und meine Finger von sich löste, um sich das Kondom über zu Streifen. Ich rutschte nach hinten, bis ich auf die Ellbogen gestützt auf dem Bett ruhte. Sein Blick suchte meinen, als er sich über mich schob. Er hielt an meinen Schenkeln an und küßte mich dort, während er meine Beine mit seinen Schultern weiter spreizte. Sein Mund glitt immer höher. Dann fühlte ich seine Zunge dort, wo ich es am liebsten mochte. Mit rasendem Herzen ließ ich den Kopf in den Nacken fallen. Meine Hand suchte seinen Kopf. Ich vergrub die Finger in seinem Haar, als sein Atem näher und näher rückte. Ich spannte mich an und stieß ein leises Stöhnen aus, als seine Zunge meine empfindlichste Stelle fand und sie zu liebkosen begann. Ich bekomme einfach nicht genug von deinem Geschmack, sagte er, als er höher glitt, halten. Ich hätte nichts dagegen einzuwenden. Nein, sein Atem tanzte über die empfindliche Haut meiner Brüste. Nein, das hättest du nicht. Seine harte Eichel drängte sich gegen die Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen. Im selben Moment schloss Brock die Lippen um eine Brustwarze und liebkoste die andere Brust mit der Hand. Ich konnte nicht mehr atmen. Mein Körper hob sich ihm entgegen und drängte sich gegen ihn. Seine Zunge, seine Zähne und seine Finger jagten Wellen reiner Lust durch meinen Körper. Ich krallte mich fester an seine Haare, als ich ein Bein um seine Hüfte schlang. Brock keuchte ich ungeduldig. Er hob den Kopf, fand meine Lippen und küsste mich. Als er sich wieder von mir löste, fing er meine bitte Brock. Ich liebe es, dich betteln zu hören. Seine Hand glitt zwischen uns, aber darum musst du nicht betteln. Ich zuckte zusammen, als er endlich, endlich in mich eindrang. Ich durfte nicht darüber nachdenken, wie lange ich mir das schon gewünscht hatte, wie lange ich darauf gewartet hatte. Ihr war kein Platz für Gedanken, nur für Gefühle. Ich öffnete die Augen und beobachtete, wie er sich in mich schob. Es war eine unglaublich sinnliche Erfahrung. Er sah mir tief in die Augen. Sein besitzergreifender, fast wilder Blick traf mich vollkommen unvorbereitet. Sein Körper zitterte, als er einen Moment lang innehielt. Dann drängte er nach vorn, bis unsere Hüften sich berührten. Ich schrie auf, fast überwältigt von seiner brennenden Hitze in mir. Das Gefühl war irgendwo zwischen unglaublicher Lust und Schmerz. Alles um mich drehte sich. Ich liebe dieses Geräusch. Seine Lippen fanden meine. Ich werde dafür sorgen, dass du am Ende heiser bist und nicht mehr sprechen kannst. Und das tat er. Brock begann sich zu bewegen. Obwohl es Ewigkeiten her war und ich einen Moment brauchte, um einen gemeinsamen Rhythmus zu finden, schob ich mich ihm entgegen, wann immer er nach vorn stieß. Bald schon bewegten wir uns in perfektem Gleichklang. Er stemmte einen Ellbogen neben meinen Kopf und fand meinen Mund mit seinen Lippen. Seine Hüften stießen in mich, er vergrub sich tiefer und tiefer in mir, wobei die Bewegungen seiner Zunge unseren Takt fanden. Und es begann. Die allumfassende Lust, das Verkrampfen aller Muskeln in meinem Körper. Es war, als würde eine Spirale immer enger zusammengedrückt. Ich keuchte, als ich aus dem Rhythmus fiel, meine Hüften an ihm rieb und meine Finger an der glatten Haut seines Rückens vergrub. Ich war so kurz, so knapp vor dem Orgasmus, dass ich glaubte, sterben zu müssen. Jillian stöhnte er heiser und ein Zittern ergriff seinen starken Körper. In diesem Moment wusste ich, dass er sich zurückhielt und sprach Worte, von denen ich nie geglaubt hätte, dass ich sie je aussprechen würde und die mir später, wenn alles vorbei war, wahrscheinlich unglaublich peinlich wären. Doch in diesem Moment war mir das vollkommen egal. Tu es, flüsterte ich an seinen Lippen. Es war, als wäre ein Käfig geöffnet worden. Brock schob einen Arm unter meine Taille, richtete sich auf, drückte eine Hand auf meinen Bauch und hielt mich fest, als er tief in mich stieß, mich mit jeder Bewegung fast vom Bett hob. Er hielt mich fest, drang tiefer und tiefer in mich ein und ich konnte mich nicht bewegen. Ich liebte es. Mein gesamter Körper zitterte, als ich wurde zu jemand anderem. Ich warf den Kopf in den Nacken, die Augen weit aufgerissen und doch blind für die Welt als Worte über meine Lippen drangen. Schneller, bitte, Brock, bitte. Brock fluchte, als er hart und tief in mich stieß. Und da zersprang ich, kam so heftig, dass ich seinen Namen brüllte. Glühende Lust durchfuhr meinen Körper wie ein außer Kontrolle geratenes Feuer. Ich auf mich sinken ließ, mich in die Matratze drückte. Seine Hüften drängten sich mir entgegen, als er wieder und wieder meinen Namen flüsterte, als wäre er ein Gebet oder ein Fluch. Ich fühlte, wie er zitterte, dann beruhigten sich die Zuckungen in mir, während ich immer noch von Vergnügen geschüttelt wurde. Mehrere Minuten lang rührte sich keiner von uns. Ich konnte mich nicht bewegen. Meine Beine waren weich und meine Arme schlaff. Brock drückte mir einen Kuss auf die Schulter, dann an meinen Hals. Ich drehte den Kopf zu ihm und unsere Lippen trafen sich. Der Kuss war langsam und unglaublich zärtlich. Geht es dir gut? fragte er. Ich glaube, ich bin tot, erklärte ich und streichelte seinen Rücken, auf gute Weise tot. Brock lachte leise, doch selbst das klang zittrig. Er küßte meine Stirn, dann zog er sich langsam aus mir. Ich spürte ein leises Brennen. Bin gleich zurück. Ich rollte mich auf die Seite, als er sich in Richtung Bad entfernte. Es war ein sehr hübscher Anblick. Sobald er das Kondom entsorgt hatte, kam er zurück ins Schlafzimmer. Brauchst du irgendwas? fragte er Wasser. Ich schüttelte den Kopf. Alles gut. Er stand für einen Moment da und starrte mich nur an. Dann machte er sich daran, die Decke vom Bett zu ziehen, was durchaus nicht einfach war, da ich wie erschlagen darauf lag und keine Anstalten machte, ihm zu helfen. Doch schließlich gelang es ihm. Er kam wieder ins Bett, zog die Decke über uns und ließ einen Arm unter mich gleiten. Dann zog er mich an sich, bis ich an seine Seite geschmiegt da lag. Mehrere Augenblicke vergingen, dann sagte er, das klingt jetzt wahrscheinlich unglaublich kitschig, aber ich muss es trotzdem aussprechen. Er zögerte. So war es für mich noch nie. Gewöhnlich geht es nur darum zu kommen, verstehst du? Aber diesmal wollte ich mich nicht gehen lassen. Ich wollte, dass es länger dauert. Das wollte ich noch nie. Glücklich und mit einem warmen Gefühl in der Brust biss ich mir auf die Lippe. Dann sagte ich, ich habe es auch noch nie so erlebt. Also war es wohl für uns beide eine Premiere? Brock lächelte. Das war insgesamt ziemlich gut. Ja, murmelte er, ja, das war es. Wieder verfielen wir in Schweigen. Ich schlug die Augen nieder. Gerade als ich wegdämmerte, sagte Brock zu mir, ich habe gelogen. In Bezug worauf flüsterte ich und ließ meine Hand über die harten Muskeln seines Bauches gleiten. Er zögerte, dann meinte er, als ich dein Date mit diesem Kerl ruiniert habe, war das kein Zufall. Ein kleines Grinsen umspielte meine Lippen und ich vergrub mein Gesicht in seiner Brust. Das habe ich mir schon gedacht. Am ersten Abend, diesem Abend, als wir uns zum ersten Mal wieder begegnet sind, war es ebenfalls kein Zufall. Seine Finger umfassten sanft meinen Arm. Deine Mom hat beiläufig erwähnt, was du planst. Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mal daran. Als ich dort aufgetaucht bin, wusste ich, dass du dort sein würdest. Ich hatte allerdings eigentlich nicht vor, dich anzusprechen. Ich wollte nur, ich wollte dich nur sehen, und ich wollte nicht bis Montag warten. Ich öffnete die Augen. Seine Brust hob sich in einem tiefen Atemzug. Und als ich dich gesehen habe, musste ich einfach mit dir reden. Ich war dort, weil du dort warst. Wahrscheinlich hätte ich deswegen wütend auf Mom und ihn sein müssen, doch ich beschloss, dass es mir egal war. Stalker, murmelte ich. Brock zog mich enger an sich. Ich bereue nichts. Im flackernden Licht der Kerze schloss ich die Augen und lächelte. In den Tagen und Wochen, die auf Thanksgiving und diese Nacht in seinem Haus folgten, veränderte sich zwischen Brock und mir alles und nichts. So kitschig das auch klingen mochte, es war, als wäre ein Märchen wahr geworden. Doch meine kindlichen Fantasien davon, wie es wäre, mit Brock zusammen zu sein, ähnelten in nichts der Realität. Damals hatte ich keinerlei Erfahrung mit, naja, irgendwas gehabt und das geringe sexuelle Wissen, das ich mir in der Beziehung mit Ben angeeignet hatte, wurde auf unglaubliche Weise zunichte gemacht, wann immer Brock mich berührte, mich küsste und mich nahm, im Bett oder auf der Couch oder auf dem Küchentresen oder gegen die Wand gelehnt. Brock war nicht zu befriedigen und dasselbe galt für mich. Ich hatte mich vorher noch nie so gefühlt und dachte endlose Stunden an die Zeit, die wir zusammen verbracht hatten. Ich war im siebten Himmel. Mein Herz flog in den Wolken und mein Kopf strebte ebenfalls dorthin. Brock verbrachte viele Nächte in meiner Wohnung, hauptsächlich weil ich eine richtige Küche besaß. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass er Rage ins Herz geschlossen hatte, auch wenn er das nicht zugab. An den Wochenenden sammelten wir den Kater ein und fuhren zu Brock. Wir bestellten uns etwas zu essen und ich half ihm, so gut ich eben konnte, damit die Küchenschränke abzuschleifen, tauschten unsere Schlüssel aus. Er wusste, dass ich die Pille nahm, aber wir benutzten trotzdem Kondome. Auf der Arbeit verbarg er nicht, dass wir zusammen waren. Er versuchte nicht zu verstecken, wenn er mich küsste, bevor er zu Geschäftsessen verschwand und lächelte mich auch in Meetings geheimniskrämerisch an, wenn wir uns in der Mittagspause einen Quickie erlaubt hatten. Die Angestellten schienen damit kein Problem zu haben. Naja, außer Paul. ein schleimiges Grinsen noch breiter, sobald ihm klar wurde, dass Brock und ich ein Paar waren. Während einer der Sitzungen, als wir verkündeten, dass mein Vater darüber nachdachte, die zwei leeren Räume im ersten Stock in ein Tanzstudio umzubauen, verdrehte er so heftig die Augen, dass ich schon glaubte, sie müssten ihm hinten im Kopf hängen bleiben. Die Sache mit Brock ging allerdings weit über alles Körperliche hinaus. Alles änderte sich. Ich entspannte mich in seiner Nähe. Wenn ich lächelte, dachte ich nicht mehr darüber nach, wie ich aussah und machte mir weniger Sorgen darüber, was die Leute vielleicht dachten. Statt darauf zu hoffen, dass meine Gesprächspartner in wichtigen Sitzungen links neben mir saßen, sorgte ich dafür, dass dem so war. Ich kaufte, zusätzlich zu den Büchern, die ich von zu Hause mitgebracht hatte, noch einige mehr und es würde nicht lange dauern, bis ich ein weiteres Bücherregal benötigte. Ich hoffte darauf, dass Brock wieder anbieten würde, es aufzubauen und dass alles genauso laufen würde, wie beim letzten Mal. Alles hatte sich verändert, trotzdem blieb in einigen kleinen Dingen alles gleich. Wir befassten uns nicht mehr mit der Nacht, in der sich unsere Leben verändert hatten. Es war nicht so, als hätten wir das Thema ad acta gelegt. Wir wussten, dass die Nacht existierte, dass sie immer existieren würde. Sie war ein Teil von uns, doch sie stand nicht länger zwischen uns. Brock sprach nicht über seine Beziehung mit Kristen, nicht einmal, wenn ich nachfragte. Ich konnte einfach nicht anders. Ich war neugierig, wieso sie zusammengeblieben waren und was der wahre Grund für ihre Trennung gewesen war. Doch er war sehr geschickt darin, mir auszuweichen, wann immer unsere Gespräche in diese Richtung drifteten. Und ich war mir nicht sicher, warum er das tat. Offensichtlich gab es da etwas, worüber er nicht reden wollte. Das gefiel mir nicht, aber ich hieß es gut, wie er diesen Gesprächen aus dem Weg ging. Gewöhnlich beinhaltete das Ausweichen seine talentierten Hände und seinen wunderbaren Mund. Mit jedem Tag ließen die nagenden Zweifel, dass alles zu gut war, um wahr zu sein, dass nichts davon real sein konnte, nach. Ich wurde nicht davon geplagt, wenn ich Zeit mit Brock verbrachte. Und die Zweifel hielten mich auch nachts nicht wach, wie die Albträume es getan hatten. Sie traten in den Hintergrund, wurden schwächer, doch ein wenig Skepsis blieb, wie der beißende Duft von verbranntem Holz. Meine Bedenken waren verblasst, doch verschwunden waren sie nicht. Am Montagabend half mir Brock dabei, einen künstlichen Christbaum aufzustellen und zu dekorieren. Wir positionierten ihn vor dem Fenster, das auf den Parkplatz hinaus zeigte. Es war kein großer Baum, nur ungefähr 1,80 Meter hoch und nicht besonders dicht. Aber auf den Astspitzen hing weißer Raureif, der mich an Schnee denken ließ, und die Äste und Beeren waren bereits befestigt. Wie hältst du Rage davon ab, ihn sich vor zu knöpfen? fragte Brock, als er die Lichterkette entwirrte. Du hast recht, es ist ein Albtraum. Ich warf dem Kater einen misstrauischen Blick zu. Er saß bereits in der Nähe des Baumes, die Augen groß und in meiner Einbildung voller Vorfreude. Deswegen habe ich keine Christbaumkugeln. Selbst welche aus Plastik wären sinnlos. Er würde sie innerhalb von Sekunden von den Ästen holen. Aber das Lametta und die Lichter lässt er in Ruhe? Ja, er klettert immer nur bis ungefähr auf halbe Höhe, sitzt dann im Baum und starrt einen daraus an wie eine Nachteule. Brock lachte und steckte die Lichterkette in die Steckdose. Ich gab ihm das Exemplar, das ich gerade entwirrt hatte. Als ich beobachtete, wie er die Lichterketten gekonnt um den Baum wickelte, konnte ich ein Lächeln nicht unterdrücken. Als wir aufgewachsen waren, hatten wir so etwas oft getan. Aber das hier war unser Baum und dieses Schmücken war etwas ganz Besonderes. Ich bin überrascht, dass du den Baum nicht schon vor Thanksgiving aufgestellt hast, meinte er, bevor er ein paar Lichter auf den unteren Ästen zurecht rückte. Ich lachte. Ich habe mich in Bezug auf Weihnachtsdekoration ein wenig beruhigt. Eigentlich ist es immer noch recht früh. Es ist nicht früh, hielt ich dagegen und zog silbernes Lametta aus einer Dose. Wir haben Dezember. Den Zwölften, antwortete er trocken. Sieht so aus. Ich sah zu Rage, der das in der Luft umher flirrende Lametta beugte. Ich hielt inne, damit er Wann fragte ich Besorgst du dir auch einen Baum? Er zuckte mit einer Schulter und griff nach dem Stern. Weißt du, wir haben diese Weihnachtsbaum Sache nie gemacht. Du und Kristen? Er nickte. Wir haben Weihnachten bei ihrer Familie verbracht seit dem letzten Mal, als du bei meinen Eltern warst. Das war der Abend gewesen, als ich vor seinen Augen explodiert war und ihm gesagt hatte, ich wolle ihn nie mehr sehen. Jep. Er warf mir einen kurzen Blick zu. Ich dachte, so wäre es besser. Ich wollte dir nicht die Feiertage versauen. Ein Teil von mir fühlte sich deswegen schlecht, weil Brock Mitglied unserer Familie war und ich das Gefühl nicht unterdrücken konnte, dass ich ihm damit über Jahre etwas genommen hatte. Der andere Teil empfand nicht das geringste Bedauern. Keine Ahnung, was das über mich aussagte. Auf jeden Fall haben wir nie viel Weihnachtsdeko aufgehängt, weder am Haus noch als wir noch getrennt gewohnt haben. Mühelos schob er den Stern auf die Spitze des Baumes, was mich wahrscheinlich eine gute Stunde und eine Menge Flüche gekostet hätte. So was haben wir nie getan. Nicht ein einziges Mal. Wirklich? fragte ich überrascht. Das klingt... Keine Ahnung, wie das klingt. Ein trockenes Lächeln umspielte seine Lippen. Spielt keine Rolle, wie das klingt. Ich stand einen Moment lang nur da, dann wurde mir klar, dass er recht hatte. Ich hängte weiter Lametta nicht auf den Schwanz zu treten. Wirst du mich vermissen, wenn ich Mittwoch wegfahre? fragte Brock, als er zurück trat, um mir Platz zu machen. Vielleicht, meinte ich, bevor ich einen Strang Lametta über einen Ast warf. Brock sollte sich in der Zentrale in Philly ein paar neue Schüler ansehen. Er wollte am Samstag zurückkommen. Ich richtete mich auf, trat zurück und bewunderte den Ich glaube, ich habe etwas noch Schöneres entdeckt. Brock schlang seinen Arm um meine Taille und zog mich an sich, sodass ich meinen Rücken gegen seinen Bauch drückte. Und es verletzte mich ungemein, dass du nur vielleicht gesagt hast. Lachend ließ ich meine Hände auf seinen Unterarm sinken, der meinen Bauch umschloss. Mir war gar nicht klar, dass du so empfindlich bist. Bin ich. Er drehte den Kopf und ich musste keuchen, als sein stoppeliges Kinn über meinen Hals glitt. Dann küsste er mich dort. Mein Ego braucht Streicheleinheiten. Von seinen Berührungen ermutigt, ließ ich eine Hand wandern und griff hinter mich. Meine Finger glitten über den Reißverschluss seiner Hose. Dann meinte ich mit brennenden Wangen, braucht noch etwas anderes Streicheleinheiten. Brocks tiefes Lachen jagte eine wohlige Gänsehaut über meine Wirbelsäule. Das braucht immer Streicheleinheiten. Wirklich? Ich biss mir auf die Lippe, als ich fühlte, wie er hart wurde. Er drängte sich gegen mich. Ich unterdrückte ein Grinsen, löste mich von ihm und drehte mich zu ihm um. Die Art, wie er mich anstarrte, mit zusammengebissenen Zähnen und Augen, die so dunkel waren, dass sie quasi schwarz wirkten, ließ meine Knie weich werden. Mein Herz raste plötzlich in meiner Brust. Ich trat einen Schritt zurück. Was glaubst du, wo du hingehst? fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. Ich dachte, ich könnte mir ein Stück Kürbiskuchen aus dem Kühlschrank holen. Brocks starrte mich an und schüttelte langsam den Kopf. Ich denke, ich möchte mein Dessert jetzt. Du willst auch ein Stück? Genau, ich will ein Stück. Er bewegte sich unglaublich schnell. Innerhalb eines Herzschlages stand er vor mir. Bevor ich auch nur verstehen konnte, was er vor hatte, hatte er sich schon vorgebeugt und einen Arm unter meine Beine geschoben. Ein Wimpernschlag später schwebte ich in der Luft und mein Bauch lag auf seiner Schulter. Ketten hinter uns ließ. Das war nicht die Art von Dessert, von der ich gesprochen habe, keuchte ich. Bist du dir da sicher? Seine Hand landete auf meinem Hintern und ich kreischte vor Entzückung. Das hat dir gefallen. Hatte es. Hatte es wirklich. Meine Haare verdeckten mir das Gesicht und ich war kaum zu Atem gekommen, als mich Brock wieder auf die Beine stellte. Dann glitten seine Hände über meinen Körper und zogen mir in unglaublicher Geschwindigkeit Pulli und Leggings aus. Eine Sekunde später verschwanden auch der BH und meine Unterhose und ich stand vollkommen nackt vor ihm. Verlangen erfüllte mich, als ich ihn ansah, benommen und irgendwie aus der Bahn geworfen. Lustvolle Wärme breitete sich in mir aus, als er in seinen Nacken griff und die Hand in den Kragen seine Sweatshirt schob, um es sich über den Kopf zu ziehen. Sein Körper, fast hätte ich gesabbert. Brock trat an mich heran und schob einen muskulösen Oberschenkel zwischen meine Beine. Ich hob die Hände und drückte sie gegen seine Brust. Ich genoss das Gefühl der Muskeln unter meinen Fingern, ihre definierten Konturen. Er küßte mich nicht. Sein Mund wanderte noch tiefer und schloss Brustwarze. Mein Kopf wurde leer, als er sanft daran saugte. Ich ließ den Kopf in den Nacken fallen, als mich wunderbare Empfindungen überschwemmten. Das ist die Art von Dessert, die ich jede Nacht haben will, sagte er mit rauer Stimme, als er eine Hand fallen ließ und mich nach hinten schob. Meine Lippen öffneten sich, dann schrie ich auf, als er leicht in meine Brustwarze biss. Er musste mich nicht führen. Meine Hüften drängten sich gegen seinen Schenkel und ich rieb mich an ihm. Anspannung baute sich in mir auf und ich fragte mich, ob ich wohl auf diese Art kommen könnte. Ich hielt es für durchaus möglich. Doch dann bewegten wir uns. Sein Arm schloss sich um meine Taille. Brock hob mich hoch und legte mich aufs fühlen. Ich vergrub die Finger in seinem Haar und zog seinen Kopf nach oben. Der Kuss war leidenschaftlich. Ich schlang ein Bein um ihn und hob die Hüften, um mich wieder an ihm zu reiben. Der raue Stoff seiner Jeans hatte einen verheerenden Effekt auf meine Sinne, doch es reichte nicht, um mich kommen zu lassen. Ich will dich in mir, flüsterte ich männliches stöhnen. Du wirst dich in Geduld üben müssen. Nein, jammerte ich. Ich fühlte, wie sich seine Lippen zu einem Lächeln verzogen. Muss ich dir beibringen, geduldig zu sein? Die sinnliche Warnung in seiner Stimme brachte mich zum Lächeln. Vielleicht. Plötzlich, ohne Vorwarnung, ergriff er meine Handgelenke mit einer Hand und hielt sie fest. Er drückte meine Arme an meinen Bauch, als er nach unten glitt, um eine Spur aus Küssen von meinem Mund über meine Brüste und tiefer zu ziehen, bis unter meinen Nabel. Zeig mir, was ich sehen will, sagte er, und ich tat es, spreizte die Beine, während ich meine Hände nicht bewegen konnte. Ich hielt den Atem an und ertrank förmlich in Erregung, als ich auf ihn wartete, auf seinen Mund und seine Zunge. Er zögerte, bis ich begann, mich aus seinem Griff zu winden. Als sein Mund mich endlich fand und er gleichzeitig einen Finger in mich schob, schrie ich auf. Er widmete sich mir, bis ich es kaum mehr aushalten konnte, kurz vor dem Höhepunkt war, und dann hörte er auf. Brock keuchte ich und riss die Augen auf. Ohne etwas zu sagen, stand er auf. Mit einer Hand öffnete er seine Hose, schob sie nach unten und zog sich aus. Selbst in der Dunkelheit konnte ich spüren, dass er mich anstarrte. Meine Hände verzehrten sich danach, ihn zu berühren, doch er hielt sie immer noch fest, auch als er sich wieder über mich schob. Ein Augenblick verging. Mir wurde klar, dass ich ihn so wollte, nackt und ohne Barriere zwischen uns. Wir hatten über Verhütung gesprochen und darüber, dass wir Kondome verwenden wollten. Er wusste, dass ich die Pille nahm, trotzdem hatten wir das Kondom noch nie weggelassen. Bis auf jetzt. Ich fühlte ihn an meiner feuchten Scham, fühlte seine harte, heiße Erektion an meinem Schenkel. Brock hob meine Hände und drückte sie über meinen Kopf in die Matratze. Diese Position wartenden Mund entgegenhob. Ich fühlte das kalte Metall des Medallons auf meiner Haut. Oh Gott, flüsterte ich. Er hob den Kopf, ließ seine freie Hand über meine Wange gleiten, dann über den Hals nach unten zwischen meinen Brüsten hindurch. Ich bekam kaum Luft, als seine Hand über meinen Bauch und meine Hüfte glitt. Ich glaube, ich unter ihm. Ich glaube, ich glaube, das würde mir gefallen. Oh Baby, du würdest es lieben. Seine Hand schloss sich um seine Erektion. Ich stöhnte, als er langsam in mich eindrang. Aber ich will dich berühren, keuchte ich. Ich weiß. Er glitt quälend langsam in mich. Ich spürte, wie er mich ausfüllte, wie ich brannte, und ich genoss diese Empfindungen, wünschte mir mehr stöhnte Brock. Sein Körper zitterte vor Anstrengung, sich zurückzuhalten. Das ist unfassbar gut. Er ließ seine Hüften vorschießen, und mein lustvolles Keuchen ging in seinem lauten Stöhnen unter. Wie immer war es fast zu viel, und als er anfing, sich zu bewegen, glaubte ich, sterben zu müssen. Ich sehnte mich danach, ihn zu berühren, doch ich konnte meine Hände nicht befreien, also ergab ich mich ihm, dem fast schmerzhaften Druck an meinen Handgelenken, seiner subtilen Folter. Tief in mir vergraben hielt Brock einen Moment still. Dann begann er sich zu bewegen. Er zog sich zurück, bis ich ihn kaum noch in mir spürte, dann stieß er nach vorn, so tief er konnte. Seine Stöße trieben mich war, als er sich noch schneller bewegte. Seine freie Hand glitt an meine Hüfte, schling die Beine um mich. Das musste er mir nicht zweimal sagen. Es schien unmöglich, doch auf diese Art drang er noch tiefer in mich ein. Du bringst mich um, keuchte ich. Noch nicht. Und dann tat er er es doch. Brock stieß wieder und wieder in mich, hielt inne, um sich an mir zu reiben und jedes Mal, wenn er das tat, traf er genau diese Stelle. Ich warf den Kopf von rechts nach links, als die Anspannung immer weiter anstieg, bis sie in mir explodierte. Ich explodierte, konnte nicht mehr reden, konnte nicht mehr atmen, ich konnte nicht mal seinen Namen stöhnen. Ich wurde in den Himmel katapultiert und er folgte mir, vergrub seinen Kopf an meinem Hals, Es dauerte eine Weile, bis der Sturm nachließ, bis Brock den Kopf hob und mir einen Kuss auf den Hals drückte, bevor er seine Finger von meinen Handgelenken löste und sagte, jetzt könnte ich ein Stück von diesem Kürbiskuchen gebrauchen, lachend drehte ich natürlich kicherte ich beweg dich nicht nicht mal ein Zentimeter er zog sich aus mir und rollte sich vom Bett um auf die Beine zu springen er blieb nur ein paar Minuten weg und als er zurückkehrte hatte er den Kuchen und eine Dose Schlagsahne in der Hand die Schlagsahne landete allerdings nicht auf dem Kuchen Brock verbrachte die Nacht damit mir zu zeigen was man früh am Donnerstag Morgen klingelte mein Bürotelefon ich hatte gerade die Schlagzeilen des Tages im Netz überflogen und war noch nicht bereit für irgendetwas was echte Denkleistung erforderte erst musste ich die erste Tasse Kaffee austrinken da es ein Anruf aus der Academy in Philly war vermutete ich dass entweder mein Vater oder Brock anriefen Hallo Hey Liebes es war Dad ich hab dich auf laut gestellt Brock ist hier vermisst du mich drang Brocks Stimme aus dem Off ich verdrehte die Augen gleichzeitig wurde ich rot denn dass wir vor meinen Eltern so offen mit unserer Beziehung umgingen löste in mir den Drang aus zu kichern wie eine 13 jährige nicht nicht besonders antwortete ich grinsend Autsch antwortete er mit einem Lachen darüber sprechen wir wenn ich wieder zu Hause bin ich riss die Augen auf hatte er gerade angedeutet was ich vermutete vor meinem Dad am liebsten wäre ich unter den Schreibtisch gekrochen gleichzeitig saß ich wie versteinert da weil ich seine Finger um meine Handgelenke spüren konnte die mich festhielten während er gute Güte ich ließ meine Stirn in die Hand sinken räusperte mich und beschloss seine Aussage einfach zu ignorieren was ist los wir dachten wir rufen mal an um dir die Neuigkeiten höchst persönlich zu überbringen meinte mein Vater sofort richtete ich mich auf mein Blick huschte durch das Büro und landete auf dem etwa einen Meter großen Weihnachtsbaum den ich gestern im Supermarkt entdeckt er war bereits dekoriert gewesen und ich hatte mir eine Zeitschaltuhr dazu gegönnt so dass der Baum leuchtete wann immer ich mich im Büro auffiel ohne dass ich die Lichterkette andauernd an- und ausknipsen musste die einzigen Neuigkeiten mit denen ich rechnete hatten damit zu tun ob wir die Idee mit dem Tanzstudio weiterentwickeln durften gute Nachrichten fragte ich hoffnungsvoll Brock lachte leise wenn die Nachricht schlecht wäre glaubst du ich wäre bei deinem dad im Büro meine hoffnung schlug in aufregung um du bist dafür ich bin dafür antwortete dad ich sprang vom Stuhl auf und tanzte im Kreis während ich stumm in den hörer schrie danke sagte ich dann erstaunlich ruhig du wirst es nicht bereuen du bist aufgestanden und springst darum richtig fragte Brock trocken ich hüpfte weiter um meinen Stuhl antwortete aber nein tue ich nicht es gibt eine bedingung fuhr dad fort deine freundinnen müssen einen vertrag unterschreiben in dem sie zustimmen ihr Tanzstudio acht jahre lang bei uns zu betreiben wir investieren eine menge geld wir wollen nicht dass wir es ausgeben nur damit sie uns dann sitzen lassen absolut verständlich ich setzte mich übersprudelnd vor begeisterung ich bin mir sicher dass sie zustimmen ruf sie noch heute an sagte dad wenn sie zustimmen werde ich den vertrag nächste woche aufsetzen lassen dann können wir vor weihnachten alles unter dach und fach bringen werde ich machen ich presste den hörer so fest an mein ohr dass ich sicher war das plastik knirschen ehrlich dad danke dass du an die idee glaubst es ist nicht die idee an die ich glaube sondern an dich erklärte er und brock ich glaube an euch beide unerwartete gefühle schnürten mir die kehle zu das büro verschwamm vor meinen augen das von ihm zu hören gott darauf hatte ich lange zeit gewartet ich schaffte es irgendwas zu sagen was halbwegs professionell klang dann erklang brocks stimme an meinem ohr du bist nicht mehr auf lautsprecher sagte er ein moment verging fühlst du dich gut alles okay ich fühle mich toll gestand ich heiser dann sagte ich wegen allem was wir in den letzten wochen geteilt hatten und weil ich mich so wunderbar fühlte nicht ganz wenn du hier wärst wäre alles perfekt es folgte ein kurzes schweigen ich komme zurück sobald ich kann ich freue mich auf dich ruf die mädels an sie sollen es auch erfahren und genau das tat ich ich erreichte theresa direkt beim ersten versuch avery war praktischerweise bei ihr es gab eine menge gekreische auf der anderen seite des hörers ich fürchtete schon bei theresa würden vorzeitig die wehen einsetzen danke sagte avery heiser ich hatte den eindruck dass sie weinte du hast ja gar keine ahnung wie viel uns das bedeutet wie viel mir das bedeutet wieder stiegen mir tränen in die augen ich glaube ich kann es mir vorstellen ich bin sehr froh dass ich euch helfen konnte ich holte tief luft und versuchte mich zu beruhigen okay also sind die acht jahre okay für euch natürlich antwortete theresa sofort ja stimmte avery zu das habe ich mir schon gedacht ich werde die info weitergeben und wahrscheinlich bekommen wir schon nächste woche den pachtvertrag erklärte ich dann fangen wir an verschiedenen bauunternehmen die räume zu zeigen und angebote einzuholen es gestaltete sich ein wenig schwierig das telefonat zu beenden weil sie nicht aufhören konnten sich bei mir zu bedanken wir verabredeten uns für sonntag zum brunch wenn theresa bis dahin nicht schon ihr baby bekommen hatte und sie versprachen mir mich dann noch mal fest zu drücken an diesem tag konnte ich einfach nicht anders als mit einem breiten grinsen im gesicht herum zu laufen es ließ sich nicht unterdrücken schließlich half ich zwei ganz besonderen frauen dabei ihren traum zu verwirklichen und mein vater glaubte an mich freitag nach dem mittagessen sah ich er hatte nicht angeklopft er hatte sich nicht bemerkbar gemacht er war einfach hereingekommen und sagte jetzt können sie das hier so schnell wie möglich brock zukommen lassen mit diesen worten ließ er die papiere auf meinen schreibtisch fallen ich zog die augenbrauen hoch als ich auf das hinunter sah was er so respektlos vor meine nase geschmissen hatte ich wollte gerade darauf hinweisen dass ich brock zwar vor montag sehen würde aber kaum diese papiere mitnehmen würde als etwas meine aufmerksamkeit erregte ich schnappte mir die dokumente und überflog sie eilig was ist das fragte ich paul hatte mein büro schon verlassen ich musste ihn zurück rufen und als er wieder reinkam starrte er mich wortlos an wofür sind diese absatz pläne und kosten vor ans schläge seine mine wurde höhnisch wonach sieht es denn aus oh man ich war wirklich kurz davor in den zicken modus zu schalten es sieht aus wie eine planung für die räume im ersten stock für die räume c und d genau das ist es auch erklärte er gedehnt und verschränkte die arme vor der brust ich legte den kopf schräg ihnen ist schon klar dass wir bereits pläne für diese räume haben diese tanz sache klar weiß ich das aber ehrlich das wird doch sowieso nie passieren dann lachte er er lachte ich wollte bis zehn zählen und kam bis zwei es wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben aber diese tanz sache für die räume c und d wurde genehmigt ich griff nach den gehefteten papieren also werden sie ihre tolle idee für einen der anderen räume ummodeln müssen er blinzelte und starrte mich an als wäre mir plötzlich ein zweiter kopf gewachsen was das tanzstudio wurde genehmigt der vertrag wird am montag unterschrieben ich brauche die zwei räume tut mir leid sagte ich und legte die dokumente zurück auf meinen schreibtisch die räume sind bereits verplant sie können ich brauche zumindest Raum d das ist der einzige Raum in dem man laut dem Grundriss und den Verkabelungsplänen auch eine Küche einbauen kann blaffte er mit rotem Gesicht ich schüttelte den Kopf weil ich einfach nicht mehr wusste was ich sagen wollte das ist scheiße explodierte Paul ich zuckte unwillkürlich zusammen dann stieß er ein harsches Lachen aus wieso bin ich eigentlich überrascht mal ehrlich natürlich wurde diese sich abwenden ich habe keine Ahnung was der Auslöser war doch mein Rücken wurde so steif als hätte mir jemand eine Eisenstange in die Wirbelsäule gerammt das ist einfach nicht richtig die Art wie er mit mir sprach wie er mich ansah dieser Mann musste mich nicht mögen aber er musste mich respektieren musste meine Position und meine Autorität respektieren was hatte ich mir selbst vorgenommen ich würde das nicht tolerieren ich war nicht mehr die 19 jährige Jillian die sich von Leuten als Fußabtreter benutzen ließ die von einem Kerl in die Enge getrieben wurde das war ich einfach nicht mehr oh nein ich hatte keine üble Schusswunde im Gesicht überlebt um diesen schwanzlosen Mistkerl so mit mir reden zu lassen Paul rief ich er hielt an und drehte sich mit ungeduldiger Miene um was die Haare in meinem Nacken stellten sich auf da war er dieser Tonfall er sorgte dafür dass ich aus der Haut fahren wollte schließen sie die Tür und setzen sie sich bitte seine Augen funkelten gleich beginnt eine Trainingseinheit bitte schließen sie die Tür und setzen sie sich wiederholte ich weil ich nicht vorhatte ihn damit davon kommen zu lassen der Kurs wird warten müssen Paul zögerte einen Moment lang dann drehte er sich um ich sah dass seine Lippen sich bewegten und wusste genau dass er etwas vor sich hin murmelte als er die Tür schloss dann ließ er sich viel Zeit damit zum Stuhl zu schlendern und sich hin zu setzen kampfes lustig erwiderte er meinen Blick ich holte Tiefluft wie ihnen vielleicht bekannt ist ist mein Hörvermögen eingeschränkt ich bin auf dem rechten Ohr taub ein interessanter Nebeneffekt dieser Tatsache ist dass ich genauer auf Leute achten muss wenn sie sprechen ich muss Gesprächen genau folgen die Lippen meiner Gesprächspartner beobachten und ihre Körpersprache lesen Paul wirkte als würden ihn meine Worte zutiefst langweilen ich verschränkte die Hände ineinander und legte sie auf den Tisch ich muss nicht unbedingt hören was sie vor sich hin murmeln um zu erkennen dass sie keinerlei Respekt vor mir haben ein überraschter Ausdruck huschte über sein Gesicht Entschuldigung sie sprechen mit mir als wäre ihnen nicht bewusst dass ich ihre Vorgesetzter bin seine Lippen wurden dünn und er rutschte auf seinem Stuhl herum Brock ist mein Vorgesetzter ja und nein er ist ihr Vorgesetzter aber ich bin es ebenfalls sagte ich ruhig besonders wenn er nicht da ist denn dann vertrete ich ihn sie müssen mich nicht mögen absolut nicht aber sie müssen mir Respekt erweisen eine leichte röte bildete sich auf seinen Wangen ich habe keine Ahnung wie sie auf die Idee kommen ich würde sie nicht respektieren ich glaube sie reagieren über er würde gleich eine Überreaktion bekommen denn mein kopf war kurz davor sich im kreis zu drehen wie im exorzisten wagen sie es nicht mich wie eine idiotin zu behandeln paul ich fragte mich ob er das überhaupt verstand er atmete tief ein seine nasenflügel blähten sich auf und ein moment lang herrschte angespannte stille respekt verdient man sich sagte er dann man bekommt ihn nicht meine miene ausdruckslos zu halten und in welcher hinsicht habe ich ihren respekt nicht verdient ihrem vater gehört die academy schoss er zurück und sie schlafen mit dem boss aus welchem grund haben sie diesen job verdient hoppla das hatte er nicht gerade wirklich zu mir gesagt oder meine wut drohte über zu kochen mein erster impuls war ihn zu feuern auf der Stelle denn auch wenn ich erst mit brock darüber sprechen musste wenn ich jemanden hinausschmiss war ich mir doch hundertprozentig sicher dass er meine entscheidung gutheißen würde doch paul zu feuern war zu einfach lassen sie mich ihnen etwas erklären paul ich ich wurde in die lima academy hineingeboren und bin hier aufgewachsen es gibt absolut nichts was sie wissen und ich nicht es ist nicht einfach nur ein job für mich sondern teil meiner familie das blut das durch meine adern fließt hat diese einrichtung aufgebaut wenn sie kein problem damit gehabt haben dass mein onkel die academy hier in marginsburg geführt hat sollten sie auch keine probleme mit mir haben erklärte ich meine haut kribbelte auf ihre zweite aussage muss ich nicht eingehen werde es aber trotzdem tun ja ich bin mit brock zusammen wir sind ein paar das sollten sie vielleicht in betracht ziehen wenn sie das nächste mal den mund aufmachen um mit mir zu sprechen die röte verschwand aus seinen wangen paul wurde bleich auch wenn mir brock aufgrund unserer beziehung bei der arbeit ich sicher dass weder er noch mein vater solche andeutungen gutheißen würden doch noch wichtiger mir gefällt es nicht das ist das erste und einzige mal dass ich dieses gespräch mit ihnen führen werde warnte ich und schob das kinn vor wir können zusammen arbeiten wir können weiterhin unser bestes geben die laimer academy zu einem top schulungszentrum aufzubauen was auch die idee mit dem tanzstudio einschließt die den traum meines vaters noch erweitern könnte oder sie können sich einen anderen job suchen es ist ihre wahl sorgen sie nicht dafür dass ich sie für sie treffen muss pol schwieg das wäre für den moment alles er blieb noch ein paar augenblicke stumm sitzen dann nickte er kurz ich beobachtete wie er aufstand und mit steifen Schritten mein Büro verließ die Lichtfeld verschwunden war atmete ich tief durch und lachte es war ein zittriges angespanntes lachen denn ein kleiner teil von mir konnte einfach nicht glauben dass ich das wirklich getan hatte war ich gerade wirklich für mich selbst und meine entscheidungen eingestanden und hatte jemandem eine verbale ohrfeige verpasst am liebsten hätte ich mir selbst auf die schulter geklopft zum Teufel mit dem Schulter rächelnd wandte ich mich wieder dem Computer zu und arbeitete weiter ich fühlte mich keine Ahnung stark selbstbewusst kompetent ich fühlte mich wie sich Steph meines Erachtens immer fühlte und es war toll das grinsen verweilte mehrere stunden lang auf meinem Gesicht während ich mich durch die e-mails grub inzwischen war es fast vier uhr nachmittags und der kleine Weihnachtsbaum funkelte und glitzerte in der verblassenden Nachmittagssonne ich wollte mich gerade in Richtung Snackautomat begeben als jemand leise an meine Tür klopfte ich sah auf und mein Atem stockte Kristen morgen stand in der Tür zu meinem Büro ich blinzelte weil ich glaubte zu halluzinieren doch sie war es wirklich gekleidet in eine dunkle Jeans und einen weißen Rollkragen Pulli der ihren schlanken Oberkörper umschmeichelte sah sie aus als wäre sie gerade den Seiten eines Modekatalogs entstiegen hatte sie das falsche Büro erwischt falls ja wieso verdammt noch mal wollte sie Brock sehen ich weiß dass es unerwartet kommt aber ich habe gehofft du hättest einen Moment Zeit für mich sagte sie eine manikürte Hand am Tür knauf weil ich wirklich dringend mit dir sprechen muss worüber ich war vollkommen perplex sie betrat das Büro und schloss die Tür hinter sich ich muss mit dir über Brock sprechen du hast verdient die Wahrheit zu erfahren Welche Wahrheit fragte ich weil ich wirklich keine Ahnung hatte wovon sie sprach Kristen deutete auf einen Stuhl darf ich so höflich ich nickte dann als sie sich setzte und ihre Tasche auf dem Boden abstellte gelang es mir endlich mich aus der Erstarrung zu lösen warte eine Sekunde ich legte meine Hände auf den Schreibtisch plötzlich sehr wachsam was willst du wirklich hier wir haben in unserem gesamten Leben vielleicht eine handvoll worte gewechselt und jetzt tauchst du plötzlich hier auf um mir die Wahrheit über irgendwas zu erzählen du hast jedes recht misstrauisch auf meinen Besuch zu reagieren sie schlug ihre unglaublich langen Beine übereinander wenn du es wärst die bei mir auftauchen würde ginge es mir genauso ihr schwaches Lächeln erreichte nicht ihre Augen ich weiß dass Brock nicht da ist deswegen bin ich heute gekommen mir wurde kalt woher weißt du das ich war jahrelang mit ihm zusammen wir waren verlobt und haben noch einige gemeinsame Freunde die für deinen Vater arbeiten erklärte sie jemand hat beiläufig erwähnt dass er in Philly ist beiläufig mir meine instinkte warnten mich dass ich dieses gespräch sofort beenden musste bevor sie anfing mir ihre wahrheit zu verkünden ich kannte christen nicht gut Brock hatte nie etwas schlechtes über sie gesagt aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen dass dieser besuch altruistische gründe hatte ich habe heute sehr viel zu tun setzte ich an also kann ich nicht hat dir brock erzählt dass ich schwanger war schickten im keim und auch meine atmung setzte für einen moment aus es kostete mich mehrere sekunden bis es mir gelang ein wort heraus zu pressen was anscheinend nicht das überrascht mich nicht sie legte den kopf schräg das blonde haar glitt über ihre schulter nach vorn es überrascht dich wahrscheinlich nicht mal besonders du kennst ihn seit ihr klein seid also weißt du dass er kein großer redner ist brock redete durchaus zumindest mit mir ich hatte das gefühl als würde sich der raum um mich drehen du warst schwanger sie schlug die augen nieder als sie langsam nickte wir waren noch nicht allzu lange zusammen als es passierte vielleicht zwei jahre ich nahm die pille aber nicht immer regelmäßig sie lachte leise damals war ich nicht besonders verantwortungsbewusst und sie holte tief luft da du jetzt mit brock zusammen bist weißt du ja wie er ist er fickt gern mein magen hob sich und in meinem kopf schrillten die sirenen die schwangerschaft war nicht von dauer fuhr sie fort bevor ich irgendetwas sagen konnte das hat mich fast zerrissen ich hatte damals nicht schwanger werden wollen doch sobald ich es herausgefunden hatte war ich glücklich und er war glücklich ich liebte ihn als ich das baby verlor hat mich das vollkommen fertig gemacht ich wusste einfach nicht was ich sagen sollte brock hatte nie erwähnt dass kristen schwanger gewesen war allerdings sprach brock wirklich selten über kristen drei monate nachdem ich das baby verloren hatte hat er mir einen heiratsantrag gemacht sagte sie wie du weißt habe ich ja gesagt ich zuckte zusammen es es tut mir leid zu hören dass du das kind verloren hast ich wusste nichts davon aber wieso erzählst du mir das alles ich erzähle es dir weil ich genau wusste warum brock mir diesen heiratsantrag gemacht hat ich habe es geschafft mich selbst davon zu überzeugen dass meine befürchtung unsinn waren aber ich habe mich geirrt sie suchte meinen Blick und ihre Augen glänzten als kämpfe sie gegen Tränen an ich wollte glauben dass er mich heiraten wollte weil er mich liebte aber so war es nicht brock hat mich gebeten ihn zu heiraten weil er sich schuldig fühlte er hatte das Gefühl für meine fehlgeburt verantwortlich zu sein wieso wieso sollte er sich verantwortlich fühlen unsere beziehung lief damals nicht besonders gut er reiste viel und ließ mich oft allein ich war gestresst wir haben uns oft gestritten er konnte nichts dafür natürlich nicht aber er gab sich selbst die schuld sagte sie so ernsthaft dass ich mir nicht sicher war wie ich damit umgehen sollte und deswegen hat er mich gebeten ihn zu heiraten er wollte mich wieder glücklich machen eine Weile lang hat es funktioniert doch mir ist bald klar geworden dass er nur deswegen mit mir zusammen war weil er sich schuldig fühlte nicht weil er mich wirklich liebte das ist so seine Art mir wurde kalt und es fühlte sich so an als würden meine Eingeweide erfrieren Brock fühlte sich in Bezug auf mich schuldig doch diese Schuld reichte nicht im mindesten an das heran was er deinetwegen empfand sie schlug die Augen nieder und zog die Schultern hoch ich war in diesem Abend da am Abend vor sechs Jahren ich wusste wer du warst in dem Moment als du mit Brock gesprochen hast ich konnte sehen wie viel er dir bedeutete und ich konnte auch sehen dass sich Brock deiner Anwesenheit kaum bewusst war sie schüttelte den Kopf und atmete tief durch jeder konnte es sehen du bist gegangen und er ist bei mir geblieben ich hatte Mitleid mit dir meine Finger krümmten sich bis ich meine Fingernägel in meine Handfläche gruben ich stand neben ihm als ein Typ in Smonas kam und schrie dass jemand angeschossen worden sei wir sind nicht sofort nach draußen gegangen seine Freunde schon Colton und Reese sie sind losgerannt ich weiß nicht mehr wie wir erfahren haben dass du es gewesen bist aber wir haben es gehört dann hat dich Brock auf dem Boden liegen sehen es war nur ein kurzer Blick weil ihn einer der Brüder sofort nach hinten gedrängt hatte doch ich werde den Ausdruck in seinem Gesicht niemals vergessen sagte sie ihre Miene wirkte fast geistes abwesend so wie er sich die Schuld für meine Fehlgeburt gegeben hat gab er sich auch die Schuld für deine Verletzung es war aber nicht seine Schuld erklärt ich ihr bestimmt das weiß ich du weißt es auch aber niemand nicht ich und nicht einmal du können etwas daran ändern als was er es empfunden hat besonders nach dem Weihnachtsfest als er mich mit ins Haus deiner Familie genommen hat ich wollte dich nur wissen lassen dass ich dagegen war euch zu besuchen sagte sie ich wollte nicht dass er dort mit mir auftaucht weil ich wusste was das mit dir und ihm anrichten würde alles in meinem Kopf drehte sich Chris nicht diese Schuldgefühle wehrten die ganze Zeit während wir zusammen waren es war eine offene Wunde die Einfluss auf jeden Teil unseres Lebens hatte unterbrach sie mich meine Handflächen schmerzten so fest grub ich meine Fingernägel in die Haut sechs Jahre lang warst du das einzige worüber er wirklich sprach ich schnappte nach Luft sie errötete er hatte viel mit deiner Familie zu tun und ich wusste dass er mit deiner Mom über dich sprach ich habe es unzählige Male mitbekommen ihn aber nie darauf angesprochen ich dachte wenn er wüsste dass es dir gut auf unsere Zukunft aber das hat er nie getan er hat nie aufgehört über dich zu reden sie stieß ein bitteres lachen aus was glaubst du wie ich mich dabei gefühlt habe es war schlimmer als mit jemandem zusammen zu sein der in Wirklichkeit jemand anderen liebt ich schlug mir die Hand vor den Mund unfähig etwas dazu zu sagen tatsächlich wäre es mir sogar lieber gewesen wenn er dich geliebt hätte zumindest hätte ich ihn dann an die Liebe verloren nicht an jemanden für den er eine merkwürdige Art von Verantwortung empfindet ihre roten lippen wurden dünn kurz bevor er unsere Verlobung gelöst hat habe ich ihn sogar gefragt ob er dich liebt ob er sechs Jahre mit mir verbracht hat obwohl er jemanden anderen liebt der Raum drehte sich immer noch und ich wollte nicht hören was Kristen zu sagen hatte doch ich hielt sie auch nicht davon ab weiter zu sprechen die Frau die gerade noch jemandem eine verbale Ohrfeige verpasst hatte war verschwunden ich saß wie versteinert auf meinem Stuhl unfähig die Katastrophe aufzuhalten er hat gesagt er würde dich nicht lieben nicht auf die Art die ich meinte ich starrte sie an und verstand was sie teilen lesen sie hatte mir gerade erklärt dass Brock mich auch jetzt nicht liebte wir hatten diese worte auch noch nicht ausgesprochen sie könnte damit also recht haben aber herauszufinden ob er mich liebte oder mich jemals so lieben könnte wie ich ihn liebte wie ich ihn immer geliebt hatte das hätte ich selbst herausfinden wollen doch dafür war es jetzt zu spät als er beschlossen hat sich aus dem octagon zurück zu ziehen und anfing mit deinem vater über den job hier zu sprechen wusste ich dass er einen weg finden würde wieder kontakt zu dir aufzunehmen denn ich habe ihm keine sekunde lang geglaubt dass er daran interessiert ist hier nur als geschäftsführer zu arbeiten er hat versucht dir irgendwie nahe zu kommen ich habe ihn vor die Wahl gestellt und er hat sich für seine schuld gefühle entschieden deswegen haben wir uns getrennt okay platzte ich heraus die ganze sache klingt verrückt und ich weiß nicht was ich dazu sagen soll tut mir leid dass es zwischen euch nicht funktioniert hat glaubst du wirklich ich denke mir das nur aus hat er mit dir etwa nie über seine schuld gefühle gesprochen doch das hatte Brock getan sie schob das Kinn vor hat er dir erzählt dass ich ihn viele viele male kontaktiert habe seitdem er hierher gezogen ist was ich erstarrte kristen beugte sich vor ich wollte ihn zurück ich bin frau genug um das zuzugeben wir haben darüber gesprochen an dem wochenende als er zurück nach philly gekommen ist um um sein Haus zu verkaufen mir rutschte das Herz in die Hose als er nach dem wochenende zurückgekommen war hatte er gewirkt als hätte er nicht geschlafen kristen war ihm hierher gefolgt kein einziges mal hatte er darüber gesprochen dass sie wieder mit ihm zusammen kommen wollte oder dass sie regelmäßigen Kontakt suchte er wart an diesem wochenende zusammen sie biss sich auf die unter lippe ein Teil von mir möchte ja sagen weil Brock vielleicht nur vielleicht wenn du ihn aus deinem Leben wirst irgendwann dazu fähig wäre mit mir dort weiter zu machen wo wir aufgehört haben aber ich werde nicht lügen ich habe natürlich versucht ihn wieder für mich zu gewinnen sie lachte wieder es klang gleichzeitig verletzt und hart doch es ist nichts passiert auch wenn ich mein bestes gegeben habe am liebsten hätte ich sie geschlagen ehrlich diese Frau die genau wusste dass ich Brocks neue Freundin war saß hier vor mir und erzählte mir dass sie immer noch versuchte ihn zu verführen was zur Hölle soll das blaffte ich hörst du dir eigentlich selbst zu ja das kannst du mir glauben warum bist du hier verlangte ich zu wissen was soll das alles ich versuche dir einen gefallen zu tun ich versuche dich davor zu bewahren denselben Fehler zu machen wie ich und dich vollkommen zur närren zu machen wie ich es getan habe ich zog die augenbrauen hoch wirklich und das soll ich glauben du sitzt hier und erzählst mir dass du immer noch in den man verliebt bist mit dem ich zusammen bin und ich soll dir glauben dass du mir damit einen gefallen tun willst ich bin nicht mehr in ihn verliebt ich habe meine Lektion gelernt erklärte sie mit glänzenden Augen und ja ich tue dir einen gefallen denn wenn du nach all den Jahren immer noch in ihn verliebt bist hast du genauso viel Zeit verschwendet wie ich er ist nicht mit dir zusammen weil er dich liebt er ist mit dir zusammen weil er denkt er hätte dein Leben ruiniert mir blieb der Mund offen stehen als er erfahren hat dass du das College geschmissen hast hat ihn das vollkommen aus der Bahn geworfen als er herausgefunden hat dass du mit jemandem ausgehst den deine Eltern nie kennengelernt haben hat ihn das fertig gemacht als er gehört hat dass du wieder Single bist und allein lebst hat es ihn zerrissen er hat sich für all das verantwortlich gefühlt was seit der Nacht in der du angeschossen wurdest in deinem mal glauben aber er würde für dich bis ans Ende der Welt gehen sagte sie und schnappte sich ihre Tasche vom Boden nur nicht aus Liebe meine Hände begannen zu zittern du solltest jetzt gehen Kristen schüttelte den Kopf als wäre ich eine dumme Nuss die einfach nicht verstehen wollte warum ist er genau jetzt mit dir zusammen wenn er dich wahrhaftig lieben würde als Frau wie als Partnerin warum hat er dann sechs Jahre lang gewartet es gab wahrscheinlich tausend Gründe warum es Brock und mich sechs Jahre gekostet hatte wieder zueinander zu finden und jeder einzelne würde Sinn ergeben doch ich wusste auch dass Brock wegen dem was mir geschehen war schwere Schuldgefühle empfand das wusste jeder er hat nicht nur das Gefühl dir gegenüber verpflichtet zu sein er denkt auch dass er deinem Vater etwas schuldet und er glaubt er könne sich bei dir und deinem Vater gleichzeitig revanchieren indem er mit dir zusammen ist ich zuckte zusammen weil mir dieser Gedanke selbst schon gekommen war mehr als einmal es war als hätte Kristen ihn aus meinen dunkelsten Gedanken geangelt sie stand auf sei nicht wie ich verbring nicht Jahre deines Lebens damit dich davon zu überzeugen dass er aus den richtigen Gründen für dich da ist sie drehte sich um dann sah sie über die Schulter zu mir zurück viel Glück Jillian ich saß noch lange nachdem Kristen verschwunden war unbeweglich da unfähig ihre Worte zu verarbeiten ich konnte sie nicht mit einem Lachen abtun oder einfach ignorieren weil sie Sinn ergaben das alles ergab viel zu viel Sinn gestern ist Asche morgen ist Holz nur heute brennt hell das Feuer altes Eskimo Sprichwort ich weinte nicht ich flippte nicht einmal aus nachdem Kristen verschwunden war ich rief Brock nicht an ich brachte meinen Arbeitstag in der Academy normal zu Ende und dann fuhr ich nach Hause ohne mir einen riesigen Teller Käse Pommes zu gönnen auf den ich mich zuvor noch so gefreut hatte ich fuhr nach Hause und fand mich in meinem Schlafzimmer wieder wo ich all die wunderbaren Bücher anstarrte die ich von zu Hause mitgebracht hatte ich war wie betäubt als ich wieder und wieder alles durchging was Kristen gesagt hatte ich hätte niemals damit gerechnet dass sie auftauchen und all diese Dinge sagen würde selbst doch einiges hatte mich nicht überrascht ich hatte immer gefürchtet dass Brock hier war und wieder in meinem Leben und mit mir zusammen weil er das Gefühl hatte dass es so sein müsste und das tat so weh dass ich es fast als körperlichen Schmerz fühlte die Angst sorgte dafür dass mir die Brust so eng wurde als säße ein Gorilla darauf die Angst raubte mir den Appetit die Angst nahm den Erfolgen der letzten Tage jeden Glanz und ich hasste es ein Teil von mir wollte einfach ignorieren was Kristen gesagt hatte und zwar ein großer Teil denn genau das hätte die alte Jillian getan die jenige die keinen funken feuer besaß diese alte Jillian hätte sich zufrieden gegeben sie hätte einfach so getan als wäre alles in Ordnung weil das einfacher und doch ich wusste dass ich Christens Worte niemals vergessen würde sie waren meinem Kopf eingebrannt und würden dort bleiben egal wie sehr ich mich bemühte sie zu verdrängen ich hob den Arm und ließ die Fingerspitzen über die Rücken der Bücher im Regal gleiten bevor ich die Hand wieder sinken ließ aber ich war nicht mehr die alte Jillian das Gespräch mit Kristen hatte wieder all die Zweifel hervorgerufen die ich in den letzten Wochen verdrängt hatte sie waren nun wieder an die Oberfläche gestiegen und sorgten dafür dass sich mein Körper und meine Seele zerbrechlich anfühlten ich konnte nicht einfach so tun als hätte es dieses Gespräch mit Kristen nicht gegeben es half nicht mir zu wünschen es hätte nie statt gefunden ich konnte mich nicht mit der Angst abfinden die schon existiert hatte bevor Kristen durch die Tür getreten war ich musste mit Brock sprechen ich war mir nur nicht sicher ob er all dem etwas entgegensetzen konnte ich fürchtete dass es hier um mehr ging als nur um ihn ich fürchtete dass mich Christens Worte wegen meiner eigenen Probleme so aus der Bahn geworfen hatten meiner Zweifel meines Selbstbewusstseins meiner Ängste ich ahnte dass an all dem grundsätzlich ich schuld war ich und mein eigenes verkorkstes selbst und ich wusste nicht wie ich daran etwas ändern sollte eine Hand glitt über meinen nackten Arm bis zu meiner Hüfte und schob die Decke nach unten die raue Handfläche glitt über meinen nackten Oberschenkel und jagte ein heißes Kribbeln über meine Haut Baby seine tiefe Stimme bewegte die Strähnen an meiner Schläfe ich spürte eine harte warme Brust die sich gegen meinen Rücken drückte und öffnete blinzelnd die Augen verwirrt drehte ich den Kopf Brock er küsste meinen Mundwinkel du klingst als wärst du dir nicht sicher ob ich es bin die berührung seines stoppeligen kinns an meinem hals ließ mich keuchen wer sollte sonst um ein uhr morgens in dein Bett kriechen noch im halbschlaf fing ich an zu grinsen wollte ihn schon damit aufziehen dass es ja jeder sein könnte doch je mehr Sekunden vergingen je wacher ich wurde desto klarer erschienen die geschehnisse des vergangenen tages in meinem Kopf ich rutschte ein Stück von ihm weg und langte nach der Lampe auf dem Nachttisch sanftes licht erhellte das schlafzimmer was tat er hier er sollte eigentlich erst morgen nachmittag zurückkommen wo willst du hin er legte einen arm um meine taille und zog mich zurück ins Bett bevor ich antworten konnte fand sein mund meinen sobald seine lippen meine berührten reagierte mein körper mein Mund öffnete sich und der Kuss wurde inniger Brock schob seinen Unterleib gegen meinen und ich konnte durch seine Jeans fühlen dass er erregt war er rieb sich an mir und mein Atem stockte als mich wunderbare Empfindungen überschwemmten Sekunden später war ich feucht entweder er konnte mich unglaublich schnell scharf machen oder ich war dauergeil ich habe dieses Geräusch vermisst sagte er bin gefahren wie ein Irrer um jetzt schon anzukommen statt morgen früh weil ich genau das hören wollte ich nahm meine gesamte Willenskraft zusammen und legte die Hände an seine Brust Brock verdammt wieder drängte er sich gegen mich während seine Hand über mein lockeres T-Shirt glitt und die Rundung in meiner Brust fand gleichzeitig drückte er seine Stirn an meine das ist noch was was ich vermisst mein Körper brannte oh man er wusste wirklich wie man mich ablenken konnte trotzdem drückte ich leicht gegen seine Brust wir müssen reden das können wir machen seine lippen gleiteten über meine rechte Wange nach oben dann fing er mein rechtes Ohrläppchen mit den Zähnen ein aber wir können auch andere Dinge tun nein können wir nicht er lachte leise man nennt es Multitasking Jelly ich kann so nicht Multitasken gab ich zu mein Herz schlug bereits wie verrückt seine Hand glitt weiter über meine Brust fand die harte Spitzer das ist nicht mein Problem ich wollte lachen doch wenn ich das tat würde meine entschlossenheit dahin schmelzen ich vergrub meine Finger an seinem Sweater Kristen war heute bei mir im Büro meine Worte hatten dieselbe Wirkung als hätte ich Brock einen Eimer eiskaltes Wasser über den Kopf gegossen seine Hand stellte die Bewegung ein genau wie seine Hüfte er hob den Kopf und starrte aus dunklen Augen auf mich herab bitte was Kristen hat in der Academy vorbeigeschaut um mit mir zu sprechen worüber seine Frage klang so aufrichtig erstaunt dass ich einfach glauben musste dass er keine Ahnung hatte welche Details Kristen mir mitgeteilt hatte vielleicht nur vielleicht waren Teile von dem was sie gesagt hatte einfach nicht wahr ich suchte seinen Blick über eine Menge Dinge er senkte den Kopf dann rollte er sich herum so dass er auf der Seite lag aufgestützt auf einen Ellbogen seine Hand blieb auf meinem Bauch liegen wieso werde ich das Gefühl nicht los dass mir nicht gefallen wird was ich gleich hören werde jedes Verlangen in mir löste sich in Luft auf gute Frage nun ich kann mir kaum vorstellen dass es um selbst gebastelte Weihnachtskarten ging er grinste er grinste tatsächlich du scheinst nicht allzu besorgt weil sie aufgetaucht ist um mit mir zu reden wieso sollte ich das sein fragte er und ließ seine Hand an den Saum meines T-Shirts gleiten ehrlich gesagt bin ich nicht gerade begeistert dass sie da war sie hat in deiner Nähe nichts zu suchen ich musterte sein Gesicht in dem Versuch herauszufinden was er wirklich empfand du sprichst nie über sie was gibt es da zu sagen wir waren zusammen dann waren wir es nicht mehr ihr beide habt jahrelang eine Beziehung geführt wie sich ihn hin vor den Kopf geschlagen von seiner Aussage ihr wart verlobt es ist ja nicht so als wärt ihr ein paar Wochen miteinander aus und dann getrennter Wege gegangen er schwieg einen langen Moment worüber hat sie mit dir gesprochen über einiges ich setzte mich auf seine Hand verschwand vom Saum meines Shirts doch er ließ den Arm auf meiner Taille liegen als ich mich ans Kopf Ende lehnte mein Blick ging zur Tür und ich sah Rages dünnen Körper im Flur offensichtlich überlegte er ob es eine gute Idee war in den Raum zu kommen Brock wartete einiges ich sah ihn wieder an wieso hast du mir nicht erzählt dass Kristen schwanger war das hat sie dir erzählt er klang überrascht verdammt nochmal also stimmt es scheiße Brock fuhr sich mit der Hand durch die Haare ja es stimmt sie ist vor ein paar Jahren schwanger gewesen hatte eine fehlgeburt ich habe dir nichts davon erzählt weil das nichts ist woran ich gerne denke es folgte eine kurze pause außerdem war ich mir sicher dass du es eigentlich gar nicht wissen willst mein magen verkrampfte sich in einer seltsamen mischung aus gefühlen und ich strich mir die Haare aus dem Gesicht ich hatte keine Ahnung was ich davon halten sollte ich war erleichtert dass und verstand aber irgendwie auch warum er es nicht getan hatte diese dämliche eifersucht die tief in mir kochte verriet mir warum er es nicht erwähnt hatte ich war ich war eifersüchtig weil er jemand anderen geschwängert hatte und ehrlich ich wusste wie lächerlich das war ich war mir bewusst wie unglaublich schrecklich das war wie falsch ich holte tief Luft das musste ich tief getroffen haben dass sie das Kind verloren hat Brock ließ sich auf den Rücken fallen und rieb sich mit den Händen übers Gesicht es war für uns beide eine harte Zeit Jillian tut mir leid dir muss da nichts leid tun seine Brust hob sich in einem tiefen Atemzug ich war noch nicht bereit ein Kind zu bekommen ich hatte noch nicht einmal darüber nachgedacht wie es sein würde Vater zu werden als sie schwanger wurde aber irgendwann hat mir die Vorstellung gefallen er ließ die Hände auf die Brust sinken und drehte den Kopf bis er mir ins Gesicht sehen konnte aber es hat wohl nicht sein sollen sie meinte du hättest dich deswegen schuldig gefühlt seine brauen zogen sich zusammen dass du dich dafür verantwortlich gefühlt hast dass sie das baby verloren hat erklärte ich dass dich die Schuldgefühle wegen der fehlgeburt dazu getrieben haben ihr einen heiratsantrag zu machen seine Augen wurden mitternachts schwarz was hat sie dir noch erzählt er leugnete es nicht mein Herz sank sie hat gesagt dass du sie nie wirklich geliebt hast ein Muskel an seinem kinn begann zu zucken ich habe absolut keine ahnung wieso sie dir das erzählt hat aber sie war mir wichtig ich glaube ein Teil von mir hat sie geliebt aber ich war nicht in sie verliebt diese aussage ist korrekt ich verzog das Gesicht auch wenn ein schrecklicher böser Teil von mir gern hörte größeren Teil in mir der einfach nicht verstehen konnte wie man sechs Jahre mit jemandem verbringen diese Person schwängern und ihr die Ehe antragen konnte ohne in sie verliebt gewesen zu sein ohne sie wirklich zu lieben allerdings blieben unzählige Leute aus hunderten von anderen Gründen als Liebe zusammen Geld Kinder Einsamkeit manchmal war es nur einfacher mit jemandem zusammen zu bleiben als sich von ihm zu trennen waren Schuldgefühle als Grund also so weit her geholt waren sie nicht es ging um die Person die er mir an diesem Abend vorgezogen hatte oder darüber war ich doch eigentlich hinweg zumindest hatte ich geglaubt es wäre so manchmal war ich mir da nicht mehr so sicher wahrscheinlich würde ich mich weiter damit auseinandersetzen müssen daran war nichts falsch solange ich mich wirklich bemühte es hinter mir zu lassen aber was wenn Brock Jahre und Jahre mit mir zusammen blieb ohne je wirklich in mich verliebt zu sein ohne mich je zu lieben was hat sie noch zu dir gesagt Jillian sie hat erzählt dass sie versucht versucht hat wieder mit dir zusammen zu kommen wut flackerte in mir auf warum hast du mir nicht erzählt dass sie dich immer noch kontaktiert wieso sollte ich ich zuckte zusammen ehrlich warum ich bin deine freundin ja du bist meine freundin und deswegen wollte ich nicht dass du dir sorgen um eine frau machst die offensichtlich einfach nicht kapieren will dass sie nicht mehr teil meines lebens ist ich spürte wie immer einen freudigen stich als ich die worte meine freundin hörte aber fand dass er es mir trotzdem hätte erzählen müssen das verstehe ich aber er sah aus als wolle er widersprechen doch dann seufzte er damit du dich wegen etwas stress das vollkommen unwichtig ist denn dieser mist mit christen ist vorbei dieser mist mit jeder anderen frau ist vorbei ich weiß dass ich früher ein ziemlicher aufreißer war aber du kennst mich wenn ich mit einer frau zusammen bin bin ich mit ihr zusammen über diesen punkt musst du dir keine Sorgen machen brock war loyal manchmal zu sehr das stimmte ich machte mir keine Sorgen darum dass er mich betrügen könnte darum ging es hier aber auch nicht was hat sie sonst noch gesagt fragte er denn ich wette es war noch mehr allerdings sie hat gesagt dass du dich wegen dem was mit mir im monas passiert ist schuldig fühlst erklärte ich ihm er runzelte die stirn natürlich habe ich mich deswegen schuldig gefühlt wir haben doch darüber gesprochen ich verstehe nicht bist du mit mir zusammen weil du mit mir zusammen sein willst oder wegen der schuldgefühle die du meinetwegen empfindest er starrte mich einen Moment lang an als fehlten ihm die Worte dann fragte er ist das eine ernst gemeinte Frage ja ist es ich glaube nicht dass ich diese Frage beantworten muss frust befeuerte die zweifel tief in mir ich glaube das musst du doch glaubst du das wirklich brock setzte sich in einer fließenden bewegung auf und fuhr sich erneut durch die haare dann umfasste er seinen nacken ehrlich es ist eine ernst gemeinte frage brock in welcher hinsicht ergäbe es sinn wenn ich aus schuldgefühlen mit dir zusammen wäre seine augen glitzerten wie hat sie dir das verklickert sie hat gesagt du hättest aus schuldgefühlen heraus heiraten wollen leise und schüttelte den kopf und du glaubst das wirklich ich weiß nicht was ich glauben soll ich vergrub die hände in den haren verknotete sie zu einem dutt dann ließ sich los sofort fielen mir die haare wieder über die schultern ich brauche zeit und ich brauchte abstand um klar denken zu können vielleicht solltest du nach hause fahren seine Augenbrauen schossen nach oben dich über zu ziehen ja ja das will ich nun ich sage dir das nur ungern aber ich werde nicht gehen ich ließ die arme sinken oh doch das wirst du er starrte vom kopfende des bettes zu mir auf auf keinen fall lasse ich dich mit diesen scheußlichen gedanken allein damit du dir einreden kannst was auch immer christen dir eingeflüstert hat ich starrte ihn mit offenem mund an ich will nichts davon glauben brock bist du dir sicher forderte er mich heraus denn du scheinst tatsächlich davon auszugehen dass ich nur aus schuldgefühlen mit dir zusammen bin dass ich dich tatsächlich aus schuldgefühlen ficke ich zuckte zusammen du musst es nicht so ausdrücken wirklich du findest das klingt schlimm stell dir mal vor du wärst in meiner Position und müsstest du etwas über dich hören schoss er zurück und okay das war ein argument ich begreife wieso ist dir leicht fällt das zu glauben aber du musst mir schon gestatten dass ich dem etwas entgegensetze ich schluckte gegen den Kloß in meiner Kehle an und verschränkte die Arme vor der Brust das gestatte ich dir auch aber ich kann nicht begreifen wie du mit Kristen so lange zusammen sein konntest ohne sie geliebt zu haben wieso haben meine gefühle für sie irgendetwas mit uns zu tun hielt er dagegen himmel jillian ich kann diese frage nicht beantworten ich weiß nicht wieso meine gefühle letzten endes nicht ausgereicht haben hast du sie gebeten dich zu heiraten weil sie das baby verloren hat er schüttelte den kopf ehrlich gesagt ich weiß es versucht ich zog die strickjacke enger um mich und wandte den blick ab sie hat gesagt du hättest die schuldgefühle mir gegenüber wegen des unfalls wieso spielt es eine rolle was sie verdammt noch mal zu dir sagt fragte er in schneidendem tonfall und rutschte an die bettkante es spielt eine rolle weil ich jemanden verdient habe der nicht nur aus schuldgefühlen mit mir zusammen ist schrie ich plötzlich und ich habe es verdient mit jemandem zusammen zu sein der mich genauso sehr liebt wie ich ihn Brock erstarrte ich war mir sicher er atmete nicht mehr und dann wurde mir klar was ich gerade gesagt hatte oh mein Gott mein Gesicht wurde erst eiskalt dann brennt heiß ich hatte ihm gerade gesagt dass ich ihn liebte ich konnte Brock nicht gerade gesagt haben dass ich ihn liebte naja eigentlich hatte ich es ihm quasi ins Gesicht geschrien absolut jeder hatte gewusst dass ich in Brock verliebt war als wir noch jünger gewesen waren selbst Brock hatte es gewusst auch wenn er versucht hatte es zu ignorieren doch das war damals gewesen als ich noch jung und naiv war und er der unerreichbare aufstrebende Star war das etwas vollkommen anderes jetzt war ich alt genug um zu wissen was die Worte wirklich bedeuteten und wie sie sich anfühlten was hast du gerade gesagt sagte er und ließ die Hände auf die Knie sinken ach herrje ich umklammerte meine Strickjacke fester während ich auf die Tür starrte als könnte sie mir irgendwie zur Hilfe eilen ich habe gesagt ich habe etwas besseres verdient als jemanden der aus Schuldgefühlen mit mir zusammen ist das meine ich nicht stellte er mit gefährlich ruhiger Stimme klar meine Lippen zitterten und das Herz raste in meiner Brust die Worte brannten mir auf der Zunge diese drei Worte waren leicht auszusprechen Leute sagten sie ständig aber ich glaubte nein ich wusste dass diese drei Worte schwerer auszusprechen waren wenn man sie wirklich ernst meinte die alte Jillian hätte nie den Mut gefunden sie erneut auszusprechen doch ich war nicht mehr sie ich nahm die Schultern zurück und hob das Kind ich habe gesagt dass ich dass ich dich liebe ein Ausdruck den ich nicht deuten konnte huschte über sein Gesicht du liebst mich ja ich schluckte schwer ich habe dich geliebt als ich acht war ich habe dich geliebt als ich zwölf war ich habe dich mit zwanzig geliebt und ich liebe dich jetzt Brock stand auf wenn du mich damals geliebt hast und heute liebst warum hast du mich dann nicht gefragt was ich gedacht habe als ich dich im Restaurant das erste Mal wieder gesehen habe warum fragst du mich nicht was ich empfunden habe als ich herausgefunden habe dass du wieder mit diesem Kerl ausgehst warum fragst du nicht wie es war das erste Mal mit dir in meinen Armen aufzuwachen warum fragst du mich nicht wie ich mich gefühlt habe als wir uns das erste Mal geküsst haben ein Zittern lief über meinen Körper als er einen Schritt vortrat du hättest mich fragen können wie es war das erste Mal mit dir innig zu sein und jedes Mal danach wenn du mich die ganze Zeit über geliebt hast warum hast du mich nicht gefragt ob ich dich auch liebe ich konnte kaum atmen weil sich seine Worte um mich legten wie Seide er hielt ein paar Schritte vor mir auf irgendetwas was ich jetzt tue und sie hat zum Teufel noch mal nichts mit uns zu tun das mal kalt und grausam klingen aber es ist die Wahrheit du hast recht ich hätte dir erzählen sollen dass sie mich anruft und mir Nachrichten schreibt dann hätten wir darüber reden können und du wärst vorbereitet gewesen auf den Eimer scheiße den sie nun über dir ausgeschüttet hat tut mir leid dass ich das verbockt habe langsam löste ich meine Finger aus dem Stoff der Strickjacke ich werde dir jetzt sagen wie ich mich wegen der fehlgeburt gefühlt habe hat es mich mitgenommen ja das hat es hatte ich mitleid mit ihr weil sie das alles durchmachen musste während ich nicht mal da war denn ich war nicht da ich war bei einem Kampf in Australien als es passiert ist deswegen habe ich mich schuldig gefühlt ja ich hätte da sein bei ihr sein müssen als sie dieses schreckliche erlebnis durchgemacht hat aber ich fühle mich nicht dafür verantwortlich dass sie das baby verloren hat ich weiß nicht was sie dir erzählt hat um das zu begründen sie meinte ihr hättet euch oft gestritten und sie hätte sich darüber aufgeregt weil du so oft weg warst er stieß ein freudloses lachen aus vielleicht denkt sie es wäre meine schuld wir haben nicht schlimm gestritten nur über normale kleinigkeiten aber wer weiß wie sie es wahrgenommen hat ich laufe jedenfalls nicht herum und suche nach sachen deren wegen ich mich schuldig fühlen kann ich ließ die Strickjacke los und die Arme sinken und dass ich nur aus schuld gefühlen mit dir zusammen bin er presste die lippen so fest aufeinander dass sie eine schmale dünne linie bildeten ich kann nicht leugnen dass ich mich wegen der sache damals schrecklich schuldig gefühlt habe selbst heute gibt es diese Momente noch ich weiß dass du mich nicht dafür verantwortlich machst es hat eine Zeit in meinem Leben gegeben in der ich mir gewünscht habe du tätest es doch inzwischen bin ich sehr froh dass es nicht so ist aber dass du wirklich glaubst ich wäre deswegen mit dir zusammen Brock brach ab und schloss die Augen es wirkte fast als könnte er nicht weitersprechen in diesem Moment wusste ich wusste ich einfach dass ich ihn verletzt hatte ich hatte diesen Mann verletzt der sowohl körperlich als auch geistig so stark war ich hatte ihn mit meinem Zweifel tief getroffen ein bitterer Knoten bildete sich in meiner Kehle und ich atmete flach was hast du gedacht als du mich im Restaurant das erste Mal wieder gesehen hast er sah auf wie froh ich bin dass ich nach dir gesucht habe dass du schöner aussiehst als ich mir je hätte vorstellen können und ich habe gedacht dass ich einfach deine Stimme hören möchte egal wie riskant es ist mich dir zu nähern und zu riskieren dass du heraus findest warum ich da bin zitternd holte ich Luft was hast du gedacht als ich dir erzählt habe dass ich wieder mit Grady ausgehe Brocks Lippen zuckten ich wollte meine Faust in eine Wand rammen wie wie hast du dich gefühlt als du mit mir den Armen aufgewacht bist fragte ich mit heiserer Stimme besser als ich mich seit Jahren gefühlt habe sagte er in seinen Augen stand ein sanfter Ausdruck als wäre ich aufgewacht und endlich zu hause oh oh Gott mein Blick verschwamm als du mich geküsst hast als du mit mir geschlafen hast als wäre es das erste das beste und das letzte Mal er trat einen weiteren Schritt vor und dank seiner langen Beine stand er jetzt direkt vor mir ich legte den Kopf in den Nacken langsam hob er die Hände und umfasste meine Wangen ich glaube da gibt es noch eine Frage die du mir stellen musst die konturen seines gesichts lösten sich auf als mir Tränen in die Augen stiegen liebst liebst du mich ich liebe dich er drückte seine Stirn auf meine und ein zitternder ergriff besitz von meinem körper ich liebe dich wie ich es mir gern erlaubt hätte als du noch jünger warst ich liebe dich weil du nicht nur süß bist sondern freundlich ich liebe dich weil du dieses feuer in dir trägst dessen du dir nicht mal bewusst bist ich aber schon du bist stark eine überlebende durch ihre eigene kraft eine träne rann über meine wange und er fing sie mit dem daumen auf ich konnte nicht sprechen ich wusste genau wenn ich es versuchte würde ich anfangen zu schluchzen diese Worte diese wunderbaren Worte zu hören übertrafen meine wildesten Vorstellungen mein Herz schwoll an bis ich glaubte es müsste vor Freude platzen ich wollte lachen und weinen gleichzeitig ich wollte tanzen und ich wollte ihn festhalten er liebt mich kein einziger teil meiner liebe hat etwas mit schuldgefühlen zu tun er ließ seine daumen über meine wangen gleiten um weitere tränen aufzufangen und ich bin in dich verliebt und liebe dich und habe noch nie für jemanden so empfunden du bist die erste frau die ich wahrhaftig liebe sagte er bevor er seine lippen auf die narbe auf meiner linken wange drückte und du wirst die einzige bleiben brock küsste meinen linken mundwinkel dann legte dann legte er den kopf schräg um mich auf den rechten zu küssen ich liebe dich jillian mir fehlten die worte ich umklammerte seine schultern drehte den kopf und suchte blind nach seinem mund aber da geriet alles irgendwie außer kontrolle mein t-shirt verschwand sein sweater fiel zu boden nacheinander verschwanden die kleidungsstücke bis nichts mehr zwischen uns war seine hände schlossen sich um meine hüften in einer einzigen bewegung hob er mich hoch und legte mich auf dem bett auf den rücken ich schnappte überrascht nach luft da schob er sich schon über mich umfing mich mit seinen armen und seinem körper brock beugte sich vor fing meine lippen in einem fiebrigen kuss ein erfüllt von unglaublicher liebe und leidenschaft mein herz flatterte und flüssige lava strömte durch meine adern ich liebe dich sagte ich umfasste seine wangen und sorgte dafür dass er mich ansah und ich werde nie aufhören dich zu lieben du hast nie aufgehört wieder fand ich keine worte wir verständigten uns über lippen und zähne zunge und hände er knabberte an meinen brüsten und saugte daran bevor er einen feurigen Pfad aus heißen küssen über meinen bauch und unter meinen nabel zog um bald noch tiefer zu gleiten er kostete jeden zentimeter meiner haut und jedes stöhnen das er mir entriss war ein ausdruck der liebe brennende leidenschaft erfüllte mich erfüllte mich mit wunderbarem sehnen lust und liebe fluteten meinen körper und als ich sein mund um das kleine bündel nerven schloss schrie ich seinen namen mein kopf fiel in den nacken weil er seine finger tief in mir vergrub er liebkoste mich bis ich explodierte noch während ich kam schob er sich wieder an mir nach oben füllte meinen mund mit seiner zunge und stieß in einer fast wilden bewegung in mich ich wand mich unter ihm umklammerte seine angespannten arme und schlang die beine um seine hüfte als er sich bewegte konnte ich nicht mehr sagen wo ich endete und er begann ich warf den kopf hin und her als er in mich stieß unser kuss brach ab und ich hörte seinen heißen Atem an meinem Ohr wir liebten uns er schob eine hand zwischen uns berührte mich und erneut stieg die anspannung in mir auf druck baute sich auf und dann geschah es ich kam noch mal genauso heftig und wunderbar wie beim ersten mal ein köstliches sinnliches zitter nahm besitz von meinem körper als brocks stöße den rhythmus verloren er bewegte sich so schnell stieß so hart in mich dass ich auf dem Bett nach schlafzimmer ich liebe dich rief er und dann kam er auch gab sich der köstlichen lust hin die auch noch in meinen adern nach heilte danach hielten wir einander umklammert minuten vergingen ich habe keine ahnung wie lange wir so lagen bevor er sich auf die seite rollte er griff nach mir schlang einen arm um mich und umarmte mich so fest dass ich ihn ansehen musste er hielt mich als wollte er mich nie wieder loslassen Brock küsste mich wie er es noch nie zuvor getan hatte zumindest fühlte es sich so an er küsste mich sanft zärtlich und so intensiv dass mir Tränen in die Augen stiegen Liebe genau so fühlte sich Liebe an lange Zeit nachdem unsere körper aufgehört hatten sich zu bewegen und unser herzschlag sich wieder beruhigt hatte lag ich noch wach neben dem schlafenden Brock um mir seine Worte wieder und wieder in Erinnerung zu rufen ein schiefes lächeln hatte sich dauerhaft auf meinem Gesicht eingenistet aber es war mir egal es gab so vieles was Brock zu mir gesagt hatte was dieses Lächeln rechtfertigte die Tatsache dass er mich liebte war der Hauptgrund klar aber da war noch etwas anderes er hatte gesagt ich trüge ein Feuer in mir das zu hören zu wissen dass er das glaubte bedeutete dass ich die Jillian die ich als Kind gewesen war weit hinter mir gelassen hatte ich wurde geliebt und ich trug ein Feuer in mir beides war wichtig und erstaunlich aber das zweite Gott das bedeutete mir alles von dem Moment an als ich beschlossen hatte den Job in der Limer Academy anzunehmen hatte ich mich verändert sogar schon vorher es war ein langsamer manchmal schmerzhafter Prozess gewesen doch die Erkenntnis dass ich ein anderes Leben führen wollte dass ich mehr Risiken eingehen und mein Leben tatsächlich erleben wollte hatte schon begonnen bevor Brock wieder in mein Leben getreten war seine Anwesenheit hatte den Prozess beschleunigt doch er war nicht dafür verantwortlich sondern ich allein manche Leute wurden mit einem Feuer in sich geboren sie brannten unglaublich hell wurden von ehrgeiziger Leidenschaft für alles getrieben doch sie ließen sich nie hundertprozentig auf etwas ein sie besaßen dieses Feuer aber sie brannten oft aus weil sie ständig darüber nachdachten was hätte sein sollen und nie darüber was hätte sein können andere besaßen von Beginn an dieselbe Art von Feuer und ihr Hunger nach Erfolg und ihre Entschlossenheit beeinflussten jede ihrer Entscheidungen ihre Flamme mochte von Zeit zu Zeit flackern aber sie erlosch nie diese Menschen konzentrierten sich nicht darauf wie das Leben sein sollte sondern nur darauf wie es sein konnte und dann gab es noch die Leute denen nicht einmal klar war dass sie ein Feuer in sich trugen das in ihnen glühte und erst zu Flammen angefacht werden musste ich hatte nie geglaubt dass ich dieses Feuer besaß doch das tat ich manchmal mochte es flackern und schwinden und in anderen Momenten brennen und glühen doch es würde nie ausgehen niemals ich sah auf Brock herunter musterte sein wunderschönes Gesicht und seinen erstaunlichen Körper er war mehr als all das so viel mehr Brock war intelligent und auch er war ein überlebender er war ein warmherziger Mann und loyal und wenn er sich auf jemanden ein ließ dann ganz deswegen hatte er Schuldgefühle und Bedauern empfunden diese Gefühle stellten keine Verpflichtung dar in diesem Punkt hatte sich Kristen in Bezug auf ihn geirrt in Bezug auf ihre Beziehung und ich wusste jetzt dass ich niemals an Brock hätte zweifeln dürfen ein Teil von mir wollte Kristen einen Besuch abstatten und ihr entweder eins über den Schädel ziehen oder ihr erklären wie sehr sie sich geirrt hatte oder beides aber warum warum sollte ich auch nur eine weitere Sekunde meines Lebens auf in der Vergangenheit lebte ich hatte viel zu lange in der Vergangenheit gelebt und wollte darauf keine Minute mehr vergeuden ich beugte den Kopf und küßte das Medaillon das ich vor so langer Zeit für Brock gekauft hatte das Medaillon das ich ihm an dem dunkelsten Abend meines Lebens hatte schenken wollen das er jeden Tag trug dann drückte ich meine Lippen auf Brocks und küßte ihn was er mit einem verschlafenen Lächeln belohnte es gab kein gestern mehr es gab nur noch das heute es gab nur noch das morgen das innere Feuer ist das wichtigste was der Mensch besitzt Edith Södergran Sie hörten Fire in you